Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Kapitel 1 von Reise um die Erde in 80 Tagen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Eva K. Reise um die Erde in 80 Tagen Von Jules Verne Erstes Kapitel Phileas Fogg und Passepartout nehmen sich einander als Herr und Diener an Im Jahre 1872 wohnte in dem Hause Nummer 7, Savile Row, Burlington Gardens, worin Sheridan im Jahre 1814 starb, Phileas Fogg Esquire, eines der ausgezeichnetsten und hervorragendsten Mitglieder des Reform Clubs zu London, der jedoch dem Anschein nach beflissen war, nichts zu tun, was Aufsehen erregen konnte. Dieser Phileas Fogg, also Nachfolger eines der größten Redner, welche Englands Zierde sind, war ein rätselhafter Mann, von dem man nichts weiter wußte, als dass er ein recht braver Mann und einer der schönsten Gentlemen der vornehmen Gesellschaft sei. Man sagte, er gleiche Byron, sein Kopf, denn seine Füße waren tadellos, aber ein Byron mit Schnurr und Backenbart, ein Byron mit leidenschaftslosen Zügen, der tausend Jahre alt werden konnte, ohne zu altern. Ein echter Engländer unstreitig war Phileas Fogg vielleicht kein Londoner. Man sah ihn nie auf der Börse, noch auf der Bank, noch auf irgendeinem Comptoir der City. Nie sah man in den Bassins und Docks zu London ein Schiff, dessen eigener Phileas Fogg gewesen wäre. In keinem Komitee der Verwaltung hatte dieser Gentleman einen Platz. Nie hörte man seinen Namen in einem Advokatenkolleg oder im Tempel, in Lincolns Inn oder Grays Inn. Er plädierte niemals, weder beim Obergerichtshof noch bei der Kings Bench, beim Schatzkammergericht oder einem geistlichen Hof. Er war weder ein Industrieller noch ein Großhändler noch Kaufmann oder Landbauer. Er gehörte weder dem Königlichen Institut, noch dem Institut von London, noch sonst irgendeiner Anstalt der Kunst, Wissenschaft oder Gewerbe an, noch endlich einer der zahlreichen Gesellschaften, wovon die Hauptstadt Englands wimmelt, von der Harmonie bis zur entomologischen Gesellschaft, welche hauptsächlich den Zweck verfolgt, die schädlichen Insekten zu vertilgen. Phileas Fogg war Mitglied des Reform Clubs. Nichts weiter. Wundert man sich, dass ein so mysteriöser Gentleman unter den Gliedern dieser ehrenwerten Gesellschaft zählte, so dient zur Antwort, dass er auf Empfehlung des Hauses Gebrüder Baring, wo er sein Geld angelegt hatte, Aufnahme fand. Daher ein gewisses Ansehen, welches er dem Umstand verdankte, dass von dem Soll seines Kontokorrents seine Wechsel bei Sicht pünktlich gezahlt wurden. War dieser Phileas Fogg reich? Unstreitig. Aber wie er sich dieses Vermögen gemacht, konnten die Bestunterrichteten nicht sagen, und Herr Fogg war der Letzte, an den man sich wenden durfte, um es zu erfahren. Jedenfalls war er nicht verschwenderisch, aber auch nicht geizig, denn überall, wo es für eine edle, nützliche oder großmütige Sache an einem Betrag mangelte, schoss er ihn im Stillen bei und selbst anonym. Im Allgemeinen war dieser Gentleman sehr wenig mitteilsam. Er sprach so wenig wie möglich und schien umso geheimnisvoller, als er schweigsam war. Doch lag seine Lebensweise jedem vor Augen, aber was er tat, war so mathematisch stets ein und dasselbe, dass die unbefriedigte Einbildungskraft weiter hinausforschte. Hatte er Reisen gemacht? Vermutlich, denn kein Mensch war besser wie er in aller Welt auf der Karte bekannt. Auch von dem entlegensten Ort schien er genaue Kenntnis zu haben. Manchmal wußte er, doch in wenigen kurzen und klaren Worten, die tausend Äußerungen, welche im Club über verlorene oder verirrte Reisende zirkulierten, zu berichtigen, und seine Worte schienen oft wie von einem zweiten Gesicht eingegeben, denn jedes Ereignis rechtfertigte sie schließlich. Es war ein Mann, der überall hin, im Geiste wenigstens, gereist sein mußte. Zuverlässig jedoch war Phileas Fogg seit vielen Jahren nicht aus London hinausgekommen. Wer ihn etwas näher zu kennen die Ehre hatte, bezeugte, dass kein Mensch ihn je woanders gesehen, als auf dem geraden Weg von seinem Hause zum Club, den er tagtäglich machte. Sein einziger Zeitvertreib bestand im Lesen der Journale und im Whist-Spiel. Bei diesem schweigsamen Spiel, welches so sehr seiner Natur angemessen war, gewann er oft, aber seine Gewinne flossen nie in seine eigene Börse, sondern bildeten einen erheblichen Posten auf seinem Barmherzigkeitskonto. Übrigens ist wohl zu merken, Herr Fogg spielte offenbar um des Spieles Willen, nicht um zu gewinnen. Das Spiel war ihm ein Ringen mit einer Schwierigkeit, das jedoch keine Bewegung, keine Platzveränderung, keine Ermüdung kostete, und das passte zu seinem Charakter. Man wußte bei Phileas Fogg nichts von Weib oder Kind, was dem unnätesten Menschen passieren kann, noch von Verwandten oder Freunden, was allerdings seltener ist. Phileas Fogg war der einzige Bewohner seines Hauses Savile Row, und kein Mensch sonst kam in dasselbe hinein, einen einzigen Diener ausgenommen, der ihm genügte. Was im Innern desselben vorging, davon war niemals die Rede. Er frühstückte und speiste zu Mittag im Club. Zu chronometrisch bestimmten Stunden in demselben Saal, an demselben Tische traktierte niemals einen Kollegen, lud nie einen auswärts ein und kehrte nur zum Schlafen, Punkt zwölf Uhr nachts, nach Hause, ohne jemals von den wohnlichen Gemächern Gebrauch zu machen, welche der Reform Club für seine Mitglieder zur Verfügung hält. Von 24 Stunden brachte er zehn in seiner Wohnung zu, teils zum Schlafen, teils zur Beschäftigung mit seiner Toilette. Spazieren ging er unabänderlich mit gleich gemessenem Schritt, in dem mit eingelegter Arbeit parkettierten Eingangssaal oder auf dem Rundgang, über welchem ein blaues Glasgewölbe auf 20 ionischen Säulen von rotem Porphyr ruhte. Bei der Mahlzeit oder dem Frühstück lieferten die Küche und Speisekammer, die Konditorei, der Fischbehälter und die Milchstube ihre besten Gerichte. Die Clubdiener, gesetzte Leute in schwarzer Kleidung und mit Multernschuhen, bedienten ihn auf besonderem Porzellan- und Tafelweißzeug von kostbarer sächsischer Leinwand, seinen Sherry oder Porto, seinen mit feinstem Zimt und Frauenhaar gemischten Claret, trank er aus dem seltensten Kristall des Clubs, und das Eis, welches der Club mit schweren Kosten aus den Seen Amerikas bezog, erhielt seinen Trunk in erquickender Frische. Wenn man ein Leben in solchen Verhältnissen exzentrisch nennt, so muss man zugeben, dass Exzentrität etwas Gutes enthält. Das nicht eben prachtvolle Haus in Savile Row empfahl sich durch größte Bequemlichkeit. Übrigens beschränkte sich bei den unabänderlichen Gewohnheiten des Mieters seine Bedienung auf geringe Anforderungen. Doch verlangte Phileas Fogg von seinem einzigen Diener eine außerordentliche Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit. An diesem Tage, 2. Oktober, hatte Phileas Fogg seinen Burschen James Forster entlassen, weil er ihm zum Rasieren Wasser gebracht hatte, das 84 anstatt 86 Grad Fahrenheit heiß war, und er erwartete den Nachfolger desselben, welcher sich zwischen elf und halb zwölf Uhr ihm vorstellen sollte. Phileas Fogg saß breit in seinem Fouteille, beide Füße beieinander wie ein Soldat auf der Parade, die Hände auf die Knie gestützt, den Leib gerade, den Kopf aufrecht und sah auf die Pendeluhr, welche Stunden, Minuten, Sekunden, Tag und Datum anzeigte. Nach seiner Gewohnheit sollte Herr Fogg schlag halb zwölf Uhr sich aus dem Hause auf den Reform Club begeben. In diesem Augenblicke klopfte es an die Türe des kleinen Salons, worin sich Phileas Fogg aufhielt. Der verabschiedete Diener trat ein. Der neue Diener, sagte er. Ein Bursche von etwa 30 Jahren trat ein und grüßte. Sie sind Franzose und heißen John? fragte Phileas Fogg. Jean, beliebend, mein Herr, erwiderte der neue Diener. Jean Passepartout, ein Beiname, der mein natürliches Geschick, mich aus Verlegenheiten zu ziehen bezeichnet. Ich glaube, ein braver Bursche zu sein, mein Herr. Doch offengesagt, ich habe schon mehrere Geschäfte getrieben. Ich war Benkelsänger, bereiter in einem Zirkus, voltigierte wie Léotard und tanzte auf dem Seil gleich Blondin. Darauf bin ich Lehrer der Gymnastik geworden, um meine Talente nützlicher zu machen. Und zuletzt Sergent bei den Pompiers zu Paris. Ich habe merkwürdige Brände auf meiner Liste. Nun aber habe ich bereits seit fünf Jahren Frankreich verlassen und bin, um das Familienleben zu genießen, Kammerdiener in England. Da ich jetzt ohne Stelle bin und vernommen habe, Herr Phileas Fogg sei der bündlichste und eingezogenste Mann im Vereinigten Königreiche, so habe ich mich dem Herrn vorgestellt, in Hoffnung, bei demselben ruhig zu leben und selbst den Namen Passepartout zu vergessen. Passepartout ist ganz passend für mich, erwiderte der Gentleman. Sie sind mir empfohlen. Man hat mir gute Auskunft über Sie gegeben. Sie wissen meine Bedingungen? Ja, mein Herr. Gut. Wie viel Uhr haben Sie? Elf Uhr, zweiundzwanzig Minuten, Erwiderte Passepartout, indem er eine große silberne Uhr aus seiner Hosentasche hervorzog. Sie sind in der Zeit zurück, sagte Herr Fogg. Verzeihen Sie, mein Herr, aber es ist nicht möglich. Um vier Minuten sind Sie zurück. Gleich viel. Merken wir uns nur die Abweichung. Also von diesem Augenblicke an, elf Uhr neunundzwanzig Minuten vormittags, mittwochs, zweiter Oktober 1872, sind Sie in meinem Dienst. Hierauf stand Phileas Fogg auf, nahm seinen Hut in die Linke, setzte ihn mit einer automatischen Bewegung auf und verschwand ohne ein Wort weiter. Passepartout hörte, wie die Haustüre einmal sich schloss, Sein neuer Herr ging hinaus, dann zum zweiten Mal, sein Vorgänger James Forster ging ebenfalls fort. Passepartout befand sich allein im Hause der Savile Row. Ende von Kapitel 1 Kapitel 2 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Zweites Kapitel Passepartout hat sein Ideal gefunden »Meiner Treu«, sagte sich Passepartout, der anfangs etwas verdutzt war, »ich finde, dass die Ampelmenschen bei Madame Tussaud eben so lebendig sind wie mein neuer Herr.« Die Hampelmännchen der Madame Tussaud sind nämlich Wachsfiguren, die in London sehr gerne gesehen wurden und bei denen man in der Tat nur vermisste, dass sie nicht reden konnten. Während der wenigen Augenblicke, wo er mit Phileas Fork zusammen gewesen, hatte Passepartout seinen künftigen Herrn rasch, aber doch genau gemustert. Der Mann von edler und schöner Gestalt, hohem Wuchs, dem einige Wohlbeleibtheit nicht übel stand, mochte etwa vierzig Jahre alt sein, hatte blondes Haar und Bart, eine glatte Stirn ohne auch nur einen Schein von Runzeln an den Schläfen, ein mehr bleiches als gerötetes Angesicht, prachtvolle Zähne. Er schien in hohem Grade zu besitzen, was die Physiognomisten Ruhe in der Tätigkeit nennen. Eine Eigenschaft, die allen denen gemein ist, welche mit wenig Geräusch ihre Arbeit treiben. Mit Seelenruhe und Phlegma begabt, reinem Auge und unbeweglichen Wimpern, war er der vollendete Typus jener kaltblütigen Engländer, wie man sie im Vereinigten Königreiche ziemlich häufig antrifft und deren etwas akademische Haltung Angelika Kaufmanns Pinsel zum Staunen treffend dargestellt hat. Sah man diesen Gentleman in seinen verschiedenen Tätigkeiten, so gab er die Idee eines Geschöpfes, dessen sämtliche Teile wohl im Gleichgewicht standen und richtig abgewogen waren, so vollkommen wie ein Chronometer von Leeroy oder Earnshaw. Und in der Tat war Phileas Fogg die personifizierte Genauigkeit, was man deutlich an dem Ausdruck seiner Füße und Hände sah, denn bei Menschen wie bei den Tieren sind die Glieder selbst ausdrucksvolle Organe der Leidenschaften. Phileas Fogg gehörte zu den mathematisch exakten Menschen, welche niemals eilig und stets fertig mit ihren Schritten und Bewegungen sparsam sind. Er hob sein Bein nicht, ohne dass es nötig war, und ging stets den kürzesten Weg. Kein Blick nach der Decke war bei ihm vergeblich, keine Handbewegung überflüssig. Man sah ihn nie in Gemütsbewegung oder Unruhe. Kein Mensch auf der Welt war weniger hastig, und doch kam er stets zu rechter Zeit. Man wird jedoch begreiflich finden, dass dieser Mann einsam lebte, und sozusagen außer aller gesellschaftlichen Beziehung. Er wusste, dass es im Leben unvermeidlich Reibungen gibt, und da die Reibungen hemmen, so rieb er sich an niemand. Was nun Jean, genannt Passepartout, betrifft, so war er ein echter Pariser aus Paris und hatte seit den fünf Jahren, wo er in England wohnte und zu London den Kammerdiener machte, vergeblich einen Herrn gesucht, an den er sich fest anschließen konnte. Passepartout gehörte nicht zu denen, die sich in die Brust werfen, mit kekker Nase, zuversichtlichem Blick, trockenem Auge, doch nur unverschämte Tölpel sind. Nein, Passepartout war ein braver Bursche mit freundlichem Gesicht, etwas vorstehenden Lippen, ein sanfter und geschmeidiger Charakter, mit so einem gutwilligen, runden Kopf, wie man ihn gerne auf den Schultern eines Freundes sieht. Er hatte blaue Augen, belebten Teint, ein Gesicht, das voll genug war, um selbst die Wölbung seiner Wangen wahrzunehmen, breite Brust, starke Taille, einen Muskelbau von herkulischer Kraft, welche durch die Übungen seiner Jugendzeit erstaunlich entwickelt war. Seine braunen Haare spielten etwas ins Rötliche. Kannten die Bildhauer des Altertums 18 verschiedene Arten, das Haupthaar der Minerva zu ordnen, so wußte Passepartout für das Seinige nur eine, drei Strich mit dem Scheitelkamm und der Hauptschmuck war fertig. Ob der mitteilsame Charakter dieses Burschen zu dem des Filiers Volk passen würde, war der einfachsten Voraussicht nicht möglich zu sagen. Sollte wohl Passepartout der so gründlich exakte Diener sein, welchen sein Herr bedurfte? Das ließe sich nur aus der Erfahrung abnehmen. Nachdem er, wie wir wissen, eine ziemlich vagabundierende Jugend gehabt, trachtete er nach einem ruhigen Leben. Da man ihm die regelmäßige Pünktlichkeit und sprichwörtliche Kälte der Gentleman gepriesen hatte, so versuchte er in England sein Glück. Aber bisher hatte der Zufall ihm schlecht gedient, er hatte nirgends Wurzel fassen können und schon zehnmal den Herrn gewechselt. Überall war man fantastisch, ungleich, abenteuerlich, von Land zu Land schweifend, was für Passepartout nicht mehr passen konnte. Sein letzter Herr, der junge Lord Longsoray, Parlamentsmitglied, kam oft, wenn er seine Nacht in den Austernstuben Haymarkets verbracht, auf den Schultern der Polizeileute nach Hause. Passepartout, der vor allen Dingen seines Herrn Ehre wahren wollte, wagte einige respektvolle Bemerkungen, die üble Aufnahme fanden, und er verließ den Dienst. Darauf hörte er, Phileas Fogg Esquire suche einen Diener und erkundigte sich über ihn. Ein Mann von so geregeltem Leben, der nicht auswärts schlief, keine Reisen machte, niemals auch nur einen Tag abwesend war, konnte ihm nur angenehm sein. Er stellte sich vor und wurde, wie wir wissen, angenommen. Passepartout befand sich also, nachdem halb zwölf vorüber war, allein im Hause der Savile Row. Sogleich machte er sich daran, es vom Keller bis zum Speicher zu besichtigen. Dieses reinliche, geordnete, streng puritanische, wohl für den Dienst eingerichtete Haus gefiel ihm. Es machte auf ihn den Eindruck eines schönen Schneckenhauses, das jedoch mit Gas erleuchtet und geheizt war, denn der kohlenstoffhaltige Wasserstoff war darin hinreichend für alle Bedürfnisse der Beleuchtung und Erwärmung. Passepartout fand leicht im zweiten Stock das für ihn bestimmte Zimmer und es gefiel ihm. Durch elektrische Glocken und Hörrohre stand es mit den Gemächern des Zwischenstocks und der ersten Etage in Verbindung. Auf dem Kamin stand eine elektrische Uhr, welche mit der Uhr im Schlafzimmer von Phileas Fogg übereinstimmte und beide schlugen in demselben Augenblick dieselbe Sekunde. »Das steht mir an! Das gefällt mir!« sagte Passepartout. Er bemerkte auch in seinem Zimmer über der Standuhr ein Merkblatt angeheftet mit der Vorschrift des täglichen Dienstes. Dasselbe enthielt von acht Uhr vormittags, der regelmäßigen Zeit, wo Phileas Fogg aufstand, bis zu halb zwölf, da er zum Frühstücken sich auf den Reform Club begab, alle Einzelheiten des Dienstes. Tee und geröstete Brotschnitten um acht Uhr dreihundzwanzig Minuten, Wasser zum Rasieren um neun Uhr siebenunddreißig, Frisieren um neun Uhr vierzig und so weiter. Nachher von halb zwölf vormittags bis zu zwölf Uhr nachts, wo der methodische Gentleman zu Bett ging, war alles aufgezeichnet, vorgesehen, geregelt. Passepartout machte sich eine Freude daraus, dies Programm zu studieren und dessen verschiedene Artikel seinem Geist einzuprägen. Die Garderobe des Herrn war sehr gut ausgestattet und merkwürdig gehaltreich. Jede Hose, jeder Rock oder Weste war mit einer Ordnungsnummer versehen, die in einem Register eingetragen war, worauf das Datum stand, wann der Jahreszeit nach diese Stücke angezogen werden sollten. Gleiche regelmäßige Anordnung auch für die Fußbekleidung. Im Allgemeinen war dieses Haus der Savile Row, welches zur Zeit des berühmten, aber zerstreuten Sheridan ein Tempel der Unordnung gewesen sein muss, bequem möbliert, einer hübschen Gemächlichkeit entsprechend. Keine Bibliothek, keine Bücher, welche für Herrn Fock unnütz gewesen wären, weil der Reform Club zwei Bibliotheken, eine für Literatur, die andere für Recht und Politik, ihm zur Verfügung stellte. In dem Schlafzimmer ein Kassenschrank mittlerer Größe, der gegen Feuersgefahr und Diebstahl sicherte. Keine Waffe im Hause, nichts von Jagd oder Kriegsgeräte. Aus allem sah man nur die friedlichsten Gewohnheiten. Nachdem Passepartout diese Wohnung im Detail gemustert hatte, rieb er sich die Hände, sein breites Gesicht ward heiter und er sagte, wiederholt freudigen Herzens, das steht mir an, hier ist mein Platz, Herr Fock und ich, wir verstehen uns vollkommen, das ist ein geregelter Mann, ein Zimmerüter, eine wahre Maschine. Nun, ich bin's ganz zufrieden, eine Maschine zu bedienen. Ende von Kapitel 2 Kapitel 3 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Drittes Kapitel Eine Unterredung, welche Phileas Fock teuer zu stehen kommen kann. Phileas Fock hatte um halb zwölf Uhr sein Haus in Savile Row verlassen und langte, nachdem er 575 Mal seinen rechten Fuß vor den linken und 576 Mal seinen linken Fuß vor den rechten gesetzt hatte, im Reform Club an, einem ungeheuern Gebäude in Pell-Mell, welches nicht weniger als drei Millionen zu bauen gekostet hat. Phileas Fock begab sich sogleich in den Speisesaal, dessen neuen Fenster die Aussicht auf einen Garten boten, mit Bäumen, die bereits im herbstlichen Goldschmuck pranken. Er setzte sich dort an die gewöhnliche Tafel, wo sein Gedeck auf ihn wartete. Sein Frühstück bestand aus einem Nebengericht gesottenem Fisch in einer vorzüglichen Reading Sauce, einem scharlachroten Roastbeef mit Musharone gewürzt, einem Kuchen mit Fülsel von Rhabarberstängeln und grünen Stachelbeeren, einem Stückchen Chester, alles mit einigen Tassen von dem vortrefflichen Tee, welcher ganz besonders für die Küche des Reform Clubs gesammelt wurde. Um 12.47 Uhr stand dieser Gentleman auf und begab sich in den großen Salon, der prachtvoll mit Gemälden in reichen Rahmen verziert war. Hier stellte ihm ein Diener die noch nicht aufgeschnittene Times zu, welche Phileas Fogg mit einer Sicherheit der Hand auseinanderfaltete, welche eine große Übung in dieser schwierigen Operation bekundete. Mit dem Lesen dieses Journals war Phileas Fogg bis 3.45 Uhr beschäftigt, so dann mit der Lektüre des Standard bis zum Dinner. Diese Mahlzeit fand in gleicher Weise statt wie das Frühstück, nur, dass noch die Royal British Source hinzukam. Um 5.40 Uhr erschien der Gentleman wieder in dem großen Salon und vertiefte sich in die Lektüre des Morning Chronicle. Eine halbe Stunde später kamen verschiedene Mitglieder des Reform Clubs herein und näherten sich dem Kamin, wo ein Kohlenfeuer brannte. Es waren die gewöhnlichen Spielgenossen des Herrn Phileas Fogg gleich ihm leidenschaftliche Whist-Spieler, der Ingenieur Andrew Stewart, die Bankiers John Sullivan und Samuel Fallentin, der Brauer Thomas Flanagan, Walter Ralph, einer der Administratoren der Bank von England, reiche und angesehene Männer, selbst in diesem Club, welcher die hervorragendsten Glieder der Industrie und Finanzwelt in seiner Mitte zählt. Nun, Ralph, fragte Thomas Flanagan, wie steht's mit dem Diebstahl? Nun, erwiderte Andrew Stewart, die Bank wird um ihr Geld kommen. Ich hoffe im Gegenteil, sagte Walter Ralph, dass wir den Dieb in die Hand bekommen werden. Es sind sehr geschickte Polizeileute nach Amerika und Europa in alle hauptsächlichen Landungs- und Einschiffungshäfen abgeschickt worden. Denen wird jener Herr wohl schwerlich entrinnen. Man hat das Signalement des Diebes, fragte Andrew Stewart. Vor allem, es ist kein Dieb, erwiderte ernsthaft Walter Ralph. Wie, dieses Individuum, welches 55.000 Pfund in Banknoten über 360.000 Thaler entwendet hat, ist nicht ein Dieb zu nennen? Nein, versetzte Walter Ralph. Also, ein Industrieller, sagte John Sullivan. Das Morning Chronicle versichert, es sei ein Gentleman. Der Mann, welcher diese Äußerung machte, war niemand anders als Phileas Fogg, dessen Kopf damals aus der um ihn herum aufgetürmten Flut von Papieren auftauchte. Zugleich grüßte Phileas Fogg seine Kollegen, welche seinen Gruß erwiderten. Der fragliche Vorfall, welchen die verschiedenen Journale des Vereinigten Königreiches eifrig besprachen, hatte sich drei Tage zuvor am 29. September begeben. Ein Paket Banknoten, 55.000 Pfund enthaltend, war aus dem Fach des Hauptkassierers der Bank von England verschwunden. Wunderte man sich, dass ein solcher Diebstahl so leicht vorfallen konnte, so antwortete der Untergouverneur Walter Ralph nur, dass der Kassierer eben damit beschäftigt war, einen Einnahmeposten von drei Schilling sechs Pens einzutragen und man könne nicht seine Augen überall zugleich haben. Aber es ist hier zu bemerken, was die Tatsache erklärlicher macht, dass dieses staunenswerte Institut der Bank von England äußerst besorgt für die Würde des Publikums ist. Keine Wachen, keine Invaliden, keine Gitter, das Gold, Silber, die Noten liegen da ganz frei, sozusagen dem Belieben des ersten besten Preis gegeben. Es fällt einem nicht ein, gegen die Ehrenhaftigkeit irgendeines vorübergehenden Verdacht zu hegen. Einer der besten Beobachter englischer Gebräuche erzählt sogar Folgendes. In einem der Säle der Bank, wo er sich eines Tages befand, war er so neugierig, eine sieben bis acht Pfund schwere Goldbarre näher zu besehen. Er nahm dieselbe, betrachtete sie, übergab sie seinem Nachbar, dieser einem anderen, und so wanderte die Barre von Hand zu Hand bis in einen dunklen Gang hinein und kam erst nach einer halben Stunde an ihren Platz zurück, ohne dass der Kassierer nur den Kopf danach hob. Aber am 29. September ging's nicht ganz ebenso. Der Packbanknoten kam nicht wieder zurück, und als die prachtvolle Uhr, welche über dem Geschäftssaal angebracht war, um fünf Uhr den Schluss der Büro anläutete, blieb der Bank von England nichts übrig, als 55.000 Pfund auf das Verlustkonto zu setzen. Als der Diebstahl gehörig festgestellt war, wurden auserwählte Agenten Detectives in die bedeutendsten Häfen zu Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, New York, etc. abgeschickt und eine Prämie von 2000 Pfund nebst 5% der wiedergefundenen Summe für die Entdeckung ausgesetzt. Während sie die Auskünfte abwarteten, welche die unverzüglich eingeleitete Untersuchung zu liefern versprach, hatten diese Agenten den Auftrag, sorgfältig alle ankommenden und abreisenden Passagiere zu beobachten. Nun hatte man Grund, gerade wie das Morning Chronicle sich aussprach, anzunehmen, dass der Täter keiner der organisierten Diebesgesellschaften Englands angehöre. Man hatte im Laufe des 29. September einen wohlgekleideten Gentleman von guten Manieren und vornehmer Miene in dem Zahlungssaal, wo der Diebstahl vorfiel, ab- und zugehen gesehen. Die Untersuchung hatte es möglich gemacht, ziemlich genau das Signalman dieses Gentleman herzustellen, welches dann augenblicklich an alle Detektives des Vereinigten Königreiches und des Kontinentes abgeschickt wurde. Manche gute Köpfe, worunter auch Walter Ralph, glaubten daher Grund zur Hoffnung zu haben, der Dieb werde nicht entrinnen. Man kann sich denken, dass dieser Vorfall zu London und in ganz England das Tagesgespräch bildete. Man stritt leidenschaftlich für und wieder die Wahrscheinlichkeit des Erfolges der Polizei in der Hauptstadt. Kein Wunder also, dass die Mitglieder des Reformclubs den nämlichen Gegenstand besprachen, umso mehr als einer der Untergouverneure der Bank sich unter ihnen befand. Der Ehrenwerte Walter Ralph wollte am Erfolg der Nachforschungen nicht zweifeln, indem er meinte, die ausgesetzte Prämie müsse den Eifer und die Spürkraft der Agenten ausnehmend schärfen. Aber sein Kollege Andrew Stuart teilte bei weitem nicht diese Zuversicht. Der Wortstreit dauerte also unter den Gentlemen fort, die an einem Spieltische Platz genommen hatten, Stuart gegenüber Flanagan, Valentin gegen Phileas Fogg. Während des Spieles schwiegen die Spieler, aber zwischen den Robbers wurde die unterbrochene Unterhaltung umso lebhafter fortgesetzt. Ich behaupte, sagte Andrew Stuart, dass der Dieb unfehlbar ein gewandter Mensch ist, welcher alle Aussicht hat zu entkommen. Ei, doch, erwiderte Ralph, es gibt ja nicht ein einziges Land mehr, wo er Zuflucht fände. Das wäre, wo meinen Sie denn, dass er hingehen soll? Das weiß ich nicht, versetzte Andrew Stuart, aber trotz allem ist doch auf der Erde viel Raum. Das war ehedem der Fall, sagte Phileas Fogg halblaut. Darauf Sie müssen abheben, mein Herr, und reichte Thomas Flanagan die Karten. Der Disput ruhte während der Robber, aber bald fing er wieder an, als Andrew Stuart sagte, Wieso ehedem? Ist die Erde etwa kleiner geworden? Allerdings, versetzte Walter Ralph, ich bin der Meinung des Herrn Fogg, die Erde hat an Umfang verloren, weil man jetzt zehnmal rascher wie vor hundert Jahren um sie herum reisen kann, und deshalb werden auch in unserem gegebenen Falle die Nachforschungen weit rascher angestellt. Und auch die Flucht des Diebes wird dadurch leichter. An Ihnen ist die Reihe, Herr Stuart, sagte Phileas Fogg. Aber der ungläubige Stuart war nicht überzeugt, und als die Partie fertig war, versetzte er. Man muss gestehen, Herr Ralph, Sie haben da einen scherzhaften Einfall gehabt, in dem Sie sagten, die Erde sei kleiner geworden, also weil man jetzt in drei Monaten um dieselbe herumreist? In achtzig Tagen nur, sagte Phileas Fogg. Wirklich, meine Herren, setzte John Sullivan hinzu, achtzig Tage, seitdem auf der großen indischen Eisenbahn die Strecke zwischen Rothal und Alalabat eröffnet worden ist, wie das Morning Chronicle die Route berechnet, nämlich von London nach Suez über den Mont Tseniz und Brindisi Eisenbahn und Paketboot sieben Tage, von Suez nach Bombay Paketboot 13 Tage, von Bombay nach Kalkutta Eisenbahn drei Tage, von Kalkutta nach Hongkong Paketboot 13 Tage, von Hongkong nach Yokohama in Japan Paketboot sechs Tage, von Yokohama nach San Francisco Paketboot 22 Tage, von San Francisco nach New York Eisenbahn sieben Tage, von New York nach London Paketboot und Eisenbahn neun Tage, Summa 80 Tage. Ja, 80 Tage, rief Andrew Stewart, der aus Unachtsamkeit eine schlechte Karte abhob, aber die schlechte Witterung, widrige Winde, Schiffbruch, Entgleisungen etc. nicht mitgerechnet. Alles einbegriffen, erwiderte Phileas Fogg und fuhr fort zu spielen, denn diesmal nahm das Gespräch keine Rücksicht auf das Spiel. Selbst auch wenn die Hindus oder die Indianer die Schienen aufheben, rief Andrew Stewart, wenn sie die Züge aufhalten, um die Gepäckwagen zu plündern und die Passagiere zu skalpieren. Alles inbegriffen, erwiderte Phileas Fogg, der sein Spiel hinwarf mit den Worten Zwei Haupttrümpfe. Andrew Stewart, an welchem die Reihe war zu geben, nahm die Karten wieder zusammen und sprach. Theoretisch haben sie recht, Herr Fogg, aber in der Praxis... In der Praxis auch, Herr Stewart. Ich wünschte, Sie dabei zu sehen. Das hängt nur von Ihnen ab. Machen wir die Reise miteinander. Der Himmel behüte mich, rief Stewart, aber ich würde schon um 4000 Pfund wetten, dass eine solche Reise unter solchen Bedingungen unmöglich ist. Sehr möglich im Gegenteil, erwiderte Herr Fogg. Nun, so machen Sie die Reise. Die Reise um die Welt in 80 Tagen? Ja. Ich bin zufrieden. Wann? Augenblicklich, nur will ich Ihnen bemerken, auf Ihre Kosten will ich sie machen. Es ist Narrheit, rief Andrew Stewart, dem das Drängen seiner Spielgenossen lästig ward. Spielen wir lieber! So geben Sie die Karten nochmals, erwiderte Phileas Fogg, denn sie sind vergeben. Andrew Stewart nahm die Karten wieder in die zitternde Hand, dann legte er sie plötzlich wieder auf den Tisch und sprach. Nun ja, Herr Fogg, ja, ich wette um viertausend Pfund. Lieber Stewart, sagte Fallentin, werden Sie ruhig, das ist nicht ernstlich gemeint. Wenn ich sage, ich wette, versetzte Andrew Stewart, ist immer ernstlich gemeint. Ich schlage ein, sagte Herr Fogg, dann zu seinen Kollegen gewendet, ich habe zwanzigtausend Pfund bei Gebrüder Baring stehen, die setze ich gerne daran. Zwanzigtausend Pfund, rief John Sullivan, zwanzigtausend Pfund, die Sie durch eine unvorhergesehene Verspätung verlieren könnten. Es gibt nichts unvorhergesehenes, erwiderte Phileas Fogg einfach. Aber Herr Fogg, dieser Zeitraum von achtzig Tagen ist nur als ein mindestes Maß gemeint. Wenn man ein mindestes gut verwendet, reicht's immerhin. Aber um es nicht zu überschreiten, muss man mathematisch genau aus den Eisenbahnen in die Paketboote und aus den Paketbooten in die Eisenbahnen springen. Ich will den Sprung mathematisch genau vornehmen. Es ist nur Spaß. Ein guter Engländer macht nie Spaß, wenn es sich um eine so ernste Sache wie eine Wette handelt, erwiderte Phileas Fogg. Ich wette mit jedem, der Luft dazu hat, um 20.000 Pfund, dass ich die Reise um den Erdball in längstens 80 Tagen machen werde, das heißt in 1920 Stunden oder 115.200 Minuten. Sind Sie es zufrieden? Wir nehmen die Wette an, erwiderten, nachdem sie sich untereinander verständigt, die Herren Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan und Ralph. Gut, sagte Herr Fogg, der Zug nach Dover geht um 8.45 Uhr Minuten ab, mit dem reise ich. Heute Abend? fragte Stuart. Heute Abend, versetzte Phileas Fogg. Also fuhr er fort, indem er einen Kalender aus der Tasche zog und nachsah, weil heute Mittwoch der 2. Oktober, so muss ich samstags den 21. Dezember um 8.45 Uhr Minuten abends wieder in London sein, hier in diesem Salon des Reform Clubs, sonst sollen die 20.000 Pfund, welche eben für mich bei den Gebrüdern Baring stehen, mit Recht und Fug ihnen, meine Herren angehören. Hier ist eine Anweisung von gleichem Betrage. Es wurde ein Protokoll über die Wette aufgenommen und auf der Stelle von den sechs Beteiligten unterzeichnet. Phileas Fogg war kaltblütig geblieben. Er hatte die Wette sicherlich nicht gemacht, um zu gewinnen und hatte diese 20.000 Pfund die Hälfte seines Vermögens nur deshalb daran gesetzt, weil er voraus sah, er könne die andere Hälfte zu brauchen haben, um das schwierige um nicht zu sagen unausführbare Projekt gut auszuführen. Dagegen schienen seine Gegner in Aufregung nicht wegen des hohen Einsatzes, sondern weil sie sich einigermaßen ein Gewissen daraus machten, unter solchen Bedingungen eine Wette einzugehen. Damals war es Schlag sieben. Man forderte Herrn Fogg auf, sein Spiel zu unterbrechen, um seine Reisevorbereitungen zu treffen. Ich bin stets reisefertig, erwiderte dieser leidenschaftslose Gentleman, gab seine Karten und sprach. Ich schlage Eckstein um, sie spielen aus, Herr Stuart. Ende von Kapitel 3 Kapitel 4 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. Viertes Kapitel Phileas Fogg setzt seinen Diener Passepartout in Bestürzung. Um 7 Uhr 25 Minuten nahm Phileas Fogg, nachdem er beim Whist 20 Geneen gewonnen, von seinen ehrenwerten Kollegen Abschied und verließ den Reform Club. Um 7 Uhr 50 öffnete er seine Haustüre und trat in sein Haus. Passepartout, welcher sein Programm gewissenhaft einstudiert hatte, war sehr überrascht, als er Herrn Fogg so ungenau sah, dass er zu dieser ungewöhnlichen Stunde erschien. Nach der Vorschrift sollte der Bewohner von Savile Row erst zu Mitternacht heimkommen. Phileas Fogg begab sich zuerst auf sein Zimmer, dann rief er Passepartout. Passepartout gab keine Antwort. Dieses Anrufen konnte nicht ihm gelten, es war ja nicht die Stunde. Passepartout, rief Herr Fogg wiederholt, doch ohne Steigerung des Tones. Passepartout stellte sich. »Ich habe Sie zweimal rufen müssen,« sagte Herr Fogg. »Aber es ist noch nicht mit der Nacht,« erwiderte Passepartout die Uhr in der Hand. »Ich weiß es,« versetzte Franzosen, verzog sich unwillkürlich. Offenbar hatte er nicht recht verstanden. »Der Er will eine Reise machen,« fragte er. »Ja,« erwiderte Phileas Fogg, »wir wollen eine Reise um die Erde vornehmen.« Da staunte Passepartout über die Maßen. Er riß die Augen weit auf, spannte die Wimpern und Brauen, streckte die Hände aus, Symptome förmlicher Bestürzung. »Reise um die Erde,« brummte er. »In achtzig Tagen,« erwiderte Herr Fogg, »also, wir haben keinen Augenblick Zeit zu verlieren.« »Aber die Koffer,« sagte Passepartout mit unwillkürlichem Kopfschütteln. »Keine Koffer, nur eines Reisesacks Bedarfs, mit zwei wollenen Hemden darin und drei Paar Strümpfen. Ebenso viel für Sie. Weiteres kaufen wir unterwegs. Holen Sie meinen Macintosh und meine Reisedecke und nehmen Sie gute Fußbekleidung. Übrigens gehen wir wenig oder nicht zu Fuße. Jetzt rasch.« Passepartout Passepartout einem Narren zu tun? Nein! War es ein Scherz? Die Reise ging nach Dover, gut. Nach Calais, lass ich gelten. Übrigens konnte das dem wackeren Jungen nicht sehr zuwider sein, da er seit fünf Jahren den heimatlichen Boden nicht betreten hatte. Vielleicht auch ging die Reise bis Paris und, wahrhaftig, es hätte ihm Vergnügen gemacht, die große Hauptstadt wieder zu sehen. Aber sicherlich wurde ein Gentleman, der keinen unnötigen Schritt tat, es dabei bewenden lassen. Ja, ganz gewiss. Aber es war doch die volle Wahrheit, dass dieser Gentleman, sonst so ein Haushüter, auf Reisen ging. Um acht Uhr hatte Passepartout den bescheidenen Sack mit seiner und seines Herren Garderobe zurechtgemacht. Darauf verließ er noch ganz verstörten Geistes sein Zimmer, verschloss sorgfältig die Türe desselben und begab sich wieder zu Herrn Fogg. Herr Fogg war reisefertig. Unterm Arm trug er Bradshores Kontinenz Eisenbahn- und Dampfbootreiseführer, woraus er alle für seine Reise erforderlichen Notizen schöpfen konnte. Er nahm Passepartout den Reisesack aus der Hand, öffnete ihn und schob ein starkes Bündel von den schönen Banknoten hinein, welche in aller Welt Kurs haben. »Haben Sie nichts vergessen?« fragte er. »Nichts, mein Herr.« »Mein Macintosh und meine Decke?« »Hier.« »Gut. Nehmen Sie den Sack.« Herr Fogg stellte Passepartout den Sack wieder zu. »Und haben Sie wohl acht darauf?« fügte er bei. »Es sind 20.000 Pfund drinnen.« »Beinahe wäre der Sack Passepartout aus den Händen gefallen, als wären die 20.000 Pfund in schwerem Gold drinnen.« Herr und Diener stiegen darauf hinab und die Haustüre wurde doppelt verschlossen. Am Ende der Straße Savile Row fand sich eine Fuhrwerkstation. Phileas Fogg und sein Diener stiegen in ein Cab, welches rasch nach dem Bahnhof Charing Cross zufuhr, wo ein Zweig der Südostbahn mündet. Um acht Uhr zwanzig Minuten hielt das Cab vor dem Gittertore des Bahnhofes. Passepartout sprang herab, sein Herr folgte nach und bezahlte den Kutscher. In diesem Augenblicke trat eine arme Bettlerin mit einem Kinde an der Hand barfuß im Kot, zerrissenem Hut, mit jämmerlich herabhängender Feder, zersetztem Schorl über dem Lumpenkleid zu Herrn Fogg heran und bat um ein Almosen. Herr Fogg zog die 20 Genäen, welche er beim Whist gewonnen hatte, aus der Tasche und überreichte sie der Bettlerin mit den Worten, »Hier, nehmen Sie, brave Frau, es ist mir lieb, dass ich Sie getroffen habe.« Dann ging er weiter. Passepartout fühlte sein Auge nass. Sein Herr hatte einen Schritt in sein Herz getan. Herr Fogg trat mit ihm sogleich in den großen Bahnhofssaal und gab ihm Auftrag, zwei Billetts erster Klasse nach Paris zu nehmen. Als er sich hierauf umdrehte, sah er sich von seinen fünf Kollegen des Reformclubs umgeben. »Meine Herren«, sprach er, »jetzt reise ich ab, und die Visas auf meinem Pass werden Ihnen bei meiner Rückkehr den Nachweis meiner Reiseroute geben.« »Oh, Herr Fogg«, erwiderte höflich Walter Ralph, »das ist nicht nötig. Wir verlassen uns auf Ihr Wort als Gentleman.« »So ist's besser«, sagte Herr Fogg. »Sie vergessen nicht, dass Sie wieder hier sein müssen«, bemerkte Andrew Stuart. »Binnen achtzig Tagen«, erwiderte Herr Fogg, »samstags, den einundzwanzigsten Dezember 1872 um acht Uhr fünfundvierzig Minuten abends. Auf Wiedersehen, meine Herren!« Um acht Uhr vierzig Minuten setzten sich Filiers Fogg und sein Diener in dieselbe Waggonabteilung. Um acht Uhr fünfundvierzig Minuten hörte man Pfeifen und der Zug ging ab. Es war finstere Nacht und ein feiner Regen fiel. Filiers Fogg drückte sich stille in eine Ecke, Passepartout, noch ganz verdutzt, drückte den Sack mit den Banknoten maschinenmäßig an sich. Aber der Zug war noch nicht über Seidenhem hinaus, als Passepartout in wahrer Verzweiflung aufschrie. »Was fehlt Ihnen?«, fragte Herr Fogg. »Ich habe in der Eile meiner Bestürzung vergessen.« »Was?« »Den Gas an in meinem Zimmer zuzudrehen.« »Nun, mein lieber Junge«, erwiderte Herr Fogg kaltblütig, »so brennt das Gas auf Ihre Kosten.« Ende von Kapitel 4 Kapitel 5 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Fünftes Kapitel. Ein neues Wertpapier erscheint auf dem Platz London. Filiers Fogg vermutete wohl bei seiner Abreise von London nicht, welch großes Aufsehen sein Vorhaben erregen würde. Die Neuigkeit von der Wette verbreitete sich zuerst im Reform Club und erregte unter den Mitgliedern dieser ehrenwerten Gesellschaft eine arge Aufregung, welche sich durch die Berichterstatter von da in die Journale verbreitete und durch diese das Publikum von London und dem ganzen Vereinigten Königreiche durchdrang. Diese Frage der Reise um die Erde wurde mit ebenso viel Leidenschaft und Hitze erläutert, besprochen, zergliedert, als handle es sich um eine neue Alabama-Frage. Die einen ergriffen Partei für Filiers Fogg, die anderen, und sie bildeten bald eine ansehnliche Majorität, sprachen sich gegen ihn aus. Diese Reise um die Erde innerhalb der geringen Frist mit den jetzt im Gebrauch befindlichen Verkehrsmitteln, anders als in der Theorie und auf dem Papier, fertig zu bringen, war nicht allein unmöglich, sondern unsinnig. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle und zwanzig andere Journale ersten Ranges erklärten sich gegen Fogg. Nur Daily Telegraph unterstützte ihn einigermaßen. Im Allgemeinen behandelte man Filiers Fogg als Wahnsinnigen, als Narren, und seine Kollegen vom Reform Club wurden getadelt, dass sie sich auf so eine Wette eingelassen, welche eine Geistesschwäche ihres Urhebers beurkunde. Es erschienen äußerst leidenschaftliche, aber logisch scharfe Artikel über die Frage. Bekanntlich hat man in England viel Interesse an allem, was Geografie betrifft. Darum gab's auch keinen einzigen Leser, zu welcher Klasse er auch gehörte, der nicht die Filiers Fogg gewidmeten Spalten verschlang. Während der ersten Tage waren einige kühne Geister, besonders Frauen, auf seiner Seite, zumal als Illustrated London News sein Porträt nach seiner im Archiv des Reform Clubs niedergelegten Fotografie publizierte. Manche Gentlemen sagten dreist, »Ei, ei, warum nicht gar? Man hat außerordentlichere Dinge gesehen!« Es waren besonders Leser des Daily Telegraph, aber man merkte bald, dass dies Journal selbst anfing, seine Zuversicht zu verlieren. Wirklich erschien am 7. Oktober im Bulletin der Königlichen Geografischen Gesellschaft ein langer Artikel, welcher die Frage von allen Gesichtspunkten aus betrachtete und das Unsinnige des Unternehmens klar auseinandersetzte. Nach diesem Artikel war alles dem Reisenden entgegen, Hindernisse, die in der Person und in der Natur begründet waren. Sollte das Projekt gelingen, so musste ein wunderbares Zusammenstimmen der Ankunft und Abfahrtsstunden stattfinden, aber dieses Zusammenstimmen existierte nicht, konnte nicht statt haben. Strenge genommen kann man in Europa, wo verhältnismäßig kleine Bahnstrecken vorhanden sind, auf die Ankunft der Züge zu fest bestimmter Zeit rechnen. Aber wenn sie in drei Tagen quer durch Indien zu fahren haben, sieben Tage durch die Vereinigten Staaten, konnte man wohl die Elemente eines solchen Problems auf ihre Genauigkeit gründen? Und sprachen nicht die Unfälle der Maschine, Entgleisungen, Zusammenstöße, üble Witterung, Schneeanhäufung, sprach nicht dies alles gegen Phileas Fogg? War er nicht auf den Paketbooten während der Winterzeit den Windstößen oder Nebeln preisgegeben? Ist's denn so selten, dass die besten Segler der überseeischen Fahrtlinien um zwei bis drei Tage sich verspäten? Nun konnte schon eine Verspätung, eine einzige, hinreichen, um die Kette der Verbindungen unverbesserlich zu zerreißen. Wenn Phileas Fogg auch nur um einige Stunden für die Abfahrt eines Paketbootes zu spät kam, musste er das Nächstabgehende abwarten, und durch diesen einzigen Umstand geriet seine Reise unwiderruflich in Gefahr. Der Artikel erregte großes Aufsehen. Fast alle Journale druckten ihn ab, und die Aktien Phileas Fogg sanken außerordentlich. Während der ersten Tage nach der Abreise des Gentleman wurden über das Wagnis seines Unternehmens bedeutende Wetten veranstaltet. Bekanntlich spielen die Wetter in England eine bedeutende Rolle. Wetter sind gescheitere und angesehenere Leute als die Spieler. Wetten liegt den Engländern im Blute. So stellten auch nicht allein die verschiedenen Glieder des Reformclubs bedeutende Wetten für oder wieder Phileas Fogg an, sondern auch die Masse des Publikums wurde von der Bewegung fortgerissen. Phileas Fogg wurde gleich einem Renner in einer Art Studbook eingetragen. Man machte auch ein Börsenpapier daraus, und es war zugleich auf den Platz London eingetragen. Man verlangte, man offerierte Phileas Fogg fest oder auf Prämie, und es wurden enorme Geschäfte gemacht. Aber fünf Tage nach seiner Abreise, nach dem Artikel im Bulletin der Geografischen Gesellschaft, fingen die Angebote an häufiger zu werden. Phileas Fogg sank. Man bot paketweise. Nahm man's anfangs zu fünf, später zu zehn, so nahm man's jetzt schon nur noch um zwanzig, um fünfzig, um hundert. Ein einziger Anhänger blieb ihm treu, der alte, gichtbrüchige Lord Albemail. Der ehrenwerte Gentleman, der an seinen Fauteuil gefesselt war, hätte sein Vermögen hingegeben, um die Reise um die Erde machen zu können, sei's auch in zehn Jahren. Und er wettete fünftausend Pfund zugunsten des Phileas Fogg. Und wenn man ihm zugleich mit der Torheit des Projekts, dessen Unnützlichkeit nachwies, beschränkte er sich gewöhnlich auf die Antwort, »Ist die Sache ausführbar, so ist's gut, dass ein Engländer sie zuerst unternommen hat.« Nun war es dahin gekommen, dass die Anhänger des Phileas Fogg immer seltener wurden. Jedermann trat, und nicht ohne Grund, seinen Gegnern bei. Man nahm das Papier nur noch um hundertfünfzig, um zweihundert gegen eins, als sieben Tage nach seiner Abreise ein völlig unerwartetes Ereignis zur Folge hatte, dass man's gar nicht mehr nahm. An diesem Tage, um neun Uhr abends, erhielt der Polizeidirektor der Hauptstadt folgende telegrafische Depesche. Suez nach London. Rowan, Polizeidirektor, Zentralverwaltung Schottlandplatz. Ich bin dem Bankdieb Phileas Fogg auf der Ferse. Schicken Sie unverzüglich für Haftbefehl nach Bombay. Fix geheimer Agent. Diese Depesche wirkte unverzüglich. Der ehrenwerte Gentleman trat von der Bühne, und an seine Stelle ein Bankdieb. Seine in dem Reformclub bewahrte Fotografie wurde untersucht. Sie entsprach Zug für Zug dem gerichtlich aufgenommenen Signalement. Man brachte die geheimnisvolle Existenz des Phileas Fogg, sein abgesondertes Leben, seine plötzliche Abreise in Anschlag, und es schien offenbar, dass dieser Mann unter dem Vorwand einer Reise um die Erde und, gestützt auf eine unsinnige Wette, keinen anderen Zweck verfolgte, als den Agenten der englischen Polizei zu entwischen. Ende von Kapitel 5 Kapitel 6 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 6. Kapitel Der Agent Fix zeigt eine Ungeduld, die nicht unbegründet war. Jene Depesche in Betreff des Phileas Fogg wurde unter folgenden Umständen verbreitet. Am Mittwoch, den 9. Oktober, wurde zu Suez für 11 Uhr vormittags das Paketboot Mongolia erwartet, welches der Company Peninsula and Oriental gehörte, ein eiserner Schraubendampfer mit Verdeck von 2800 Tonnen Gehalt und 500 Pferdekraft. Er machte regelmäßig die Fahrten von Brindisi nach Bombay durch den Suezkanal und war einer der schnellsten Segler der Company, der die vorschriftsmäßige Schnelligkeit von 10 Meilen in der Stunde zwischen Brindisi und Suez und von 9 Meilen und 53 Hundertteilen zwischen Suez und Bombay fast immer übertraf. In Erwartung der Ankunft des Mongolia sah man am Key ein Gedränge Einheimischer und Fremder, welche in dieser Stadt zusammenströmen, die kürzlich noch ein Flecken war, nun durch des Herrn von Lesseps großes Werk einer bedeutenden Zukunft sicher ist, zwei Männer auf- und abgehen. Der eine derselben war der zu Suez angestellte Konsularagent des Vereinigten Königreiches, welcher trotz der ungünstigen Vorausvermutungen der britischen Regierung und der schlimmen Prophezeiungen des Ingenieurs Stephenson nun täglich englische Schiffe diesen Kanal passieren sah, welche so die bisherige Fahrt Englands nach Indien ums Kap der guten Hoffnung zur Hälfte abkürzte. Der andere war ein kleiner, magerer Mann mit ziemlich gescheitem Gesicht und reizbar, der in auffallender Weise beständig mit den Augenbrauenmuskeln zuckte. Unter seinen langen Wimpern glänzte ein sehr lebhaftes Auge, dessen Feuer er jedoch nach Belieben zu löschen verstand. In diesem Augenblicke gab er Zeichen von Ungeduld zu erkennen, lief hin und her, konnte nicht ruhig an der Stelle bleiben. Dieser Mann hieß Fix und war einer jener Detektivs oder geheimen Agenten, welche die englische Polizei nach dem Diebstahl auf der Bank in die verschiedenen Häfen abgeschickt hatte. Sein Auftrag war, mit größter Sorgfalt alle Reisenden, die über Suez kamen, zu überwachen und, wenn ihm einer verdächtig vorkomme, ihm in Erwartung eines Verhaftsbefehls im Stillen nachzureisen. Eben vor zwei Tagen hatte Fix vom Direktor der Londoner Polizei das Signalment des vermutlichen Diebes erhalten, nämlich das des vornehmen und wohlgekleideten Mannes, welchen man im Zahlungssaal beobachtet hatte. Der Detektiv, offenbar durch die für einen glücklichen Fang ausgesetzte ansehnliche Prämie gespornt, wartete also mit leicht begreiflicher Ungeduld auf die Ankunft des Mongolia. »Und Sie sagten, Herr Konsul«, fragte er zum zehnten Mal, »das Dampfboot müsse bald ankommen?« »Jawohl, mein Herr«, erwiderte der Konsul. »Es ist gestern auf hoher See bei Port Said signalisiert worden, und die 160 Kilometer des Kanals kommen bei einem solchen Segler nicht in Anschlag. Ich sage Ihnen nochmals, dass der Mongolia stets die Prämie von 25 Pfund gewonnen hat, welche die Regierung für jeden Vorsprung um 24 Stunden vor der reglementaren Zeit ausgesetzt hat.« »Dies Paketboot kommt geradeswegs »Fix von Brindisi?«, fragte Fix. »Gerade von Brindisi, wo es die indische Briefpost aufgenommen hat und am Samstag um fünf Uhr abends abgefahren ist. Also haben Sie Geduld, es muss bald anlangen. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es Ihnen möglich ist, nach dem Signalement, welches man Ihnen zugestellt hat, Ihren Mann, wenn er an Bord des Mongolia ist, zu erkennen.« »Herr Konsul«, erwiderte Fix, »solche Leute wittert man viel mehr, als daß man sie erkennt. Man muß Spürkraft besitzen, die ist gleichsam ein besonderer Sinn, bei welchem Gehör, Gesicht und Geruch zusammenwirken. Ich habe in meinem Leben mehr wie einen solchen Gentleman verhaftet, und wofern nur mein Bankdieb an Bord ist, stehe ich Ihnen dafür, er wird mir nicht aus den Händen gleiten.« »Ich wünsche es Ihnen, Herr Fix, denn es handelt sich um einen bedeutenden Diebstahl.« »Ein prachtvoller Diebstahl«, versetzte der Agent voll Begeisterung. »Fünfundfünfzigtausend Pfund! So ein Pfund kommt einem nicht oft in den Weg. Die Diebe werden knauserig, die Race der Shepherd wird selten. Jetzt bringt man sich um einige Schilling an den Galgen.« »Herr Fix«, versetzte der Konsul, »Sie sprachen in einer Weise, daß ich lebhaft wünsche, Sie mögen Glück haben. Aber, sag ich nochmals, in der Lage, worin Sie sich befinden, fürchte ich, es möge schwierig sein. Wissen Sie, nach dem Signalement, welches Sie empfingen, gleicht dieser Dieb durchaus einem ehrlichen Manne.« »Herr Konsul«, erwiderte dogmatisch der Polizeiagent. »Die großen Diebe sehen immer ornähten Leuten gleich. Sie begreifen wohl, daß die, welche wie Schurken aussehen, keine andere Wahl haben, als Recht schaffen zu bleiben, sonst würden sie ihre Verhaftung veranlassen. Ehrliche Gesichter muß man vor allen Dingen ins Auge fassen. Das ist, gebe ich zu, ein Schwerstück Arbeit, das nicht mehr eine Sache des Gewerbes ist, sondern der Kunst.« Man sieht, es fehlte dem Fix nicht an einer gewissen Dosis Eigenliebe. Inzwischen wurde der Cay allmählich belebter. Seeleute verschiedener Nationalitäten, Handelsleute, Mäkler, Packträger, Fellas strömten da zusammen. Die Ankunft des Paketbootes war offenbar nahe bevorstehend. Es war ziemlich schönes Wetter, aber infolge des Ostwindes kalte Luft. Über der Stadt erhoben sich im blassen Sonnenschein einige Minarets. Südwärts zog sich ein zweimeilen langer Damm wie ein Arm vor der Rede von Suez. Auf der Fläche des Roten Meeres schaukelten einige Fischerbarken oder Küstenfahrzeuge, von denen manche in ihren Formen noch das elegante Muster der antiken Galere bewahrt haben. Mitten in diesem Volksgewühl bewegte sich fix nach Gewohnheit seines Berufes und fasste die Vorübergehenden mit raschem Blick ins Auge. Es war damals halb elf Uhr. »Aber das Paketboot bleibt aus!« rief er, als er die Hafenuhr schlagen hörte. »Es kann nicht mehr Ferne sein«, erwiderte der Konsul. »Wie lange wird's in Suez verweilen?« fragte Fix. »Vier Stunden, so lange als nötig, um Kohlen einzunehmen. Von Suez nach Aden, am Ende des Roten Meeres rechnet man dreizehnhundert und zehn Meilen, und es muss sich mit Brennmaterial versehen.« »Und von Suez fährt das Boot direkt nach Bombay?« fragte Fix. »Direkt, ohne umzuladen.« »Nun denn«, sagte Fix, »wenn der Dieb diesen Weg eingeschlagen hat und auf diesem Boot sich befindet, muß es in seinem Plan liegen, zu Suez ans Land zu gehen, um auf anderem Wege in die holländischen oder französischen Besitzungen in Asien zu gelangen. Er muß wohl wissen, daß er in Indien nicht sicher wäre, weil es englisches Gebiet ist.« »Sofern es nicht ein sehr starker Mann ist,« erwiderte der Konsul. »Sie wissen, ein englischer Verbrecher ist stets in London leichter geborgen als auswärts.« Nach dieser Bemerkung, welche dem Agenten viel Bedenken erregte, begab sich der Konsul wieder auf seine Büro, die nicht weit davon waren. Der Polizeiagent blieb allein, voll nervöser Ungeduld und auffallendem Ahnungsgefühl, sein Dieb müsse sich an Bord des Mongolia befinden, und in Wahrheit, wenn der Schurke in Absicht, die neue Welt aufzusuchen, England verlassen hatte, so mußte er den Weg nach Indien vorziehen, da dieser weniger überwacht oder schwerer zu überwachen ist als der über das Atlantische Meer. Fix blieb nicht lange in seine Gedanken vertieft, als gellendes Pfeifen die Ankunft des Pagetbootes meldete. Der ganze Schwarm der Packträger und Bauern stürzte auf den Cay mit einem Tumult, der für die Passagiere und ihre Kleider beunruhigend war. Zehn Nachen stießen vom Ufer ab und fuhren dem Mongolia entgegen. Nicht lange, so sah man das riesenmäßige Schiff zwischen den Kanalufern fahren, und schlag elf Uhr warf der Dampfer auf der Rede Anker, während sein Dampf mit großem Getöse durch die Rauchfänge entströmte. Es waren sehr viele Passagiere an Bord. Manche blieben auf dem Verdeck, um das malerische Panorama der Stadt zu betrachten, aber die meisten begaben sich in den Nachen, welche herangekommen waren, ans Land. Fix beobachtete aufs Genaueste alle, welche ans Land setzten. In dem Augenblicke kam einer, nachdem er die mit ihren Dienstanerbietungen zudringlichen Fellas kräftig zurückgedrängt hatte, zu ihm heran und fragte ihn sehr höflich nach dem Büro des englischen Konsularagenten. Und zugleich hielt dieser Passagier einen Pass hin, worauf er ohne Zweifel das englische Visa einholen wollte. Fix nahm den Pass instinktmäßig und überlief mit raschem Blick das Signalement. Eine unwillkürliche Bewegung erfasste ihn, das Blatt zitterte in seiner Hand, das auf dem Pass befindliche Signalement war gleichlautend mit dem, welches er vom Polizeidirektor der Hauptstadt erhalten hatte. »Es ist nicht Ihr eigener Pass«, sagte er zu dem Passagier. »Nein«, erwiderte dieser, »er gehört meinem Herrn.« »Und Ihr Herr?« »Ist an Bord geblieben.« »Aber«, versetzte der Agent, »er muss sich persönlich auf dem Konsularbüro einfinden, um seine Identität festzustellen.« »Wie? Das ist nötig?« »Unerlässlich.« »Und wo ist dieses Büro?« Dort, an der Ecke des Platzes, erwiderte der Polizeiagent und wies auf ein 200 Schritte entferntes Haus. »Dann will ich meinen Herrn holen, dem es übrigens nicht angenehm sein wird, gestört zu werden.« Darauf empfahl sich der Passagier und kehrte an Bord des Dampfers zurück. Kapitel 7 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Siebentes Kapitel. Ein neuer Beweis, wie Unnützpässe in Polizeisachen sind. Der Polizeiagent begab sich wieder auf den Quay und unverzüglich ins Büro des Konsuls. Auf dringendes Verlangen erhielt er sogleich bei diesem Beamten Zutritt. »Herr Konsul«, sagte er ohne weiteres, »ich habe starke Vermutungsgründe zu glauben, dass unser Mann sich als Passagier an Bord des Mongolia befindet.« Und Fix erzählte, was sich mit dem Bedienten in Beziehung auf den Pass begeben hatte. »Gut, Herr Fix«, erwiderte der Konsul, »es würde mir lieb sein, diesem Schurken ins Gesicht zu sehen. Aber vielleicht wird er nicht auf mein Büro kommen, wenn er ist, was Sie vermuten. Ein Dieb läßt nicht leicht eine Spur von sich zurück, und übrigens ist niemand mehr an die Formalität des Passes gebunden.« »Herr Konsul«, erwiderte der Agent, »wenn's ein starker Mann ist, wie man annehmen muss, wird er kommen.« »Um seinen Pass visieren zu lassen?« »Ja, die Pässe dienen nur noch, die ehrlichen Leute zu genieren und den Schurken zur Flucht förderlich zu sein. Ich versichere Sie, dieser wird in der Ordnung sein, aber ich hoffe, Sie werden ihn nicht visieren.« »Und warum nicht?« »Wenn dieser Pass in Ordnung ist, habe ich nicht das Recht, mein Visa zu verweigern.« »Doch, Herr Konsul, muss ich wohl diesen Menschen hier zurückhalten, bis ich von London einen Verhaftsbefehl erhalten habe?« »Ei, Herr Fix, das ist Ihre Sache«, erwiderte der Konsul. »Aber ich kann nicht.« Der Konsul hatte noch nicht ausgeredet, als man anklopfte und der Bürodiener zwei Fremde hereinführte, wovon der eine derselbe Diener war, welcher sich mit dem Detektiv unterhalten hatte. Es waren wirklich der Herr und sein Diener. Der Ersterer überreichte seinen Pass und bat mit kurzen Worten den Konsul, sein Visa beizufügen. Dieser nahm den Pass und las ihn achtsam, während Fix in einer Ecke des Zimmers den Fremden betrachtete oder vielmehr mit den Augen verschlang. Als der Konsul den Pass durchgelesen hatte, fragte er, »Sie sind Phileas Fogg Esquire?« »Ja, mein Herr«, erwiderte der Gentleman. »Und dieser Mensch ist Ihr Diener?« »Ja, ein Franzose, Passepartout mit Namen.« »Sie kommen aus London?« »Ja.« »Und gehen?« »Nach Bombay.« »Sie wissen, dass diese Förmlichkeit des Visa unnütz ist, und wir verlangen die Überreichung des Passes nicht mehr?« »Ich weiß es, mein Herr«, erwiderte Phileas Fogg, »aber ich wünsche durch Ihr Visa meine Anwesenheit in Suez zu erweisen.« »Meinetwegen, mein Herr.« Und der Konsul unterzeichnete den Pass, datierte ihn und fügte seinen Stempel bei. Herr Fogg bezahlte die Gebühren, grüßte kalt und ging mit seinem Diener hinaus. »Nun?« fragte der Polizeiagent. »Nun«, erwiderte der Konsul, »er sieht wie ein ganz ehrlicher Mann aus.« »Möglich«, erwiderte Fix, »aber darum handelt sich's nicht. Finden Sie, Herr Konsul, dass dieser phlegmatische Gentleman Zug für Zug dem Diebe gleich, dessen Signalement mir zugestellt worden ist?« »Ich geb's zu, aber Sie wissen, alle Signalements...« »Ich werde die Sache herausbekommen«, erwiderte Fix. »Der Diener scheint mir nicht so verschlossen wie der Herr, zudem ist's ein Franzose, der das Reden nicht lassen kann.« »Auf baldiges Wiedersehen, Herr Konsul!« Nach diesen Worten ging der Agent fort und suchte Passepartout auf. Inzwischen hatte sich Herr Fogg von dem Konsulargebäude hinweg nach dem Cay begeben, hier gab er seinem Diener einige Aufträge, fuhr dann in einem Nachen wieder an Bord des Mongolia und begab sich in seine Kabine. Hierauf nahm er sein Notizbuch, worin er Folgendes eingetragen hatte. Abgefahren aus London, Mittwoch, den 2. Oktober, 8.45 Uhr abends. Ankunft zu Paris, Donnerstag, den 3. Oktober, 7.20 Uhr vormittags. Abfahrt aus Paris, Donnerstag, 8.40 Uhr vormittags. Ankunft durch den Mont-Cenis zu Turin, Freitag, den 4. Oktober, 6.35 Uhr vormittags. Abfahrt aus Turin, Freitag, 7.20 Uhr vormittags. Angekommen zu Brindisi, Samstag, den 5. Oktober, 4 Uhr nachmittags. Eingeschifft auf dem Mongolia, Samstag, 5 Uhr nachmittags. Angekommen zu Suez, Mittwoch, den 9. Oktober, 11 Uhr vormittags. Summa der Stunden, 158,5, macht 6,5 Tage. Herr Fogg schrieb diese Daten auf ein in Spalten eingeteiltes Reisenotizbüchlein, welches vom 2. Oktober bis zum 21. Dezember angegeben enthielt, den Monat, Tag und Datum, die vorgeschriebene Ankunftszeit und die wirkliche Ankunft an jedem der Hauptorte, Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Francisco, New York, Liverpool, London, sodass man an jedem Orte, wohin man kam, den gewonnenen Vorsprung oder die Einbuße beziffern konnte. Dieses methodische Büchlein gab also stets Rechenschaft und Herr Fogg wusste immer, ob er einen Vorsprung hatte oder zurückgeblieben war. Er trug also an diesem Tage, Mittwoch, den 9. Oktober, seine Ankunft zu Suez ein, welche mit der vorgeschriebenen Ankunftszeit verglichen weder einen Gewinn noch Verlust nachwies. Darauf ließ er sich in seiner Kabine ein Frühstück auftragen. Die Stadt zu besehen fiel ihm nicht ein, denn er gehörte zu der Sorte von Engländern, welche die Länder, durch welche sie reisen, von ihren Bedienten besehen lassen. Ende von Kapitel 7 Kapitel 8 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Achtes Kapitel Passepartout spricht ein wenig mehr, als vielleicht sich gehörte Fix hatte in wenig Augenblicken Passepartout am Key eingeholt, der da schlenderte und schaute, denn er glaubte nicht, daß er verbunden sei, nichts zu sehen. »Nun, Freund,« redete Fix ihn an, »ist Ihr Pass visiert?« »Ah, Sie sind's, mein Herr,« erwiderte der Franzose. »Sehr verbunden. Wir sind völlig im Reinen.« »Und, Sie besehen sich das Land?« »Ja, aber wir reisen so rasch, daß mir's vorkommt, als reise ich im Traum. Zum Beispiel, wir sind hier in Suez?« »Sues?« »In Ägypten?« »Ägypten, ganz recht.« »Und in Afrika?« »In Afrika.« »In Afrika.« Wiederholte Passepartout. »Ich kann's gar nicht glauben.« »Denken Sie sich, mein Herr, ich meinte, wir gingen nicht weiter als nach Paris, und diese berühmte Hauptstadt sah ich eben noch von sieben Uhr zwanzig bis acht Uhr vierzig Minuten vormittags zwischen dem Nordbahnhof und dem Lyonger durch die Scheiben eines Fiaker während eines Platzregens. Das war mir leid. »Gerne hätte ich den Père Lachaise und den Circus in den Champs-Élysées besucht.« »Sie haben demnach sehr Eile?« fragte der Polizeiagent. »Ich nicht, aber mein Herr. Apropos, ich muss ja Strümpfe und Ämden kaufen. Wir sind ohne Koffer abgereist, nur mit einem Reisesack.« »Ich will Sie in einen Bazar führen, wo Sie alles finden, was Sie brauchen.« »Mein Herr,« erwiderte Passepartout, »Sie sind wirklich sehr gefällig.« Und sie gingen miteinander. Passepartout schwatzte beständig. »Vor allem«, sagte er, »muss ich mich üden, das Wort nicht zu verfehlen.« »Sie haben Zeit«, versetzte Fix, »es ist erst zwölf Uhr.« Passepartout zog seine große Uhr heraus. »Zwölf Uhr«, sagte er. »Nicht doch. Es ist neun Uhr zweiundfünfzig Minuten.« »Ihre Uhr geht nach«, erwiderte Fix. »Meine Uhr? Das alte Familienstück von meinem Urgroßvater her. Sie weicht nicht fünf Minuten im Jahre ab.« »Es ist ein wahres Kronometer.« »Ich sehe, woran's hängt. Sie haben noch die Londoner Zeit, welche um zwei Stunden etwa von der zu Suez abweicht. Sie müssen darauf bedacht sein, Ihre Uhr nach der Mittagszeit jedes Landes zu stellen.« »Ich? An meine Uhr rühren?«, rief Passepartout. »Niemals!« »Ah, dann stimmt sie nicht mehr mit der Sonne.« »Umso schlimmer für die Sonne, mein Herr. Sie ist im Irrtum.« Und der wackere Bursche steckte seine Uhr mit stolzer Gebärde wieder in seine Tasche. Nach einer kleinen Weile sprach Fix, »Also Sie haben London in Eile verlassen?« »Das meine ich. Letzten Mittwoch um acht Uhr abends kam Erfog gegen alle Gewohnheit früh aus seiner Gesellschaft, und schon drei Viertelstunden nachher waren wir unterwegs.« »Aber wo reist Ihr Herr denn hin?« »Immer geradeaus um die ganze Erde herum.« »Um die Erde herum?«, rief Fix. »Ja, in achtzig Tagen.« »Eine Wette«, sagt er, »aber unter uns. Ich glaub's nicht. Das wäre Unsinn. Es steckt was anderes dahinter.« »Ei, der Herr Fock ist ein Original.« »Das glaub ich.« »Ist er denn reich?« »Ganz gewiss, er hat eine hübsche Summe bei sich, in ganz neuen Banknoten. Und er spart unterwegs nicht. Denken Sie, er hat den Maschinisten des Mongolia eine staatliche Prämie versprochen, wenn wir bei der Ankunft in Bombay einen hübschen Vorsprung haben.« »Und Sie kennen Ihren Herrn von lange her?« »Ich«, erwiderte Passepartout, »erst am Tage unserer Abreise bin ich bei ihm in Dienst getreten.« Man kann sich leicht denken, was diese Antworten auf den schon überspannten Kopf des Polizeiagenten für eine Wirkung haben mussten. Diese eilige Abreise von London, kurz nachdem der Diebstahl vorgefallen war, die große Summe, welche er bei sich hatte, diese hastige Eile, um in ferne Länder zu kommen, dieser Vorwand einer unsinnigen Wette, alles bestärkte Fix und musste ihn auch wohl in seinem Argwohn bestärken. Er ließ den Franzosen noch weiter plaudern und bekam die Gewissheit, dass dieser Bursche seinen Herrn gar nicht kannte, dass dieser zu London vereinsamt lebte, dass man ihn reich nannte, ohne zu wissen, woher sein Vermögen komme, dass es ein verschlossener Mann sei, etc. Aber zugleich konnte Fix sich überzeugt halten, dass Phileas Fogg zu Suez nicht das Boot verlasse und dass er wirklich nach Bombay gehe. »Ist's weit nach Bombay?«, fragte Passepartout. »Sehr weit«, erwiderte der Agent. »Sie müssen dafür noch weitere zehn Tage auf der See fahren.« »Und wo liegt dieses Bombay?« »In Indien.« »In Asien?« »Natürlich.« »Teufel! Das wollte ich schon sagen. Es beunruhigt mich etwas. Mein Ahn!« »Was für ein Hahn?« »Mein Gasahn, welchen ich zuzudrehen vergaß, und der jetzt auf meine Kosten brennt. Nun hab ich ausgerechnet, dass ich für ihn zwei Schilling in vierundzwanzig Stunden zu zahlen habe, gerade sechs Pens mehr, als ich verdiene. Und sie begreifen das, wenn sich die Reise hinzieht.« Fix verstand wahrscheinlich die Sache nicht. Er hörte nicht mehr zu und machte seinen Plan. Der Franzose war mit ihm auf dem Bazar angekommen. Fix ließ denselben da seine Einkäufe machen, empfahl ihm, die Abfahrt des Mongolia nicht zu verfehlen, und kam in aller Eile wieder auf das Büro des Konsularagenten. Fix hatte, nachdem er seiner Sache sicher war, alle Kaltblütigkeit wiedergewonnen. »Mein Herr!« sagte er zu dem Konsul. »Ich habe keinen Zweifel mehr. Der Mann ist's. Er will für einen Sonderling gelten, der in achtzig Tagen um die Erde herumreist.« »Dann ist's ein Schurke!« versetzte der Konsul. »Und er denkt, nach London zurückzukommen, nachdem er alle Polizeileute der beiden Kontinente an der Nase herumgeführt.« »Das wird sich zeigen!« erwiderte Fix. »Aber Sie irren sich nicht?« fragte der Konsul nochmals. »Nein, ich irre mich nicht!« »Warum hat dann dieser Dieb darauf bestanden, seine Anwesenheit zu Suez durch ein Visa zu konstatieren?« »Warum? Ich weiß nicht, Herr Konsul!« erwiderte der Detective. »Aber hören Sie mich!« Und er erzählte in Hauptzügen, was er aus der Unterredung mit dem Diener Fox wusste. »Wirklich!« sagte der Konsul. »Alle Wahrscheinlichkeit ist wieder den Menschen. Und was wollen Sie tun?« »Eine Depesche nach London richten, mit dringendem Begehren, mir einen Verhaftsbefehl nach Bombay zu senden, mich auf dem Mongolia einschiffen, meinem Diebe bis nach Indien nachschleichen und dort auf englischem Gebiete mich ihm höflich nähern, meinen Haftbefehl in der einen Hand und die andere auf seiner Schulter.« Nachdem der Polizeiagent dieses kaltblütig geäußert, verabschiedete er sich beim Konsul und begab sich aufs Telegrafenbüro. Von hier aus ließ er an den Polizeidirektor der Hauptstadt die Depesche abgehen, welche wir bereits kennen. Eine Viertelstunde darauf befand sich Fix, sein leichtes Gepäck in der Hand, übrigens wohl mit Geld versehen, an Bord des Mongolia. Und bald fuhr der rasche Dampfer mit vollem Dampf auf den Wellen des Roten Meeres. Ende von Kapitel 8 Kapitel 9 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Neuntes Kapitel Die Entfernung Adens von Suez beträgt genau 1310 Meilen und die Company räumt ihren Paketbooten eine Zeit von 38 Stunden zur Fahrt ein. Der Mongolia fuhr mit verstärkter Feuerung so gut, dass er einen Vorsprung gewann. Die meisten der zu Brindisi an Bord gegangenen Passagiere hatten Indien zum Reiseziel. Die einen begaben sich nach Bombay, die anderen nach Calcutta, aber via Bombay, weil man seit einer Eisenbahn die indische Halbinsel in ihrer ganzen Breite quer durchzieht, nicht mehr um die Spitze von Ceylon herumzufahren braucht. Unter den Passagieren des Mongolia zählte man verschiedene Zivilbeamte und Offiziere jedes Grades. Von diesen gehörten einige der eigentlichen britannischen Armee. Die anderen kommandierten Truppen von Eingeborenen, Sepoys genannt, alle mit hohem Gehalt, selbst seitdem die Rechte und Lasten der früheren indischen Company an die Regierung übergegangen sind. Man lebte daher flott an Bord des Mongolia in dieser Gesellschaft von Beamten, worunter sich einige junge Engländer befanden, welche mit Millionen in der Tasche im Begriff waren, Handelskontoire in der Ferne zu errichten. Der Proviantmeister, ein Vertrauensmann aus der Company, von gleichem Rang mit dem Kapitän des Bootes, sparte keinen Aufwand. Beim Frühstück morgens, beim Zwischenimbiss um zwei Uhr, beim Diner um fünf und einhalb und beim Abendessen um acht Uhr beugten sich die Tische unter den Platten frischen Fleisches und den Nebengerichten, welche die Metzgerei und die Küchen des Paketbootes lieferten. Die Frauen der Gesellschaft, es befanden sich einige dabei, wechselten zweimal täglich die Toilette. Man trieb Musik, tanzte sogar, wenn das Meer ruhig genug war. Aber das Rote Meer ist sehr launenhaft und häufig schlimm, wie alle schmalen und langen Golfe. Wehte der Wind von der asiatischen oder afrikanischen Küste her, so geriet der Mongolia ein langer Schraubenspindel, von einer Seite gefasst in fürchterliches Schwanken. Dann verschwanden die Damen, die Pianos verstummten, Gesang und Tanz hörte auf einmal auf. Und dennoch, trotz der Windstöße, trotz der hohlen See, fuhr das Paketboot von seiner starken Maschine getrieben, ungehemmt der Straße Bab-el-Mandeb zu. Was trieb inzwischen Phileas Fogg? Man hätte meinen können, er habe stets unruhig und ängstlich an nichts anderes gedacht, als an die dem Laufe des Schiffes hinderlichen Windwechsel, an die unordentlichen Bewegungen der hohlen See, welche eine Störung der Maschine veranlassen könnten, endlich an alle die möglichen Beschädigungen, welche dadurch, dass sie den Mongolia zum Anlegen an einem Hafen nötigten, seiner Reise Eintrag getan haben würden. Dies war aber durchaus nicht der Fall, oder wenigstens, wenn dieser Gentleman auch an alle diese möglichen Fälle dachte, ließ er nichts davon merken. Er war stets der leidenschaftslose Mann, das gleichmütige Mitglied des Reformclubs, welches durch keinen Unfall oder Zufall in Verlegenheit gebracht werden konnte. Er schien von keiner anderen Bewegung getrieben als die Chronometer an Bord. Man sah ihn selten auf dem Verdeck. Es kümmerte ihn wenig, dies an Erinnerungen so reiche Rote Meer, diesen Schauplatz der ersten historischen Szenen des Menschengeschlechts zu betrachten. Es lag ihm nichts daran, die merkwürdigen Städte zu erkennen, womit beide Gestade zahlreich besetzt sind und deren malerische Silhouetten manchmal am Horizont gezeichnet waren. Er machte sich keine Idee von den Gefahren des Arabischen Golfs, deren die alten Historiker von Strabo bis Edrisi stets mit Schrecken gedachten und auf welchen die Seefahrer sich nie hinauswagten, ohne sich die Götter durch Sühnopfer geneigt zu machen. Was trieb also dieses in dem Mongolia eingekerkerte Original? Erstlich hielt er täglich seine vier Mahlzeiten, ohne dass eine so merkwürdig organisierte Maschine jemals durch Schwanken oder Stampfen konnte in Unordnung gebracht werden. Nachher spielte er Whist. Er hatte Spielgenossen getroffen, die ebenso leidenschaftlich dabei waren wie er. Es waren ein Zolleinnehmer, der sich auf seinen Posten nach Goa begab, ein Geistlicher, der ehrwürdige Decimus Smith, der nach Bombay zurückkehrte, und ein Brigadegeneral der englischen Armee, der sich zu seinem Korps nach Benares begab. Diese drei Passagiere hatten für das Whist-Spiel eine gleich leidenschaftliche Vorliebe wie Herr Fogg und spielten ganze Stunden lang ebenso stille wie er. Passepartout spürte nicht das Mindeste von Seekrankheit. Er hatte eine Kabine im Vorderteile inne und aß ebenfalls mit Gewissenhaftigkeit. Unter diesen Bedingungen hatte die Reise für ihn allerdings nichts Unangenehmes mehr. Er machte sich dieselbe zunutze. Er hatte gute Nahrung und Wohnung, sah Länder und gab sich zudem selbst die Versicherung, der ganze Fantasieplan werde zu Bombay ein Ende haben. Am folgenden Morgen nach der Abfahrt aus Suez, den 29. Oktober, traf er zu einigem Vergnügen auf dem Verdeck den gefälligen Mann, an welchen er sich bei seiner Landung in Ägypten gewendet hatte. »Ihre ich nicht«, sagte er, indem er ihn mit dem liebenswürdigsten Lächeln anredete, »So haben Sie, mein Erdmisch, zu Suez so gefällig geführt?« »Wirklich«, erwiderte der Detektiv, »ich erkenne Sie wieder. Sie sind der Diener des originellen Engländers.« »Eben der Er...« »Fix«, »Erfix«, erwiderte Passepartout. »Es freut mich unendlich, Sie an Bord wieder zu finden.« »Und, wohin geht die Reise?« »Eben dahin, wo die ihrige, nach Bombay.« »Das ist ja ehrlich. Haben Sie die Reise schon einmal gemacht?« »Bereits mehrmals«, erwiderte Fix. »Ich bin im Dienst der Peninsula Company.« »Dann sind Sie wohl in Indien bekannt?« »Ei, ja«, versetzte Fix, der nicht zu sehr herausrücken wollte. »Und das Indien ist ein merkwürdiges Land?« »Sehr merkwürdig. Da gibt's Moscheen, Minarets, Tempel, Fakirs, Pagoden, Tiger, Schlangen, Bayaderen.« »Doch es steht zu erwarten, dass Sie Zeit genug haben werden, das Land zu besichtigen?« »Ich hoffe, er fix«, »Sie begreifen wohl, dass ein Mensch von gesundem Verstand nicht fähig ist, sein Leben lang von einem Paketboot auf eine Eisenbahn und von einer Reisenbahn in ein Paketboot zu springen, unterm Vorwande in 80 Tagen eine Reise um die Erde zu machen.« »Alle diese Sprünge werden sicherlich zu Bombay aufhören.« »Und Herr Fogg befindet sich wohl?« »Fragte Fix in ganz natürlichem Tone.« »Sehr wohl, Herr Fix. Ich schauch übrigens. Ich schesse wie ein Wolf, der noch nüchtern ist. Die Seeluft bringt das mit sich.« »Aber ich sehe Ihren Herrn nie auf dem Verdeck.« »Da ist er niemals. Er ist nicht neugierig.« »Wissen Sie, Herr Passepartout, diese vorgebliche Reise in 80 Tagen könnte wohl eine geheime Sendung verdecken?« »Eine diplomatische zum Beispiel.« »Mein, er treu, er fix. Ich weiß nichts davon, gestehe ich Ihnen. Und im Grunde gäbe ich nicht eine Albe Krone darum, es zu wissen.« Seit diesem Begegnen plauderten Passepartout und Fix oft miteinander. Dem Polizeiagenten war daran gelegen, mit dem Diener des Herrn Fogg vertraut zu werden. Das konnte bei Gelegenheit ihm förderlich sein. Er bot ihm daher oft im Schenkzimmer des Mongolia einige Gläser Whisky oder Dünnbier. Der wackere Bursche nahm dies ohne weiteres an und bot ihm ein Gleiches, um nicht seinerseits zurückzustehen, hielt übrigens diesen Fix für einen recht unnähten Gentleman. Inzwischen fuhr das Paketboot rasch weiter. Am 13. bekam man Mokka in Sicht, das man von zerfallenen Mauern umgeben sah, und darüber ragten einige grünende Dattelbäume hervor. Fern im Gebirge erblickte man ausgedehnte Kaffeepflanzungen. Passepartout war entzückt, diese berühmte Stadt zu sehen, und er fand sogar, dass sie mit ihren Ringmauern und einem Fohr mit niedergerissenen Mauern, welches wie eine Handhabe aussah, einer enormen Halbtasse glich. Während der folgenden Nacht fuhr der Mongolia durch die Straße Bab-el-Mandeb und tags darauf, den 14., nahm er zu Steamer Point, nordwestlich von der Rede Aden, Erfrischungen ein. Hier musste er sich mit Kohlen versehen. Dass die Paketboote in so weiter Entfernung von den Zentren der Produktion ihren Kohlenvorrat erneuern können, ist eine sehr wichtige Sache. Nur allein für die Peninsula Company beträgt dies einen Kostenaufwand von 8 mal 100.000 Pfund. Man hat dafür in mehreren Häfen Niederlagen errichten müssen, und in diesen fernen Meeren kommt die Kohle auf 80 Fr. die Tonne zu stehen. Der Mongolia hatte noch 1650 Meilen zu machen bis nach Bombay, und er bedurfte zu Steamer Point vier Stunden Zeit, um seine Vorratsräume zu füllen. Aber dieser Aufenthalt konnte dem Programm des Herrn Fogg durchaus keinen Eintrag tun. Derselbe war schon vorgesehen, und zudem lief der Mongolia, dessen Ankunft zu Aden erst am Vormittag des 15. Oktober vorgeschrieben war, schon am Abend des 14. da selbst ein, also mit einem Vorsprung von 15 Stunden. Herr Fogg begab sich mit seinem Diener ans Land, um seinen Pass visieren zu lassen. Fix schloss sich unbemerkt an. Als diese Formalität erfüllt war, kehrte Phileas Fogg an Bord zurück, um seine unterbrochene Partie zu Ende zu spielen. Passepartout schlenderte seiner Gewohnheit nach, mitten in dieser Bevölkerung von Somanlis, Banianen, Parsi, Juden, Arabern, Europäern, woraus die 25.000 Bewohner Adens bestehen. Er bewunderte die Befestigungswerke, welche aus dieser Stadt ein Gebralltar für die indischen Meere machen, und stattliche Zisternen, womit die englischen Ingenieure 2000 Jahre nach denen des Königs Salomo noch beschäftigt waren. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig, sagte sich Passepartout, als er an Bord zurückkam. Ich merke wohl, dass das Reisen nicht ohne Nutzen ist, wenn man Neues sehen will. Um sechs Uhr abends rührte sich die Schraube des Mongolia zum Wellenschlag, die Rede von Aden zu verlassen, und bald fuhr er auf dem indischen Meere. Für die Fahrt nach Bombay waren ihm 168 Stunden eingeräumt. Übrigens zeigte sich dieses Meer günstig. Bei fortwährendem Nordwestwind konnten die Segel die Dampfkraft unterstützen. Das Boot, nun besser gestützt, schwankte weniger, und die Frauen erschienen in frischer Toilette wieder auf dem Verdeck. Gesang und Tanz begannen wieder. So ging die Reise unter den günstigsten Bedingungen vonstatten. Passepartout war über den liebenswürdigen Gesellschafter entzückt, welchen der Zufall ihm in der Person des Herrn Fix zugeführt hatte. Sonntag, den 20. Oktober, gegen Mittag, bekam man die Küste Indiens in Sicht. Zwei Stunden darauf kam der Pilot an Bord des Mongolia. Am Horizont zeichnete sich ein Hintergrund von Hügeln in harmonischen Umrissen von dem Himmelblau ab. Bald traten die Reihen Palmbäume, welche die Stadt verdeckten, in den lebensvollen Vordergrund. Das Paketboot lief in die Rede ein, welche von den Inseln Salsett, Colaba, Elefanta und Butcher gebildet wird, und nach vier und einer halben Stunde lag es vor den Cays von Bombay. Phileas Fogg hatte eben den 33. Robber des Tages fertig und beendigte mit seinen Spielgenossen, nachdem sie dank einem kühnen Manöver 13 Stiche gemacht, diese schöne Überfahrt mit einem bewundernswerten Schlemmen. Der Mongolia langte anstatt am 22. Oktober bereits am 20. zu Bombay an. Damit waren also seit der Abfahrt von London zwei Tage gewonnen, welche Phileas Fogg methodisch in seinem Reisenotizbüchlein auf die Spalte des Guthabens eintrug. Fußnoten Die Gehalte der Zivilbeamten sind noch höher. Richter erhalten 16.000 Taler, die Präsidenten der Gerichtshöfe über 66.000 Taler, die Gouverneure 100.000 Taler, der Generalgouverneur über 200.000 Taler. Ende von Kapitel 9 Kapitel 10 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Passepartout kann sich glücklich schätzen, dass er mit dem Verluste seiner Fußbekleidung durchkommt. Es ist allgemein bekannt, dass Indien, das große umgekehrte Dreieck, dessen Grundlinie im Norden, die Spitze im Süden liegt, einen Flächeninhalt von 1400.000 Quadratmeilen enthält, auf welchem eine Bevölkerung von 180 Millionen Bewohnern ungleichmäßig verbreitet ist. Die britische Regierung übt über einen Teil dieses unermesslichen Landes eine wirkliche Herrschaft aus, hält einen Generalgouverneur zu Calcutta, Gouverneure zu Madras, Bombay, in Bengalen und einen Stellvertreter desselben zu Agra. Aber das eigentlich englische Indien umfasst nur einen Flächeninhalt von 700.000 Quadratmeilen und eine Bevölkerung von 100 bis 110 Millionen Einwohnern. Ein ansehnlicher Teil des Landes ist noch frei von der Oberherrschaft der Königin und in der Tat ist bei einigen wilden und furchtbaren Rajas des Innern eine noch unbeschränkte Unabhängigkeit vorhanden. Von 1756 an, seit welcher Zeit die erste englische Einrichtung, an der Stelle, wo jetzt die Stadt Madras steht, datiert, bis zu diesem Jahre, wo der große Aufstand der Sepoys ausbrach, war die berühmte indische Company allmächtig. Sie annektierte sich nach und nach die verschiedenen Provinzen, welche sie den Rajas um den Preis von Renten abkaufte, die sie wenig oder gar nicht entrichtete. Sie ernannte ihren Generalgouverneur und alle von ihm verwendeten Zivil- und Militärpersonen, aber jetzt besteht sie nicht mehr und die englischen Besitzungen in Indien stehen direkt unter der Krone. Daher sind auch das Aussehen, die Sitten und ethnografischen Einteilungen der Halbinsel in einer steten Umbildung begriffen. Sonst machte man dort mit allen uralten Transportmitteln seine Reise, zu Fuß und zu Ross, im Karren, im Schubwagen, auf den Schultern eines Mannes, im Tragsessel, in der Kutsche, etc. Jetzt fahren Dampfboote mit größter Schnelligkeit auf dem Indus und Ganges und eine Eisenbahn, welche Indien der ganzen Breite nach durchzieht und sich seitwärts verzweigt, setzt Bombay binnen nur drei Tagen in Verbindung mit Kalkutta. Diese Eisenbahn zieht nicht in gerader Linie durch Indien. Die direkte Entfernung beträgt nur 1000 bis 1100 Meilen und die Züge würden bei einer mittleren Geschwindigkeit nur drei Tage brauchen, sie zu durchmessen, aber diese Entfernung wird mindestens um ein Drittel durch die Krümmung vermehrt, welche die Bahn durch eine Abschweifung bis Allahabad im Norden der Halbinsel beschreibt. Die große vorderindische Eisenbahn nimmt in ihren Hauptpunkten folgende Richtung. Nach der Insel Bombay läuft sie über Salsett, setzt Fortane auf den Kontinent über, durchschneidet die Kette der Westgates, zieht dann nordöstlich bis Burhampur und von da durch das fast unabhängige Gebiet des Bundelkant, steigt dann aufwärts bis Allahabad, biegt sich östlich, stößt bei Benares auf den Ganges, entfernt sich ein wenig von demselben und läuft dann wieder südostwärts über Burdwan und die französische Stadt Chant-der-Nagor bis nach Kalkutta, wo die Linie endigt. Um halb fünf Uhr abends waren die Passagiere des Mongolia zu Bombay gelandet und der Bahnzug ging präzis acht Uhr nach Kalkutta ab. Herr Fock verabschiedete sich also von seinen Spielgenossen, verließ das Dampfboot, gab seinem Diener Auftrag, einige Ankäufe zu machen, empfahl ihm ausdrücklich, sich vor acht Uhr am Bahnhof einzufinden und ging dann seinen regelmäßigen Schritt, der gleich dem Pendel einer astronomischen Uhr die Sekunde schlug, geradewegs aufs Passbüro. Also von den Merkwürdigkeiten Bombays etwas zu sehen, fiel ihm nicht ein, wie das Stadthaus, die prachtvolle Bibliothek, die Festungswerke, die Docks, den Baumwollenmarkt, die Bazars, die Moscheen, die Synagogen, die armenischen Kirchen, die prachtvolle Pagode von Malabar Hill mit ihren zwei vielseitigen Türmen. Er fühlte keinen Trieb, die Meisterwerke Elefantas zu sehen, seine geheimnisvollen unterirdischen Totengewölbe, welche südöstlich von der Rede verdeckt sind, die Grotten Kaneri auf der Insel Salsett, diese staunenswerten Reste der buddhistischen Architektur. Kein Gedanke daran. Als Phileas Fogg wieder aus dem Passbüro kam, begab er sich ruhig zum Bahnhof und ließ ein Diner auftragen. Der Wirt glaubte, ihm unter anderen Gerichten ein Frikassee von Lapin empfehlen zu sollen und rühmte es außerordentlich. Phileas Fogg ließ es auftragen, kostete es sorgfältig, fand es aber trotz seiner pikanten Soße abscheulich. Er läutete dem Gastwirt. »Mein Herr,« sagte er und sah ihm scharf ins Gesicht, »das ist Lapin?« »Ja, mein Lord,« erwiderte Keck der Schelm, »Lapin von den Schilfwiesen!« »Und dieser Lapin hat nicht gemiaut,« als man ihn totschlug. »Gemiaut? Oh, mein Lord, ein Lapin! Ich schwöre, Herr Wirt,« versetzte kalt Herr Fogg, »schwören Sie nicht und erinnern Sie sich, was ich Ihnen sage. Vor Zeiten hat man in Indien die Katzen als heilige Tiere angesehen. Das war eine bessere Zeit.« »Für die Katzen, mein Lord?« »Und vielleicht auch für die Reisenden.« Nach dieser Bemerkung fuhr er ruhig fort zu speisen. Einige Minuten nach Herrn Fogg war der Agent Fix ebenfalls ausgestiegen und zu dem Polizeidirektor von Bombay geeilt. Er gab seine Eigenschaft als Detective zu erkennen, den ihm erteilten Auftrag, seine Lage gegenüber dem vermutlichen Verüber des Diebstahls. Hatte man von London einen Verhaftsbefehl erhalten? Es war nichts angekommen. Und es konnte auch ein Verhaftsbefehl, der später als Fogg abging, noch nicht eingetroffen sein. Nun war Fix in großer Verlegenheit. Er wünschte vom Direktor dennoch einen Verhaftsbefehl wieder Herrn Fogg zu erhalten. Derselbe schlug's ab. Die Sache gehörte vor die Verwaltung der Hauptstadt, und diese konnte allein gesetzlich einen Verhaftsbefehl ausstellen. Diese Strenge der Prinzipien, diese Strenge in Beobachtung gesetzlicher Form ist durch die englischen Sitten völlig begreiflich, welche in Hinsicht der persönlichen Freiheit durchaus keine Willkür gestatten. Fix bestand nicht weiter darauf und begriff, dass er sich darein ergeben müsse, seinen Befehl abzuwarten. Aber er beschloss, seinen unausforschlichen Schurken während der ganzen Zeit seines Aufenthaltes zu Bombay nicht aus dem Auge zu lassen. Er zweifelte nicht, dass Phileas Fogg dort verweilen werde, und wir wissen, dass auch Passepartout der Meinung war, sodass mittlerweile der Verhaftsbefehl anlangen könnte. Aber seit den letzten Aufträgen, welche Passepartout beim Verlassen des Mongolia von seinem Herrn erhalten hatte, war diesem wohl begreiflich geworden, dass es zu Bombay ebenso wie zu Suez und Paris gehen, dass die Reise hier nicht ein Ende haben und wenigstens bis Kalkutta fortgesetzt werde und vielleicht noch weiter. Und er fing an, sich die Frage zu stellen, ob diese Wette des Herrn Fogg nicht ganz ernsthaft gemeint sei und ob nicht sein Verhängnis ihn, während er in Ruhe leben wollte, dazu fortriss, in achtzig Tagen eine Reise um die Erde herum zu machen. Unterdessen, nachdem er einige Hemden und Strümpfe gekauft, ging er in den Straßen von Bombay spazieren. Es strömte da viel Volk zusammen, mitten unter Europäern aller Nationen, Perser mit spitzen Mützen, Bunhias mit runden Turbanen, Indier mit viereckiger Kopfbedeckung, Armenier in langer Kleidung, Parsi mit schwarzer Mitra. Es wurde da gerade ein Fest von den Parsi oder Gebern gefeiert, direkten Abkömmlingen der Anhänger zu Roasters, welche die gewerbfleißigsten, zivilisiertesten, intelligentesten Hindus von strengster Lebensweise ausmachen, wozu gegenwärtig die reichen, eingeborenen Kaufleute Bombays gehören. Das Fest, welches sie an diesen Tage feierten, war eine Art religiösen Karnevals, mit Prozessionen und öffentlichen Lustbarkeiten, wobei Bayaderen in rosenfarbener mit Gold und Silber durchwirkter Gagebekleidung figurierten, welche von Violen und lärmenden Tamtams begleitet wunderhübsche Tänze übrigens mit allem Anstand aufführten. Das Passepartout diesen merkwürdigen Festgebräuchen zuschaute, dass er dabei Augen und Ohren über die Maßen aufriss, dass er dabei aussah und eine Mine hatte, als wie der unerfahrenste Bauerntölpe, den man sich denken kann, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Zum Unglück für ihn und seinen Herrn, dessen Reisezwecke er dadurch in Gefahr brachte, ließ er sich durch seine Neugierde weiter fortreißen, als zuträglich war. Passepartout war, nachdem er diesem persischen Karneval zugesehen, auf dem Wege nach dem Bahnhofe begriffen, als er im Vorübergehen vor der bewundernswerten Pagode Malabar Hill auf den unglückseligen Gedanken kam, ihr Inneres zu besehen. Er wusste nicht erstens, dass den Christen der Eintritt in manche Pagoden der Hindu förmlich untersagt ist, zweitens, dass selbst die Gläubigen nicht eintreten dürfen, ohne ihre Fußbekleidung vor der Türe zu lassen. Ich muss hier bemerken, dass die englische Regierung aus Gründen richtiger Politik die Religionsübungen des Landes nicht nur selbst in den geringsten Details respektiert, sondern auch ihnen Respekt verschafft, daher jede Verletzung ihrer Gebräuche mit strengen Strafen ahndet. Passepartout trat, ohne etwas Schlimmes zu ahnen, wie ein bloßer Tourist hinein, bewunderte im Innern von Malabar Hill das blendende Flitterwerk der brahmanischen Verzierungen, als er plötzlich auf den Boden des Heiligtums niedergeworfen wurde. Drei Priester fielen mit wütenden Blicken über ihn her, rissen ihm Schuhe und Strümpfe ab und fingen an, mit wildem Geschrei ihn durchzuprügeln. Der kräftige und gewandte Franzose sprang rasch wieder auf, warf mit Faustschlag und Fußtritt zwei seiner Gegner, die in ihre langen Gewänder verwickelt waren, nieder, stürzte so rasch ihn, seine Beine trugen aus der Pagode hinaus und entrann bald dem dritten Hindu, welcher das Volk aufhetzend ihm nachgeeilt war. So kam Passepartout fünf Minuten vor acht Uhr, einige Minuten vor der Abfahrt des Zuges, barfuß und barhaupt und ohne den Pack mit seinen Einkäufen, welchen er im Getümmel verloren hatte, auf dem Bahnhof an. Fix befand sich da selbst beim Einsteigen. Er hatte gemerkt, dass der Herr Fogg, dem er auf den Bahnhof nachgefolgt war, Bombay verlassen würde und war sogleich entschlossen, ihn bis Kalkutta und nötigenfalls noch weiter zu begleiten. Passepartout gewahrte Fix nicht, der sich im Dunkeln hielt, aber dieser hörte die Erzählung seiner Abenteuer, welche er seinem Herrn in aller Kürze machte. »Ich hoffe, das wird Ihnen nicht mehr passieren,« erwiderte einfach Phileas Fogg, indem er in einem Waggon Platz nahm. Der arme Junge barfuß und ganz verblüfft folgte ihm nach, ohne ein Wort hören zu lassen. Fix wollte eben in einen besonderen Wagen einsteigen, als ein Gedanke ihn zurückhielt und plötzlich sein Vorhaben mitzufahren änderte. »Nein, ich bleibe,« sprach er bei sich. »Ein auf indischem Gebiet verübtes Vergehen. Jetzt hab ich meinen Mann!« In dem Augenblicke vernahm man das Pfeifen der Lokomotive und der Zug verschwand in der Nacht. Ende von Kapitel 10 Kapitel 11 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Elftes Kapitel Phileas Fogg kauft um fabelhaften Preis ein Reittier. Der Zug ging zur regelmäßigen Zeit ab. Es befanden sich auf demselben eine Anzahl Passagiere, einige Offiziere, Zivilbeamte und Kaufleute, die durch Handel mit Opium und Indigo in den Norden der Halbinsel zu reisen veranlasst waren. Passepartout befand sich mit seinem Herrn in derselben Waggonabteilung. In der Ecke gegenüber saß ein dritter Passagier. Es war der Brigadegeneral Sir Francis Cromarty, einer der Spielgenossen des Herrn Fogg während der Fahrt von Suez nach Bombay. Er war auf dem Wege zu seinen Truppen, die in der Nähe von Benares kantonierten. Sir Francis Cromarty, ein großer, blonder Fünfziger, der sich während der neulichen Empörung der Sepoys sehr ausgezeichnet hatte, konnte in Wahrheit für einen Eingeborenen gelten. Seit seinen Jugendjahren in Indien wohnhaft, war er nur selten in seinem Heimatlande gewesen. Es war ein Mann von Kenntnissen, der gerne über die Gewohnheiten, Geschichte, Organisation des Hindulandes Auskunft gegeben hätte, wenn Phileas Fogg sie nur hätte begehren mögen. Aber dieser Gentleman hatte kein Verlangen danach, er machte nicht eine Reise, sondern eine Umfangslinie. Es war ein schwerer Körper, welcher nach den Gesetzen der rationellen Mechanik einen Kreis um den Erdball beschrieb. In diesem Augenblicke stellte er eine wiederholte Berechnung der seit seiner Abreise aus London verbrauchten Stunden an, und wäre es nicht seiner Natur zuwider gewesen, eine unnütze Bewegung zu machen, so würde er sich die Hände gerieben haben. Sir Francis Cromarty hatte wohl die Originalität seines Reisegefährten begriffen, obwohl er ihn nur die Karten in der Hand und zwischen zwei Robbers hatte studieren können. Er hatte daher Grund, sich zu fragen, ob unter dieser kalten Hülle ein menschliches Herz schlage, ob Phileas Fogg's Seele für Naturschönheiten, für sittliche Eindrücke empfänglich sei. Diese Aufgabe bestellte er sich. Von allen Originalen, welchen der Brigadegeneral begegnet war, ließ sich keins mit diesem Produkt der exakten Wissenschaften vergleichen. Phileas Fogg hatte dem Sir Francis Cromarty sein Vorhaben einer Reise um die Erde und die Bedingungen, unter welchen er sie vornahm, nicht verhehlt. Der Brigadegeneral sah in dieser Wette nur eine Exzentrizität, ohne nützlichen Zweck, welcher notwendig der Sinn für Wohltun abging, von dem jeder vernünftige Mensch sich muss leiten lassen. Bei einer solchen Art zu reisen, würde der bizarre Gentleman offenbar weder sich selbst noch anderen etwas zugute tun. Eine Stunde nach der Abfahrt aus Bombay setzte der Zug über Viadukte von der Insel Salsett auf das Festland über. Bei der Station Kalli an ließ er rechts eine Zweigbahn, welche über Kandala und Puna nach dem südöstlichen Indien läuft und fuhr in Richtung von Powell. Von diesem Punkte aus durchzieht die Bahn das sehr verzweigte Gebirge der Westgates, Ketten mit einer Basis von Trab und Basalt und Gipfeln, die bis zur Spitze dicht bewaldet sind. Von Zeit zu Zeit tauschten Sir Francis Cromarty und Phileas Fogg einige Worte und eben jetzt knüpfte der Brigadegeneral eine Unterhaltung an, welche öfters abbrach. Vor einigen Jahren noch Herr Fogg, sprach er, würden Sie an dieser Stelle eine Verzögerung erlitten haben, welche vermutlich Ihren Reiseplan in Gefahr gebracht hätte. Weshalb, Sir Francis? Weil die Eisenbahn am Fuße dieses Gebirges aufhörte und man mußte bis zu der auf der entgegengesetzten Bergseite gelegenen Station Kandala den Weg im Palankin oder auf einem Klepper machen. Diese Verzögerung würde die Ausführung meines Programms nicht gehindert haben, versetzte Herr Fogg. Ich hatte den möglichen Fall einiger Hindernisse schon vorgesehen. Inzwischen, Herr Fogg, fuhr der Brigadegeneral fort, liefen Sie Gefahr, durch das Abenteuer dieses Burschen eine recht schlimme Geschichte über den Hals zu bekommen? Passepartout war die Füße in seine Reisedecke gehüllt, in tiefen Schlaf gesunken und ahnte nicht, dass man von ihm sprach. Die englische Regierung ist und mit Recht gegen derart von Vergehen äußerst strenge, fuhr Sir Francis Cromarty fort. Es ist ihr über alles daran gelegen, dass man die religiösen Gebräuche der Hindu respektiert und wäre ihr Diener ergriffen worden. Ei nun, Sir Francis, wäre er ergriffen worden, erwiderte Herr Fogg, so wäre er verurteilt worden, er hätte seine Strafe bekommen und wäre dann ruhig nach Europa zurückgekehrt. Ich sehe nicht, wie durch diese Geschichte sein Herr wäre aufgehalten worden. Darüber brach die Unterhaltung ab. Während der Nacht fuhr der Zug über die Gates, verweilte zu Nassig und eilte am folgenden Tage, dem 21. Oktober über ein verhältnismäßig flaches Land, das Gebiet von Kandéj. Das wohlbebaute Feld war mit Flecken bedeckt, über welchen, wie der christliche Kirchturm in Europa, das Minarett einer Pagode emporragte. Zahlreiche kleine Gewässer, meist Nebenflüsse des Godaveri oder Zuflüsse zu demselben bewässerten diese fruchtbare Gegend. Als Passepartout aufwachte, schaute er sich um und konnte nicht glauben, dass er auf der großen Halbinselbahn durch das Hinduland fuhr. Es schien ihm dies unwahrscheinlich und doch war es wirklich so wie irgendetwas auf der Welt. Die Lokomotive durch den Arm eines englischen Maschinisten geleitet und mit englischer Kohle geheizt, trieb ihren Rauch über Pflanzungen von Baumwolle, Kaffee, Muskat, Gewürznelken, rotem Pfeffer. Der Dampf wirbelte in Spiralwindungen um Gruppen von Palmbäumen, zwischen welchen malerische Wohnhäuser sich zeigten, einige wie Haris, eine Art verlassener Klöster und merkwürdige Tempel, reich an unerschöpflichem Schmuck indischer Architektur. Hierauf breiteten sich unermessliche Strecken Landes, soweit die Blicke reichten, Schilfwiesen mit Schlangen und Tigern, die durch das Geräusch des Bahnzuges aufgeschreckt wurden, endlich fuhr die Bahn durch Waldungen, worin Elefanten hausten, die mit denkendem Blick dem vorübereilenden Zuge zuschauten. Während dieses Morgens fuhren unsere Reisenden jenseits der Station Malegaum über den unheimlichen Landstrich, der so oft von den Anhängern der Göttin Kali mit Blut befleckt wurde. Nicht weit entfernt ragte Elora mit seinen staunenswerten Pagoden nicht weit Aurungabat die berühmte Hauptstadt des grimmigen Aurang Zeb, nun einfacher Hauptort einer der vom Reiche des Nizam abgetrennten Provinzen. Über diese Gegend übte einst das Haupt der Tux Pheringea König der Würger seine Gewaltherrschaft. Diese Banditen in einem unfassbaren geheimen Bund geeinigt erwirkten zu Ehre der Todesgöttin Opfer jedes Alters ohne jemals Blut zu vergießen und es gab eine Zeit wo man an keiner Stelle dieser Gegend den Boden aufgraben konnte ohne auf einen Leichnam zu stoßen. Die englische Regierung hat zwar dieses Morden in erheblichem Grade zu hemmen vermocht, aber der entsetzliche Geheimbund besteht und wirkt noch fortwährend. Um halb ein Uhr hielt der Zug auf der Station Burhampur an und Passepartout konnte sich um hohen Preis ein Paar mit falschen Perlen verzierte Pantoffeln kaufen, die er mit unverkennbarer Eitelkeit anzog. Die Reisenden nahmen rasch ihr Frühstück ein und dann ging's weiter nach der Station Assurgur, nachdem sie eine Strecke längs dem Tapti gefahren, einem Flüsschen, das in der Nähe von Surate in den Golf von Kambay fließt. Hier müssen wir Kenntnis nehmen, welche Gedanken damals Passepartouts Geist beschäftigten. Bis zu seiner Ankunft zu Bombay hatte er gemeint und konnte auch meinen, es werde hierbei sein Bewenden haben. Jetzt aber, seitdem er mit voller Dampfkraft durch Indien fuhr, war ein Umschwung in seinem Geiste vorgegangen. Sein natürlicher Charakter stellte sich im Galopp wieder ein. Es kamen ihm die fantastischen Ideen seiner Jugend wieder, er hielt jetzt die Projekte seines Herrn für ernstlich gemeint. Er glaubte jetzt an das wirkliche Bestehen der Wette, folglich auch dieser Reise um die Erde und an das höchste Zeitmaß, welches nicht überschritten werden durfte. Bereits ward er unruhig über mögliche Verzögerungen, unglückliche Zufälle, die unterwegs sich begeben konnten. Er teilte nun das Interesse an dieser Wette und zitterte bei dem Gedanken, dass er am Abend zuvor durch seine unverzeihliche Tölpelei sie hätte weil er nicht so phlegmatisch war wie Herr Fogg, weit unruhiger als dieser. Er zählte und zählte abermals die verflossenen Tage, fluchte, wenn der Zug Halt machte, warf dem Herrn Fogg Langsamkeit vor und tadelte ihn in petto, dass er nicht dem Maschinisten eine Prämie versprochen habe. Der wackere Junge wusste nicht, dass was auf einem Paketboot möglich war, auf einer Eisenbahn, deren Geschwindigkeit eine vorschriftsmäßige ist, nicht mehr angeht. Gegen Abend kam man in die Gebirgsengen von Sudpur, welche das Gebiet von Kandesch von dem des Bundelkant trennen. Als am folgenden Morgen, den 22. Oktober, Passepartout nach seiner Uhr sah, antwortete er auf eine Frage Sir Francis Cromartys, es sei drei Uhr früh, und in der Tat musste die fortwährend nach dem Meridian von Greenwich festgestellte Uhr nachgehen, da derselbe bei 67 Grad weiter westlich sich befand, und sie ging wirklich um vier Stunden nach. Sir Francis berichtigte also die von Passepartout angegebene Zeit und machte demselben die nämliche Bemerkung, welche ihm schon von Fix gemacht worden war. Er suchte ihm begreiflich zu machen, dass er sich nach jedem folgenden Meridian richten müsse, und das, weil er stets nach Osten zufuhr, das heißt, der Sonne entgegen, die Tage ebenso vielmal um vier Minuten kürzer seien, als er gerade durchlaufen habe. Aber es fruchtete nicht. Mochte der eigensinnige Junge die Bemerkung des Brigadegenerals begriffen haben oder nicht, er weigerte sich hartnäckig, seine Uhr anders zu stellen und ließ sie unverändert bei der Londoner Stundenangabe. Eine Harmlosigkeit übrigens, die niemand schaden konnte. Um acht Uhr früh und fünfzehn Meilen vorwärts der Station Rothal hielt der Zug mitten auf einer großen Lichtung an, die von einigen Wohnhäusern und Arbeiterhütten umgeben war. Der Kondukteur ging an der Wagenreihe vorüber und sprach, »Die Reisenden haben hier auszusteigen!« Filius Fogg sah Sir Francis an, dem ein Aufenthalt mitten in einem Wald von Tamarinden und Kajurs unbegreiflich vorkam. Passepartout, der nicht weniger betroffen heraussprang und den Bahnweg ansah, kam alsbald wieder und rief, »Ihr hört die Bahn auf, mein Herr!« »Was meinen Sie?« fragte Sir Francis Cromarty. »Ich meine der Zug geht nicht weiter.« Der Brigadegeneral stieg ebenfalls aus. Filius Fogg folgte gemächlich nach. Beide wendeten sich an den Kondukteur. »Wo befinden wir uns?« fragte Francis Cromarty. »Beim Weiler Kolby«, erwiderte der Kondukteur. »Halten wir hier an?« »Allerdings, die Bahn ist noch nicht vollendet.« »Wie nicht vollendet?« »Nein, es ist noch eine Strecke von fünfzig Meilen zwischen hier und Allahabad, wo die Bahn wieder anfängt, fertig zu machen.« »Die Journale haben doch die vollständige Eröffnung der Bahn angezeigt.« »Was meinen Sie, Herr Offizier? Es war ein Irrtum der Journale.« »Und Sie erteilen Billette von Bombay nach Kalkutta?« fuhr Sir Francis Cromarty fort, der seinen Gleichmut verlor. »Allerdings«, erwiderte der Kondukteur, »aber die Reisenden wissen wohl, lassen.« Sir Francis wurde wütend. Passepartout hätte gern den Kondukteur umgebracht, welcher doch nichts dazu konnte. Er wagte seinen Herrn nicht anzusehen. »Sir Francis«, sagte Herr Fogg, »wenn es Ihnen gefällig ist, so wollen wir auf Mittel bedacht sein, dass wir nach Allahabad kommen.« »Herr Fogg, es handelt sich hier um eine Verspätung, welche Ihren Interessen durchaus hinderlich Francis, es war vorgesorgt.« »Wie? Sie wussten, die Bahn...« »Durchaus nicht. Aber ich dachte mir, dass früher oder später meine Reise irgendeine Hemmung erleiden werde. Nun ist noch nichts verdorben, ich habe zwei Tage Vorsprung, die kann ich opfern. Am 25. zum Mittag wird ein Dampfboot von Kalkutta nach Hongkong abgehen. Jetzt haben wir Gegen eine mit solcher Sicherheit ausgesprochene Antwort war nichts zu sagen. Es war nur allzu wahr, dass die Eisenbahn hier unterbrochen war. Die Journale gleichen den Uhren, die gerne vorausgehen, und so hatten sie auch die Vollendung der Linie zu früh angezeigt. Den meisten der Passagiere war diese Unterbrechung der Bahn bekannt, und sie hatten beim Aussteigen aus dem Zuge alle Arten von Fuhrwerken, welche sich im Bereich des Fleckens fanden, vier rätrige Palkigaris, von Buckelochsen gezogene Karren, Reisewagen, die wackelnden Pagodenglichen, Palankins, Ponys, etc. in Besitz genommen. Daher konnten auch Herr Fork und Sir Francis Cromarty trotz aller Bemühungen im ganzen Flecken keins austreiben. Ich gehe zu Fuß, sagte Phileas Fork. Passepartout kam dazu und machte ein saures Gesicht, als er seine prächtigen Pantoffeln ansah, welche für eine Fußpartie nicht genügten. Zu gutem Glück hatte auch er sich danach umgesehen und sprach mit einigem Stocken, mein Herr ist glaub ich ab ein Transport mit hell auf gewunden. Was für eins? Einen Elefanten! Er gehört einem Indu, der hundert Schritte von ihr wohnt. So gehen wir hin, den Elefanten zu sehen, versetzte Fork. Nach fünf Minuten standen Phileas Fork, Sir Francis Cromarty und Passepartout vor einer Hütte neben einem mit hohen Palisaden umzäunten Raume. In der Hütte befand sich ein Indier, in der Umzäunung ein Elefant. Auf ihre Bitte führte der Indier Herrn Fock und seine beiden Gefährten in das Gehege hinein. Hier fanden sie ein halb gezähmtes Tier, welches von seinem Besitzer nicht zum Saumtier aufgezogen, sondern zum Kampf abgerichtet wurde. Zu diesem Zwecke hatte er angefangen, den von Natur sanften Charakter des Tieres umzubilden, indem er ihn allmählich zu dem Paroxismus von Wut, welcher in der Hindusprache Mutsch genannt wird, hinzuleiten bemüht war, und zwar dadurch, dass er ihn drei Monate lang mit Zucker und Butter nährte. Dieses Verfahren mag vielleicht ungeeignet erscheinen, um ein solches Resultat zu erzielen, aber es wird doch von den Züchtern mit Erfolg angewendet. Zu gutem Glück für Herrn Fock war dieser Elefant erst seit kurzem in diese Zucht genommen worden, und vom Mutsch hatte sich noch nichts gezeigt. Kiyuni, so hieß das Tier, konnte wie alle seine Stammesgenossen lange Zeit rasch vorwärts bringen, und in Ermangelung eines anderen Reittiers beschloss Phileas Fock, sich desselben zu bedienen. Aber die Elefanten sind in Indien, wo sie schon selten zu werden anfangen, teuer. Die männlichen, welche zu den Kämpfen im Zirkus allein taugen, sind äußerst gesucht. Diese Tiere pflanzen sich im gezähmten Zustande selten fort, so dass man sie also nur durch die Jagd sich verschaffen kann. Daher widmet man ihnen auch äußerste Sorgfalt, und als Herr Fock den Indier fragte, ob er ihm seinen Elefanten leihen wollte, schlug er es rund ab. Fock drang in ihn und bot für das Tier den enormen Preis von zehn Pfund die Stunde. Er weigerte sich. Zwanzig Pfund. Abermalige Weigerung. Vierzig Pfund? Ebenso. Passepartout kam bei jeder Steigerung außer sich. Aber der Indier ließ sich nicht dazu bestimmen. Doch war's eine hübsche Summe. Nahm man an, der Elefant brauche fünfzehn Stunden für den Weg bis Allahabat, so betrug das sechshundert Pfund, welche er seinem Besitzer einbrachte. Phileas Fock ohne im Mindesten aus seiner ruhigen Fassung zu kommen, machte darauf dem Indier den Vorschlag, ihm sein Tier abzukaufen und bot ihm dafür erst tausend Pfund. Der Indier wollte ihn nicht abgeben. Sir Francis Cromarty nahm Herrn Fock beiseite und forderte ihn auf, wohl zu überlegen, ehe er noch weiter gehe. Phileas Fock erwiderte seinem Gefährten, er sei nicht gewohnt, ohne Überlegung zu handeln, es handle sich schließlich um eine Wette von 20.000 Pfund, dieser Elefant sei ihm dafür nötig und er müsse ihn haben, sollte er auch 20 Mal mehr für ihn zahlen müssen, als er wert sei. Herr Fock ging wieder hin zu dem Indier, aus dessen kleinen, lüsternen Augen man wohl abnehmen konnte, dass es bei ihm nur auf den Preis ankam und bot ihm nacheinander erst 1200 Pfund, dann 1500, dann 1800, endlich 2000 Pfund. Passepartout erblasste vor Entrüstung. Für 2000 Pfund ließ ihn der Indier ab. Bei meinen Pandoffeln, rief Passepartout, der macht den Preis des Elefantenfleisches übsteuer. Als der Handel geschlossen war, handelte sich's nur noch um einen Führer. Dieser war leichter zu finden. Ein junger Passe mit gescheitem Angesicht bot seine Dienste an. Herr Fogg ging darauf ein und versprach ihm eine tüchtige Belohnung, welche seinen Verstand noch zu steigern geeignet war. Unverzüglich wurde der Elefant vorgeführt und reisefertig gemacht. Der Passe verstand sich trefflich auf das Geschäft eines Mahut oder Elefanten Führers. Er warf dem Tier eine Schabracke über den Rücken und brachte auf seinen beiden Seiten zwei ziemlich unbequeme Tragkörbe an. Phileas Fogg bezahlte den Indier mit Banknoten aus dem famosen Sack. Passepartout stellte sich an, als würden sie ihm aus dem eigenen Leibe gezogen. Darauf bot er dem Sir Francis Cromarty einen Platz bis zu der Station Allahabat an und der nichts aus. Zu Colby kaufte man Lebensmittel ein. In dem einen der beiden Körbe nahm Sir Francis Cromarty Platz, in dem anderen Phileas Fogg. Passepartout setzte sich rittlings auf die Schabracke zwischen seinen Herrn und den Brigade General. Der Parse saß auf dem Halse des Tieres auf und um neun Uhr verließ es den Flecken und drang auf kürzestem Wege ins Dickicht des Latanenwaldes. Ende von Kapitel 11 Kapitel 12 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. Zwölftes Kapitel Phileas Fogg und seine Gefährten machen einen abenteuerlichen Ritt durch Indische Waldung. Der Führer ließ, um den Weg abzukürzen, die im Bau begriffene Linie der Eisenbahn rechts, denn dieselbe konnte, durch launenhafte Windungen des Vindia Gebirges gehemmt, nicht den kürzesten Weg laufen, welchen Phileas Fogg einzuschlagen genötigt war. Der Parse, welcher Wege und Stege des Landes genau kannte, behauptete, man könne quer durch den Meilen zustrecken, und man verließ sich auf ihn. Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty, welche bis an den Hals in ihren Körben starken, wurden durch den scharfen Trab des Elefanten, den sein Mahut antrieb, arg geschüttelt. Aber sie ertrugen ihre schlimme Lage mit echt englischem Phlegma sprachen dabei übrigens wenig und sahen einander kaum. Passepartout, der auf dem Rücken des Tieres den Stößen und Gegenstößen direkt ausgesetzt war, nahm sich, wie sein Herr ihm anempfohlen hatte, wohl in Acht, dass ihm nicht die Zunge zwischen die Zähne kam, denn er hätte sie sonst entzwei gebissen. Der brave Junge, welcher bald auf den Hals des Elefanten geschleudert, bald wieder zum Kreuz zurückgeworfen wurde, machte Sprünge wie ein Klauen auf dem Sprungbrett, aber er scherzte und lachte bei allen seinen Karpfensprüngen und holte von Zeit zu Zeit ein Stück Zucker aus seinem Sacke, welches der gescheite Kijuni mit der Spitze seines Rüssels fasste, ohne einen Augenblick seinen regelmäßigen Trab zu unterbrechen. Nachdem sie zwei Stunden geritten waren, hielt der Führer an und machte eine Stunde Rast. Das Tier verschlang Gezweig und Gebüsche und stillte seinen Durst aus einer nahen Lache. Sir Francis Cromarty war ganz zufrieden mit diesem Halt, denn er fühlte sich wie gerädert. Herr Fogg schien ebenso wohl aufgelegt, als wäre er aus dem Bette aufgestanden. »Der ist ja von Eisen«, sagte der Brigadegeneral, indem er ihn mit Verwunderung betrachtete. »Ausgeschmiedet dem Eisen«, versetzte Passepartout, der eilig ein Frühstück zu bereiten beflissen war. Um die Mittagsstunde gab der Führer das Zeichen zum Aufbruch. Das Land zeigte bald ein sehr wildes Aussehen. Auf die hohe Waldung folgten niedere Schläge Tamarinden und Zwergpalmen, nachher ausgedehnte dürre Ebenen, die mit magerem Gesträuch und großen Sienitblöcken bedeckt waren. Dieser ganze Teil des obern Bundelkant, wohin Reisende selten kamen, ist von einer fanatischen, in den fürchterlichsten Übungen der Hindu-Religion verhärteten Bevölkerung bewohnt. Die Herrschaft der Engländer hat auf einem dem Einfluss der Rajas unterliegenden Gebiete noch nicht regelmäßig festen Bestand gewinnen können, da es schwer gehalten haben würde, in ihren unzugänglichen Schlupfwinkeln des Vindia-Gebirges ihnen beizukommen. Manchmal gewahrte man Scharen wilder Indier, welche zornige Gebärden machten, als sie das rasche Tier vorübertraben sahen. Übrigens wich ihnen der Parse möglichst aus, weil er sie für Leute hielt, mit denen man nicht gerne zu tun hat. Man sah diesen Tag über wenig Tiere, kaum einige Affen, welche mit allerlei Grimassen, die dem Passepartout viel Spaß machten, das Weite suchten. Diesen Burschen plagte unter vielen anderen auch der Gedanke, was denn wohl Herr Fogg nach seiner Ankunft zu Allah Abad mit dem Elefanten machen würde. Unmöglich würde er ihn mitnehmen, durch den Transportpreis würde das ohnehin schon über die Maßen teure Tier zum Ruin führen. Würde man ihn verkaufen oder in Freiheit setzen? Das schätzbare Tier verdiente wohl eine solche Rücksicht. Sollte es Herrn Fogg einfallen, ihm ein Geschenk mit demselben zu machen, so würde ihn dies nur in große Verlegenheit setzen. Solche Gedanken ließen ihm keine Ruhe. Um acht Uhr abends war man über die Hauptkette der Vendia hinaus und die Reisenden machten am Fuße des Nordabhanges in einem verfallenen Hause Halt. Man hatte an diesem Tage ungefähr fünfundzwanzig Meilen zurückgelegt und ebenso viel waren Station Al-Habat zu machen. Die Nacht war kalt, der Parse zündete in dem Hause aus dürrem Gezweig ein Feuer an, das recht behaglich wärmte. Für das Abendessen hatte man sich zu Kolbi vorgesehen und die Reisenden sprachen zu wie abgemattete zerschlagene Leute. Die mit abgebrochenen Sätzen angefangene Unterhaltung ging bald in lautes Schnarchen über. Der Führer wachte neben Kiuni, der an einen dicken Baumstamm gelehnt, stehend einschlief. Kein Unfall störte diese Nacht. Die Stille wurde mitunter durch Gebrüll von Löwen, Tigern und Pantern dazwischen von hellem Hohngelächter der Affen unterbrochen. Aber das reißende Gewillt ließ es beim Schreien bewenden und verschonte die Gäste des Hauses mit Feindseligkeiten. Sir Francis Cromarty als ein Wackerer von Strapazen ermüdeter Krieger schlief schwer wie ein Sack. Passepartout träumte in unruhigem Schlaf von den bestandenen Purzelsprüngen. Herr Fogg dagegen lag in tiefster Ruhe, als befinde er sich in seinem stillen Hause der Seville Row. Um sechs Uhr früh machte man sich wieder auf den Weg. Der Führer hoffte noch an dem selben Abend zu Al-Habat anzukommen, so dass Herr Fogg nur einen Teil der seit Anfang der Reise gesparten 48 Stunden eingebüßt haben würde. Es ging den letzten Abhang der Vindia hinab und Kiyuni war wieder in seinem raschen Trabe. Gegen Mittag bog der Führer um den Flecken Kalenger herum am Kani einem der Nebenzuflüsse des Ganges, denn er wich stets den bewohnten Orten aus, weil er sich in den menschenleeren Ebenen, welche die ersten Niederungen des großen Flussbeckens bildeten, sicherer wusste. Die Station Al-Habat befand sich nur noch zwölf Meilen nordöstlich. Man machte unter einem Wäldchen von Pisang Halt, deren Früchte so gesund wie Brot, so saftig wie Creme sehr Führer in das Dickicht eines Waldes, unter welchem wir einige Meilen weit hindurch mussten, denn er wählte gerne für die Reisenden ein solches Obdach. Jedenfalls war ihm bis jetzt noch nichts Widriges begegnet, und die Reise schien ohne Unfall vollendet zu werden, als der Elefant mit einigen Zeichen von Unruhe plötzlich stehen blieb. Es war eben vier Uhr. »Was gibt's?« fragte Sir Francis Cromarty, indem er den Kopf aus seinem Korbe heraus streckte. »Ich weiß nicht, Herr Offizier,« erwiderte der Parse und lauschte einem wirren Gemurmel, welches man durch das dichte Gezweig hindurch vernahm. Nach einigen Augenblicken war das Getöse schon besser zu unterscheiden. Man konnte meinen, es sei ein noch weit entferntes Konzert von Menschenstimmen und kupfernen Instrumenten. Passepartout war ganz Auge, ganz Ohr. Herr Fork wartete in Geduld, ohne ein Wort zu sprechen. Der Parse sprang auf den Boden, band den Elefanten an einen Baum und drang mehr ins Dickicht des Gehölzes. Nach einigen Minuten kam er zurück und sprach, »Eine Brahmanen Prozession, welche dieses Weges zieht, womöglich wollen wir vermeiden, dass man uns bemerke. Der Führer band den Elefanten los, führte ihn in ein dichtes Gebüsch und empfahl den Reisenden nicht abzusteigen. Er selbst hielt sich bereit, rasch aufzusitzen, wenn es notwendig werden sollte, zu entfliehen. Doch dachte er, der Schwarm der Gläubigen Werde ohne ihn zu bemerken vorüberziehen, denn das dichte Laubwerk verhüllte ihn ganz. Das widrige Getön von Stimmen und Instrumenten kamen näher, eintönige Gesänge, vermischt mit Trommelschlag und Zimbelklang. Bald zeigte sich die Spitze der Prozession unter den Bäumen, fünfzig Schritte von der Stelle, wo Herr Fogg mit seinen Gefährten sich befand. Sie konnten leicht durch das Gezweig hindurch das merkwürdige Personal dieser religiösen Zeremonie unterscheiden. In vorderster Reihe schritten Priester mit spitzen Mützen und langen verbrämten Gewändern. Sie waren von einer Truppe Männer, Frauen und Kinder umgeben, die eine Art Leichenpsalmen anstimmten, unterbrochen von Tam-Tam-Schlägen und Zimbelklängen. Hinter ihnen auf einem Wagen mit breiten Rädern, deren Speichen und Felgen ein Schlangengewinde darstellten, sah man eine hässliche Statue, die von zwei Paar mit reichen Schabracken gezierten Bisons gefahren wurde. Dieses Standbild hatte vier Arme, dunkelrot gefärbten Körper, große Augen, zerzauste Haare, heraushängende Zunge und mit Betel und Henne gefärbte Lippen. Ein Halsband von Totenköpfen und ein Gürtel von abgehauenen Händen war sein Schmuck. Es stand auf einem niedergeworfenen Riesen ohne Kopf. Sir Francis Cromarty erkannte diese Statue. Die Göttin Kali, sagte er halblaut, die Göttin der Liebe und des Todes. Des Todes, das gebe ich zu, aber der Liebe niemals, sagte Passepartout. Das eßliche Weibs Bild. Der Parse bedeutete sie, sich stillzuhalten. Um die Statue herum wimmelte, zappelte in Verzuckungen ein Trupp alter Fakirs, streifig mit ockerfarbenen Bändern, mit kreuzförmigen Einschnitten bedeckt, aus welchen Blut träufelte, stupide Besessene, die bei den großen Zeremonien der Hindu sich sogar unter die Räder des Wagens von Jaggernaut Werfen. Hinter ihnen sah man einige Brahmanen in vollem Schmuck ihrer reichen orientalischen Prachtkleidung eine Frau schleppen, die sich kaum aufrecht zu halten vermochte. Es war eine junge Frau, weiß wie eine Europäerin. Kopf, Hals, Schultern, Ohren, Arme, Hände, Zehen waren mit Geschmeide übermäßig behängt, mit Hals- und Armbändern, Ohr- und Fingerringen. Eine Golddurchwirkte, mit leichtem Muslin umhüllte Tunika zeigte die Formen ihrer Taille. Hinter dieser jungen Frau, in grellem Kontrast, trugen Leibgarden mit entblößten Säbeln und damaskierten Pistolen am Gürtel auf einem Palankin einen Leichnam. Es war der Körper eines Greises in reichem Raja-Gewande, wie bei Lebzeiten mit Perlengesticktem Turban, in Gold- und Seidegewirktem Kleide, einem Gürtel von Kaschmir, mit Diamantenschmuck und dem prachtvollen Wappen eines indischen Fürsten. Den Zug schloss eine Musikbande und ein Trupp Fanatiker, die mit betäubendem Geschrei mitunter den Lärm der Instrumente überboten. Sir Francis Cromarty sah diesem Aufzug mit besonders trauriger Miene zu und sprach zu dem Führer Ein Sati Der Parse bejahte mit einem Zeichen und hielt einen Finger auf seine Lippen. Die lange Prozession zog sich langsam unter die Bäume und bald verschwanden ihre hintersten Reihen im Waldes Grunde. Nach und nach wurden die Gesänge nicht mehr vernehmlich, man hörte nur noch das laute Aufschreien aus der Ferne und endlich folgte tiefe Stille auf den Lärm. Phileas Fogg hatte das Wort, welches Sir Francis Cromarty gesprochen, vernommen und fragte, sobald die Prozession vorüber war, Was ist ein Sati? Ein Sati, Herr Fogg, erwiderte der Brigadegeneral, ist ein Menschenopfer, aber ein Freiwilliges. Diese Frau, welche Sie soeben gesehen haben, wird morgen in aller Frühe verbrannt werden. Ei, die Lumpen Gerle, rief Passepartout, der seine Entrüstung zu äußern sich nicht enthalten konnte. Und dieser Leichnam, fragte Herr Fogg, eines Fürsten, der ihr Gemahl war, erwiderte der Führer, ein unabhängiger Raja des Bundelkant. Wie fuhr Phileas Fogg fort, ohne dass seine Stimme die geringste Gemütsbewegung verriet, diese barbarischen Gebräuche existieren noch in Indien und die Engländer haben sie noch nicht abschaffen können. Im größten Teile Indiens, erwiderte Sir Francis Cromarty, werden diese Opfer nicht mehr vollzogen, aber wir haben auf diese wilden Gegenden und besonders das Gebiet des Bundelkant keinen Einfluss. Der ganze nördliche Abhang der Windia ist der Schauplatz unaufhörlichen Mordens und Plünderns. Die Arme, brummte Passepartout, le Bendiche verbrannt. Ja, fuhr der Brigade General fort, verbrannt, und würde sie's nicht, sie können nicht glauben, in welch jämmerliche Lage sie sich dann von ihren nächsten Verwandten versetzt sähe. Man würde ihr die Haare abscheren, ihr kaum eine Handvoll Reis zur Nahrung reichen, sie von sich stoßen. Sie würde wie eine unreine Person angesehen und in irgendeinem Winkel wie ein räudiger Hund hin sterben. Daher treibt diese Aussicht auf so ein erschreckliches Dasein diese unglücklichen Personen oft weit mehr zur Opferung als Liebe oder religiöser Fanatismus. Manchmal jedoch ist das Opfer ein wirklich freiwilliges und es ist ein energisches Dazwischentreten von Seiten der Regierung nötig, um es zu hindern. So sah ich vor einigen Jahren, als ich zu Bombay wohnte, eine junge Witwe, die sich vom Gouverneur die Erlaubnis ausbat, sich mit dem Leichnam ihres Mannes zu verbrennen. Sie können sich denken, dass der Gouverneur es abschlug, da zog die Witwe aus der Stadt weg und flüchtete zu einem unabhängigen Raja, wo sie ihre Opferung vollzog. Während der Erzählung des Brigade Generals schüttelte der Führer den Kopf und als derselbe ausgeredet hatte, sprach er, das Opfer, welches morgen bei Tagesanbruch statt haben soll, ist kein Freiwilliges. Woher wissen sie das? Es ist eine Geschichte, die im Bundelkant allgemein bekannt ist, erwiderte der Führer. Die Unglückliche schien aber doch gar keinen Widerstand zu leisten, bemerkte Sir Francis Cromarty. Das kommt daher, weil man sie mit Hanfrauch und Opium berauscht hat. Aber wo führt man sie hin? In die Pagode zu Pilaji, zwei Meilen von hier. Dort wird sie die Nacht zubringen bis zur Zeit der Opferung. Und dieses Opfer wird statt haben? Morgen bei Tages Anbruch. Nach dieser Antwort führte er den Elefanten aus dem Dickicht und schwang sich auf seinen Hals. Aber im Moment, als er im Begriff war, ihn durch ein eigentümliches Pfeifen anzutreiben, hielt Herr Fogg ihn ab und sprach zu Sir Francis Cromarty, ob wir diese Frau retten könnten? Diese Frau retten? Herr Fogg, rief der Brigade General. Ich habe noch zwölf Stunden voraus, ich kann sie dem widmen. Nun, sie sind ja ein Mann von Gemüt, sagte Sir Francis Cromarty. Bisweilen erwiderte einfach Phileas Fogg, wenn ich Zeit dazu habe. Ende von Kapitel 12 Kapitel 13 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Eva K. 13. Kapitel Ein abermaliger Beweis, dass das Glück dem kühnen holt ist. Das Vorhaben war kühn, voll Schwierigkeiten, vielleicht unausführbar. Herr Fogg setzte sein Leben in Gefahr, oder doch seine Freiheit und damit den Erfolg seiner Unternehmung, aber er besann sich keinen Augenblick. Übrigens fand er in Sir Francis Cromarty einen entschlossenen Gehilfen. Passepartout war gerne zur Verfügung. Die Idee seines Herrn begeisterte ihn. Er empfand, dass unter dieser Hülle von Eis ein Herz schlug, eine Seele lebte. Nun fühlte er sich gedrungen Phileas Fogg zu lieben. Wie würde nun aber der Führer sich dabei verhalten? Sollte er wohl zu den Hindu halten? In Ermangelung seiner Mitwirkung musste man wenigstens seiner Neutralität sicher sein. Sir Francis Cromarty legte ihm offen die Frage vor. Herr Offizier, erwiderte der Führer, Ich bin Parse und diese Frau ist Parsin. Ich stehe zu Diensten. Wohl wackerer Mann, erwiderte Herr Fogg. Jedoch merken Sie wohl, fuhr der Parse fort, wir setzen nicht allein unser Leben ein, sondern haben auch, wenn wir gefangen werden, eine schauderhafte Hinrichtung zu gewärtigen, also sehen Sie wohl zu. Das ist schon geschehen, erwiderte Herr Fogg, ich denke, wir müssen zum Handeln die Nacht abwarten. Das ist auch meine Meinung, versetzte der Führer. Der wackere Hindu erzählte darauf einiges Nähere über das Opfer. Es war eine Indierin von ausgezeichneter Schönheit parsischer Abstammung, die Tochter reicher Kaufleute zu Bombay. Sie hatte in dieser Stadt eine ganz englische Erziehung erhalten und ihren Benehmen ihrer Bildung nach, hätte man sie für eine Europäerin angesehen. Sie hieß Aouda. Als Weise wurde sie widerwillen mit diesem alten Raja des Bundelkant verheiratet und nach drei Monaten schon ward sie Witwe. Da sie wusste, welches Los ihr bevorstand suchte sie zu entrinnen, wurde sogleich wieder aufgegriffen und die Verwandten des Raja, in deren Interesse ihr Todesart und sie schien derselben nicht mehr entgehen zu können. Diese Erzählung konnte Herrn Fogg und seine Gefährten nur in ihrem edlen Entschluss bestärken. Man beschloss, der Führer solle den Elefanten nach der Pagode Pelagi leiten und dieser so nahe wie möglich bringen. Eine halbe Stunde nachher machte man unter einem Buschwerk 500 Schritte von der Pagode Halt. Diese konnte man zwar nicht sehen, aber das Geheul der Fanatiker ließ sich deutlich vernehmen. Nun beriet man über die Mittel, um zu dem Opfer zu gelangen. Dem Führer war war die Pagode zu Pelagi bekannt, worin, wie er behauptete, die junge Frau gefangen war. Sollte es möglich sein, während die ganze Schar im Schlafe der Trunkenheit versunken lag, durch eine der Türen hinein zu gelangen, oder musste man ein Loch in die Mauer brechen? Darüber konnte man doch erst zur Zeit der Ausführung und an Ort und Stelle urteilen. Aber unzweifelhaft war, dass die Entwendung während dieser Nacht vorgenommen werden musste und nicht, wenn bei Tagesanbruch das Opfer zum Tode geführt wurde. Dann wäre es keiner menschlichen Macht mehr möglich, sie zu retten. Herr Fogg wartete mit seinen Genossen die Nacht ab. Sobald es dunkel war, gegen sechs Uhr abends, entschlossen sie sich, eine Rekognoszierung um die Pagode herum anzustellen. Das letzte Geschrei der Fakirs verstummte damals. Nach ihrer Gewohnheit mussten diese Indier in tiefer Berauschung mit Hang flüssigem Opium mit einem Hanfaufguss gemischt liegen, und es würde vielleicht möglich sein, sich zwischen ihnen durch bis zum Tempel zu schleichen. Geräuschlos drangen die kühnen Leute durch den Wald. Nachdem sie zehn Minuten unter dem Gezweig gekrochen, langten sie am Ufer eines Flüsschens an und gewahrten da beim Scheine von Fackeln einen Haufen aufgeschichteten Holzes. Es war der aus kostbarem Sandelholz errichtete Scheiterhaufen, der bereits mit parfümiertem Öl getränkt war. Oben darauf lag der einbalsamierte Leichnam des Raja, welcher zugleich mit seiner Witwe verbrannt werden sollte. Hundert Schritte von diesem Scheiterhaufen stand die Pagode, deren Minaretts über die Gipfel der Bäume ragten. Kommen Sie, sagte der Führer leise, und mit verdoppelter Vorsicht schlich er seinen Gefährten voran Stille durch das hohe Gras. Nur das Säuseln des Windes unterbrach noch die Stille. Nicht lange, so hielt der Führer am Rande einer Lichtung, die von einigen Fackeln erleuchtet war. Haufenweise lagen da, wie auf einer Wahlstatt die Schläfer in tiefem Rausch. Männer, Weiber, Kinder, alle durcheinander, einiges Röcheln vernahm man hier und da. Im Hintergrunde, zwischen dem Gebüsche, erhob sich undeutlich der Tempel von Pilaji. Aber zu großer Enttäuschung des Führers waren die Garden der Rajas im Scheine russiger Fackeln wachsam an den Eingängen und wandelten mit gezogenem Säbel auf und ab. Es ließ sich voraussetzen, dass die Priester innen ebenso wachsam waren. Der Parse wagte nicht weiter vorzugehen. Da er die Unmöglichkeit sah, gewaltsam in den Tempel zu gelangen, führte er seine Gefährten rückwärts. Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty begriffen wie er, dass man von dieser Seite her nichts wagen konnte. Sie standen stille und sprachen leise miteinander. Warten wir, sagte der Brigade General. Es ist erst acht Uhr und es ist möglich, dass auch diese Wächter in Schlaf verfallen. Das ist wohl möglich, erwiderte der Parse. Phileas Fogg und seine Gefährten lagerten sich daher am Fuß eines Baumes und warteten. Wie wurde ihnen die Zeit lang? Von Zeit zu Zeit entfernte sich der Führer um den Rand des Gehölzes zu beobachten. Die Leibwächter des Raja wachten unablässig bei Fackelschein und ein dämmerndes Licht drang durch die Fenster der Pagode. So wartete man bis Mitternacht, aber die Lage änderte sich nicht. Die Bewachung außen blieb unverändert, offenbar konnte man nicht darauf rechnen, dass die Wächter in Schlaf versanken. Vermutlich hatte man ihnen die Berauschung mit Hang unmöglich gemacht. Man musste also anders verfahren und durch eine in die Mauer der Pagode gebrochene Öffnung einzudringen versuchen. Dann blieb noch die Frage, ob die Priester bei ihrem Opfer ebenso sorgsam wachten wie die Soldaten am Eingang des Tempels. Nach einer letzten Beredung machte sich der Führer auf den Weg, gefolgt von Herrn Fogg, Sir Francis und Passepartout. Sie machten einen ziemlichen Umweg, um der Pagode von hinten beizukommen. Etwa um halb eins kamen sie, ohne jemand zu begegnen, am Fuß der Mauer an. Auf dieser Seite waren keine Wachen aufgestellt, aber es waren da auch weder Tür noch Fenster. Es war dunkle Nacht. Der Mond damals im letzten Viertel stieg eben von Die hohen Bäume vermehrten noch die Dunkelheit. Aber dass man sich am Fuße der Mauer befand, reichte nicht hin, man musste auch eine Öffnung hineinbrechen. Dafür waren Phileas Fogg und seine Genossen mit gar keinem Werkzeuge versehen als Man machte sich so still wie möglich ans Werk. Auf der einen Seite der Parsa auf der anderen Passepartout entkitteten die Ziegelsteine dergestalt, dass sie ein zweifuß breites Loch bekamen. Die Arbeit schritt vor, als ein Geschrei im Innern des Tempels sich vernehmen ließ, das von außen sogleich erwidert wurde. Die beiden Arbeiter hielten inne. Hatte man sie entdeckt? Machte man und sie tatens mit Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty. Sie duckten sich abermals unters Gehölz, in Erwartung, dass der Lärm sich widerlegen würde, um dann von neuem ans Werk zu gehen. Aber zu allem Unglück wurden an jener Stelle der Pagode Wachen aufgestellt, die jede Annäherung unmöglich machten. Unbeschreiblich war die Verlegenheit der vier Männer, als sie sich bei ihrem Werk gehemmt sahen. Wie konnten sie das Opfer retten, da sie nicht zu ihm gelangen konnten? Sir Francis Cromarty benagte sich die Finger. Passepartout war außer sich und der Führer konnte ihn kaum beschwichtigen. Phlegmatisch wartete Herr Fogg ab, ohne seine Gefühle kund zu geben. Es bleibt uns nichts als abzuziehen, fragte leise der Brigade General. Warten Sie, sagte Fogg, ich brauche erst morgen vor zwölf Uhr in Allah Habbat zu sein. Aber worauf hoffen Sie, erwiderte Sir Francis Cromarty, in einigen Stunden wird's Tag sein und die günstige Gelegenheit kann sich noch im letzten Augen Blicke ergeben. Der Brigade General hätte gewünscht, in Phileas Fogg's Augen lesen zu können. Worauf rechnete der kaltblütige Engländer? Wollte er im Moment des Todes sich auf die junge Frau losstürzen und sie ihren Henkern offen entreißen? Das wäre Wahnsinn gewesen und war wohl anzunehmen, dass dieser Mann zu solchem Wahnsinn gediehen sei? Dennoch willigte Sir Francis Cromarty ein, bis zur Entwicklung dieser schrecklichen Szene zu warten. Doch ließ der Führer seine Gefährten nicht an dem Orte, wohin sie sich geflüchtet hatten und führte sie an die vordere Seite der Lichtung. Hier konnten sie von einem Gebüsche verdeckt die eingeschlafenen Gruppen beobachten. Inzwischen trug sich Passepartout, der hoch auf den Zweigen eines Baumes saß, mit einem Gedanken, der erst wie ein Blitz seinen Geist durchzuckte und endlich in seinem Kopf für sich festsetzte. Anfangs hatte er zu sich gesagt, wie toll, und jetzt sagte er wiederholt, warum nicht, allem anschein nach, ein möglicher Weg, vielleicht der einzige bei Sophie dumm Volke. Jedenfalls gab Passepartout damals seinen Gedanken keine andere Form, aber er glitt flink wie eine Schlange unverweilt auf die unteren Zweige des Baumes, deren Enden sich bis zum Boden hinabbogen. Die Stunden verflossen und bald verkündigte Dämmerungsschein den Anbruch des Tages. Doch war's noch völlig finster. Dies war der bestimmte Zeitpunkt. Gleich einer Auferstehung erhoben sich die Massen aus dem Schlafe, die Gruppen belebten sich. Tam-Tam-Schläge, lautes Geschrei und Gesang ertönten. Es war die Todesstunde der Unglücklichen gekommen. In der Tat, die Pforten der Pagode öffneten sich und es strahlte ein helleres Licht aus dem Innern heraus. Herr Fogg und Sir Francis Cromarty 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 setzte setzte sich die Masse in Bewegung. Die junge Frau war in die durch Hanfrauch erzeugte Erstarrung zurückgesunken. Sie schritt mitten durch die Fakirs, welche sie mit frommem Geschrei umgaben. Phileas Fogg und seine Genossen schlossen sich im Gedränge den hintersten Reihen der Massen an. Nach zwei Minuten gelangten sie an den Rand des Baches und hielten keine fünfzig Schritte von dem Scheiterhaufen an, worauf der Leichnam des Raja lag. Im Halbdunkel sahen sie das Opfer regungslos neben der Leiche ihres Gemahls liegen. Darauf wurde mit einer Fackel das ölgetränkte Holz angezündet, das sogleich in heller Flamme loderte. In dem Moment wollte Phileas Fogg von edelmütigem Wahnsinn getrieben auf den Scheiterhaufen zustürzen, doch Francis Cromarty und der Führer hielten ihn zurück. Phileas Fogg stieß sie von sich. Da änderte sich plötzlich die Szene. Ein Schrei des Entsetzens ward vernommen und die gesammelte Menge warf sich in Bestürzung zu Boden. Der alte Raja war also nicht tot. Man sah ihn plötzlich wie ein Gespenst sich aufrichten und die junge Frau in den Armen vom Scheiterhaufen herab einer vergleichbar mitten durch die Dampfwolken schreiten. Die Fakirs, die Leibwächter, die Priester hatten sich von plötzlichem Schrecken befallen zu Boden geworfen, wagten nicht ihr Angesicht aufzurichten, um ein solches Wunder zu schauen. Leblos lag das Opfer in den kräftigen Armen, die es trugen. Herr Fogg und Sir Francis Cromarty waren stehen geblieben, der Parse hatte den Kopf gesenkt und Passe Partou war ohne Zweifel nicht minder erstaunt. Der Wiederauferstandene kam so in die Nähe der Stelle, wo Herr Fogg und Sir Francis Cromarty sich befanden. Und hier sprach er mit leiser Stimme Nun eilen wir wohl. Ha! Passe Partou selbst war's, der mitten durch den dichten Qualm zum Scheiterhaufen gedrungen war. Passe Partou hatte unterm Schutz des noch herrschenden Dunkels die junge Frau vom Tode errettet. Passe Partou, der seine Rolle mit dem Glück des Kühnen spielte, schritt mitten durch die vom Schrecken gelähmte Menge. In einem Augenblicke waren sie alle vier im Gehölz verschwunden und der Elefant trabte mit ihnen rasch von dannen. Aber Geschrei und Geheul und selbst eine Kugel, die durch Phileas Fawkes Hut drang, gaben zu erkennen, dass man den listigen Streich entdeckt hatte. Wirklich, als der Scheiterhaufen in hellen Flammen stand, sah man darin den Leichnam des alten Raja. Die Priester erholten sich von ihrem Schrecken und merkten nun, dass eine Entwendung stattgefunden hatte. Sie stürzten Hals über Kopf in den Wald, gefolgt von den Leibwächtern. Dieselben schossen ihre Gewehre ab, aber die Räuber waren bereits auf rascher Flucht und befanden sich bald weit voraus, dass weder Kugeln noch Pfeile sie erreichen konnten. Ende von Kapitel 13 Kapitel 14 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Wern Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. 14. Kapitel Phileas Fogg fährt das wundervolle Gangestal hinab, ohne dass er sich kümmert, es zu sehen. Der kühne Raub war gelungen. Nach einer Stunde noch lachte Passepartout über den glücklichen Erfolg. Sir Francis Cromarty drückte dem unerschrockenen Burschen die Hand und sein Herr sprach zu ihm »Bravo«, was in dem Munde dieses Gentleman einen hohen Grad von Befriedigung bedeutete. Passepartout erwiderte darauf nur, die ganze Ehre dabei gehöre seinem Herrn. Er habe dabei nur eine drollige Idee gehabt und er lache noch bei dem Gedanken, dass er Passepartout vormals Gymnast und Ex-Sergeant der Pompier einige Augenblicke der Witwer einer reizenden Frau, ein alter einbalsamierter Raja gewesen sei. Die junge Indierin war bei dem Vorfall ohne Bewusstsein. In Reisedecken eingewickelt lag sie auf einem der Tragkörbe. Inzwischen lief der Elefant von dem Parsen mit größter Sicherheit geleitet rasch durch den noch dunklen Wald. Eine Stunde nachdem er die Pagode von Pilaji verlassen hatte, rannte er über eine ungeheure Ebene. Um sieben Uhr machte man Halt. Die junge Frau lag fortwährend in vollständiger Erschöpfung. Der Führer flößte ihr einige Schluck Wasser mit Brandwein ein, aber der betäubende Einfluss, der sie überwältigte, sollte noch einige Zeit dauern. Sir Francis Cromarty, dem die durch Einhauchen von Hanfdünsten hervorgebrachte Berauschung in ihren Folgen bekannt war, zeigte ihretalben keine Unruhe. Aber flößte auch die Wiederherstellung der jungen Indierin dem Brigadegeneral keine Besorgnis ein, so war er doch in Betreff ihrer Zukunft nicht ebenso beruhigt. Er sagte zu Phileas Fogg unumwunden, dass Mrs. Aouda, wenn sie in Indien bliebe, unvermeidlich ihren Henkern wieder in die Hände fallen werde. Diese Besessenen, welche auf der ganzen Halbinsel verbreitet seien, würden trotz der englischen Polizei ihr Opfer sicherlich wieder in ihre Hände zu bringen wissen, sei es zu Madras, Bombay oder Kalkutta, und Sir Francis Cromarty führte eine Tatsache gleicher Art, die kürzlich vorgekommen zum Belege seiner Behauptung an. Seiner Ansicht nach könne die junge Frau nur dann wirklich sicher sein, wenn sie Indien ganz verlasse. Phileas Fogg sagte, er wolle sich dies merken 10 Uhr meldete der Führer die Station Al-Habat, wo die unterbrochene Eisenbahn wieder anfing. Von hier aus gelangte man in weniger als einem Tag und einer Nacht nach Kalkutta. Phileas Fogg musste also noch zeitig für das Paketboot ankommen, welches nur am folgenden Tage, den 25. Oktober um 12 Uhr nach Hongkong abfuhr. Die junge Frau wurde in einem Zimmer des Bahnhofs einige Toiletten Gegenstände Kleid, Schall, Pelzwerk etc., was er vorrätig fände für sie zu kaufen und bekam dafür unbegrenzten Kredit. Derselbe ging augenblicklich aus und eilte durch die Straßen der Stadt. Al-Habat, das heißt die Stadt Gottes, ist eine der am meisten verehrten Orte Indiens, weil sie am Zusammenfluss der beiden heiligen Flüsse des Ganges und des Jumna liegt, zu deren Wassermann aus der ganzen Halbinsel her wallfahrtet. Es ist übrigens bekannt, dass den Legenden des Ramayana zufolge der Ganges aus dem Himmel entspringt, woher er durch Brahmas Gnade auf die Erde herabsteigt. Passepartout besah sich, während er die Einkäufe besorgte, die Stadt, welche vormals durch ein prachtvolles Vor geschützt war, das nun Staatsgefängnis geworden ist. In der ehemals gewerbereichen Handelsstadt gibt's keinen Handel und kein Gewerbe mehr. Passepartout suchte vergebens eine Modewarenhandlung und fand die notwendigen Gegenstände nur bei einem Trödler, einem alten Juden, mit dem schwer zu handeln war. So mußte er für ein Kleid von schottischem Stoff, einen weiten Mantel und einen prächtigen Otterpelz seine fünfundsiebzig Pfund zahlen. Er zahlte sie gerne und kehrte triumphierend zum Bahnhofe zurück. Mrs. Aouda kam allmählich wieder zu sich. Nach und nach schwand die von den Priestern zu Pelaji über sie verhängte Nacht und ihre schönen Augen gewannen wieder all ihre indische Sanftmut. Die Witwe des Raja von Bundelkant war eine reizende Frau im vollen europäischen Sinne des Wortes. Sie sprach mit großer Reinheit Englisch und es war keine Übertreibung was der Führer versichert hatte dass nämlich die junge Parsin durch die Erziehung umgewandelt worden sei. Indessen war der Zug im Begriff abzufahren und Herr Fogg bezahlte dem harrenden Parsen seinen Lohn und keinen Pfennig weiter. Darüber stutzte Passepartout ein wenig, denn er wusste, was sein Herr der Hingebung des Führers verdankte. Wirklich hatte der Parsia zu Biladji sein Leben freiwillig aufs Spiel gesetzt und wenn die Hinduen noch später seiner Habhaft wurden, würde er schwerlich ihrer Rache entgehen. Nun handelte es sich noch um Kiyuni. Was war mit einem so teuren Tiere anzufangen? Aber Phileas Fogg hatte schon seinen Entschluss gefasst. Parse sprach er zu dem Führer. Du bist mir zu Diensten und ergeben gewesen. Deine Dienstleistung habe ich bezahlt, nicht aber deine Hingebung. Willst du den Elefanten, so soll er dir gehören. Wie glänzend des Führers Augen! Euer Gnadenschenken mir Nimm's nur wackerer Führer, versetzte Herr Fogg, und ich bleibe doch noch dein Schuldner. Das lass ich mir gefallen, rief Passepartout, nimm nur, mein Freund, Kiyuni ist ein braves und mutiges Tier. Darauf ging er hin zu dem Tiere und reichte ihm einige Stücke Zucker mit den Worten, da nimm Kiyuni, nimm. Der Elefant gab mit einigem Brummen seine Befriedigung zu erkennen, dann fasste er Passepartout beim Gürtel, umwickelte ihn mit seinem Rüssel und hob ihn zu seinem Kopf empor. Passepartout erschrak nicht im Mindesten, liebkoste das Tier und wurde von ihm wieder sanft auf den Boden gesetzt. Ein tüchtiger Handschlag des braven Burschen erwiderte den Rüsselschlag des guten Tieres. Eine kleine Weile nachher befanden sich Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty und Passepartout in einem komfortablen Waggon nebst Mrs. Aouda, die den besten Platz inne hatte, und so fuhren sie in größter Eile Benares zu. Die achtzig Meilen bis dahin legten sie binnen zwei Stunden zurück. Während dieser Fahrt kam die junge Frau wieder völlig zu sich, die Wirkung des einschläfernden Hang verschwand. Wie war sie erstaunt, als sie sich auf der Eisenbahn in diesem Waggon in europäischer Kleidung mitten unter Reisenden fand, die ihr völlig unbekannt waren. Anfangs wurde sie von ihren Reisegefährten gepflegt und mit einigen Tropfen Liqueur zum Leben zurückgeführt. Dann erzählte ihr der Brigade General, was vorgefallen war. Er hob die Hingebung Philies Fawkes hervor, der ohne Bedenken sein Leben an ihre Rettung gesetzt hatte und die kühne Lösung des Abenteuers durch Passepartout. Herr Fawkes sprach kein Wort dazu. Passepartout sagte wiederholt mit Beschämung, das sei nicht der Mühe wert. Mrs. Aouda dankte ihren Rettern mit innigster Rührung. Mehr mit Tränen als mit Worten sprachen ihre schönen Augen die Dankbarkeit des Herzens aus. Dann, als ihre Gedanken sie zu dem Scheiterhaufen zurückführten, als sie das Hinduland schaute, wo sie noch von so vielen Gefahren bedroht war, überfiel sie ein Schauder des Schreckens. Philies Fogg verstand, was ihre Seele durchdrang und machte ihr zur Beruhigung, obwohl sehr kühl das Erbieten, sie nach Hongkong zu führen, wo sie bleiben könne, bis die Gefahr dankbar das Erbieten an. Es lebte zu Hongkong ein Verwandter von ihr, der auch Parse war, einer der ersten Kaufleute der Stadt, die, wenn schon an der chinesischen Küste, doch völlig englisch ist. Um halb ein Uhr hielt der Zug auf der Station Benares. Die brahmanischen Legenden behaupten, diese Stadt stehe an der Stelle des alten Kasi, welches ehemals im Weltraume schwebte, zwischen dem Zenit und dem Nadir, wie das Grab Mahomets. Aber in der jetzigen Epoche der Wirklichkeit steht sie ganz prosaisch auf dem Erdboden und Passepartout konnte einen Augenblick ihrer Häuser von Ziegelsteinen, ihre Hütten aus Flechtwerk schauen, welche ihr ein ganz ödes Aussehen geben, ohne alle Lokalfarbe. Hier musste Sir Francis Cromarty aussteigen. Die Truppen, zu welchen er sich begab, lagerten einige Meilen nördlich von der Stadt. Der Brigadegeneral nahm also von Phileas Fogg Abschied, wünschte ihm allen möglichen Erfolg und dass er ein andermal auf eine nicht so originale, aber nützlichere Art die Reise machen möge. Herr Fogg drückte seinem Gefährten ein wenig die Finger. Mrs. Aouda verabschiedete sich in mehr verbindlicher Weise mit der Versicherung, dass sie ewig gedenken werde, was sie Sir Francis Cromarty verdanke. Passepartout wurde von dem Brigadegeneral mit einem herzlichen Handschlag beehrt und fragte ganz gerührt, wo und wann er ihm seine Ergebenheit beweisen könne. Hierauf trennte man sich. Von Benares aus läuft die Eisenbahn noch eine Zeit lang im Gangestal. Durch die Fenster des Waggons bei ziemlich hellem Wetter erblickte man die bunte Landschaft BH, grün belaubte Berge, Gerste, Mais und Weizenfelder, Bäche und Sümpfe voll grünlicher Alligatoren, stattliche Dörfer, noch grünende Waldung. Einige Elefanten und dickbuckelige Bisonen badeten sich in den Gewässern des heiligen Stromes und auch trotz der schon vorgerückten Jahreszeit und bereits kalter Witterung Scharen von Hindu beiderlei Geschlechts, welche frommerweise heilige Waschungen vornahmen. Diese Gläubigen erbitterte Feinde des Buddhismus sind eifrige Anhänger der Brahmanen Religion, welche sich in drei Personen verkörpert, der Sonnengottheit Vishnu, der göttlichen Personifikation der Naturkräfte Shiva und Brahma, dem obersten Herrn der Priester und Gesetzgeber. Aber mit welchem Auge sollten Brahma, Shiva und Vishnu dieses nunmehr britannisierte Indien anschauen, wenn rauschend ein Dampfboot vorüberfuhr und die heiligen Gewässer des Ganges trübte, die Meerschwalben verscheuchend, welche über dem Spiegel des Stromes hinflogen, die an seinem Uferrand wimmelnden Schildkröten und die längst seiner Gestade lagernden frommen Gläubigen. Dieses ganze Panorama flog blitzschnell vorüber und oft hinderten weiße Dampfwolken seine Details zu sehen. Die Reisenden vermochten kaum flüchtig in Augenschein zu nehmen, das Vor Kunar, 20 Meilen südöstlich von Benares, vormals Festung der Rajas von Behar, Gazepur mit seinen bedeutenden Rosenwasser Fabriken, das am linken Gangesufer errichtete Grabmal des Lord Cornwelles, die feste Stadt Buxar, die große Gewerbe- und Handelsstadt Patna, wo der Hauptmarkt des indischen Opiums sich befindet, Mongier, eine Stadt so englisch wie Manchester und Birmingham, berühmt durch seine Eisengießereien, Zeugschmiede und Gewehrfabriken, deren Rauchfänge Brahmas Himmel mit schwarzem Rauch beschmutzten. Hierauf trat Nacht ein, und der Zug flog mitten durch das Geheul der Tiger, Bären und Löwen, die vor der Lokomotive flüchteten mit größter Eile dahin, so dass man nicht mehr die Wunder Bengalens sehen konnte, Golgauda, Gauer in Ruinen, die vormalige Hauptstadt Murschedabat, Burduan, Hougli, Chant d'Ernagor, der einzige Punkt auf indischem Gebiete, welcher den Franzosen gehört, wo Passepartout gern mit Stolz das Banner seiner Heimat hätte wehen gesehen. Endlich um sieben Uhr früh kam man zu Kalkutta an. Das nach Hongkong fahrende Paketboot ging erst um zwölf Uhr ab, sodass Phileas Fogg noch fünf Stunden Zeit vor sich hatte. Seinem Büchlein zufolge musste der Gentleman 23 Tage nach der Abfahrt von London am 25. Oktober in der Hauptstadt Indiens eintreffen und er langte am bestimmten Tage an. Leider waren die zwischen London und Bombay gewonnenen zwei Tage bei der Fahrt durch die indische Halbinsel wieder verloren worden. Wir wissen wie, aber man darf annehmen, dass Phileas Fogg es nicht zu bedauern hatte. Ende von Kapitel 14 Kapitel 15 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. 15. Kapitel Der Banknotensack wird abermals um einige tausend Pfund leichter. Der Zug hielt im Bahnhofe an. Passepartout verließ zuerst den Wagen, dann folgte Herr Fogg, welcher seiner jungen Gefährtin aussteigen half. Phileas Fogg hatte vor, sich direkt zum Paketboot nach Hongkong zu begeben, um Mrs. Aouda darin bequem einzurichten, denn er wollte, solange sie in dem für sie so gefährlichen Lande weilte, ihr trat ein Polizeimann zu ihm und sprach, Herr Phileas Fogg, der bin ich. Dieser Mensch ist ihr Diener, fügte der Polizeimann bei, auf Passepartout deutend, ja. Belieben sie beide mich zu begleiten. Herr Fogg ließ in keiner Bewegung irgendeine Überraschung merken. Dieser Agent war ein Repräsentant des Gesetzes und jedem Engländer ist das Gesetz heilig. Passepartout mit seinen französischen Gewohnheiten wollte resonieren, aber der Polizeimann berührte ihn mit seinem Stabe und Phileas Fogg bedeutete ihm zu gehorchen. Kann diese junge Dame uns begleiten? fragte Herr Fogg. Ja, erwiderte der Polizist. Der Polizeimann führte die drei Personen zu einem Palkigari, einer Art vierrädrigen zweispännigen Wagen zu vier Plätzen und man fuhr ab. Während der etwa zwanzig Minuten dauernden Fahrt sprach niemand ein Wort. Der Wagen fuhr zuerst durch die Schwarze Stadt, mit engen Straßen und Hütten, worin schmutziges, zerlummtes Volk aus allen Nationen wimmelte, nachher durch die europäische Stadt, die freundlich ist, mit Häusern von Ziegelstein, von Kokosbäumen beschattet, voll Der Palkigari hielt vor einem Hause von einfachem Äußern, das aber zu Privatgebrauch nicht verwendet werden durfte. Der Polizeimann ließ seine Verhafteten aussteigen, führte sie in ein Zimmer mit vergitterten Fenstern und sprach, Um halb neun Uhr haben sie vor dem Richter Obadaya zu erscheinen. Darauf zog er sich zurück und verschloss die Türe. Nun, da sind wir im Kerker, rief Passepartout, indem er auf einen Stuhl sank. Mrs. Aouda wandte sich sogleich an Herrn Fock und sprach mit Rührung, die sie nicht verbergen konnte. Mein Herr, sie müssen mich preis geben, um meinet Willen verfolgt man sie, weil sie mich gerettet haben. Phileas Fock erwiderte nur, das sei nicht möglich. Wegen dieser Entführung der Witwe verfolgt, das war nicht anzunehmen. Die Kläger würden nicht aufzutreten wagen, es musste da ein Missverständnis obwalten. Herr Fock setzte hinzu, jedenfalls werde er die junge Frau nicht im Stiche lassen und werde sie nach Hongkong führen. Aber das Boot fährt schon um zwölf Uhr ab, bemerkte Passepartout. Ehe es zwölf Uhr ist, werden wir an Bord sein, erwiderte ruhig der Gentleman. Dies sprach er mit solcher Bestimmtheit, dass Passepartout nicht umhin konnte, sich selbst zu sagen, der tausend, das heißt doch sicher, vor zwölf Uhr werden wir an Bord sein. Aber beruhigt war er durchaus nicht. Um halb neun öffnete sich die Türe, der Polizeimann trat herein und führte die Gefangenen in den daneben befindlichen Saal. Es war ein Verhörsaal, worin ein zahlreiches Publikum von Europäern und Eingeborenen bereits den Raum füllte. Herr Fogg, Mrs. Aouda und Passepartout nahmen Platz auf einer Bank vor den Stühlen des Richters und Gerichtsschreibers. Der Richter Obadaya kam alsbald in Begleitung des Gerichtsschreibers. Es war ein dicker, wohlbeleidter Mann. Er holte eine Perücke, die an einem Nagel hing und setzte sie rasch auf. »Die erste Sache«, sprach er, dann aber die Hand am Kopf »Nun, das ist ja nicht meine Perücke. »Wirklich, Herr Obadaya, es ist die meinige«, erwiderte der Gerichtsschreiber. »Lieber Äußerpaff, wie kann ein Richter ein richtiges Urteil fällen unter des Gerichtsschreibers Perücke?« Die Perücken wurden getauscht. Während dieser Präliminarien saß Passepartout wie auf glühenden Kohlen, denn der Zeiger auf dem Zifferblatte der großen Uhr des Gerichtssahles schien ihm fürchterlich schnell vorzurücken. »Die erste Sache«, wiederholte der Richter Obadaya. »Philies Fogg«, sagte der Gerichtsschreiber Oisterpaff. »Hier bin ich«, erwiderte Herr Fogg. »Passepartout?« »Ihr...« »Gut«, sagte der Richter. »Seit zwei Tagen erwartet man euch bei jedem Zuge, der von Bombay kam.« »Aber »Aber weshalb sind wir verklagt?« rief Passepartout voll Ungeduld. »Das werden Sie gleich hören«, versetzte der Richter. »Mein Herr«, sagte darauf Herr Fogg, »ich bin englischer Bürger und ich bin berechtigt.« »Hat man's an Achtung fehlen lassen?« fragte Obadaya. »Durchaus nicht.« »Gut, die Kläger sollen eintreten.« Auf des Richters Befehl öffnete sich eine Türe und ein Gerichtsdiener führte drei Hindu-Priester herein. »Jawohl«, brummte Passepartout, »diese Kerle haben unsere junge Dame verbrennen wollen.« Die Priester standen vor dem Richter und der Gerichtsschreiber verlas laut eine Klage auf Tempelschändung gegen Phileas Fogg und seinen Diener, weil sie einen durch die brahmanische Religion geheiligten Ort entweiht hätten. »Sie haben's gehört?« fragte der Richter Phileas Fogg. »Ja, mein Herr,« versetzte Herr Fogg, »und ich gebe es zu.« »Ah, Sie geben es zu.« »Ich gebe es zu und erwarte, dass diese Priester ihrerseits gestehen, was sie in der Pagode zu Pilaji tun wollten.« Die Priester sahen sich an. Sie schienen die Worte des Angeklagten nicht zu verstehen. »Allerdings«, rief Passepartout ungestüm, »in der Pagode zu Pilaji, vor welcher sie ihre Opfer verbrennen wollten.« Die Priester staunten abermals. Der Richter Obadaya fragte verwundert. »Was für ein Opfer? Verbrennen? Mitten in Bombay?« »Bombay!«, rief Passepartout. »Allerdings, von Pilaji ist keine Rede, sondern von der Pagode Malibar Hill zu Bombay.« »Und zur Überführung«, fügte der Gerichtssinner bei, »sind hier die Schuhe der Entweiher«, und legte ein paar Schuhe auf seinen Schreibtisch.« »Meine Schuhe!«, rief voll Überraschung Passepartout, der die unwillkürliche Äußerung nicht zurückhalten konnte. Man denke sich die Verwirrung im Geiste des Herrn und Dieners. Sie hatten den Zwischenfall in der Pagode zu Bombay ganz vergessen und wurden doch deshalb vor den Richter zu Kalkutta geführt. Wirklich hatte der Agent fix darauf gesonnen, diesen leidigen Vorfall zu nützen. Er war noch zwölf Stunden zu Bombay geblieben und hatte da mit den Priestern von Malibar Hill beraten, er hatte ihnen bedeutende Entschädigung zugesagt, denn er wusste, dass die englische Regierung solche Vergehen streng bestrafte. Nachher hatte er sie mit dem nächsten Zuge zur Verfolgung des Tempelschänders abgeschickt, aber infolge des Zeitverlustes, welchen die Befreiung der Witwe verursachte, kam fix mit seinen Hindu zu Kalkutta eher an als Phileas Fogg und sein Diener, welche von der durch eine Depeche unterrichteten Behörde beim Aussteigen verhaftet werden sollten. Wie war fix in Verlegenheit, als er vernahm, Phileas Fogg sei noch gar nicht zu Kalkutta angekommen? Er meinte, sein Dieb sei von einer Station aus in die nördlichen Provinzen geflüchtet. Vierundzwanzig Stunden lang hatte fix in peinlichster Unruhe am Bahnhofer auf ihn gelauert. Und wie freute er sich, als er ihn endlich diesen Morgen aussteigen sah, zwar in Gesellschaft einer Frau, deren Anwesenheit er sich nicht erklären konnte. Er schickte ihm sogleich den Polizeimann auf den Hals, der, wie wir sahen, die drei Angekommenen vor den Richter Obadaya führte. Wäre Passepartout nicht allzu sehr mit der Sache beschäftigt gewesen, so hätte er den Detektiv in einer Ecke des Gerichtssaal gesehen, wie er mit großem Interesse der Verhandlung zuhörte, denn zu Kalkutta war, wie zu Bombay und Suez, der Verhaftsbefehl noch nicht angekommen. Unterdessen hatte der Richter Obadaya das Passepartout entschlüpfte Eingeständnis protokolliert. »Die Tatsache ist eingestanden«, sagte der Richter. »Ja, eingestanden«, erwiderte Herr Fogg kalt. »In Anbetracht«, fuhr der Richter fort, »in Anbetracht, dass das englische Gesetz allen Religionen der indischen Bevölkerung gleichmäßig strengen Schutz verleiht, und da Herr Passepartout sein Vergehen eingestanden hat und überführt ist, am 20. Oktober mit ungeweihten Füßen den Boden der Pagode Malabar Hill zu Bombay betreten zu haben, so wird gedachter Passepartout zu 14 Tagen Gefängnis und einer Buße von 300 Pfund verurteilt.« »Dreihundert Pfund?«, rief Passepartout. »Still«, rief der Gerichtsdiener mit kreischender Stimme. »Und«, fuhr der Richter fort, »in Betracht, dass es nicht materiell bewiesen ist, dass zwischen dem Herrn und dem Diener nicht ein Einverständnis stattgefunden, dass jedenfalls der Herr für die Handlungen und Bewegungen eines von ihm besoldeten Dieners verantwortlich sein muss, wird gedachter Phileas Fogg festgehalten und zu acht Tagen Gefängnis und 150 Pfund Buße verurteilt. »Gerichtsdiener holen Sie eine andere Partie!« Fix vernahm in seiner Ecke mit unbeschreiblicher Befriedigung, wie Phileas Fogg acht Tage zu Kalkutta aufgehalten werden sollte. Mehr bedurfte er nicht, um seinen Verhaftsbefehl zu erhalten. Passepartout war ganz verstört. Dieser Spruch ruinierte seinen Herrn. Eine Wette von zwanzigtausend Pfund verloren, und zwar, weil er als echter Tölpel in die verwünschte Pagode gegangen. Phileas Fogg war so ruhig geblieben, als ginge ihm der Spruch nichts an. Aber im Moment, als eine andere Partei berufen wurde, stand er auf und sagte, »Ich biete Kaution an.« »Das steht Ihnen zu«, versetzte der Richter. Fix erschrak, dass es ihn kalt überlief, doch erholte er sich wieder, als er vernahm wie der Richter, »in Betracht, dass Phileas Fogg und sein Diener Ausländer seien«, die Kaution für jeden von beiden auf tausend Pfund ansetzte. Also zweitausend Pfund sollte Herr Fogg einbüßen, wenn er sich nicht rechtfertigte. »Ich zahle«, sagte der Gentleman, und er holte aus dem Sacke, welchen Passepartout trug, einen Pack Banknoten und legte sie auf das Büro des Gerichtsschreibers. »Diese Summe wird Ihnen wieder zugestellt werden, so wie Sie aus dem Gefängnis kommen«, sagte der Richter. »Inzwischen sind Sie frei gegen die Kaution.« »Kommen Sie«, sagte Phileas Fogg zu seinen Diener. »Aber meine Schuhe müssen Sie mir wenigstens herausgeben«, rief Passepartout mit Entrüstung. Man gab ihm seine Schuhe zurück. »Und die kommen teuer zu stehen«, brummte er. »Über tausend Pfund einer«. Passepartout folgte mit kläglicher Miene Herrn Fogg, welcher der jungen Frau seinen Arm bot. Fix hoffte noch, sein Dieb werde sich nicht entschließen können, die zweitausend Pfund im Stiche zu lassen, und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Herr Fogg nahm einen Wagen und stieg mit Mrs. Aouda und Passepartout unverzüglich ein. Fix lief hinter dem Wagen her, der bald an einem Käh hielt. Eine halbe Meile entfernt lag der Rangoon auf der Rede vor Anker, die Abfahrtsflagge schon aufgepflanzt. Es schlug elf, und Herr Fogg hatte noch eine Stunde Zeit. Er verließ also den Wagen und bestieg mit Mrs. Aouda und Passepartout einen Nachen. Der Detektiv stampfte mit dem Fuße. »Der Lumpenkerl«, rief er aus, »er reißt ab, lässt zweitausend Pfund im Stich. So verschwenderisch ist nur ein Dieb. Ach, ich bleibe ihm auf der Ferse bis ans Ende der Welt, wenn's Not tut. Aber auf die Art wird das gestohlene Geld bald durchgebracht sein.« Nicht ohne Grund, sprach so der Polizeiagent. Phileas Fogg hatte wirklich seit seiner Abfahrt aus London an Reisegeld und Prämien für den Elefanten, Kaution und Bußen bereits über fünftausend Pfund auf der Reise verzettelt, und die Prozente der wieder beigebrachten Summe, welche den Detektiven zukommt, verminderten sich fortwährend. Ende von Kapitel 15 Kapitel 16 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Sechzehntes Kapitel Fix stellt sich, als wisse er nichts davon, was ihm erzählt ward. Der Rangoon, ein Paketboot der ostindischen Peninsula Company für den Dienst in den chinesischen und japanischen Meeren, war ein eiserner Schraubendampfer von 1770 Tonnen Brutto und 400 Pferdekraft. Er fuhr ebenso schnell wie der Mongolia, war aber nicht so bequem eingerichtet. Darum war auch für Mrs. Aouda nicht so gut gesorgt, als Phileas Fogg gewünscht hätte. Zudem handelte es sich nur um eine Fahrt von 3500 Meilen, Elf bis zwölf Tage, und die junge Frau war kein peinlicher Passagier. Während der ersten Tage dieser Fahrt lernte Mrs. Aouda den Herrn Phileas Fogg näher kennen. Bei jeder Gelegenheit gab sie ihm die innigste Dankbarkeit zu erkennen. Der phlegmatische Gentleman hörte sie, dem Anschein nach, äußerst kühl an, ohne durch eine Betonung, eine Handbewegung, die geringste Gemütsbewegung zu verraten. Er wachte darüber, dass es der jungen Frau an nichts mangelte, kam regelmäßig zu gewissen Zeiten, wo nicht zum Plaudern, doch um ihr zuzuhören. Er erfüllte gegen sie aufs Strengste die Pflichten der Höflichkeit, aber mit der Grazie und Unmittelbarkeit eines Automaten mit eigens dafür eingerichteten Bewegungen. Mrs. Aouda wußte nicht recht, was sie von ihm halten sollte, aber Passepartout gab ihr in kürze Auskunft über das sonderbare Wesen seines Herrn. Sie lächelte ein wenig, aber sie verdankte ihm ihr Leben, und ihr Retter konnte dadurch nichts verlieren, dass sie ihn mit dankbarem Auge ansah. Mrs. Aouda bestätigte die rührende Geschichte, welche der Hindu-Führer von ihr erzählt hatte. Sie gehörte allerdings der Race an, welche unter den Eingeborenen den ersten Rang behauptet. Manche parsische Kaufleute haben durch Baumwollenhandel in Indien großes Vermögen erworben. Ein solcher, Sir James I. G. Poi, war von der englischen Regierung in den Adelsstand erhoben worden, und Mrs. Aouda war eine Verwandte dieses reichen Mannes, welcher zu Bombay wohnte. Und eben einen Vetter des Sir I. G. Poi, den ehrenwerten J. G., wünschte sie zu Hongkong aufzusuchen. Ob sie Zuflucht und Beistand bei ihm finden würde, konnte sie nicht behaupten. Herr Fogg antwortete hierauf, sie möge nur ganz ruhig sein, es werde sich alles mathematisch genau regeln. So pflegte er sich auszudrücken. Ob die junge Frau diesen horriblen Ausdruck verstand, muss dahingestellt bleiben. Doch ruhten ihre großen Augen auf jenen des Herrn Fogg, ihre großen Augen, die so klar waren wie die heiligen Seen des Himalaya. Aber der sprüde Herr Fogg, so zugeknöpft wie jemals, schien nicht ein Mann zu sein, der fähig wäre, sich in diesen See zu stürzen. Dieser erste Teil der Fahrt des Rangoon verlief unter vortrefflichen Umständen. Das Wetter war leidlich, diese ganze Partie des unermesslichen bengalischen Busens war der raschen Fahrt günstig. Der Rangoon bekam bald Groß andaman in Sicht, die Hauptinsel der Gruppe, welche durch das malerische 2400 Fuß hohe Gebirge Saddle Peak den Seefahrern weithin kenntlich ist. Man fuhr längs der Küste ziemlich nahe vorbei. Die wilden Papuas der Insel ließen sich nicht sehen. Es sind zwar Geschöpfe, die auf der untersten Stufe menschlicher Bildung stehen, aber Menschenfresser sind sie doch nicht. Die Inseln bildeten ein prachtvolles Panorama. Im Vordergrunde war es mit ungeheurer Waldung, Pisang, Areca, Bambus, Muskat, Teakbäumen, riesenhaften Mimosen, baumartigen Farnkräutern bedeckt und den Hintergrund bildeten zierliche Gebirgssilhouetten. Die Küsten wimmelten von tausenden köstlicher Salanganen, deren essbare Nester im himmlischen Reich ein beliebtes Gericht bilden. Aber dieses bunte Schauspiel, welches die Adamanengruppe den Blicken darbot, flog schnell vorüber, und der Rangoon fuhr rasch der Straße von Malacca zu, um durch dieselbe ins chinesische Meer zu gelangen. Was trieb während dieser Fahrt der Agent Fix, den sein Unstern in diese Rundfahrt fortgerissen hatte? Nachdem er zu Calcutta Auftrag gegeben, dass ihm der Verhaftsbefehl, wenn er endlich ankomme, nach Hongkong nachgeschickt würde, war es ihm gelungen, sich ohne von Passepartout bemerkt zu werden, an Bord des Rangoon einzuschiffen, und er hoffte wohl, seine Anwesenheit auf demselben bis zur Ankunft des Paketbootes geheim zu halten. Es wäre ihm in der Tat auch schwer gewesen, über den Grund seiner Anwesenheit an Bord sich auszusprechen, ohne bei Passepartout, der Glauben musste, er sei zu Bombay geblieben, Verdacht zu erregen. Aber die Logik der Umstände brachte ihn doch dazu, die Bekanntschaft mit dem braven Jungen wieder anzuknüpfen. Wie das kam, wird sich gleich zeigen. Alle Hoffnungen, alle Wünsche des Polizeiagenten waren jetzt auf einen einzigen Punkt konzentriert, Hongkong. Denn das Paketboot hielt zu kurze Zeit bei Singapur an, um in dieser Stadt etwas vornehmen zu können. Es musste also zu Hongkong die Verhaftung erfolgen, oder der Dieb entwischte ihm, ohne Möglichkeit seiner Habhaft zu werden. Hongkong war in der Tat noch der einzige Fleck englischen Landes auf der ganzen Reise. Weiter hinaus boten China, Japan, Amerika dem Herrn Fogg eine sichere Zuflucht. Zu Hongkong aber, wenn er endlich den ihm nachgesendeten Verhaftsbefehl bekäme, wollte fix die Verhaftung Fox vornehmen und ihn der Lokalpolizei überliefern. Damit hatte es keine Schwierigkeit. Aber über Hongkong hinaus reichte ein bloßer Verhaftsbefehl nicht hin. Es musste eine förmliche Auslieferung stattfinden, welche Zögerungen und Hindernisse aller Art mit sich führte, die der Schurke benutzen konnte, ihm definitiv zu entrinnen. Konnte die Verhaftung zu Hongkong nicht stattfinden, so würde es wo nicht unmöglich, doch höchst schwierig sein, sie mit irgendeiner Aussicht auf Erfolg noch vorzunehmen. Also, sagte sich fix wiederholt, während ihm in seiner Kabine die Zeit lang ward, also entweder der Verhaftsbefehl wird zu Hongkong sein und ich fasse meinen Mann ab, oder er ist noch nicht da und dann muss ich um jeden Preis seine Abreise verhindern. Ich bin mit meinem Plane zu Bombay durchgefallen und zu Calcutta. Wenn ich zu Hongkong meinen Zweck verfehle, so ist mein Ruf dahin. Koste es, was es wolle, jetzt muss ich zum Ziel. Aber was kann ich machen, um nötigenfalls die Weiterreise dieses verfluchten Fock zu hindern? Wenn alles sonst fehlschlüge, war fix entschlossen, dem Passepartout alles zu offenbaren, ihn seinen Herrn, dessen Schuld er sicherlich nicht teilte, kennenzulehren. Wäre Passepartout über den Sachverhalt aufgeklärt, so müsse er aus Besorgnis für mitschuldig angesehen zu werden, ohne Zweifel mit ihm fix gemeine Sache machen. Doch war dies immer ein gewagtes Mittel, das nur in Ermangelung jedes anderen angewendet werden dürfe. Passepartout könnte ja durch ein einziges Wort bei seinem Herrn den Handel gänzlich verderben. Der Polizeiagent war demnach in äußerster Verlegenheit, als die Anwesenheit der Mrs. Aouda an Bord des Rangoon in Gesellschaft Phileas Fox ihm eine neue Perspektive eröffnete. Wer war diese Frau? Welches Zusammenwirken von Umständen hatte sie zur Begleiterin Fox gemacht? Offenbar waren sie zwischen Bombay und Kalkutta miteinander in Verbindung gekommen. Aber auf welchem Punkte der Halbinsel? Sollte der Zufall das jugendliche Weib an Phileas Fox Seite geführt haben? Im Gegenteil war es nicht Zweck dieser Reise durch Indien, mit dieser reizenden Person zusammenzukommen, denn reizend war sie doch gewiß. Fix hatte sie im Verhörsaal zu Kalkutta wohl bemerkt. Man begreift, wie sehr der Agent von Neugierde gestachelt sein musste. Er fragte sich, ob nicht eine verbrecherische Entführung dabei im Spiele gewesen. Ja, das musste wohl der Fall sein. Dieser Gedanke setzte sich im Gehirn unseres Fix fest, und er sah wohl ein, welchen Vorteil er aus diesem Umstande ziehen konnte. Mochte diese junge Frau verheiratet sein oder nicht, eine Entführung fand statt, und es war möglich, dem Entführer zu Hongkong Verlegenheiten derart zu bereiten, dass er sich nicht durch sein Geld aus denselben herausziehen konnte. Aber man durfte nicht die Ankunft des Rangoon zu Hongkong abwarten. Dieser Fock hatte die abscheuliche Gewohnheit, aus einem Dampfboot in das andere gleichsam hinüberzuspringen, und bevor noch die Sache angefasst worden, konnte er schon in weiter Ferne sein. Es war also von Wichtigkeit, die englischen Behörden zum Voraus in Kenntnis zu setzen und die Ankunft des Rangoon zu signalisieren, bevor er aussteigen konnte. Nun war dies ganz leicht, weil das Paketboot zu Singapur Erfrischungen einnahm und Singapur durch einen Telegrafen mit der chinesischen Küste in Verbindung stand. Doch beschloss Fix, bevor er handelte, um sicherer zu gehen, Passepartout zu befragen. Er wusste, dass es nicht sehr schwer war, diesen Jungen zum Plaudern zu bringen und entschloss sich, sein bisheriges Inkognito aufzugeben. Aber es war keine Zeit zu verlieren. Es war der 31. Oktober, und am folgenden Tage sollte der Rangoon bei Singapur anlegen. Also begab sich Fix an diesem Tage aus seiner Kabine aufs Verdeck, in der Absicht, Passepartout zuerst anzureden, und zwar mit Äußerung der größten Überraschung. Passepartout spazierte eben auf dem Vorderteiler, als der Agent auf ihn zustürzte und rief, »Sie auf dem Rangoon!« »Er fix an Bord!«, erwiderte Passepartout höchlich erstaunt, als er seinen Reisegefährten auf dem Mongolia erkannte. »Wie? Ich verlasse sie zu Bombay und finde sie wieder auf dem Wege nach Hongkong? Aber sie reisen ja ebenfalls um die Erde!« »Nein, nein!«, erwiderte Fix, »und ich denke, mich zu Hongkong aufzuhalten.« »Einige Tage wenigstens.« »So«, sagte Passepartout, dem Anschein nach etwas erstaunt. »Aber wie kommt's, dass ich sie nicht seit unserer Abfahrt aus Calcutta an Bord gesehen habe?« »Wahrhaftig, ein Unwohlsein, ein wenig Seekrankheit. Ich blieb zu Bette in meiner Kabine. Ich vertrage den Golf von Bengalen nicht ebenso gut wie das Indische Meer.« »Und ihr, Herr Phileas Fogg?« »Vollkommen wohl und so pünktlich wie sein Reisebüchlein. Um keinen Tag zu spät. »Ei, er fix! Sie wissen's wohl nicht, dass wir auch eine junge Dame in unserer Gesellschaft haben.« »Eine junge Dame?«, fragte der Agent, der sich stellte, als verstehe er nicht, was sein Begleiter sagen wollte. Doch setzte ihn Passepartout bald in Kenntnis davon, was vorgegangen war. Er erzählte den Vorfall in der Pagode zu Bombay, den Ankauf des Elefanten für 2000 Pfund, wie es bei der Verbrennung herging, wie sie Aouda befreiten, wie das Tribunal zu Kalkutta sie verurteilte und gegen Kaution wieder freigab. Fix, dem die letzteren Vorfälle bekannt waren, stellte sich, als wisse er's nicht und Passepartout konnte nicht dem Reiz widerstehen, einem Zuhörer, der so viel Interesse dafür zeigte, seine Abenteuer herzuerzählen. »Aber schließlich,« fragte Fix, »hat denn Ihr Herr die Absicht, die junge Frau nach Europa mitzunehmen?« »Nein, Herr Fix, wir wollen sie nur der Obhut eines Verwandten übergeben, der ein reicher Kaufmann zu Hongkong ist.« »Nichts zu machen,« sagte sich der Detektiv, indem er seinen Ärger verbiss. »Ein Gläschen Gin, Herr Passepartout?« »Rest gern, Herr Fix!« »Zumindesten wollen wir reins auf unsere Begegnung an Bord des Rangoon trinken!« Ende von Kapitel 16 Kapitel 17 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Eva K. Siebenzehntes Kapitel Von Singapur nach Hongkong Seit diesem Tage begegneten sich Passepartout und der Polizeiagent häufig, aber derselbe beobachtete seinem Gefährten gegenüber die äußerste Rückhaltung und machte keinen Versuch, ihn zum Plaudern zu bringen. Nur ein oder zweimal bekam er Herrn Fogg flüchtig zu sehen, der gern im großen Salon des Rangoon blieb, sei es, um Mrs. Aouda-Gesellschaft zu leisten oder nach seiner unabänderlichen Gewohnheit Whist zu spielen. Passepartout war darauf gekommen, sich über den sonderbaren Zufall, dass Fix sich abermals auf dem gleichen Wege mit seinem Herrn finden ließ, ernstliche Gedanken zu machen. Und in der Tat war es mindestens zum Erstaunen. Dieser sehr liebenswürdige, gewiss recht gefällige Gentleman, mit welchem man zuerst zu Suez zusammentrifft, geht auf dem Mongolia mit zu Schiffe, steigt zu Bombay, wo er bleiben zu müssen vorgibt, aus und lässt sich zur Reise nach Hongkong wieder auf dem Rangoon finden, kurz Schritt für Schritt nach des Herrn Fogg-Reisevorschrift. Das musste nachdenklich machen. Es war wenigstens ein sonderbares Zusammentreffen. Worauf hatte Fix es abgesehen? Passepartout war bereit, seine Pantoffeln, die er als etwas Kostbares aufhob, zu verwetten, dass Fix zugleich mit ihnen Hongkong verlassen würde, vermutlich auf dem nämlichen Paketboot. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass man dem Herrn Filius Fogg als wie einem Dieb um den ganzen Erdball herum auf der Ferse folgte. Aber da es in der menschlichen Natur liegt, sich über alles eine Erklärung zu geben, so deutete sich Passepartout, dem plötzlich ein Licht aufging, die fortdauernde Anwesenheit des Fix auf folgende wirklich glaubhafte Weise. In Wirklichkeit dachte er sich, war Fix, anders war's nicht möglich, nur ein Agent, welchen des Herrn Fogg Kollegen im Reform Club ihm nachgesendet hatten, um zu konstatieren, dass die Reise regelmäßig um die Erde herum der Reisevorschrift gemäß ausgeführt würde. »Ganz offenbar«, wiederholte sich der brave Junge, der auf seinen Scharfsinn ganz stolz war, »es ist ein von jenen Gentlemen uns nachgeschickter Spion. Das ist doch unwürdig, der Rechtschaffene so ehrenhafte Erfolg durch seinen Agenten ausspüren zu lassen. Ah, meine Ehren vom Reform Club, das soll ihnen teuer zu stehen kommen.« Passepartout, der sich höchlich seiner Entdeckung freute, entschloss sich jedoch seinem Herrn nichts davon zu sagen, aus Besorgnis solches Misstrauen von Seiten seiner Gegner möge ihn beleidigen. Aber er nahm sich vor, den Fix dafür bei Gelegenheit mit verdeckten Worten und ohne sich blößen zu geben, etwas zum Besten zu haben. Am Mittwoch, den 30. Oktober nachmittags, lief der Rangoon in die Straße von Malacca ein, welche die Halbinsel dieses Namens von Sumatra scheidet. Die große Insel war den Passagieren durch kleine, sehr steile, sehr malerische Inselchen verdeckt. Am folgenden Tage um vier Uhr früh hielt der Rangoon, nachdem er einen halben Tag von der regelmäßigen Fahrt gewonnen, zu Singapur an, um sich mit Kohlen zu versehen. Phileas Fogg trug diesen Vorsprung auf die Gewinnspalte ein und begab sich diesmal ans Land, um Mrs. Aouda zu begleiten, welche gewünscht hatte, einige Stunden eine Spazierfahrt zu machen. Fix, dem jeder Schritt Foggs verdächtig schien, folgte ihm nach, ohne sich bemerkbar zu machen. Passepartout, der im Stillen über dies benehmendes Fix lachte, machte wie gewöhnlich Einkäufe. Die Insel Singapur ist weder groß noch von imponierendem Aussehen. Es fehlt ihr an Gebirg, das heißt an Bergprofilen. Doch ist sie trotz dieses Mangels reizend, sie ist ein von schönen Wegen durchschnittener Park. Mrs. Aouda und Phileas Fogg fuhren in einer hübschen Equipage mit einem Gespann eleganter, aus Neuholland eingeführter Pferde unter dichten Palmbäumen mit glänzenden Blättern, und Gewürznägelenbäume, Gebüsche von Pfeffergesträuch standen da, wie Dornhecken auf europäischen Feldern. Sargobäume und hohe Farnkräuter mit prächtigem Gezweig machten den Anblick dieser Tropengegend bunt, Muskatbäume mit lackiertem Laub tränkten die Luft mit Wohlgerüchen. Muntere, possenhafte Affen belebten das Gehölz, und vielleicht hausten auch Tiger im Schilf. Wer sich darüber wundern möchte, dass auf dieser verhältnismäßig so kleinen Insel diese reißenden Tiere nicht gänzlich ausgerottet sind, dem diene zur Antwort, dass sie die Meerenge durchschwimmend von der Halbinsel herüberkommen. Nachdem Mrs. Aouda und ihr Gefährte, der zwar schaute, aber nichts sah, zwei Stunden lang auf der Ebene herumgefahren, kehrten sie zur Stadt zurück, die aus einem ungeheuern Haufen plumper und platter Häuser besteht, umgeben von reizenden Gärten, mit Mangusten, Ananas und allen besten Früchten der Welt. Um zehn Uhr kamen sie wieder zum Paketboot, stets unvermerkt von dem Agenten begleitet, der ebenfalls sich hatte mit einer Equipage in Kosten stecken müssen. Passepartout erwartete sie auf dem verdecktes Rangoon. Der wackere Bursche hatte einige Dutzend Manguste gekauft von der Größe mittlerer Äpfel, außen dunkelbraun, innen grellrot mit einer weißen Frucht, die zwischen den Lippen schmelzend die echtesten Feinschmecker erquickt. Passepartout schätzte sich glücklich, sie der Mrs. Aouda anbieten zu können, und sie dankte ihm mit vieler Grazie. Um elf Uhr hatte der Rangoon seine Kohlenladung eingenommen, lichtete die Anker und nach einigen Stunden schwanden den Passagieren die hohen Berge von Malacca aus dem Gesicht, in deren Wäldern die schönsten Tiger der Welt hausen. Singapur ist noch ungefähr 1300 Meilen von der Insel Hongkong entfernt, einem kleinen Fleck englischen Landes, der von der chinesischen Küste getrennt ist. Phileas Fogg hatte nötig, diese Strecke in höchstens sechs Tagen zurückzulegen, um zu Hongkong das Dampfboot benutzen zu können, welches am 6. November nach Yokohama, einem der bedeutendsten Häfen Japans, abging. Der Rangoon war stark beladen. Es waren zu Singapur zahlreiche Passagiere eingestiegen, Hindu, Zailonesen, Chinesen, Malayan, Portugiesen, welche zum größten Teil auf dem zweiten Platz fuhren. Die bisher ziemlich gute Witterung änderte sich mit dem letzten Mondviertel. Die See ging hoch und der Wind wehte manchmal stark, aber glücklicherweise aus Südosten, wodurch die Fahrt gefördert wurde. Wenn es tunlich war, ließ der Kapitän die Segel aufspannen. Der Rangoon als Brick getakelt, fuhr oft mit seinen beiden Mastsegeln und dem Focksegel, und seine Schnelligkeit wurde durch die doppelte Wirkung des Dampfes und des Windes verstärkt. Auf diese Weise fuhr man auf gebrochenen Wellen bisweilen mit Anstrengung längs den Küsten von Anam und Cochinchina. Aber der Fehler lag weit mehr am Rangoon als am Meer, und dem Paketboot hatten die Passagiere, welche meist krank wurden, die Schuld dieser Beschwerden zuzuschreiben. In der Tat leiden die Schiffe der Peninsula Company, welche die Meere Chinas befahren, an einem ernstlichen Fehler im Bau. Das Verhältnis ihrer Wassertracht bei Beladung zu ihrem Hohl war nicht richtig berechnet, und daher bieten sie dem Meere nur schwachen Widerstand. Ihr geschlossener, dem Wasser nicht zugänglicher Raum ist unzureichend. Sie gehen zu tief im Wasser und infolge dieser Beschaffenheit reichen schon einige Wurf Meerwasser hin, um ihren Lauf zu ändern. Daher musste man der üblen Witterung wegen große Vorsicht anwenden. Manchmal musste man beilegen, bei geringem Dampf, ein Zeitverlust, welcher auf Phileas Fogg gar keinen Eindruck zu machen schien, während Passepartout dadurch äußerst aufgeregt wurde. Dann machte er dem Kapitän, dem Maschinisten, der Company Vorwürfe. »Aber Sie haben doch gar zu sehr Eile, nach Hongkong zu kommen,« fragte ihn einst der Detective Fix. »Jawohl«, erwiderte Passepartout. »Meinen Sie, dass Herr Fogg zu eilen hat, um auf das Paketboot nach Yokohama zu kommen?« »Er schrecklich zu eilen.« »Sie glauben also jetzt an die seltsame Reise um die Erde?« »Durch, schau's.« »Und Sie, er fix?« »Ich?« »Ich glaube nicht daran.« »Bossenreißer«, versetzte Passepartout und blinzelte mit den Augen. Dieses Wort machte dem Agenten Gedanken. Diese Bezeichnung beunruhigte ihn, ohne dass er recht wusste, weshalb. Hatte der Franzose ihn durchschaut? Er wusste nicht, was er davon zu halten hatte. Aber wie hätte Passepartout seine Eigenschaft als Detektiv, wovon niemand sonst etwas wusste, entdecken können? Und doch musste Passepartout, indem er sich so ausdrückte, sicherlich einen Hintergedanken haben. Es traf sich sogar, dass der wackere Junge ein andermal noch weiterging, aber es überwältigte ihn, er konnte seine Zunge nicht bemeistern. »Sehen Sie, Herr Fix,« fragte er ihn mit schelmischem Tone, »werden wir, wenn wir zu Hongkong sind, so unglücklich sein, Ihre Begleitung zu verlieren?« »Nun«, erwiderte Fix in Verlegenheit, »ich weiß nicht, vielleicht das...« »Ah«, sagte Passepartout, »wenn Sie in unserer Gesellschaft blieben, das wäre für mich ein Glück. Sehen Sie, ein Agent der Peninsular Company könnte sich unterwegs nicht aufhalten. Sie wollten nur nach Bombay, und nun sind wir bald in China, von da nach Amerika ist nicht weit, und aus Amerika nach Europa ist jetzt nur ein Schritt.« Fix sah seinen Genossen scharf an, und dieser zeigte ihm das liebenswürdigste Gesicht von der Welt, und er lachte mit ihm. Dieser aber in guter Laune fragte ihn, ob ihm dieses Geschäft viel eintrage. »Ja und nein«, erwiderte Fix, ohne eine Miene zu verziehen, »es gibt gute und schlechte Geschäfte, aber sie begreifen wohl, ich reise nicht auf eigene Kosten.« »Oh, in der Insicht, das glaub ich wohl«, rief Passepartout und lachte noch heller. Als diese Unterhaltung zu Ende war, begab sich Fix in seine Kabine und sann über die Sache nach. Offenbar war er durchschaut. Auf irgendeine Weise hatte der Franzose seine Eigenschaft als Detektiv erkannt. »Aber hatte er dies seinem Herrn mitgeteilt? Welche Rolle spielte er bei alledem? War er mitschuldig oder nicht? War die Sache ausgewittert und folglich verfehlt?« Der Agent verbrachte so einige peinliche Stunden, indem er bald alles für verloren hielt, bald hoffte Fogg wisse nichts davon, schließlich ohne zu wissen, was er tun soll. Inzwischen wurde sein Gehirn wieder ruhig und er entschloss sich, offen mit Passepartout zu reden. Fände er sich in der gewünschten Lage, um Herrn Fogg zu Hongkong verhaften zu können und schickte sich Herr Fogg an, nun gänzlich das englische Gebiet zu verlassen, so wollte er fix alles dem Passepartout heraussagen. Entweder der Diener war Mitschuldiger seines Herrn und dieser wusste alles und dann war alles gänzlich verdorben, oder der Diener war bei dem Diebstahl nicht beteiligt, dann lege es in seinem Interesse, sich von dem Diebe loszusagen. So standen also diese beiden Männer zueinander und über ihnen schwebte Filius Fogg in majestätischem Gleichmut. Er vollendete regelrecht seine Kreisbahn um die Erde, ohne sich um die Asteroiden, die um ihn gravitierten, zu kümmern. Und doch befand sich in der Nähe, um einen astronomischen Ausdruck zu gebrauchen, ein störendes Gestirn, welches auf das Herz dieses Gentleman einigermaßen hätte beunruhigend wirken müssen. Aber nein! Zu großem, befremden Passepartous wirkten Mrs. Aoudas Reize gar nicht, und wenn Störungen stattfanden, so wären sie schwerer zu berechnen gewesen als die des Uranus, welche die Entdeckung des Neptun veranlassten. Ja, Passepartout staunte täglich von Neuem, wenn er in den Augen der jungen Frau so viel dankbare Hingebung gegen seinen Herrn las. Ganz gewiss hatte Filius Fogg nur so viel Herz, als erforderlich war, um sich heroisch zu benehmen, aber für Liebesgefühle nicht. Von Besorgnissen, welche die Wechselfälle dieser Reise in ihm hervorrufen konnten, keine Spur. Aber Passepartout selbst lebte in steten Ängsten. Einmal sah er bei einer heftigen Stampfbewegung Dampf aus den Klappen herausdringen. Da rief er zornig, »Die Klappen sind nicht gehörig beschwert. Man kommt nicht vorwärts. Seht da die Engländer! Auf einem amerikanischen Schiffe flöge man vielleicht in die Luft, aber man führe auch rascher!« Ende von Kapitel 17 Kapitel 18 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne »Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain«, aufgenommen von Eva K. »Achtzehntes Kapitel«, »Filiers Volk, Passepartout und Fix bekommen alle zu tun.« Während der letzten Tage der Fahrt war das Wetter schlimm. Sehr starker Wind, der standhaft aus Nordwest wehte, hemmte den Lauf des Paketbootes. Allzu unstet schwankte der Rangoon beständig, und die Passagiere durften wohl diesen langen, übel befinden, erregenden Wellen grollen, welche der Wind von der hohen See aus herbeitrieb. Während des 3. und 4. November war's eine Art Sturm. Windstöße peitschten heftig das Meer. Der Rangoon mußte einen halben Tag lang beilegen, bei nur zehn Schraubenschlägen mit den Wellen lavieren. Alle Segel waren eingezogen, und es war noch allzu viel Takelwerk, das mitten in den Windstößen pfiff. Natürlich wurde die Schnelligkeit des Paketbootes dadurch bedeutend vermindert, und man konnte annehmen, dass es zu Hongkong um zwanzig Stunden nach der vorschriftsmäßigen Zeit anlangen würde und noch später, wenn sich der Sturm nicht legte. Phileas Fogg verhielt sich bei diesem Anblick eines wütenden Meeres, welches direkt gegen ihn zu kämpfen schien, mit seiner gewöhnlichen Gemütsruhe. Seine Stirne ward nicht einen Augenblick finster, und doch konnte eine Verspätung um zwanzig Stunden seinen Reisezweck verderben, indem er die Abfahrt des Paketbootes nach Yokohama verfehlte. Aber dieser nervenlose Mann empfand weder Ungeduld noch Unlust. Es schien wahrhaftig, als sei dieser Sturm in seinem Programm vorgesehen. Mrs. Aouda, die sich mit ihrem Gefährten über dies Unwetter unterhielt, fand ihn ebenso gleichmütig wie zuvor. Fix sah diese Dinge nicht mit demselben Auge an. Im Gegenteil hatte er gefallen an dem Sturme. Es hätte ihm eine unendliche Befriedigung gewährt, wäre der Rangoon genötigt gewesen, vor dem Sturme zu fliehen. Alle diese Verspätungen waren ihm Wasser auf seiner Mühle, denn sie konnten den Herrn Fogg nötigen, einige Tage zu Hongkong zu verweilen. Endlich! Der Himmel mit seinen Stürmen und Windstößen war ihm günstig. Zwar war er ein wenig unwohl, aber daran lag nichts, wenn auch sein Körper an der Seekrankheit litt, sein Geist jubelte mit unendlicher Befriedigung. Es lässt sich denken, wie Passepartout diese Zeit in unverhohlenem Zorn hinbrachte. Bisher war alles so gut gegangen. Land und Meer schienen seinem Herrn ergeben zu sein. Dampfer und Eisenbahnen folgten seinem Willen. Die Winde wirkten vereint mit der Dampfkraft zugunsten seiner Reise. War nun endlich die Zeit des Verrechnens gekommen? Passepartout, als wenn die 20.000 Pfund der Wette aus seiner Börse gezahlt werden müssten, war wie vernichtet. Der arme Junge! Fix verhehlte ihm sorgfältig seine persönliche Befriedigung und tat wohl daran, denn hätte Passepartout seine stille Befriedigung wahrgenommen, so hätte er es ihn arg empfinden lassen. Passepartout blieb während der ganzen Dauer des Sturmes auf dem Verdeck des Rangoon. Unten hätte er nicht bleiben können. Er kletterte in das Mastenwerk und setzte die Bootsleute in Erstaunen, als er so gewandt wie ein Affe zur Hilfe war. Hundertmal fragte er den Kapitän, die Offiziere, die Matrosen, die sich des Lachens nicht erwehren konnten, als sie den Burschen so außer Fassung sahen. Passepartout wollte durchaus wissen, wie lange das Unwetter dauern würde. Man verwies ihn an den Barometer, der sich nicht entschließen konnte, zu steigen. Passepartout schüttelte den Barometer, aber es half nichts. Endlich legte sich der Sturm. Der Zustand des Meeres änderte sich im Laufe des 4. November. Der Wind sprang um und ward wieder günstig. Mit der Witterung ward auch Passepartout wieder heiter. Es wurden wieder alle Segel aufgehisst, und der Rangoon setzte seinen Weg mit erstaunlicher Schnelligkeit fort. Aber es ließ sich nicht alle verlorene Zeit wieder einbringen. Man musste wohl sich darein ergeben, und erst am 6. um 5 Uhr morgens wurde das Land signalisiert. Phileas Fawkes Reisebüchlein hatte die Ankunft des Pagetbootes auf den 5. angesetzt, und es kam erst am 6. an. Das war also eine Verspätung um 24 Stunden, und die Weiterreise nach Yokohama muss notwendig verfehlt sein. Um 6 Uhr kam der Lotse an Bord des Rangoon und nahm seinen Platz auf dem Steg, um das Fahrzeug durch die Fahrwasser bis zum Hafen von Hongkong zu leiten. Passepartout war äußerst verlangend, diesen Mann zu befragen, ob das Paketboot für Yokohama von Hongkong bereits abgefahren sei, aber er getraute sich nicht und wollte lieber ein wenig Hoffnung bis zum letzten Augenblicke festhalten. Er hatte fix seine Besorgnisse mitgeteilt, und der listige Fuchs versuchte ihn zu trösten durch die Mitteilung, dass Herr Fogg nur das nächste Boot zu nehmen brauche. Das versetzte Passepartout in äußersten Zorn. Aber getraute auch Passepartout nicht den Lotsen zu befragen, so fragte ihn Herr Fogg, nachdem er in seinem Bradshaw nachgesehen mit ruhiger Miene, ob er wisse, wann ein Boot von Hongkong nach Yokohama abgehe. Morgen früh mit der Flut, erwiderte der Lotse. Ah, sagte Herr Fogg, ohne seine Überraschung kundzugeben. Passepartout, der zugegen war, hätte Lust gehabt, den Lotsen zu umarmen, und fix hätte ihm gern den Hals umgedreht. Wie heißt dieser Dampfer? fragte Herr Fogg. Carnatic, versetzte der Lotse. Sollte er nicht schon gestern abfahren? Ja, mein Herr, aber es musste einer seiner Kessel repariert werden, und seine Abfahrt wurde auf morgen verschoben. Ich danke Ihnen, erwiderte Herr Fogg und begab sich mit automatischem Schritt in den Salon des Rangoon. Passepartout drückte dem Lotsen kräftig die Hand und sagte, Sie sind ein wackerer Mann. Der Lotse begriff wohl nicht, weshalb seine Antworten ihm diese Freundschaftsbezeugungen eintrugen. Er pfiff und stieg auf den Steg, um das Paketboot mitten durch die Flotteje von Jonken, Tanken, Fischerbarken und Fahrzeugen aller Art, wovon die Engen von Hongkong wimmelten, zu geleiten. Um ein Uhr befand sich der Rangoon am Cay, und die Passagiere stiegen aus. Bei diesem Umstande kam Herrn Fogg offenbar der Zufall trefflich zu statten. Ohne diese notwendige Reparatur der Kessel wäre der Carnatic am 5. November abgefahren und die Passagiere nach Japan hätten acht Tage auf die Abfahrt des nächsten Bootes warten müssen. Herr Fogg war nun zwar um 24 Stunden zurück, aber diese Verspätung blieb ohne Einfluss auf den übrigen Teil der Reise. Der Dampfer, welcher die Fahrt von Yokohama nach San Francisco durchs stille Meer machte, stand mit dem Paketboote von Hongkong in direkter Verbindung, so dass er vor dessen Ankunft nicht abfahren durfte. Offenbar hätte nun zu Yokohama bereits eine Verspätung um 24 Stunden stattgefunden, die ließ sich jedoch während der 22 Tage der Fahrt durchs stille Meer leicht wieder einbringen. Diese 24 Stunden abgerechnet befand sich also Herr Fogg 35 Tage nach seiner Abfahrt aus London in Übereinstimmung mit seinem Programm. Da der Carnatic erst um 5 Uhr des folgenden Tages abfuhr, so hatte Herr Fogg 16 Stunden Zeit für seine Geschäfte, das heißt in Betreff der Mrs. Aouda. Beim Aussteigen bot er der jungen Frau seinen Arm und führte sie zu einem Palankin. Die Träger bezeichneten ihm das Hotel des Club zum Einkehren. Passepartout ging hinter dem Palankin drein und nach 20 Minuten kamen sie im Gasthofe an. Es wurde für die junge Frau eine Wohnung genommen und Phileas Fogg sorgte dafür, dass ihr nichts mangelte. Hierauf sagte er ihr, er wolle unverzüglich ihre Verwandten aufsuchen, deren Obhut er sie zu Hongkong überlassen sollte. Währenddessen musste Passepartout im Hotel seine Rückkehr abwarten, um die junge Frau nicht allein zu lassen. Der Gentleman ließ sich auf die Börse führen, wo ein Mann wie der honorable J.G., der zu den reichsten Kaufleuten der Stadt gehörte, unfehlbar gekannt sein musste. Der Sensal, an welchen Herrn Fogg sich wendete, kannte auch wirklich den parsischen Kaufmann, aber seit zwei Jahren wohnte derselbe nicht mehr in China. Nachdem er sich ein Vermögen gemacht, hatte er sich in Europa etabliert. In Holland, glaubte man, weil er während seiner kaufmännischen Tätigkeit in zahlreichen Verbindungen mit diesem Lande gestanden hatte. Als Phileas Fogg ins Hotel zurückkam, ließ er sich sogleich bei Mrs. Aouda zum Besuch anmelden und teilte ihr dann mit, dass der honorable J.G. nicht mehr zu Hongkong, vermutlich in Holland, wohne. Mrs. Aouda antwortete darauf nicht sogleich. Sie strich mit der Hand über ihre Stirne und besann sich eine kleine Weile. Nachher sprach sie mit sanfter Stimme. Was soll ich nun anfangen, Herr Fogg? Das liegt auf der Hand, sagte der Gentleman, mit nach Europa gehen. Aber das wäre Missbrauch. Kein Missbrauch und ihre Anwesenheit stört mein Programm durchaus nicht. Passepartout? Zu dienen, mein Herr? Gehen Sie auf den Carnatic und nehmen Sie drei Kabinen. Passepartout war höchlich erfreut, dass die Reise in Gesellschaft der jungen Frau, die gegen ihn sehr freundlich war, fortgesetzt wurde und ging sogleich seinen Auftrag auszurichten. Ende von Kapitel 18 Kapitel 19 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 19. Kapitel Passepartout nimmt zu lebhaften Anteil an seinem Herrn. Hongkong ist nur ein Inselchen, das im Vertrag von Nanking nach dem Kriege von 1842 den Engländern als Eigentum eingeräumt wurde. In einigen Jahren schuf dort das Kolonisationsgenie Großbritanniens eine bedeutende Stadt mit dem Hafen Victoria. Die Insel liegt an der Mündung des Kantonflusses nur 60 Meilen von der portugiesischen Stadt Macao, die auf dem anderen Ufer sich befindet. Es konnte nicht fehlen, dass Hongkong in einem Handelswettkampf über Macao den Sieg davon trug und bereits ist der chinesische Transithandel zum größten Teil über die englische Stadt geleitet. Docks, Spitäler, Werfte, Lagerhäuser, eine gotische Kathedrale, ein Regierungsgebäude, makadamisierte Straßen, alles gibt der Kolonie wie das Aussehen, als sei eine der Handelsstädte der Grafschaft Kent oder Surrey über den Erdball wandernd nach China hierhin fast zu den Antipoden verpflanzt. Passepartout schlenderte die Hände in den Taschen nach dem Hafen Victoria zu und besah sich die Palanquin, Schubkarren mit Segeln, die im himmlischen Reiche noch beliebt sind und diese ganze Masse von Chinesen, Japanesen und Europäern, welche sich in den Straßen drängte. Fast fand er auf seinem Gange noch einmal Bombay, Kalkutta oder Singapur. So gibt's eine Kette von englischen Städten rings um die Erde herum. Passepartout kam im Hafen Victoria an bei der Mündung des Kantonflusses. Da war ein Gewühl von Schiffen aller Nationen, Engländern, Franzosen, Amerikanern, Holländern, Kriegs- und Handelsfahrzeugen, japanischen oder chinesischen Barken, Jonken, Sempas, Tankas und sogar schwimmende Blumenbeete. Beim Weitergehen bemerkte Passepartout eine Anzahl Eingeborener in gelber Kleidung, alle schon hochbetagt. Als er in eine chinesische Barbierstube trat, um sich nach chinesischer Mode rasieren zu lassen, hörte er von dem Figaro, der ziemlich gut Englisch sprach, dass diese Kreise sämtlich mindestens achtzig Jahre alt waren und dass sie in diesem Alter das Recht bekamen, sich in Gelb, welches die kaiserliche Farbe ist, zu kleiden. Als sein Bart fertig war, begab er sich an den Cay, wo der Carnatic zum Einschiffen lag. Hier gewahrte er Fix, der da behaglich spazierte, was ihm nicht gerade zum Verwundern war. Aber dem Polizeiagenten konnte man's an seinem Gesichter ansehen, welchen Ärger er empfand. Gut, sagte sich Passepartout, es steht schlecht für die Gentleman des Reformclubs. Und er trat mit heitem Lächeln zu Fix heran, ohne dass er dessen ärgerliche Miene bewerken wollte. Nun hatte der Agent guten Grund, dem höllischen Unstern, der ihn verfolgte, zu fluchen. Noch kein Verhaftsbefehl. Offenbar lief der hinter ihm drein und konnte nur dann ihn einholen, wenn er einige Tage in dieser Stadt verweilte. Und da Hongkong die letzte englische Station auf der ganzen Rundreise war, so musste der Herr Fogg ihm unerreichbar entwischen, wenn es ihm nicht gelang, ihn hier zurückzuhalten. Nun, Herr Fix, Sie sind entschlossen, uns bis nach Amerika Gesellschaft zu leisten? fragte Passepartout. Ja, brummte Fix in den Bart. Nun, so kommen Sie, rief Passepartout mit hellem Lachen. Ich dachte mir's ja, dass es Ihnen nicht möglich sein würde, sich von uns zu trennen. Kommen Sie mit, Ihren Platz zu nehmen? Und sie gingen miteinander ins Büro der Seefahrten und nahmen Kabinen für vier Personen. Aber der Beamte bemerkte ihnen, dass da die Reparatur des Carnetik schon fertig sei, das Paketboot noch den nämlichen Abend um acht Uhr abfahren würde und nicht erst am folgenden Morgen wie angekündigt worden war. Recht schön, erwiderte Passepartout, das wird mein R schon einrichten, ich will Sie melden. Jetzt entschloss sich Fix zu einem äußersten Schritt, nämlich dem Passepartout alles herauszusagen. Er meinte darin nur noch das einzige Mittel zu finden, um Phileas Fogg einige Tage zu Hongkong aufzuhalten. Wie sie aus dem Büro herauskamen, bot Fix seinem Gefährten an, in einer Schenkbude ein Glas mit ihm zu trinken. Passepartout hatte noch Zeit, er nahm also die Einladung an. Am Kei stand eine solche Schenke, die einladend aussah. Sie gingen miteinander hinein. Es war ein geräumiger, hübsch ausgeschmückter Saal, in dessen Hintergrunde ein Feldbett mit Polstern stand, worauf eine Anzahl Schläfer der Reihe nach lagen. Etwa dreißig Gäste saßen in dem großen Saale um Tische von geflochtenem Bambus. Einige leerten Flaschen Ale oder Porter, andere Gläser gebrannten Wassers Gin oder Brandwein. Zudem rauchten die meisten aus langen irdenen roten Pfeifen voll Opium Kügelein, die mit Rosenwasser getränkt waren. Darauf nach einiger Zeit glitt ein Raucher nach dem anderen benebelt unter den Tisch und die Kellner fassten ihn dann beim Kopf und den Füßen und schleppten ihn auf das Feldbett neben einen Kameraden. So lagen bereits etwa zwanzig solcher Trunkenbolde nebeneinander in einem viehischen Zustande. Fix und Passepartout sahen, dass sie in eine Tabaksbude geraten waren, die von solchen elenden, stumpfsinnigen, abgemagerten Dummköpfen besucht wurde, welchen das erwerbsüchtige England jährlich für mehr als 200 Millionen Mark von dem verderblichen Opium verkauft. Unglückselige Millionen, die einem der heillosesten Laster der menschlichen Natur abgewonnen wurden. Die chinesische Regierung hat wohl einem solchen Missbrauch durch die strengsten Gesetze zu steuern versucht, aber vergeblich. Früher waren für den Gebrauch des Opiums die reicheren Klassen allein förmlich bevorrechtet, nun ist er bis zu den niedersten Ständen vorgedrungen und seine Verheerungen waren nicht mehr aufzuhalten. Das Opiumrauchen ist in dem Reich der Mitte überall verbreitet. Männer wie Weiber geben sich diesem beklagenswerten Hang hin und wenn sie an das Einschlürfen dieses Giftes gewöhnt sind, können sie demselben nicht mehr entsagen oder sie bekommen schreckliche Magenkrämpfe. Ein tüchtiger Raucher schmaucht täglich bis zu acht Pfeifen, aber binnen fünf Jahren ist er auch des Todes. In solch eine Rauchbude nun, wie sie da in Menge stehen, gerieten Fix und Passepartout in der Absicht, eine Erfrischung zu nehmen. Passepartout hatte kein Geld bei sich, aber er nahm gern die Freundlichkeit seines Gefährten an, um sich dann seiner Zeit zu revanchieren. Man verlangte zwei Flaschen Portwein, denen sodann der Franzose tüchtig zusprach, während Fix mit mehr Zurückhaltung seinen Kameraden sehr scharf beobachtete. Man plauderte von diesem und jenem und besonders davon, dass Fix den vortrefflichen Gedanken bekam, auf dem Carnetic mitzufahren. Als die Flaschen geleert waren, stand Passepartout auf, um seinen Herrn zu benachrichtigen, dass die Abfahrt desselben einige Stunden früher stattfinden sollte. Fix hielt ihn zurück. Einen Augenblick, sagte er. Was wollen Sie, Herr Fix? Ich habe etwas Ernstes mit Ihnen zu reden. Etwas Ernstes, rief Passepartout und leerte die letzten Tröpfchen aus seinem Glase. Nun, davon reden wir morgen. Heute habe ich keine Zeit dazu. Bleiben Sie, erwiderte Fix, es handelt sich um Ihren Herrn. Passepartout sah bei diesem Wort seinen Kameraden scharf an. Es kam ihm vor, als mache Fix dabei ein sonderbares Gesicht und er setzte sich wieder hin. Was haben Sie mir denn zu sagen? fragte er. Fix legte seine Hand auf den Arm seines Genossen und sprach halblaut, Sie haben geraten, wer ich bin? fragte er. Den Teufel ja, sagte Passepartout mit Lachen. Nun, so will ich Ihnen alles heraus sagen. Jetzt, da ich alles weiß, Gevatter, ah, das ist so stark nicht, kurz nur immer zu, aber zuvor lassen Sie mich Ihnen sagen, dass diese Gentlemen sich vergebliche Kosten gemacht haben. Vergeblich, sagte Fix, Sie sprechen davon auf eine eigene Art, man sieht wohl, Sie wissen nicht, wie bedeutend die Summe ist, um die sich's handelt. Doch ja, versetzte Passepartout, 20.000 Pfund. 55.000, erwiderte Fix und drückte dem Franzosen die Hand. Wie, rief Passepartout, Erfolg hätte gewagt, 55.000. Pfund. Nun denn, um so mehr ein Grund, keinen Auge im Blick zu verlieren, fügte er bei und stand abermals auf. 55.000 Pfund fuhr Fix fort und nötigte Passepartout zum Sitzen, wofür er eine Flasche Brandwein bestellte, und wenn ich zum Ziel komme, gewinne ich einen Preis von 2000 Pfund. Wollen Sie 500 davon, dafür, dass Sie mir dazu behilflich sind? Ihnen behilflich sein? rief Passepartout und riss seine Augen übermäßig auf. Ja, mir behilflich sein, um den Herrn Fogg einige Tage in Hongkong zurückzuhalten. Was meinen Sie, sagte Passepartout, also nicht zufrieden, meinem Herrn aus Misstrauen in seine Ehrlichkeit einen Begleiter beizugeben? Wollen die Ehren ihm auch noch in der Nisse bereiten? Ich schäme mich um Ihret Willen. Was meinen Sie damit? fragte Fix. Ich meine, das ist doch eine grobe Sache, Herrn Fox so auszuziehen, sein Geld aus der Tasche zu nehmen. Ei, jawohl, rechnen wir darauf, das zu erreichen. Aber das ist ja ein Interalt, schrie Passepartout, der durch den Brandwein, welchen Fix ihm einschenkte, immer hitziger ward. Ein Interalt von Gentlemen, von Kollegen. Fix begriff das nicht mehr. Von Kollegen, rief Passepartout, von Mitgliedern des Reformclubs. Wissen Sie, er Fix, mein R ist ein rechtschaffener Mann, und wenn er eine Wette gemacht hat, denkt er sie redlich zu verdienen. Aber für wen halten Sie mich denn? fragte Fix und sah Passepartout fest ins Auge. Zum Enker für einen Agenten der Mitglieder des Reformclubs, mit dem Auftrag, die Reise meines Ehren zu kontrollieren, was doch recht demütigend ist. Darum habe ich auch, obwohl es schon seit einiger Zeit erraten aber, wer sie sind, dem Ernst Fogg ja nichts davon gesagt. Er weiß nichts davon? fragte Fix lebhaft. Nichts, erwiderte Passepartout und leerte sein Glas nochmals. Der Polizeiagent fuhr mit der Hand über seine Stirn und zögerte, weiterzureden. Was sollte er jetzt tun? Passepartouts Irrtum schien aufrichtig, aber er machte die Ausführung seines Vorhabens schwieriger. Offenbar sprach dieser Bursche durchaus ehrlich und war kein Mitschuldiger seines Herrn, was Fix hätte befürchten mögen. Nun, sagte er zu sich, da er nicht mitschuldig ist, wird er auch mir behilflich sein. Der Detektiv hatte abermals seinen Entschluss gefasst. Übrigens hatte er keine Zeit mehr abzuwarten, Herr Fogg musste um jeden Preis zu Hongkong aufgehalten werden. Hören Sie mich an, sagte Fix halblaut, hören Sie mich recht an, ich bin nicht, wofür Sie mich halten, das heißt, ein Agent von Mitgliedern des Reform Clubs. Bah, sagte Passepartout und sah ihm spöttisch ins Gesicht. Ich bin Polizei Agent, mit Auftrag von der Regierung zu London. Sie Polizei Agent? Ja, und ich beweise es, fuhr Fix fort, hier meine Kommissions Urkunde. Und der Agent holte ein Papier aus seiner Brieftasche und zeigte seinem Begleiter eine vom Direktor der Zentralpolizei unterzeichnete Kommission. Passepartout ganz verdutzt schaute Fix an, ohne ein Wort vorbringen zu können. Die Wette des Herrn Fogg, fuhr Fix fort, ist nur ein Vorwand, womit Sie an der Nase geführt werden, Sie, stammt den Kollegen des Reform Clubs, denn es war ihm darum zu tun, sich ihrer unbewussten Teilnahme zu versichern. Aber weshalb, rief Passepartout? Hören Sie, am 28. September wurde auf der Bank von England von einem Individuum, dessen Signalement aufgenommen werden konnte, ein Diebstahl von 55.000 Pfund verübt. Nun sehen Sie, dies Signalement passt Zug für Zug auf Herrn Fogg. Gehen Sie mir weg, rief Passepartout und schlug mit kräftiger Faust auf den Tisch. Mein Herr ist der ehrlichste Mann auf der Welt. Woher wissen Sie das, erwiderte Fix. Sie kennen ihn gar nicht. Sie sind erst am Tage seiner Abreise bei ihm eingetreten und er ist über Hals und Kopf unter einem verrückten Vorwande abgereist, ohne Koffer, mit einer ungeheuern Summe Banknoten und Sie getrauen sich, ihn einen ehrlichen Menschen zu heißen? Ja, ja, sagte mechanisch der arme Junge wiederholt. Wollen Sie als sein Kopf in beide Hände? Er war nicht mehr zu kennen, wagte dem Polizeiagenten nicht ins Angesicht zu sehen. Phileas Fork, ein Dieb, der Retter Aoudas, der edle, wackere Mann. Und doch, welche Verdachtsgründe gegen ihn, Passepartout versuchte, die in seinen Geist schleichenden Verdachtsgründe abzuweisen, wollte nicht an die Schuld seines Herrn glauben. Schließlich, was wollen Sie von mir? sagte er zu dem Polizeiagenten, indem er sich zusammennahm. Das will ich Ihnen sagen, ich bin dem Herrn Fork bis hierher nachgeschlichen, aber noch nicht im Besitz des Verhaftsbefehls, den ich aus London begehrt habe. Sie müssen daher mir behilflich sein, ihn zu Hongkong aufzuhalten. Ich soll und ich teile mit Ihnen den von der englischen Bank ausgesetzten Preis von zweitausend Pfund. Niemals, erwiderte Passepartout, der aufstehen wollte und wieder zurück sank, da ihm sein Verstand und seine Kräfte miteinander schwanden. Er fix, sprach er stammelnd, sollte auch alles, was Sie mir gesagt haben, wahr sein. Wäre wäre mein Er auch der Dieb, welchen Sie suchen, was ich nicht zugebe. Ich bin in seinem Dienst, bis er wie jetzt, habe ihn als gut und edelmütig kennengelernt, ihn verraten, niemals, nein, für alles Gold in der Welt nicht. Ich bin aus einem Dorfe, wo man solches Brot nicht isst. Sie weigern sich? Ja. Tun wir, als hätte ich nichts gesagt, erwiderte Fix, und trinken noch eins. Ja, trinken wollen wir. Passepartout fühlte mehr und mehr sich von Trunkenheit bemeistert. Fix, der ihn um jeden Preis von seinem Herrn trennen wollte, suchte mit ihm fertig zu werden. Auf dem Tische lagen einige mit Opium gestopfte Pfeifen. Fix gab dem Passepartout unvermerkt eine in die Hand, er nahm sie, hielt sie an seine Lippen, zündete sie an, tat einige Züge und sank betäubt mit schwerem Kopfe zurück. Schließlich, sagte Fix, als er den Passepartout bewusstlos sah, der Herr Fogg wird nicht mehr zeitig von der Abfahrt des Carnatic in Kenntnis gesetzt. Und wenn er abreißt, geschieht es wenigstens ohne diesen verfluchten Franzosen. Darauf bezahlte er die Zeche und ging weg. Ende von Kapitel 19 Kapitel 20 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. Zwanzigstes Kapitel Fix tritt zu Phileas Fogg in unmittelbare Beziehung Während dieser Szene die vielleicht so große Gefahr in nahem Gefolge hatte, ging Herr Fogg in Begleitung von Mrs. Aouda in den Straßen der englischen Stadt spazieren. Seit dieselbe sein Erbieten sie bis nach Europa zu bringen angenommen hatte, musste er an verschiedene weitere Reisebedürfnisse denken. Dass ein Engländer seiner Art mit einem Reisesacke in der Hand eine Rundreise um die Erde herum mache, geht wohl an, aber eine Frau konnte es nicht ebenso. Herr Fogg entledigte sich dieser Aufgabe mit der ihm eigenen Seelenruhe und hatte auf alle Entschuldigungen oder Einwände der jungen Witwe, die durch so viele Gefälligkeiten sich beschämt fühlte, nur die einzige Erwiderung »Es ist zum Vorteil meiner Reise, es liegt in meinem Programm.« Als die Einkäufe gemacht waren, kehrten Herr Fogg und die junge Frau in das Hotel zurück und speisten an der Table dot die köstlichen Gerichte. Darauf begab sich Mrs. Aouda, die etwas müde war in ihr Gemach, nachdem sie ihrem gemütsruhigen Retter auf Englisch die Hand gedrückt. Den ganzen übrigen Teil des Abends war der Ehrenwerte Gentleman in die Lektüre der Times und der Illustrated London News vertieft. Wäre er imstande gewesen, über irgendetwas in Staunen zu geraten, so musste es der Umstand sein, dass er zur Zeit des Schlafengehens seinen Diener nicht erscheinen sah. Aber da er wusste, dass das Paketboot nach Yokohama nicht vor dem folgenden Morgen von Hongkong abging, machte es ihm weiter keine Gedanken. Als er am folgenden Morgen anläutete, ließ Passepartout sich nicht sehen. Was der ehrenwerte Gentleman dachte, als er erfuhr, dass sein Diener nicht ins Hotel zurückgekehrt war, hätte niemand sagen können. Herr Fock nahm seinen Reisesack, ließ Mrs. Aouda benachrichtigen und schickte nach einem Palankin. Es war damals acht Uhr und die Höhe der Flut, welche der war auf halb zehn angesagt. Als der Palankin an dem Tore des Hotels ankam, stiegen Herr Fock und Mrs. Aouda in dies bequeme Beförderungsmittel ein und das Gepäck fuhr auf einem Schubkarren hinter drein. Nach einer halben Stunde stiegen die Reisenden an dem Einschiffungs Cay aus und erfuhren hier, dass der Carnetic bereits am Abend zuvor abgefahren sei. Herr Fock, welcher darauf gerechnet hatte, das Paketboot und seinen Diener miteinander zu finden, musste nun auf beide verzichten. Aber man sah kein Zeichen von Ärgerlichkeit auf seinem Angesicht und da Mrs. Aouda ihn mit Besorgnis ansah, sagte er nur, es ist ein Zwischenfall, Madam, nichts weiter. In diesem Augenblicke trat ein Mann, der ihm mit Aufmerksamkeit zugesehen hatte, zu ihm heran. Es war der Polizeiagent Fix. Derselbe grüßte ihn und sprach, »Sind Sie nicht, mein Herr, einer der gestern hier angekommenen Passagiere des Rangoon?« »Ja, mein Herr«, erwiderte Herr Fork frostig, »aber ich habe nicht die Ehre. Verzeihen Sie, ich glaubte Ihren Diener hier zu treffen.« »Wissen Sie, wo er ist, mein Herr?« fragte hastig die junge Frau. »Ist er nicht bei Ihnen?« »Nein«, erwiderte Mrs. Aouda, »seit gestern ist er nicht wieder nach Hause gekommen. Sollte er ohne uns an Bord des Carnetic abgefahren sein?« »Ohne Sie, Madame«, sagte der Agent. »Aber entschuldigen Sie meine Frage, Sie rechneten also darauf, mit diesem Boote zu reisen?« »Ja, mein Herr.« »Ich auch, Madame, und bin nun in fertig waren, zwölf Stunden früher von Hongkong abgefahren, ohne jemand davon Kenntnis zu geben, und jetzt muss man acht volle Tage warten, bis wieder ein Boot abfährt.« Bei diesen Worten »Acht Tage« jubelte Fix in seinem Herzen. Herr Fogg acht Tage in Hongkong aufgehalten. Nun wäre Zeit genug für Eintreffen des Verhaftsbefehls, kurz es waren gute Aussichten für den Repräsentanten Wie fühlte er sich da zu Boden geschmettert, als er Phileas Fogg mit gelassener Stimme sagen hörte, »Es gibt ja, dünkt mir, noch andere Schiffe außer dem Carnatic im Hafen von Hongkong.« Und Herr Fogg bot Mrs. Aouda seinen Arm und begab sich mit ihr zu den Docks, um ein zum Abfahren gerüstetes Schiff zu suchen. Fix folgte Vollbestürzung. Er war schien's wie mit einem Faden an ihn gebunden. Doch schien das Glück seinem Günstling, dem es bisher so dienstbar gewesen, wirklich im Stiche lassen zu wollen. Drei Stunden lang lief Phileas Fogg in allen Richtungen den Hafen auf und ab, um nötigenfalls ein Fahrzeug bis nach Yokohama auf eigene Kosten in Miete zu nehmen. Aber er sah nur im Auf- oder Abladen begriffene Schiffe, die folglich nicht reisefertig sein konnten. Da bekam Fix wieder Hoffnung. Doch verlor Herr Fogg seine Fassung nicht und war im Begriff bis nach Makao hin weiter zu forschen, als ein Bootsmann zu ihm trat. »Euer Gnaden suchen ein Fahrzeug?« fragte der Mann und zog den Hut ab. »Haben Sie ein Boot reisefertig?« fragte Herr Fogg. »Ja, Euer Gnaden, ein Lotsenboot, Nummer 43, das Beste von allen im Hafen.« Fährt es rasch? »Acht bis neun Meilen beiläufig. Wollen Sie es sehen?« »Ja.« »Euer Gnaden werden zufrieden sein. Ist für eine Spazierfahrt im Meer?« »Nein, für eine Reise.« »Eine Reise!« »Können Sie es übernehmen, mich nach Yokohama zu bringen?« Bei diesen Worten ließ der Bootsmann die Arme sinken, riss die Augen weit auf. »Euer Gnaden belieben zu scherzen«, sagte er. »Nein, ich habe die Abfahrt des Carnetic verfehlt, und ich muss am 14. spätestens zu Yokohama sein, um auf das Paketboot nach San Francisco zu kommen.« »Es tut mir leid«, erwiderte der Lotse, aber dies geht nicht an. Ich biete Ihnen 100 Pfund täglich und eine Prämie von 200 Pfund, wenn ich zeitig anlange. »Ist das ernst gemeint?« fragte der Lotse. »Ganz ernstlich«, erwiderte Herr Fogg. Der Pilot ging beiseite, schaute auf das Meer hin, offenbar im Kampf zwischen der Begierde eine so enorme Summe zu verdienen und der Besorgnis sich zu weit zu wagen. Fix schwebte in Todesängsten. Unterdessen wendete sich Herr Fogg wieder zu Mrs. Aouda. »Werden Sie keine Angst haben, Madam?« fragte er sie. »In Ihrer Gesellschaft nicht, Herr Fogg,« versetzte die junge Frau. Der Lotse kam wieder zu dem Gentleman, drehte seinen Hut in den Händen. »Nun, Pilot?« fragte Herr Fogg. »Ei, nun, euer Gnaden,« erwiderte der Pilot, »ich kann weder meine Leute noch mich noch sie selbst durch eine so weite Fahrt auf einem Boot von kaum zwanzig Tonnen und zu dieser Jahreszeit der Gefahr aussetzen. Übrigens würden wir nicht mehr zur rechter Zeit ankommen, denn von Hongkong bis Yokohama sind sechzehn hundert und fünfzig Meilen.« »Nur sechzehn hundert?« sagte Herr Fogg. »Das macht nichts aus.« Fix atmete wieder auf. Aber fuhr der Pilot fort, es gäbe vielleicht ein Mittel, es anders einzurichten.« Dem Fix ging der Atem wieder aus. »Wie denn?« fragte Filiers Fogg. »Wenn es nach Nangasaki ginge an der Südspitze Japans, elfhundert Meilen oder nach Shanghai, achthundert Meilen von Hongkong, dann würde man sich in der Nähe der chinesischen Küste halten, ein großer Vorteil, zumal die Windströmung nordwärts treibt.« »Pilot«, versetzte Filiers Fogg, amerikanische Postschiff und nicht zu Shanghai oder Nagasaki. »Warum nicht?« versetzte der Lotse. »Das Paketboot nach San Francisco fährt nicht von Yokohama, sondern von Shanghai aus, und Yokohama wie Nagasaki sind nur Anhalteplätze. Sind Sie dessen gewiss? Ganz sicher. Und wann fährt das Paketboot von Shanghai ab? Am Elften um sieben Uhr abends, also haben wir noch vier Tage Zeit dafür. Vier Tage machen 96 Stunden und haben wir tüchtige Mannschaft, Südostwind und ruhiges Meer, so können wir bei durchschnittlich acht Meilen die Stunde die 800 Meilen bis Shanghai schon fertig bringen. »Und wann können Sie abfahren?« »In einer Stunde, so viel bedarf's noch, Lebensmittel zu kaufen und Segel fertig zu machen. Abgemacht. Sind Sie der Schiffsherr? Ja, John Bunsby, Patron der Tankadere. Wollen Sie drauf Geld? Wenn's euer Gnaden beliebt. Hier, zweihundert Pfund, abschläglich. Mein Herr, sprach so dann Phileas Fogg, wenn Sie die Gelegenheit benutzen wollen? Mein Herr, versetzte Fix entschlossen, eben wollte ich mir diese Gunst ausbitten. Gut, in einer halben Stunde sind wir an Bord. Aber der arme Bursche, sagte Mrs. Aouda, welche über das Verschwinden Passepartous sehr besorgt war. Ich werde das Mögliche für ihn tun, erwiderte Phileas Fogg. Und während Fix in fieberhafter Nervenaufregung und wütendem Zorn das Lotsenboot bestieg, begaben sich beide auf das Polizeibüro zu Hongkong. Hier gab Phileas Fogg Passepartous Signalement auf und legte eine hinreichende Summe nieder, um ihn wieder heim zu bringen. Dasselbe geschah bei dem französischen Konsularagenten. Der Palanquin nahm so dann im Hotel das Gepäck auf und brachte die Reisenden an den Hafenrand, wo das Lotsenboot Nummer 43, Mannschaft und Lebensmittel an Bord, schlag drei Uhr segelfertig lag. Die Tankadere war eine reizende kleine Goelette, von zwanzig Tonnen Gehalt vorn wohl zugespitzt, sehr schlank geformt und lang gestreckt in ihrer Wasserlinie. Man konnte sie für eine Yacht zur Wettfahrt halten. Sie war mit glänzendem Kupfer gedeckt, ihr Eisenwerk galvanisiert, ihr Verdeck weiß wie Elfenbein und man sah wohl, dass ihr Patron John Bunsby sich darauf verstand, sie in gutem Zustande zu erhalten. Ihre beiden Maste neigten sich ein wenig nach hinten. Sie war mit Brigantin, Fock und Vorstarksegel versehen und man konnte für den Wind von hinten ein Hilfssegel anbringen. Sie musste erstaunlich schnell fahren und hatte in der Tat schon einige Mal Preise bei den Wettfahrten der Lotsen Fahrzeuge gewonnen. Die Bemannung der Tankadere bestand aus dem Patron John Bunsby und vier Mann. Es waren kühne Bootsleute, wie sie sich jederzeit beim Aufsuchen von Schiffen Gefahren aussetzen und zum Verwundern in diesen Meeren bekannt. John Bunsby, etwa 45 Jahre alt, kräftig, dunkel gebräunt, mit lebhaftem Blick, energischen Gesichtszügen, sicher und rüstig, hätte auch dem Verzagtesten Vertrauen eingeflößt. Phileas Fogg und Mrs. Aouda stiegen an Bord. Fix befand sich schon da. Durch die hintere Luke kam man in ein viereckiges Zimmer, dessen Wände über einem runden Divan sich zu Lagerstätten erweiterten. In der Mitte ein Tisch mit einer Hängelampe. Alles war eng, aber reinlich. »Ich bedauere, dass ich Ihnen nichts Besseres anbieten kann«, sagte Herr Fogg zu Fix, der sich still verneigte. Der Polizeiagent fühlte sich ein wenig gedemütigt, dass er so die Gefälligkeit des Herrn Fogg benutzte. Sicherlich, dachte er, ist's ein sehr höflicher Schurke, aber ein Schurke ist's immer. Zehn Minuten nach drei Uhr wurden die Segel aufgehisst, die englische Flagge aufgepflanzt, die Passagiere saßen auf dem Verdeck, Herr Fogg und Mrs. Aouda warfen einen letzten Blick auf den K, um zu schauen, ob nicht Passepartout sich sehen ließe. Fix war einigermaßen in Angst, denn der Zufall hätte den unglückseligen Burschen, welchen er so unwürdig behandelt hatte, dahin führen können, und dann wäre eine Enthüllung erfolgt, welche dem Detektiv nicht zugunsten gewesen wäre. Aber der Franzose war nicht zu sehen, ohne Zweifel lag er noch im Rausche des narkotischen Giftes. Endlich gewann der Patron Bansby die hohe See und die Tankadere flog mit vollen Segeln über die Fluten. Ende von Kapitel 20 Kapitel 21 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Wern Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Eva K. 21. Kapitel Der Patron der Tankadere in Gefahr eine Prämie von 200 Pfund zu verlieren Diese Fahrt von 800 Meilen auf einem Fahrzeuge von 20 Tonnen zumal zu dieser Jahreszeit war ein gewagtes Unternehmen. Die Meere Chinas sind meistens schlimm, fürchterlichen Windstößen ausgesetzt, besonders zur Äquinoctialzeit und es war noch Anfang Novembers. Offenbar wäre es für den Pilot vorteilhafter gewesen, seine Passagiere bis Yokohama zu fahren, weil er tageweise bezahlt wurde, aber es wäre auch sehr unvorsichtig gewesen, unter den gegebenen Verhältnissen eine solche Fahrt zu versuchen, und es war schon kühn, ja verwegen genug, bis Shanghai zu fahren. Aber John Bunsby konnte sich auf seine Tankadere verlassen, die leicht wie eine Möwe über die Wellen glitt. Während der letzten Stunden dieses Tages fuhr die Tankadere in den bedenklichen Fahrwassern von Hongkong und hielt sich bei allen Windungen in nächster Nähe oder mit vollem Winde vortrefflich. Ich brauche, Pilot, ihnen nicht die möglichste Sorgfalt anzuempfehlen, sprach Phileas Fogg, als sie aufs hohe Meer fuhr. Euer Gnaden können sich auf mich verlassen, versetzte John Bunsby. Segel wenden wir so viel an, als der Wind gestattet. Unsere leichten Segel würden nichts weiter fördern und könnten nur dem Lauf des Schiffes hinderlich sein. Sie verstehen das besser, Pilot, und ich verlasse mich auf Sie. Phileas Fogg stand da, aufrecht mit gespreizten Beinen, sicher wie ein Seemann und schaute unverrückt auf die hohle See. Hinten saß die junge Frau, nicht ohne Besorgnis im Hinblick auf den in der Dämmerung bereits düsteren Ozean, welchem sie auf einem so leichten Fahrzeuge trotz bot. Über ihrem Kopf flatterten die weißen Segel, welche es wie große Flügel in den weiten Raum hinaustrieben. Vom Winde gehoben schien die Goellette in der Luft zu fliegen. Es ward Nacht, der Mond trat in sein erstes Viertel und sein schwaches Licht sollte bald im Nebel des Horizonts verlöschen. Von Osten her zog Gewölk herauf und bedeckte schon einen Teil des Himmels. Der Pilot hatte sein Leuchtfeuer aufgestellt, eine unerlässliche Vorsichtsmaßregel in diesen sehr befahrenen Meeren nächst den Landungsplätzen. Zusammenstöße traten nicht selten ein, und bei der Schnelligkeit, womit die Goellette fuhr, konnte der geringste Stoß sie zertrümmern. Fix stand in Gedanken verloren auf dem Vorderteil. Da er Fox schweigsame Natur kannte, so hielt er sich beiseite. Zudem war es ihm zuwider, mit dem Manne zu reden, dessen Gefälligkeit er annahm. sich nicht zu Yokohama aufhalten, vielmehr unverzüglich das Paketboot nach San Franzisko besteigen würde, um nach Amerika zu kommen, auf dessen ungeheuern Räumen er Straflosigkeit und Sicherheit finden würde. Das schien der einfachste Plan Phileas Fox zu sein. Anstatt kurzerhand in England wie ein gewöhnlicher Schurke nach den Vereinigten Staaten über zu schiffen, hatte dieser Fogg den weiten Umweg gewählt, mit der Fahrt über drei vier Teil des Erdumkreises, um so mit mehr Sicherheit aufs amerikanische Festland zu gelangen und da selbst, nachdem er die Polizei an der Nase geführt, ruhig seine Banknoten zu genießen. Aber was sollte Fix auf amerikanischem Gebiet anfangen? Diesen Menschen loslassen? Nein, hundertmal nein! Bis er eine Auslieferungsakte erwirkt, wollte er ihm nicht von der Ferse seine Schuldigkeit wollte er vollständig erfüllen. Jedenfalls hatte er einen glücklichen Umstand erzielt, Passepartout befand sich nicht mehr bei seinem Herrn, und zumal nachdem Fix gegen ihn vertraulich gewesen, war es von Wichtigkeit, dass Herr und Diener nie wieder zusammen kamen. Phileas Volk machte sich ebenfalls Gedanken um seinen so auffallend verschwundenen Diener. Alles in Betracht gezogen, schien es ihm nicht unmöglich, dass der arme Junge infolge eines Missverständnisses sich erst im Moment der Abfahrt auf dem Carnetic eingefunden hatte. Das meinte auch Mrs. Aouda, welche diesen braven Diener, dem sie so viel verdankte, herzlich bedauerte. Es war also nicht unmöglich, ihn in Yokohama wiederzufinden, und wenn er mit dem Carnetic dahin abgefahren war, konnte man's leicht erfahren. Gegen zehn Uhr erhob sich ein frischer Wind. Vielleicht wäre es klug gewesen, ein Reff aufzunehmen, aber der Pilot ließ, nachdem er den Himmel sorgfältig beobachtet hatte, das Segelwerk in seinem bisherigen Zustande. Übrigens hielt die Tankadere bei tiefem Wasser ihre Segel stattlich, und alles war fertig, im Fall eines Windstoßes sie einzuziehen. Um Mitternacht begaben sich Phileas Fogg und Mrs. Aouda in die Kabine hinab. Fix war schon dahin vorausgegangen und hatte sich auf einen Divan gelagert. Der Pilot blieb mit seinen Bootsleuten die ganze Nacht auf dem Verdeck. Am folgenden Morgen, den 8. November bei Sonnenaufgang, hatte die Coelette bereits über 100 Meilen zurückgelegt. Das Lok gab eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 8 bis 9 Meilen an. Die Tankadere hatte halben Wind in ihren Segeln, die alle trieben, und so erlangte sie ihre größte Geschwindigkeit. Hielt sich der Wind dermaßen, so waren das gute Aussichten. Die Tankadere entfernte sich während dieses ganzen Tages nicht merklich von der Küste, deren Windströmung ihr günstig war. Diese zog sich höchstens fünf Meilen entfernt linker Hand und wurde, da sie unregelmäßig zugeschnitten war, mitunter durch Lichtestellen hindurch sichtbar. Da der Wind vom Lande her kam, so ging eben deshalb das Meer weniger stark, ein günstiger Umstand für die Goelette, denn den Fahrzeugen von geringem Tonnengehalt gereicht besonders die Hohle See zum Nachteil, da sie ihre Schnelligkeit bricht. Gegen Mittag wurde der Wind etwas milder und strich südöstlich. Der Pilot ließ die kleinen Segel aufziehen, aber nach Verlauf von zwei Stunden musste man sie wieder einziehen, denn der Wind wehte wieder stärker. Herr Fogg und die junge Frau, welche der Seekrankheit glücklich widerstanden, aßen mit Appetit, Zwieback und Konserven, welche an Bord befindlich waren. Fix wurde eingeladen, teilzunehmen und hätte es annehmen sollen, denn er wusste wohl, dass man den Magen ebenso wohl wie die Schiffe mit Ballast versehen muss, aber es war ihm zuwider. Auf Kosten dieses Mannes die Reise zu machen, von seinem Brot zu essen, fand er doch etwas unehrenhaft. Er aß jedoch, zwar nur ganz wenig, doch aß er. Als das Mahl beendigt war, glaubte er, den Herrn Fogg beiseite nehmen zu müssen und sagte zu ihm, mein Herr, dieses Wort kam ihm schwer über die Lippen und es kostete ihn Überwindung diesen Herrn nicht am Kragen zu fassen. Mein Herr, Sie haben die Gefälligkeit gehabt, mir einen Platz auf Ihrem Boot anzubieten, aber obwohl meine Mittel mir nicht so reichlich fließen wie Ihnen, so will ich Ihnen meinen Anteil bezahlen. Reden wir nicht davon, mein Herr, versetzte Herr Fogg. Aber doch, es ist mir... Nein, mein Herr, wiederholte Herr Fogg in einem Tone, der eine Erwiderung ausschloss. Es gehört das zu den Gesamtkosten. Fix verneigte sich, er hätte bersten mögen, er begab sich aufs Vorderteil des Schiffes und sprach den ganzen Tag kein Wort weiter. Indessen kam man rasch vorwärts und John Bunsby machte sich gute Hoffnung. Er sagte einige Mal zu Herrn Fogg, man werde noch zu rechter Zeit nach Shanghai kommen, worauf Herr Fogg nur erwiderte, er rechne darauf. Übrigens ließ es die ganze Mannschaft an Eifer nicht fehlen. Die Prämie spornte sie. Man hätte bei einem Wettschiffen des Royal Yacht Clubs nicht strenger manövriert. Am Abend zeigte das Log, dass man von Hongkong aus 220 Meilen zurückgelegt hatte, und Phileas Fogg konnte sich Hoffnung machen, dass er bei seiner Ankunft in Yokohama keine Verspätung in sein Programm werde einzutragen haben. So sollte denn auch das erste ernstliche Hindernis, worauf er seit seiner Abfahrt aus London gestoßen, ihm wahrscheinlich keinen Schaden bringen. Während der Nacht gegen Morgen fuhr die Tankadere frisch in die Straße Fokin hinein, welche die große Insel Formosa von der chinesischen Küste scheidet und durchschnitt den Wendekreis des Krebses. In dieser Straße war das Meer sehr aufgeregt, voll Wirbel, welche die Gegenströmung veranlasste. Die Goelette hatte viel mit den gebrochenen Wellen zu schaffen, welche ihren Lauf hemmten. Es hielt sehr schwer, sich auf dem Verdeck aufrecht zu halten. Mit Tagesanbruch wurde der Wind noch stärker und am Himmel ergaben sich Vorzeichen eines Windstoßes. Übrigens kündigte der Barometer eine bevorstehende Luftveränderung an. Er bewegte sich unregelmäßig und das Quecksilber geriet in launische Schwankungen. Man sah auch südöstlich das Meer in hochgehenden Wellen aufgeregt, was auf Sturm hindeutete. Am Abend zuvor war die Sonne in rotem Nebel untergegangen unter phosphorizierendem Funkeln des Ozeans. Der Pilot nahm lange dieses schlimme Aussehen des Himmels in Erwägung und brummte unverständliche Worte zwischen den Zähnen. Einmal, da er neben seinem Passagier stand, sprach er leise zu ihm, »Man kann mit eurer Gnaden offen reden?« »Jawohl«, erwiderte Phileas Fogg, »Nun, Windstoß bekommen.« »Von Norden oder Süden her?« fragte Herr Fogg. »Von Süden sehen Sie eine Trombe wird's geben.« »Von Süden her mag der Windstoß immer kommen. Er wird uns richtig vorwärts befördern,« erwiderte Herr Fogg. »Nehmen Sie's so,« versetzte der Pilot, »so habe ich nichts weiter zu sagen.« Die Ahnungen John Bunsbys täuschten nicht. Zu nach dem Ausspruch eines berühmten Meteorologen wie eine mit elektrischen Flammen erleuchtete Kaskade zerfließen, aber im Winter Equinoctium war zu befürchten, dass sie heftiger losbrach. Der Pilot traf seine Vorkehrungen. Er ließ alle Segel der Goelette einziehen und die Stangen auf dem Verdeck herabnehmen. Die Luken wurden sorgfältig verwahrt, sodass kein Tropfen Wasser ins Innere dringen konnte. Ein einziges dreieckiges Segel, ein Fock-Segel von starkem Zeug wurde aufgehisst, um die Goelette beim Treiben des Windes zu halten. So wartete man ab. John Bunsby hatte die Passagiere aufgefordert, sich in die Kabine hinab zu begeben, aber in dem engen Raum, fast ohne Luft und bei den Wellenstößen hatte diese Einsperrung nichts Angenehmes. Weder Herr Fock noch Mrs. Aouda, Uhr brach ein Unwetter mit Regen und Windstößen aus, so dass die Tankadere hätte sie mehr Segel aufgespannt gehabt, wie eine Feder in die Lüfte gewirbelt worden wäre. Wollte man die Schnelligkeit eines solchen Windes mit der Vierfachen einer Lokomotive bei vollem Dampf vergleichen, so bliebe man noch hinter der Wahrheit zurück. Während des ganzen Tages flog so das Boot nordwärts von riesenhaften Wellen getragen, in dem es glücklicherweise eine der ihrigen gleiche Schnelligkeit behielt. Zwanzigmal war es nahe daran, von so einem Wasserberg, der sich hinter ihm auftürmte, überschüttet zu werden, wenn nicht mit geschicktem Griff der Steuerer die Katastrophe abgewendet hätte. Die Passagiere wurden mitunter ganz von dem Staubregen der zusammenstoßenden Wellen bespritzt, was sie sich philosophisch gefallen ließen. Fix fluchte allerdings aber die unverzagte Aouda, den Blick auf ihren Begleiter mit seinem bewundernswerten Gleichmut gerichtet, zeigte sich seiner würdig und trotzte ebenfalls dem Sturm. Phileas Fogg hatte wohl, schien es, diese Trombe auf seinem Programm. Bisher war die Tancadere stets nordwärts getrieben, aber gegen Abend, wie zu befürchten war, schlug der Wind um und trieb nordwestlich. Da nun die Tancadere dem Wellenschlag die Seite darbot, so wurde sie fürchterlich geschüttelt und man konnte wohl bei solcher Gewalt der Stöße in Angst geraten, es möchten nicht alle Teile des Schiffes fest genug zusammengefügt sein. Mit Einbruch der Nacht ward der Sturm noch Ärger. Als John Bunsby die Dunkelheit und mit dem Dunkel die Sturmesgewalt sich steigern sah, ward er doch lebhaft unruhig und beriet mit den Bootsleuten, ob es nicht geraten sei, beizulegen. Darauf trat er zu Herrn Fogg und sprach, ich glaube, euer Gnaden, es wäre wohlgetan, einen Hafen an der Küste zu suchen. Ich glaub's auch, erwiderte Phileas Fogg. Ah, sagte der Pilot, aber welchen? Ich weiß nur einen, versetzte gelassen Herr Fogg. Der ist? Shanghai. Der Pilot wußte nicht gleich den Sinn der Antwort, die zähe Ausdauer zu fassen. Darauf rief er, nun ja, euer Gnaden hat recht, nach Shanghai, und die Richtung der Tankadere ward unveränderlich nordwärts festgehalten. Es war eine wahrhaft erschreckliche Nacht und ein Wunder, dass die kleine Goelette nicht umschlug. Zweimal war sie nahe daran und es wäre alles von Bord weggefegt worden, hätten die Seile zur Befestigung nicht gehalten. Mrs. Aouda war ganz erschöpft, aber ließ keinen Klagelaut hören. Mehrmals mußte Herr Fogg sie gegen die Gewalt der Wellen schützen. Es ward wieder Tag und das Gewitter dauerte ununterbrochen mit entfesselter Wut. Doch änderte sich der Wind in Südost, ein günstiger Umstand und die Tankadere setzte ihren Weg auf dem tobenden Meere ein wieder prallen, wobei ein minder festgebautes Boot zertrümmert worden wäre. Von Zeit zu Zeit konnte man durch den nun gebrochenen Nebel die Küste wahrnehmen, aber nirgends ein Schiff, die Tankadere war das einzige, welches die See hielt. Um Mittag ergaben sich einige Zeichen, dass der Sturm sich legte, und als sich die Sonne zum Horizont hinabsenkte, sprach sich dies noch entschiedener aus. Die kurze Dauer desselben hing mit seinem heftigen Auftreten zusammen. Nun konnten die erschöpften Passagiere etwas Speise zu sich nehmen und ein wenig ausruhen. Die Nacht war verhältnismäßig ruhig. Der Pilot ließ seine niederen Segel wieder aufziehen und das Schiff fuhr erstaunlich schnell. Am folgenden Morgen, den Elften, bei Tagesanbruch, konnte John Bunsby versichern, dass keine hundert Meilen mehr zu machen seien. Aber es war nur noch dieser einzige Tag Zeit. Noch an dem selben Abend musste Herr Fogg zu Shanghai anlangen, wenn er nicht für das Paketboot nach Yokohama zu spät eintreffen wollte. Wäre nicht der Sturm dazwischen gekommen, so hätte er jetzt nur noch dreißig Meilen zurück zu legen. Der Wind legte sich merklich, aber zum Glück ward auch das Meer wieder ruhig, nun wurden alle Segel aufgehisst, die sämtlich trugen, und das Meer schäumte unterm Vordersteven. Um zwölf Uhr war die Tankadere nur noch 45 Meilen von Shanghai, und sie hatte noch sechs Stunden, um rechtzeitig dort anzulangen. Die Besorgnisse an Bord waren lebhaft, denn man wollte um jeden Preis die Zeit nicht verfehlen. Die kleine Goelette musste durchschnittlich mindestens neun Meilen die Stunde machen, und der Wind wurde stets schwächer. Doch war das Fahrzeug so leicht, und seine hohen dicht gewebten Segel packten die regellosen Winde so gut, dass mit Hilfe der Strömung John Bunsby um sechs Uhr nur noch zehn Meilen bis zum Flusse Shanghai zählte, denn die Stadt selbst liegt mindestens zwölf Meilen über dessen Mündung hinaus. Um sieben Uhr befand man sich noch drei Meilen von Shanghai. Ein fürchterlicher Fluch entfuhr den Lippen des Piloten, denn er sah, wie die Prämie von zweihundert Pfund ihm offenbar vor der Nase entging. Er sah Herrn Fogg ins Angesicht, der zeigte sich rührungslos, und doch handelte es sich eben um sein ganzes Vermögen. In diesem Augenblick zeigte sich eine lange schwarze Rauchsäule auf der flachen See. Es war das zur regelmäßigen Zeit abfahrende Paketboot nach Amerika. Verdammt! schrie John Bunsby und stieß verzweifelnd das Steuer zurück. Signale! sagte lediglich Herr Fogg. Auf dem Vorderteil der Tankadere befand sich eine kleine Kanone, die zur Zeit des Nebels zu Signalen gebraucht wurde. Dieselbe wurde bis zur Mündung geladen, aber als eben der Pilot zünden wollte, sprach Herr Fogg die Notflagge. Die Flagge wurde am halben Mast aufgepflanzt. Dies war ein Zeichen der Not und es ließ sich hoffen, dass das amerikanische Boot, wenn es sie gewahrte, eine Weile seinen Lauf ändern werde, um mit dem Boot zusammen zu kommen. Feuer! sagte Herr Fogg und das kleine Geschütz Donnerte in die Lüfte. Ende von Kapitel 21 Kapitel 22 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Bern Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. 22 Kapitel Passepartout überzeugt sich, dass es selbst bei den Antipoden geraten ist, etwas Geld in der Tasche zu haben. Als der Carnatic am 7. November um halb sieben Uhr abends Hongkong verließ, fuhr er mit vollem Dampf in der Richtung von Japan, mit voller Ladung an Waren und Passagieren. Zwei Kabinen des hinteren Teils blieben unbesetzt. Es waren die auf Phileas Fogs Rechnung genommenen. Am folgenden Morgen konnten die Leute auf dem Vorderteil mit einigem Staunen sehen, wie ein Passagier zerzausten Haaren aus der Luke des zweiten Platzes herauskam und sich schrankelnd auf einen Balken niedersetzte. Dieser Passagier war Passepartout in Person. Hören wir, was vorgegangen war. Als bald nachdem Fix die Rauchbude verlassen hatte, nahmen zwei Kellner den in tiefen Schlaf versunkenen Passepartout und legten ihn auf das für die Raucher bestimmte Lager. Aber schon nach drei Stunden erwachte Passepartout, den auch im tiefsten Rausch ein festhaftender Gedanke verfolgte und erkämpfte gegen die betäubende Wirkung der narkotischen Kraft. Der Gedanke an die Pflichtverletzung schüttelte die Betäubung ab. Er stand vom Lager der Trunken Bolde auf und ging strauchelnd an den Wänden sich haltend aus der Bude hinaus, fiel und stand wieder auf, stets unwiderstehlich wie vom Instinkt getrieben und schrie in seinem Traumzustand »Der Carnatic! Der Carnatic!« Das Paketboot lag da, rauchend zur Abfahrt bereit, ihm vor der Nase. Er wankte über den Brückensteg und sank wie tot auf dem Vorderteil hin, als eben der Carnatic die Anker lichtete. Einige Matrosen, denen so etwas nichts Neues war, trugen den armen Jungen in eine Kabine zweiten Ranges und Passepartout wachte erst am anderen Morgen auf, 150 Meilen von der Küste Chinas entfernt. So war es gekommen, dass sich Passepartout an diesem Morgen auf dem Verdeck des Carnatic befand und mit vollen Zügen die frische Seeluft einatmete. Diese Luft machte ihn nüchtern und er fing an, seine Gedanken wieder zu sammeln, was ihm nur mit Mühe gelang. Endlich erinnerte er sich dessen, was am Abend zuvor sich begeben hatte, wie fix vertraulich geworden, ihn in die Rauchbude geführt und so weiter. Offenbar, sagte er sich, bin ich abscheulich betrunken gewesen? Was wird Er Worg dazu sagen? Jedenfalls hab ich mich nicht für das Boot verspätet und das ist die Hauptsache. Hierauf an fix denken sprach er bei sich, was den betrifft, so oft ist, dass wir nun in Los sind und das Herr, nachdem er mir den Vorschlag gemacht, sich nicht getraute, uns auf dem Carnatic zu begleiten. ein ein Polizei agent, ein Detektiv, meinem Ehren auf der Ferse, wegen Diebstahl auf der Bank von England, ei doch, Erfolg ist so wenig ein Dieb, wie ich ein Mörder. Sollte Passepartout diese Dinge seinem Herrn erzählen? Wäre es passend, ihn wissen zu lassen, was fix dabei für eine Rolle spielte? Wäre es nicht besser, damit zu warten, bis zu seiner Ankunft in London und dann ihm zu sagen, dass ein Agent der Polizei aus der Hauptstadt ihm auf der ganzen Rundreise nachgeschlichen sei und dann mit ihm darüber zu lachen? Ja, gewiss. Jedenfalls wäre es noch zu bedenken. Das Dringendste war nun, Herrn Fogg aufzusuchen und seine Entschuldigung für sein unverantwortliches Benehmen zu gewinnen. Passepartout stand also auf, und da das Paketboot bei Hohler Sehstark schwankte, so kostete es dem guten Jungen, der noch nicht recht fest auf den Beinen stand, einige Mühe aufs Hinterverdeck zu gelangen. Hier auf dem Verdeck gewahrte er niemand, der wie sein Herr oder Mrs. Aouda aussah. Gut, dachte er, Mrs. Aouda liegt jetzt noch im Schlaf und Erfolg wird deinen Spielgenossen für Wist gefunden haben und seiner Gewohnheit nach. Mit solchen Gedanken begab sich Passepartout in den Salon, aber Herr Fogg war nicht da zu finden. Passepartout brauchte indessen nur den Proviantmeister nach seiner Kabine zu fragen. Derselbe erwiderte, es sei ihm kein Passagier dieses Namens bekannt. Entschuldigen Sie, sagte Passepartout dringend, es handelt sich um einen großen, galten, wenig gesprächigen Gentleman in Begleitung einer jungen Dame. Es befindet sich gar keine junge Dame an Bord, versetzte der Proviantmeister. Zum Überfluss unterrichten Sie sich selbst auf der Passagierliste, hier ist sie. Passepartout besah die Liste. Seines Herrn Namen stand nicht darauf. Er war ganz verblüfft. Da fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. Ach, bin ich denn auf dem Carnatic, rief er aus. Ja, erwiderte der Proviantmeister. Auf dem Wege nach Yokohama? Ganz richtig. Passepartout hatte eine Weile die Besorgnis, er sei auf das unrechte Schiff gekommen. Aber befand er sich auf dem Carnatic, so war es nun klar, dass sein Herr sich nicht darauf befand. Das war für Passepartout ein Donnerschlag, er sank auf einen Fauteu hin. Nun ging ihm plötzlich ein Licht auf. Er erinnerte sich, dass die Abfahrt des Carnatic auf etwas frühere Zeit verlegt worden war, dass er dies seinem Herrn hatte melden sollen, was er aber zu tun unterließ. Demnach war es seine Schuld, wenn Herr Fogg und Mrs. Aouda sich für die Abfahrtszeit verspäteten. Seine Schuld, ja, aber noch weit mehr des Verräters, der ihn, um ihn von seinem Herrn zu trennen und diesen zu Hongkong zurückzuhalten betrunken gemacht hatte. Denn nun begriff er den Kniff des Polizeiagenten und jetzt sei Herr Fogg sicherlich durch Verlust seiner Wette ruiniert, verhaftet, vielleicht im Kerker. Passepartout raufte sich bei diesem Gedanken die Haare. Ach, viele fix ihm jemals in die Hände, wie würde er mit ihm abrechnen. Endlich, nachdem die erste Bestürzung vorüber war, bekam Passepartout seinen Gleichmut wieder und er studierte seine Lage, die wenig beneidenswert war. Der Franzose befand sich auf der Reise nach Japan. Dahin kam er wohl gewiss, wie aber von da wieder weg mit leerer Tasche. Keinen Schilling, keinen Penny darin. Doch waren seine Fahrt und Kost an Bord vorausbezahlt. Also konnte er sich noch fünf bis sechs Tage besinnen, um einen Entschluss zu fassen. Wie er sich bei dieser Fahrt noch essen und trinken schmecken ließ, kann man sich denken, er aß für sich seinen Herrn und Mrs. Aouda zusammen. Am 13. Frühmorgens fuhr der Carnatic in den Hafen von Yokohama ein. Dieser Punkt ist ein bedeutender Platz am stillen Meere, wo alle Boote im Dienst der Post und der Reisenden zwischen Nordamerika, China, Japan und den malayischen Inseln anhalten. Yokohama liegt in der Bay von Jeddo, unweit von dieser ungeheueren Stadt, der zweiten Hauptstadt des Reiches Japan, vormals Residenz des Tycoon zur Zeit, als dieser bürgerliche Kaiser noch existierte und Rivalin von Maiko, der großen, vom Mikado bewohnten Stadt, dem kirchlichen Kaiser, der von den Göttern stammte. Der Carnatic nahm seinen Platz am in der Nähe der Hafendämme und der Zollmagazine, mitten unter zahlreichen Schiffen aller Nationen. Passepartout war nichts weniger als begeistert, wie er dieses so merkwürdige Land der Sonnensöhne betrat. Es blieb ihm nichts übrig, als den Zufall zum Führer zu nehmen und aufs gerade wohl die Straßen der Stadt zu durchwandeln. Er befand sich gleich in einer völlig europäischen Stadt, von niedrig gebauten Häusern, mit Verandas auf zierlichen Säulenreihen, einem Quartier, das mit seinen Straßen, Plätzen, Docks, Lagerhäusern den ganzen Raum vom Vorgebirge bis zum Fluss bedeckte. Hier, wie zu Hongkong und zu Kalkutta, wimmelte ein Gemisch aus Menschen aller Rassen, Amerikanern, Engländern, Chinesen, Holländern, Kaufleuten, denen alles feil ist und die alles kaufen, in deren Mitte sich der Franzose ebenso fremd fand, als wenn er ins Hottentottenland wäre verschlagen worden. Passepartout war doch nicht ohne Zuflucht. Er konnte sich den zu Yokohama aufgestellten französischen oder englischen Konsularagenten empfehlen. Aber es war ihm zuwider seine Geschichte, die so enge mit der seines Herrn verflochten war, zu erzählen. Und ehe er sich dazu entschloss, wollte er zuerst alle anderen Aussichten erschöpfen. Also, nachdem er den europäischen Stadtteil durchlaufen hatte ohne dass ihm der Zufall etwas darbot, ging er weiter in den japanischen, entschlossen im Notfall bis nach Jeddo zu dringen. Dieser von Eingeborenen bewohnte Stadtteil heißt Benten, nach einer Meergöttin, die auf den nahen Inseln verehrt wird. Da sah man wunderhübsche Alleen von Tannen und Zedern, heilige Pforten einer seltsamen Architektur, Brücken inmitten von Bambus und Schilfrohr, Tempel unter dem ungeheuren melancholischen Obdach hundertjähriger Zedern, Bonzenhäuser, worin buddhistische Priester und Anhänger des Konfuzius ein dumpfes Leben führten, Straßen ohne Ende, worin man haufenweise Kinder mit rosenfarbener Haut und roten Wangen sammeln konnte, kleine Püppchen, als seien sie in einer inländischen Bude geschnitzt wurden, die in der Umgebung von kurzbeinigen Pudeln oder Schwanzlosen, sehr trägen und schmeichlerischen Katzen spielten. Auf den Straßen nur Gewimmel, unablässiges Hin- und Herlaufen, Bonzen mit Prozessionen unter Begleitung monotoner Tambourinen, Jakoninen, Zoll- oder Polizeibeamte mit spitzen lackierten Hüten und zwei Säbeln am Gürtel, Soldaten in blauer-weiß gestreifter Kartonkleidung mit Perkussionsgewehren, Gendarmen des Mikado in Panzerröcken und zahlreiches anderes Militär aller Arten, denn in Japan ist der Soldatenberuf ebenso sehr geachtet, wie in China missachtet. So dann Bettelbrüder, Pilger in langen Gewändern, einfache Bürgersleute mit dünnem rabenschwarzem Haar auf dickem Kopf, langem Oberkörper, schmächtigen Beinen, kurzer Taille, farbiger Haut von den dunklen Nuancen des Kupferbraunen bis zu mattem Weiß, aber niemals gelb wie bei den Chinesen, von welchen die Japanesen sich wesentlich unterscheiden. Endlich zwischen den Wagen, Palankins, Pferden, Sänftenträgern, Karren mit Segeln, den Norimons mit lackierten Wänden, den weichen Kangos, echten Bambussänften, sah man kleinfüßige Frauen mit Schuhen von Leinwand, Sandalen von Stroh oder Socken von Holzarbeit einhertrippeln. Sie waren nicht hübsch, hatten enge Augen, flache Brust, Zähne nach dem Tagesgeschmack geschwärzt, trugen aber zierlich das Nationalgewand, Kirimon, eine Art Schlafrock mit seidener Scherbe, deren breiter Gürtel hinten zu einem übermäßigen Knoten geschürzt war, wie die Pariserinnen, welche ihre neueste Mode aus Japan entliehen zu haben scheinen. Passepartout spazierte einige Stunden lang inmitten dieser bunten Masse, besah auch die merkwürdigen reichen Läden, die Basars, wo der ganze Flitter japanischen Goldschmucks gehäuft ist, die mit Wimpeln und Fähnlein geschmückten Restaurationen, in welche er nicht hineingehen durfte, und jene Teehäuser, wo man tassenweise warmes, wohlriechendes Wasser mit Saki bekommt, einem Likör aus gährendem Reis und jene bequemen Tabakstuben, wo man einen sehr reinen Tabak raucht, kein Opium, dessen Verwendung in Japan fast unbekannt ist. Hierauf kam Passepartout aufs freie Feld, mitten unter unermessliche Reisfluren. Hier schimmerten im letzten Farbenschmuck und Blütenduft glänzende Kamelien, nicht auf Sträuchern, sondern Bäumen, und in Bambusgehägen, Kirschpflaumen und Äpfelbäume, deren Früchte sie durch Fratzenmännchen, Scheuchklappern, gegen den gefräßigen Schnabel der Sperlinge, Tauben, Raben und anderen Gefügels schützen. Da hausen auf den majestätischen Zedern gewaltige Adler, Reier bergen sich unter den Zweigen der Trauerweiden, überall flattern Krähen, Enten, Sperber, wilde Gänse und Kraniche, die bei den Japanesen sehr in Ehren stehen. Nachdem Passepartout so den Tag über Spazieren gelaufen, so fühlte er, trotz des reichlichen Frühstücks, welches er vorsorglich auf dem Karnetik noch zu sich genommen hatte, doch am Abend den Magen sehr hohl. Er hatte wohl schon bemerkt, dass Fleisch von Hämmeln, Ziegen oder Schweinen nirgends in den einheimischen Metzgerläden zu sehen war, und da er auch wusste, dass man die Ochsen, weil man sie lediglich für den Ackerbau braucht, nicht töten darf, so hatte er sich schon gemerkt, dass Fleischgerichte in Japan selten sind. Darin irrte er nicht, aber sein Magen hätte sich auch mit Wildbrett, Geflügel oder Fischen begnügt, womit die Japanesen fast ausschließlich sich nähren, außer den Gerichten von Reis. Aber er musste für heute sich gutwillig in sein Geschick fügen, und die Nahrungssorge auf den nächsten Morgen verschieben. Die Nacht kam heran. Passepartout begab sich wieder in den Stadtteil der Eingeborenen und schweifte in den Straßen herum zwischen bunten Laternen, sah den Possenreisern zu, die in Gruppen ihre Zauberkünste sehen ließen, und den Astrologen, welche in freier Luft die schaulustige Menge um ihr Fernrohr sammelten. Nachher besuchte er wieder die Rede, welche im Glanz der Fischerfeuer prangte, die mit dem Schein ihrer Harzfackeln die Fische herbeilocken. Endlich wurden die Straßen leer, und anstelle der Massen sah man Jakunine die Runde machen. Diese Beamten, in ihrer prachtvollen Uniform und von ihrem Gefolge umgeben, nahmen sich wie Gesandtschaften aus, und Passepartout rief scherzend, so oft er so einer glänzenden Patrouille begegnete, »Seht da, wieder eine japanesische Gesandtschaft, die nach Europa reisen will!« Ende von Kapitel 22 Kapitel 23 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 23. Kapitel Passepartout bekommt eine über die Maßen lange Nase. Am folgenden Morgen fühlte sich Passepartout lendenlahm und ausgehungert. Er musste Speise zu sich nehmen, und zwar so bald wie möglich. Zwar hatte er seine Uhr zu verkaufen, aber lieber wäre er hungers gestorben. Es war hohe Zeit, dass der wackere Junge die starke, wenn auch nicht melodische Stimme, womit die Natur ihn ausgestattet hatte, zu verwerten suchte. Er wusste noch einige französische und englische Lieder auswendig, und versuchte sich, sie zu singen. Die Japanesen mussten wohl Musikliebhaber sein, weil sie alles beim Klang von Zimbeln in Begleitung von Tamtam und Trommeln vornehmen, und gewiß würden sie nicht ermangeln, die Talente eines europäischen Virtuosen zu schätzen. Aber vielleicht war es noch etwas zu früh für Veranstaltung eines Konzerts, und die unvermutet aus dem Schlaf gebrachten Liebhaber hätten den Sänger vielleicht nicht mit einer Münze bezahlt, die das Bild des Mikado trug. Passepartout entschloss sich also, noch einige Stunden zu warten, aber indem er seines Weges ging, kam ihm der Gedanke, er müsse zu wohl gekleidet aussehen für einen Wanderkünstler, und wenn er seine Kleider gegen einen Trödel tauschte, der besser zu seiner Lage passte, so müsse dabei noch etwas herausspringen, womit er gleich seinen Hunger befriedigen könnte. Diesen Entschluss auszuführen, kostete es Passepartout geraume Zeit, bis er einen Trödler fand, dem er sein Begehren vortrug. Die europäische Kleidung gefiel demselben, und bald kam Passepartout aus seiner Bude heraus in einen alten japanischen Rock vermummt und einen gerippten Turban auf dem Kopf, dessen Farben bereits verblichen waren. Aber dazu klirrten ihm einige Stücke Münze in seiner Tasche. »Gut«, dachte er, »ich stelle mir vor, wir seien beim Karneval.« Als Passepartout dergestalt japanisiert war, suchte er vor allen Dingen eine Teestube von bescheidenem Äußern auf und hielt da mit einem Stück Geflügel und einigen Handvoll Reis ein Frühstück, während sein Mittagsmahl eine noch zu lösende Aufgabe war. Als er sich reichlich gesättigt hatte, sprach er also zu sich selber, »Jetzt gilt's, nicht den Kopf zu verlieren. Ich habe nun nicht mehr das Hilfsmittel, diesen Trödelanzug gegen einen noch mehr japanesischen zu verkaufen. Ich muss also auf ein Mittel sinnen, so bald wie möglich, aus diesem Sonnenland hinauszukommen, das für mich nur ein Land traurigen Gedenkens sein wird.« Passepartout dachte nun, die nach Amerika fahrenden Paketboote zu besuchen und meinte, da sich zum Koch oder Diener anzubieten, gegen freie Fahrt und Kost. Wäre er einmal zu San Francisco, so werde er sich leichter aus der Verlegenheit ziehen können. Die Hauptsache war nur, über die 4700 Meilen des stillen Meeres zwischen Japan und der neuen Welt hinauszukommen. Diesen Gedanken sofort auszuführen, ging Passepartout nach dem Hafen von Yokohama zu. Je näher er den Docks kam, umso mehr schien ihm die Idee, welche ihm anfangs so einfach vorgekommen war, unausführbar. Wie sollte man an Bord eines amerikanischen Paketbootes einen Koch oder Bedienten nötig haben? Und was könne er in seinem dermaligen Anzug für Vertrauen einflößen? Was habe er für Empfehlungen geltend zu machen? Was für Referenzen aufzuweisen? Wie er in solche Gedanken ging, fielen seine Blicke auf ein ungeheures Affischblatt, welches von einem Clown in den Straßen Yokohamas herumgetragen wurde. Dasselbe lautete wörtlich »Japanesische Akrobatentruppe« von William Batulcar. Letzte Vorstellungen vor ihrer Abreise nach den Vereinigten Staaten Nordamerikas der langnasischen Langnasen. Direkte Anrufung des Gottes Tingu, höchst anziehend. »Nach den Vereinigten Staaten Amerikas«, rief Passepartout, »das wäre gerade was für mich.« Er folgte dem Zettelträger nach und kam hinter ihm her, bald in das japanesische Stadtviertel. Nach einer Viertelstunde befand er sich vor einer großen Schaubude, welche mit einigen Bündeln Fähnlein geschmückt und außen an den Wänden mit einer ganzen Gauklerbande in grellen Farben bemalt war. Es war die Anstalt des honorablen Batulcar, eines amerikanischen Barnum, Direktors einer Truppe Seiltänzer, Zauberkünstler, Clowns, Akrobaten, Äquilibristen, Gymnasten, welche, wie die Affiche besagte, ihre letzten Vorstellungen gab, bevor sie das Sonnenreich verließ, um in die Vereinigten Staaten sich zu begeben. Passepartout trat unter eine Vorhalle, die sich am Eingang der Bude befand, und fragte nach Herrn Batulcar. Derselbe erschien persönlich. »Was wollen Sie?« sprach er zu Passepartout, den er anfangs für einen Eingeborenen hielt. »Können Sie einen Diener brauchen?« fragte Passepartout. »Einen Diener«, rief der Barnum, indem er sich seinen dichten, grauen Bart unterm Kinn strich. »Ich hab deren schon zwei, die mir treu und gehorsam sind, mich noch nie im Stich gelassen und unentgeltlich bedienen, sofern ich sie nur ernähre. Sehen Sie, da!« und zeigte dabei seine beiden kräftigen Arme, die mit dicken Adern bezogen waren, wie eine Bassgeige mit Saiten. »Also, können Sie mich zunichts brauchen?« »Zunichts?« »Teufel, es hätte mir doch gerade gepasst, mit Ihnen zu reisen.« »Aha«, sagte der honorable Batulcar, »Sie sind gerade so viel Japanese als ich Affe. Warum haben Sie sich denn in solche Kleidung gesteckt?« »Man kleidet sich, wie man kann.« »Sie haben recht, Franzose sind Sie.« »Ja, ein Pariser aus Paris.« »Nun, dann müssen Sie auch Gesichter schneiden können.« »Ganz gewiss«, erwiderte Passepartout, den es doch ärgerte, dass man seiner Nationalität zu nahe trat. »Wir Franzosen verstehen uns allerdings darauf, Gesichter zu schneiden, aber doch nicht so gut wie die Amerikaner.« »Ja, richtig. Nun denn, kann ich Sie auch nicht als Diener brauchen, so können Sie mir doch als Hanswurst dienen. Verstehen Sie, mein Wackerer, in Frankreich braucht man Ausländer als Possenreißer und im Ausland Franzosen.« »Ah, Sie sind übrigens kräftig.« »Besonders, wenn ich vom Essen komme.« »Und, Sie können singen?« »Ja«, versetzte Passepartout, der früher schon in Straßenkonzerten aufgetreten war. »Aber verstehen Sie auch eine Vorstellung zu geben, Kopf unten mit einem sich drehenden Kreisel auf der linken Fußsohle und dabei mit der rechten einen Säbel im Gleichgewicht halten?« »Varavdisch«, erwiderte Passepartout, dem seine ersten Jugenderinnerungen in den Kopf kamen. »Das ist alles, sehen Sie?«, versetzte der honorable Betulcar, und er nahm ihn sogleich in Dienst. Kurz und gut, Passepartout hatte eine Stelle gefunden. Er hatte sich verbindlich gemacht, in der berühmten japanesischen Truppe alles mitzumachen. Das war zwar wenig schmeichelhaft, aber vor Ablauf von acht Tagen sollte er nach San Francisco unterwegs sein. Die Vorstellung, welche vom honorablen Betulcar mit großem Geräusch angekündigt war, sollte um drei Uhr beginnen, und bald ließen sich die fürchterlichen Instrumente eines japanesischen Orchesters Trommeln und Tam-Tams am Eingang vernehmen. Natürlich hatte Passepartout nicht mehr eine Rolle einstudieren können, aber er sollte bei dem Hauptstück, der Menschentraube, welches die Langnasen des Gottes Tingu aufführten, mit seinen starken Schultern eine Stütze bieten. Dieses höchst anziehende Stück bildete den Schluss der Vorstellungen. Bereits vor drei Uhr war der Zuschauerraum der großen Bude gefüllt. Europäer und Eingeborene, Chinesen und Japanesen, Männer, Weiber und Kinder stürzten sich auf die schmalen Bänke und in die der Szene gegenüber befindlichen Logen. Die Musik hatte sich hineinbegeben, und das volle Orchester, Gong-Gongs, Tam-Tams, Klappern, Flöten, Tampurinen und Pauken arbeiteten wütend. Diese Vorstellung war wie alle diese Akrobatenproduktionen, aber zugestehen muss man, dass die Japanesen die ersten Äquilibristen der Welt sind. Einer führte mit einem Fächer und Fätzchen Papier das so reizende Stück der Schmetterlinge und Blumen aus. Ein anderer zog mit wohlriechendem Pfeifendampf in aller Eile eine Reihe blauer Worte, welche eine Höflichkeit gegen das Publikum ausdrückten. Dieser warf angezündete Kerzen, die er, wenn sie an seinem Munde vorbeiflogen, nacheinander ausblies und dann wieder anzündete, ohne sein Zauberstück im Geringsten zu unterbrechen. Dieser führte mit Kreiseln, während sie sich drehten, kaum glaubliche Züge aus. Unter seiner Hand schienen die schnurrenden Maschinen bei ununterbrochener Kreisbewegung ein eigentümliches Leben zu bekommen. Sie liefen über Pfeifenröhren, Säbelschneiden, Drähte um große Kristallvasen herum, kletterten Bambusleitern hinauf, zerstreuten sich nach allen Seiten und führten durch Verbindung ihrer verschiedenen Töne harmonische Stückchen seltsamer Art auf. Die Zauberkünstler warfen sie in die Luft, wo sie sich zu drehen fortfuhren, schleuderten sie wie Bälle mit hölzernen Raketen, wobei sie immerfort sich drehten. Sie steckten dieselben in die Tasche und wenn sie sie wieder herauszogen, drehten sie sich immer noch, bis sie durch eine Sprungfeder veranlasst wurden, sich in künstliche Garben aufzulösen. Ich brauche die wundervollen Übungsstücke der Akrobaten und Gymnasten nicht aufzuzählen, aber die Hauptdarstellung, welche am meisten Reiz ausübte, war die jener Langnasen, staunenswerter Äquilibristen, welche man in Europa noch nicht kennt. Diese Langnasen bilden eine besondere Kooperation unter direktem Schutze des Gottes Tingu. Sie tragen eine Kleidung wie die Herolde des Mittelalters, nebst einem glänzenden Flügelpaar an den Schultern. Besonders aber unterschieden sie sich durch die langen Nasen, womit sie geziert waren, und den Gebrauch, welchen sie davon machten. Diese Nasen waren fünf, sechs bis zehn Fuß lange Bambus, teils gerade, teils krumm. Diese glatt, jene warzig. Auf diesen Ansätzen nun, welche solid befestigt waren, nahmen sie alle ihre äquilibristischen Übungen vor. Ein Dutzend dieser Anhänger des Gottes Tingu legten sich auf den Rücken, und ihre Kameraden tanzten ihnen auf den Nasen, die wie Blitzableiter angebracht waren, sprangen von einer auf die andere und führten ihre Kunststücke aus. Zum Schluss hatte man dem Publikum die Menschenpyramide angekündigt, wobei etwa fünfzig Langnasen den Wagen von Jaggernaut darzustellen hatten. Aber anstatt zur Bildung dieser Pyramide ihre Schultern zum Stützpunkt zu nehmen, durften die Künstler des honorablen Betulcar nur mit ihren Nasen wirken. Nun geschah es, dass einer von denen, welche die Basis des Wagens bildeten, aus der Truppe ausgetreten war, und da man dafür nur kräftig und gewandt zu sein brauchte, so war Passepartout gewählt worden, seinen Platz einzunehmen. Gewiss schämte sich der brave Junge, als er, in trauriger Erinnerung, an seine jungen Jahre das mittelalterliche Kostüm anzog, sich mit den bunten Flügeln schmückte und eine sechsfußlange Nase ihm angefügt wurde. Aber kurzum, diese Nase verdiente ihm sein Brot, und er schickte sich da rein. Passepartout kam auf die Bühne und ward denen zugesellt, welche die Basis des Wagens zu bilden hatten. Alle legten sich auf dem Boden hin und streckten ihre Nase zum Himmel empor. Eine zweite Abteilung der Äquilibristen nahm auf diesen langen Spitzen Platz, eine dritte über diesen, dann eine vierte, und so erhob sich auf diesen Nasen, die sich nur mit ihren Spitzen berührten, ein Menschenmonument, das bis zur Decke des Theaters reichte. Nun gab es wiederholtes Beifallklatschen, und die Instrumente des Theaters stimmten rauschend ein, als die Pyramide wackelte und das Gleichgewicht verloren ging, da eine der Nasen der Basis ausriss, und das Monument wie ein Kartenhaus zusammenfiel. Daran war Passepartout schuld, der seinen Posten verließ, ohne Flügelgebrauch über das Geländer setzte, die Galerie rechts hinaufkletterte und zu den Füßen eines Zuschauers sank, mit dem Ausrufe, »Ach, mein Herr, mein Herr!« »Sie?« »Ich!« »Nun gut, dann rasch auf das Paketbut.« Herr Fogg in Begleitung von Mrs. Aouda und Passepartout stürzten über die Gänge aus der Bude hinaus. Da aber stießen sie auf Batulcar, der wütend eine Entschädigung für seine Kasse verlangte. Phileas Fogg warf ihm zur Beschwichtigung eine Handvoll Banknoten zu, und noch recht im Moment der Abfahrt um halb sieben bestiegen Herr Fogg und Mrs. Aouda das amerikanische Paketboot und hinter ihnen dreien Passepartout mit seinen Flügeln an den Schultern und der sechsfüßigen Nase im Gesicht, welcher er noch nicht sich hatte entledigen können. Ende von Kapitel 23 Kapitel 24 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 24. Kapitel Fahrt über den stillen Ozean Wir erinnern uns, was sich im Angesicht Schanghais begab. Auf dem Paketboot nach Yokohama hatte man die Signale der Tankadere gehört, und da der Kapitän die Notflagge sah, fuhr er auf die kleine Goelette zu. Nicht lange, so zahlte Phileas Fogg dem Patron John Bunsby den bedungenen Preis von 550 Pfund. Darauf stieg der ehrenwerte Gentleman, nebst Mrs. Aouda und Fix, an Bord des Dampfbootes, das unverzüglich nach Nagasaki und Yokohama weiterfuhr. Als man an demselben Vormittag, dem 14. November, zu regelmäßiger Zeit ankam, begab sich Phileas Fogg, indem er fix seinen Geschäften nachgehen ließ, an Bord des Carnatic und hörte da zu großer Freude der Mrs. Aouda und auch vielleicht zu eigener Freude, obwohl er es nicht merken ließ, dass der Franzose Passepartout tags zuvor wirklich zu Yokohama angekommen war. Da Phileas Fogg noch denselben Abend nach San Francisco weiterfahren musste, so begann er unverzüglich seinen Diener aufzusuchen. Er wandte sich, doch vergeblich, an den französischen und englischen Konsularagenten, und nachdem er fruchtlos durch die Straßen Yokohamas gelaufen, gab er die Hoffnung, Passepartout wiederzufinden, auf, als er zufällig oder vielleicht von einer Ahnung getrieben in die Bude des honorablen Bat-Your-Car trat. Sicherlich hätte er seinen Diener unter dieser exzentrischen Vermummung nicht wiedererkannt, aber dieser gewahrte trotz seiner Rückenlage seinen Herrn auf der Galerie. Er konnte nicht vermeiden, seine Nase zu bewegen, worauf dann das Gleichgewicht brach und das Weitere erfolgte. Aus dem Munde der Mrs. Aouda vernahm so dann Passepartout, wie es bei der Fahrt von Hongkong nach Yokohama auf der Guellet-Tankadere hergegangen, in Gesellschaft eines Herrn Fix. Beim Namen Fix verzog Passepartout seine Miene nicht. Er glaubte, es sei noch nicht der rechte Zeitpunkt, seinem Herrn mitzuteilen, was zwischen ihm und dem Agenten vorgegangen war. Auch machte er bei Erzählung seiner Abenteuer sich selbst einen Vorwurf und sagte nur, er sei in einer Tabaksbude zu Hongkong von einem Opiumrausch befallen worden. Herr Fogg hörte die Erzählung kalt an, ohne ein Wort zu erwidern. Darauf eröffnete er seinem Diener einen hinreichenden Kredit, um sich erst anständigere Kleider anzuschaffen. Und wirklich, ehe eine Stunde verflossen, hatte der wackere Bursche keine Spur mehr von einem Anhänger des Gottes Tingu an sich. Das Paketboot, welches die Fahrt von Yokohama nach San Francisco machte, gehörte der Gesellschaft Pacific Males Team und hieß General Grant. Es war ein ungeheurer Raddampfer von 2500 Tonnen Gehalt, wohlgebaut und schnell fahrend. Über dem Verdeck ging ein ungeheurer Schwengel auf und ab, an dessen einen Ende der Stängel eines Stempels angehängt war, am anderen der eines Triebwerks, welches die geradlinige Bewegung in eine kreisförmige verwandelnd sich direkt an die Achse des Rades anlehnte. Der General Grant war als dreimastige Goelette betakelt und besaß ein großes Segelwerk, welches die Wirkung des Dampfes bedeutend unterstützte. Wenn das Boot seine zwölf Meilen die Stunde fuhr, brauchte es nur 21 Tage zur Fahrt über den stillen Ozean. Phileas Fogg konnte also glauben, dass er, wenn er am 2. Dezember zu San Francisco sich befände, am 11. zu New York und am 20. zu London sein werde, so dass er an dem verhängnisvollen 21. Dezember einige Stunden gewonnen hatte. Die Passagiere an Bord des Dampfers waren ziemlich zahlreich. Engländer, viel Amerikaner, eine wahre Auswanderung von Kulissen nach Amerika und eine Anzahl Offiziere der indischen Armee, welche ihre Ferien zu einer Reise um die Erde benutzten. Während dieser Fahrt begab sich kein störender Zwischenfall. Das Boot mit seinen breiten Rädern und dem starken Segelwerk schwankte wenig. Der stille Ozean rechtfertigte seinen Namen. Herr Fogg war so ruhig, so wenig mitteilsam wie sonst. Seine junge Gefährtin fühlte sich mehr und mehr durch andere Bande als die der Dankbarkeit an diesen Mann gefesselt. Diese schweigsame, so edelmütige Natur machte auf sie einen tiefern Eindruck, als sie glaubte, und sie ließ sich fast wider Willen von Gefühlen beschleichen, welche auf den rätselhaften Fogg ohne Einfluss zu sein schienen. Auch nahm Mrs. Aouda an den Projekten des Gentleman merkwürdigen Anteil. Sie ward unruhig über die Widerwärtigkeiten, welche den Erfolg der Reise hindern konnten. Sie plauderte oft mit Passepartout, der sich ganz gut darauf verstand, im Herzen der Mrs. Aouda zwischen den Zeilen zu lesen. Dieser wackere Junge hatte jetzt zu seinem Herrn einen wahren Köhler glauben. Er ward nicht müde, die Ehrenhaftigkeit, den Edelmut, die Hingebung für Lies Fogg's zu rühmen, beruhigte so dann Mrs. Aouda über den Erfolg der Reise, indem er wiederholt versicherte, das Schwierigste sei bereits geschehen, da man nunmehr aus den fantastischen Ländern heraus wieder in zivilisierte Gegenden komme und nun zum Schluss nur noch die Bahnfahrt von San Francisco nach New York und die Überfahrt von New York nach London zu machen brauche, um diese unmögliche Reise um die Erde ohne Zweifel innerhalb der vorgeschriebenen Zeit zu vollenden. Neun Tage nachdem man Yokohama verlassen, hatte Phileas Fogg gerade die Hälfte der Rundfahrt um die Erde zurückgelegt. Der General Grant fuhr am 23. November über den 180. Meridian, wo sich in der südlichen Hemisphäre die Antipoden Londons befinden. Von den 80 Tagen, welche Herrn Fogg zur Verwendung gegeben waren, hatte er bereits allerdings 52 verwendet, und es blieben ihm nur noch 28. Aber es ist doch zu bemerken, dass, wenn sich der Gentleman auch wegen der Verschiedenheit der Meridiane erst auf der Hälfte des Weges befand, er doch in Wirklichkeit mehr als zwei Drittteile desselben zurückgelegt hatte. Welche notgedrungene Umwege in der Tat von London nach Aden, von Aden nach Bombay, von Calcutta nach Singapur, von Singapur nach Yokohama? Hätte man sich an den 50. Parallelkreis, welcher über London zieht, gehalten, so hätte die Entfernung nur 12.000 Meilen ungefähr betragen, während Phileas Fogg infolge der Launen der Beförderungsmittel, deren etwa 26.000 zu durchlaufen hatte, wovon er an diesem 23. November ungefähr 17.500 zurückgelegt hatte. Jetzt aber war es nur noch der gerade Weg und Fix war nicht mehr anwesend, um Schwierigkeiten entgegenzuhäufen. An diesem 23. November erlebte auch Passepartout eine große Freude. Wir erinnern uns, dass derselbe eigensinnig darauf beharrt hatte, seine famose Familienuhr unverändert bei der Londoner Zeit zu lassen, indem er alle Uhren der Länder, durch welche er kam, für irrig erklärte. Nun fand er an diesem Tage, obschon er sie niemals weder vor noch nachgestellt hatte, seine Uhr völlig in Übereinstimmung mit den Chronometern an Bord. Er triumphierte. Ich wußte wohl, dass eines Tages die Sonne sich entschließen würde, sich nach meiner Ruhe zu richten. Passepartout wußte etwas nicht. Wäre sein Zifferblatt, wie das in Italien der Fall ist, in 24 Stunden eingeteilt gewesen, so hätte er keinen Anlass zu triumphieren gehabt, denn die Zeiger seines Instruments hätten, als es an Bord neun Uhr vormittags war, auf neun Uhr abends gewiesen, das heißt, die 21. Stunde seit Mitternacht, und das ist genau der Abstand Londons vom 180. Meridian. Passepartout spottete darüber, was ihm einmal fix von den Meridianen und der Sonne vorgeschwatzt hatte. Hätte er ihn aber damals gerade an Bord getroffen, so hätte er ohne Zweifel über etwas anderes mit ihm abgerechnet. Wo befand sich nun damals Fix? Er war gerade an Bord des General Grant. Der Agent hatte sich bei seiner Ankunft zu Yokohama unverzüglich zum englischen Konsul begeben, wo er auch endlich den Verhaftsbefehl vorfand, welcher bereits 40 Tage zuvor ausgestellt, von Bombay aus ihm nachgeeilt und von Hongkong aus auf demselben Cornetic, an dessen Bord man ihn vermutete, abgeschickt worden war. Welch ein Strich durch seine Rechnung! Jetzt nutzte er nichts mehr, denn der Herr Fogg war nicht mehr auf englischem Gebiet. Nun war eine Auslieferungsakte nötig, um ihn verhaften zu können. Meinetwegen, tröstete sich Fix nach der ersten Aufwallung, taugt mein Mandat nicht mehr für hier, so hat es doch in England Kraft. Der Schuft sieht gerade so aus, als wolle er wieder heimkehren. Meint die Polizei angeführt zu haben. Schön, ich bleibe ihm auf der Ferse bis dorthin. Bliebe nur von dem Geld noch etwas übrig. Aber mein Mann hat für Reisegeld, Prämien, Prozessbußen, den Elefanten und allerlei andere Kosten bereits über 5000 Pfund unterwegs verbraucht. Übrigens, die Bank hat ja Geld genug. Rasch entschlossen ging er sogleich auf dem General Grant unter Segel. Er befand sich an Bord, als Herr Fogg und Mrs. Aouda denselben bestiegen und erkannte höchlich erstaunt Passepartout unter seiner Vermummung als Herold. Nun versteckte er sich augenblicklich in seiner Kabine, um einer Erklärung auszuweichen, die alles verderben konnte. Diesen Tag aber meinte er, unter der großen Menge der Zuschauer von seinem Feinde nicht erkannt zu werden, als er auf einmal auf dem Vorderteil des Schiffes ihn Auge im Auge vor sich sah. Passepartout packte ihn ohne weiteres bei der Kehle und brachte zu großer Erlustigung einiger Amerikaner, die sogleich für ihn wetteten, dem unglückseligen Agenten eine tüchtige Trachtprügel bei, welche den Beweis von der Überlegenheit der französischen Boxkunst über die englische abgaben. Als Passepartout fertig war, fühlte er sich wie erleichtert und ruhiger. Fix stand, übel zugerichtet auf, sah seinen Gegner an und sprach kalt, »Sind Sie fertig?« »Ja, für den Augenblick.« »So kommen Sie auf ein Wort.« »Ich soll...« »Im Interesse Ihres Herrn.« Passepartout, auf den diese Kaltblütigkeit Eindruck machte, begleitete den Agenten und sie setzten sich auf dem Vorderverdeck zusammen. »Sie haben mich geprügelt,« sagte Fix. »Gut, ich hatte mich dessen versehen. Jetzt hören Sie mich an. Bisher bin ich Herrn Fogg entgegen gewesen, aber von nun an spiele ich sein Spiel.« »Entlich!« rief Passepartout. »Alten Sie ihn für einen ehren Mann?« »Nein!« »Nein!« erwiderte Fix kalt. »Ich halte ihn für einen Schuft.« »Sst!« »Bleiben Sie!« »Und lassen Sie mich reden!« »Solange sich Herr Fogg auf englischem Gebiet befand, lag es in meinem Interesse, ihn aufzuhalten, bis der Verhabtsbefehl käme. Zu diesem Zweck habe ich alles getan, deshalb auch Sie betrunken gemacht, Sie von ihm getrennt und seine Verspätung für das Dampfboot bewirkt.« Passepartout hörte mit geballter Faust zu. »Jetzt«, fuhr Fix fort, »hat es den Anschein, als wolle Herr Fogg nach England zurückkehren.« »Meinetwegen. Ich werde ihn fortwährend begleiten, aber nun ist es mir darum zu tun, die Hindernisse seiner Reise ebenso sorgfältig und eifrig aus dem Wege zu räumen, wie bisher sie zu häufen. Sie sehen, mein Spiel ist jetzt ein anderes, weil mein Vorteil es so verlangt. »Ich füge hinzu, dass Ihr Interesse das gleiche ist, denn erst in England können Sie erfahren, ob Sie im Dienst eines Verbrechers sind oder eines ehrlichen Mannes.« Passepartout hörte Fix mit gespannter Aufmerksamkeit zu und war überzeugt, dass Fix völlig aufrichtig sprach. »Sind wir Freunde?« fragte Fix. »Freunde?« »Nein«, versetzte Passepartout. »Verbündete?« »Ja.« »Und nun der Vorbealt des Inventars, denn beim ersten Anzeichen von Verrat drehe ich Ihnen denn alles um.« »Abgemacht«, sagte der Polizeiagent gelassen. Elf Tage nachher, am 3. Dezember, lief der General Grant in die Bay von San Francisco ein. Herr Fogg hatte keinen Tag weder gewonnen noch verloren. Ende von Kapitel 24 Kapitel 25 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 25. Kapitel Überblick von San Francisco Ein Meeting Es war sieben Uhr vormittags, als Phileas Fogg, Mrs. Aouda und Passepartout den amerikanischen Kontinent betraten, sofern man den schwimmenden Kay, wo sie ausstiegen, so nennen darf. Diese Kays, welche mit der Flut steigen und fallen, erleichtern das Laden und Abladen der Schiffe. Da legen sich die Klipper aller Größen vor, die Dampfer aller Nationalitäten, die mehrstöckigen Dampfboote, welche den Sacramento und seine Zuflüsse befahren. Da sind auch die Produkte eines Handels gehäuft, der sich nach Mexiko, Peru, Chile, Brasilien, Europa, Asien und allen Inseln des stillen Meeres erstreckt. Passepartout in dem freudigen Gefühl, endlich den amerikanischen Boden zu betreten, glaubte, seine Landung mit einem gewagten Sprung besten Stils ausführen zu müssen. Als er aber auf den wurmstichigen Bretterboden des Kays herabkam, wäre er beinahe durch und durch gedrungen. Ganz bestürzt über die Art, wie er auf dem neuen Kontinent Fuß gefasst, stieß der brave Junge einen entsetzlichen Schrei aus, der eine ganze Schar Kormorane und Pelikane aufscheuchte, welche auf diesen beweglichen Kays hausen. So wie Herr Fogg ausgestiegen war, erkundigte er sich nach der Abfahrt des nächsten Bahnzuges nach New York. Da dieses erst um sechs Uhr abends war, so hatte er einen vollen Tag auf die Hauptstadt Kaliforniens zu verwenden. Er ließ für sich und Mrs. Aouda einen Wagen kommen, auf dessen Bock Passepartout Platz nahm und das Fuhrwerk rollte um drei Dollars den Kur zum International Hotel. Von seinem erhabenen Sitze herab betrachtete Passepartout neugierig die große amerikanische Stadt. Breite Straßen, niedrige, der Linie nach gereihte Häuser, Kirchen und Tempel von angelsächsischer Gotik, ungeheure Docks, Lagerhäuser wie Paläste, teils aus Holz, teils aus Ziegelsteinen, in den Straßen, zahlreiche Fuhrwerke, Omnibus, Rinnenschienenwagen. Und auf den Trottoirs scharenweise nicht allein Amerikaner und Europäer, sondern auch Chinesen und Indier, kurz die Bestandteile einer Bevölkerung von mehr als zweimal hunderttausend Bewohnern. Passepartout war von diesem Anblick ganz überrascht. Er dachte noch an die märchenhafte Stadt von 1849, die Stadt der Banditen, Brandstifter und Mörder, die herbeiströmten, um Goldbarren zu gewinnen, nur der ungeheure Sammelplatz aller Herabgewürdigten und Ausgestoßenen, wo man um Goldstaub spielte, den Revolver in der einen Hand, in der anderen einen Dolch. Aber diese goldene Zeit war vorüber. San Francisco hatte jetzt das Aussehen einer großen Handelsstadt. Der hohe Turm des Stadthauses mit seinen Wächtern beherrschte alle diese in rechten Winkeln sich durch schneidenden Straßen und Baumgänge, zwischen welchen grüne Plätze einen heitern Anblick gewährten. So dann eine chinesische Stadt, welche aus dem himmlischen Reich in eine Schachtel mit Spielzeug verpflanzt schien, keine Sombreros mehr, keine Rothemden nach Art der Goldjäger, keine Indier mit Federn, sondern Seidenhüte und schwarze Kleider, wie viele Gentlemen von verzehrender Tätigkeit. Einige Straßen, unter anderem Montgomery, waren mit glänzenden Magazinen umgeben, worin man die Produkte der ganzen Welt ausgelegt fand. Als Passepartout beim International Hotel anlangte, kam es ihm vor, als sei er nicht aus England herausgekommen. Im Erdgeschoss befand sich ein ungeheurer Schenkplatz, worin jeder Mann unentgeltlich bedient wurde. Getrocknetes Fleisch, Austernsuppe, Zwieback und Chester wurden ausgeteilt, ohne dass der Gast die Börse zu ziehen hatte. Er brauchte nur, den Trunk zu bezahlen. Ale, Porter oder Xeris, wenn er Lust dazu hatte. Das kam dem Passepartout sehr amerikanisch vor. Die Restauration im Hotel war angenehm. Herr Fogg und Mrs. Aouda nahmen an einer Tafel Platz und wurden von Negern in schönstem Schwarz auf Tellern und Schüsseln aus Lilliput reichlich bedient. Nach dem Frühstück verließ Phileas Fogg in Begleitung von Mrs. Aouda das Hotel, um sich auf dem Büro des englischen Konsuls seinen Pass visieren zu lassen. Auf dem Trottoir stieß er auf seinen Diener, der ihn fragte, ob es nicht klug sei, bevor man den Zug der Pacific-Bahn besteige, sich mit einigen Dutzend Karabiner Enfield oder Revolver Colt zu versehen. Passepartout hatte von Sue und Pawnees Reden hören, welche die Bahnzüge überfallen und einholten. Herr Fogg hielt es zwar für eine unnötige Vorsicht, doch ließ er ihm frei zu tun, wie es ihn beliebte. Darauf ging er auf das Büro des Konsularagenten zu. Noch hatte er keine zweihundert Schritte gemacht, als er zufällig auf Fix stieß. Dieser stellte sich äußerst überrascht. Wie? Die Herren Fogg und Fix hatten die Fahrt über das stille Meer miteinander gemacht, ohne sich an Bord zu begegnen? Jedenfalls fühlte sich Fix nun sehr geehrt, dem Gentleman, welchem er so viel verdankte, zu begegnen, und da ihn seine Geschäfte nach Europa zurückriefen, so würde es ihn unendlich freuen, seine Reise in so angenehmer Gesellschaft fortzusetzen. Herr Fogg erwiderte, die Ehre wäre nur auf seiner Seite, und Fix, dem es sehr darum zu tun war, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, bat ihn um die Erlaubnis, sich bei Besichtigung der so merkwürdigen Stadt San Francisco ihm anzuschließen. Es ward ihm gewährt. So schlenderten denn Mrs. Aouda, Phileas Fogg und Fix durch die Straßen und befanden sich bald auf der Montgomery-Straße, wo das größte Zusammenströmen des Volkes stattfand. Auf den Trottoirs, mitten auf der Chaussée, auf den Rinnenschienenwegen, am Eingang der Läden, an den Fenstern aller Häuser und selbst auf den Dächern, eine unzählbare Menge. Zettelträger drangen durch alle Gruppen, Flaggen und Wimpeln flatterten, lautes Geschrei vernahm man aller Wärts. »Hooray für Camerfield! Hurray für Mandy Boy!« Es war ein Meeting. So meinte wenigstens Fix, der seinen Gedanken Herrn Fogg mit dem Beifügen mitteilte, »Es wird vielleicht geraten sein, dass wir uns nicht in dies Gedränge hineinwagen, da setzt es nur schlimme Püffe.« »Gewiß«, erwiderte Phileas Fogg, »und die Faustpüffe um der Politik willen sind darum nicht minder Püffe.« Fix glaubte, als er diese Bemerkung hörte, lächeln zu müssen, und um zuzuschauen, ohne ins Gedränge zu kommen, stellten sich Mrs. Mrs. Aouda Phileas Fogg mit ihm auf den oberen Absatz einer Treppe, welche von einer Terrasse der Montgomery-Straße herabführte. Vor ihren Augen auf der anderen Seite der Straße zwischen der Werfte eines Kohlengeschäftes und dem Magazin eines Petroleumhändlers befand sich in freier Luft ein geräumiges Büro, welchem die Menge von verschiedenen Seiten her zuzuströmen schien. Und jetzt? Zu welchem Zweck dieses Meeting? Aus welchem Anlass wurde es gehalten? Phileas Fogg wusste es durchaus nicht. Handelte sich's um die Ernennung eines hohen Militär oder Zivilbeamten, eines Staatsgouverneurs oder Abgeordneten zum Kongress? Man hätte darauf schwören mögen, wenn man das außerordentliche Leben und Treiben sah, welches die Stadt in leidenschaftliche Bewegung setzte. In diesem Augenblicke vollzog sich eine ungeheure Bewegung in der Menge. Alle Hände ragten in die Luft empor, manche fest zusammengeballt, schienen sich mitten unter Geschrei auf- und abzubewegen, allerdings eine energische Art, sein Votum zu formulieren. Die wogende Masse war wie von Wirbeln bewegt. Die Fahnen wankten, verschwanden einen Augenblick, kamen zersetzt wieder zum Vorschein. Die Wellenbewegung pflanzte sich bis zur Treppe fort, während an der Oberfläche alle Köpfe wogten wie ein durch einen Windstoß plötzlich aufgerührtes Meer. Die Anzahl der schwarzen Hüte verminderte sich augenfällig und die meisten schienen an ihrer natürlichen Größe eingebüßt zu haben. Offenbar ist's ein Meeting, sagte Fix, und in einer Frage von durchgreifendem Interesse. Es sollte mich nicht wundern, wenn es sich noch um die Alabama-Frage gehandelte, obwohl sie bereits gelöst ist. Vielleicht, erwiderte Fogg. Jedenfalls, fuhr Fix fort, stehen sich zwei Bewerber im Kampf gegenüber, Camerfield und Mandy Boy. Misses Aouda an Phileas Foggs Arm sah mit Verwunderung der lärmenden Szene zu und Fix fragte einen seiner Nachbarn um den Grund dieser Volksgärung, als die Bewegung sich noch deutlicher aussprach. Die Hoorays mit Beschimpfungen gewürzt verdoppelten sich. Fahnenschaften wurden zur Angriffswaffe, überall Fäuste statt Hände. Von den Wagen herab, die man anhielt, von den Omnibus, deren Fahrt man sperrte, regnete es Püffe, man griff nach allem zum Werfen, Stiefel und Schuhe flogen durch die Luft und es schien gar, als mischten Revolver ihr nationales Knallen mit den Rufen der Menge. Das lärmende Gedränge kam näher zur Treppe und überflutete die ersten Stufen. Die eine Partei war ohne Zweifel zurückgedrängt, ohne dass die Zuschauer zu erkennen vermochten, ob Mandy Boy oder Camerfield im Vorteil war. »Ich halte für geraden, dass wir uns zurückziehen«, sagte Fix, dem es nicht darum zu tun war, dass sein Mann einen tüchtigen Schlag erhielt oder eine schlimme Sache auf den Hals bekäme. »Wenn bei allediesem von England die Rede ist und man erkennt uns im Getümmel, so wird es uns übel ergehen.« Ein englischer Bürger versetzte Phileas Fogg, aber der Gentleman konnte nicht einmal ausreden, es erhob sich fürchterliches Geschrei von der Terrasse vor der Treppe. »Hooray! Hip-hip für Mandy Boy!« rief's aus einer Truppe Wähler, die zum Beistand anrückte und die Anhänger Camerfields in die Seite packte. Herr Fogg, Mrs. Aouda, Fix befanden sich zwischen zwei Feuern, konnten nicht mehr entrinnen. Dieser mit Bleistöcken und Totschlägern bewaffnete Menschenstrom war unwiderstehlich. Phileas Fogg und Fix, welche der jungen Frau Schutz boten, wurden fürchterlich herumgestoßen. Fogg, so phlegmatisch wie immer, wollte sich mit der Naturwaffe seiner Fäuste wehren, aber es half nichts. Ein großer, breitschuldriger Bursche, mit rotem Bart und farbiger Haut, dem Anscheine nach der Führer einer Rotte, schwang über Fogg seine furchtbare Faust und würde ihn arg getroffen haben, hätte nicht fix aus Hingebung den Schlag aufgefangen. Unter seinem plattgedrückten Seidenhut schwoll dem Detective gleich eine ungeheure Beule. »Yankie!« rief Herr Fogg und warf seinem Gegner einen Blick voll Verachtung zu. »Ein Engländer!« erwiderte der andere. »Wir werden uns wiederfinden!« »Wann's Ihnen beliebt!« »Ihr Name?« »Phileas Fogg.« »Der ihrige?« »Oberststam Proctor.« Darauf flutete die Menge vorüber. Fix wurde zu Boden geworfen, stand mit zerrissenen Kleidern wieder auf, doch ohne bedeutende Quetschung. Sein Reisepalettot und seine Hosen waren arg zerrissen, doch war Mrs. Aouda verschont geblieben und nur Fix hatte seinen Schlag bekommen. »Danke«, sagte Herr Fogg zu dem Agenten, sobald sie aus dem Gedränge waren. »Kein Grund dazu,« erwiderte Fix. »Aber kommen Sie mit.« »Wohin?« »In eine Kleiderhandlung.« Wirklich war ein solcher Besuch dringend. Die Kleidung beider war zersetzt, als hätten sich dieselben auf Rechnung der ehrenwerten Camerfield und Mandy Boy selbst herumgeschlagen. Nach Verlauf einer Stunde waren sie wieder in anständigem Zustand und begaben sich zurück ins International Hotel. Hier wartete bereits Passepartout auf seinen Herrn mit einem halben Dutzend sechsläufigen Revolverdolchen mit Zündlöchern in der Mitte. Als er fix in Begleitung des Herrn Fogg sah, ward seine Stirne düster. Aber als Mrs. Aouda in Kürze erzählte, was vorgefallen war, ward Passepartout wieder freundlich. Fix war offenbar kein Feind mehr, sondern ein Verbündeter. Und er hielt Wort. Nach Beendigung des Diner fuhr eine Kutsche vor, um die Reisenden mit ihrem Gepäck auf den Bahnhof zu bringen. Im Augenblick des Einsteigens sprach Herr Fogg zu Fix. »Haben Sie diesen Oberst Proctor nicht wieder gesehen?« »Nein«, erwiderte Fix. »Ich werde wieder nach Amerika kommen und ihn dann finden«, sagte Fogg kaltblütig. »Ein englischer Bürger darf sich so eine Behandlung nicht gefallen lassen.« Der Agent lächelte, ohne etwas zu erwidern. Aber man sieht, Herr Fogg gehörte zu der Sorte von Engländern, die, wenn sie auch in ihrer Heimat das Duell nicht leiden mögen, im Ausland sich schlagen, wenn es sich darum handelt, ihre Ehre zu behaupten. Um drei Viertel auf sechs kamen die Reisenden auf den Bahnhof und fanden den Zug zur Abfahrt bereit. Als Herr Fogg im Begriff war, einzusteigen, bemerkte er einen Beamten, trat zu ihm und fragte, »Mein Freund, hat es nicht heute zu San Francisco unruhige Auftritte gegeben?« »Es war ein Meeting, mein Herr«, war die Antwort. »Doch habe ich in den Straßen starke Aufregung bemerkt.« »Es handelte sich nur um ein Meeting für eine Wahl.« »Eines Obergenerals wohl?« fragte Herr Fogg. »Nein, mein Herr, eines Friedensrichters.« Hierauf stieg Fogg in den Waggon und der Zug brauste von dannen. Ende von Kapitel 25 Kapitel 26 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 26. Kapitel Expresszug auf der Pacific-Bahn Vom Ozean zum Ozean sagen die Amerikaner und diese drei Worte sollten auch die allgemeine Benennung des großen Bahnweges werden, welcher die Vereinigten Staaten Amerikas in ihrer größten Breite quer durchzieht. Aber in Wirklichkeit ist die Pacific-Bahn in zwei gesonderte Partien eingeteilt. Central Pacific zwischen San Francisco und Orgden und Union Pacific zwischen Orgden und Omaha. Hier treffen fünf besondere Linien zusammen, welche Omaha in starken Verkehr mit New York bringen. New York und San Francisco sind also gegenwärtig durch ein ununterbrochenes Metallband verbunden, welches 3786 Meilen misst. Zwischen Omaha und dem stillen Meer zieht die Eisenbahn durch eine noch von Indianern und Rothäuten durchzogene Gegend, ein weit ausgedehntes Gebiet, welches die Mormonen gegen 1845, als sie aus Illinois vertrieben wurden, zu kolonisieren anfingen. Früher brauchte man im günstigsten Fall sechs Monate für eine Reise von New York nach San Francisco. Jetzt nur sieben Tage. Im Jahre 1862 wurde, trotz der Opposition der Abgeordneten des Südens, welche eine mehr südliche Linie verlangten, beschlossen, die Eisenbahn zwischen dem 41. und 42. Breitegrad zu ziehen. Der Präsident Lincoln bestimmte selbst zu Omaha im Staat Nebraska den Anfangspunkt des neuen Bahnnetzes. Die Arbeiten wurden sofort in Angriff genommen und mit der amerikanischen Tätigkeit betrieben, die nichts von Papier oder Bürokratie an sich hat. Die reißende Schnelligkeit der Ausführung sollte der guten Herstellung der Bahn durchaus nicht schaden. Im Wiesenland kam man täglich anderthalb Meilen vorwärts. Eine Lokomotive rollte auf den Schienen des gestrigen Tages und brachte die für den Morgenden, verrichtete Schritt für Schritt ihr Werk nach Maßgabe des Fortschritts der Bahn. Die Pacific Bahn entsendet einige Zweigbahnen in die Staaten Iowa, Kansas, Colorado, Oregon. Von Omaha ab läuft sie auf dem linken Ufer des Platteflusses bis zur Einmündung der nördlichen Abzweigung, während die südliche durch die Laramie-Landschaft und die Warsatch-Berge rings um den Salzsee bis zur Hauptstadt der Mormonen Lake Salt City zieht, dann ins Tal der Tuilia dringt, längs der amerikanischen Wüste, dem Cedar- und Humboldt-Gebirge, dem Humboldt-Fluss, der Sierra Nevada läuft und wieder hinab über Sacramento bis zum stillen Meer, ohne dass diese Strecke selbst innerhalb des Felsengebirges einen stärkeren Fall hätte als 112 Fuß per Meile. Diese lange Pulsader durchlaufen die Züge in sieben Tagen, so dass es dem ehrenwerten Phileas Fogg, er hoffte es wenigstens, möglich war, am 11. zu New York das Paketboot nach Liverpool zu besteigen. Der Waggon, in welchem Phileas Fogg fuhr, war so ein langer Omnibus auf zwei vierrädrigen Untergestellen, welche dergestalt beweglich sind, dass man damit starke Krümmungen befahren kann. Im Innern sind keine Abteilungen, nur zwei Sitzreihen auf jeder Seite eine, senkrecht auf der Achse und zwischen denselben führt ein Gang zu den Kabinetten für Toilette und anderes, womit jeder Waggon versehen ist. Alle Wagen sind der Länge nach durch Stege miteinander in Verbindung, so dass die Passagiere von einem Ende eines Wagenzugs bis zum anderen sich begeben konnten, der aus Salonwagen, Terrassenwagen, Restaurations- und Kaffeewagen bestand. Nur Theaterwaggons fehlen noch, aber die wird's künftig auch geben. Auf den Stegen gingen beständig Bücher und Journalverkäufer auf und ab, die ihre Ware ausboten, und auch den Verkäufern von Likörs, Esswaren und Zigarren mangelte es nicht an Abnehmern. Um sechs Uhr abends fuhr man von der Station Auckland ab. Es war schon Nacht, kalte, dunkle Nacht bei bedecktem Himmel mit drohendem Schneegewölk. Die Schnelligkeit der Fahrt war nicht sehr bedeutend, die Anhalte eingerechnet betrug sie nicht über zwanzig Meilen die Stunde, wobei man jedoch die vorschriftsmäßige Zeit einhalten konnte. Man sprach im Waggon wenig, und die Reisenden wurden bald vom Schlaf befallen. Passepartout saß neben dem Polizeiagenten, sprach aber nicht mit ihm. Seit den letzten Vorfällen war ihr Verhältnis merklich kühler geworden. Keine Sympathie, keine Vertraulichkeit mehr. Fix hatte sich in seinem Benehmen nicht geändert, aber Passepartout dagegen hielt sich äußerst verschlossen, bereit, seinen vormaligen Freund beim ersten Argwohn zu erwürgen. Eine Stunde nach der Abfahrt fing's an zu schneien, ein dünner Schnee, der zum Glück die Fahrt des Zuges zu hemmen nicht geeignet war. Durch die Fenster sah man nur noch eine ungeheure weiße Fläche, auf welcher die wirbelnden Dampfwolken der Lokomotive graulich schienen. Um acht Uhr trat ein Steward in den Waggon und kündigte an, es sei nun Schlafenszeit. Es war nämlich ein Schlafwaggon, der in wenigen Minuten zu einem Schlafgemach umgewandelt wurde. Die Rückenlehnen der Bänke senkten sich, sorgfältig eingepackte Lagerstätten entrollten sich in sinnreicher Weise, in einigen Augenblicken waren Kabinen improvisiert und jeder Passagier sah sich flugs im Besitz eines behaglichen Bettes, das durch dichte Vorhänge gegen neugierige Blicke geschützt war. Weißes Leinenzeug, weiche Kissen, luden zum Hinlegen und Schlafen ein, wozu jeder geneigt war, wie in der bequemen Kabine eines Paketbootes, in des der Zug mit voller Schnelligkeit durch Kalifornien dampfte. In der Gegend zwischen San Francisco und Sacramento ist der Boden wenig uneben. Dieser Teil der Eisenbahn, Central Pacific Bahn genannt, hatte anfangs Sacramento zum Ausgangspunkt und zog sich dann östlich der von Omaha kommenden entgegen. Von San Francisco nach der Hauptstadt Kaliforniens lief eine Linie gerade nordöstlich längs dem American River, der in die Bay San Pablo mündet. Die 120 Meilen zwischen diesen beiden Hauptstädten wurden in sechs Stunden zurückgelegt und die Reisenden langten gegen Mitternacht, während sie im ersten Schlaf lagen, zu Sacramento an, so dass sie von dieser ansehnlichen Stadt, dem Sitz der Gesetzgebung des Staates Kalifornien, von seinen hübschen Cays, breiten Straßen, seinen öffentlichen Plätzen und Kirchen nichts zu sehen bekamen. Von Sacramento ab, hinter den Stationen Junction, Rocklin, Auburn und Colfax, zieht die Bahn durch den Hauptstock des Sierra Nevada Gebirges. Um sieben Uhr früh fuhr man durch Cisco, eine Stunde nachher ward das Schlafgemach wieder zum gewöhnlichen Waggon und die Reisenden konnten durch die Fenster die malerischen Ansichten dieses Gebirgslandes schauen. Die Bahn folgte in ihrer Richtung den Launen der Sierra, indem sie hier an die Gebirgswände sich anlehnte, dort sich über Abgründe hinaus schwang, die spitzen Winkel durch kühne Kurven vermied, in enge Schluchten drang, die man für ausgangslos hielt. Die funkelnde Lokomotive mit ihrer großen Leuchte, silbertönigen Glocke, mischte ihr Pfeifen und Brüllen mit dem Getöse der Waldbäche und Kaskaden, und ihre Dampfwolken wirbelten ins dunkle Tannengezweig. Wenig oder keine Tunnels noch Überbrückungen. Der Schienenweg bog um die Gebirgsseiten, ohne in gerader Linie den kürzesten Weg von einem Punkt zum anderen zu suchen, ohne der Natur Gewalt anzutun. Gegen 9 Uhr drang der Zug durch das Carson-Tal stets nordostwärts in den Staat Nevada. Um 12 Uhr hatte er Reno hinter sich. Von hier aus nahm die Bahn längs dem Humboldt-Fluß einige Meilen weit nördliche Richtung. Nachher bog sie ostwärts und folgte dem Lauf dieses Flusses bis zu seiner Quelle, der Humboldt-Kette, fast am östlichen Ende des Nevada-Staates. Nach dem Frühstück, wofür zu Reno 20 Minuten Zeit gegönnt wurde, nahmen Herr Fogg nebst Mrs. Aouda und seinen Gefährten ihre Plätze im Waggon wieder ein. Phileas Fogg, die junge Frau, Fix und Passepartout, schauten in aller Behaglichkeit auf die wechselnde Landschaft vor ihren Augen. Ungeheure Wiesenflächen, Gebirgsprofile am Horizont, rauschende Waldbäche mit schäumendem Gewässer. Mitunter zeigte sich eine große Schar Bison, die sich in der Ferne wie ein beweglicher Damm zusammendrängte. Diese unzählbaren Heere Wiederkäuer bilden oft ein unübersteigliches Hindernis einer Eisenbahnfahrt. Man hat gesehen, wie tausende dieser Tiere mehrere Stunden lang in dicht gedrängten Reihen über die Schienen zogen. Dann ist die Lokomotive genötigt, Halt zu machen und zu warten, bis die Bahn wieder frei geworden. So geschah es nun auch in diesem Falle. Gegen drei Uhr nach Mittags wurde die Bahn durch einen Trupp von zehn bis zwölftausend Stück versperrt. Die Maschine versuchte zuerst, mit geminderterter Geschwindigkeit in die Seite der unermesslichen Reihe einzudringen, aber es blieb ihr nichts übrig, als vor der undurchdringlichen Masse Halt zu machen. Man sah diese Tiere, von den Amerikanern nicht richtig Büffel genannt, mit langsamem Schritt, mitunter fürchterlichem Gebrüll, über die Bahn wandeln. Sie sind von höherem Wuchs als die europäischen Stiere, haben kurze Beine und Schwanz, einen stark vortretenden Muskelbuckel, ihre Hörner sind an der Wurzel weit abstehend, Kopf, Hals und Schultern mit langhaariger Mähne bedeckt. Man konnte nicht daran denken, ihren Wanderzug aufzuhalten. Wenn die Bison eine Richtung genommen haben, ist nichts im Stande, ihren Zug einzuhalten oder zu ändern. Er gleicht einem Strome lebendigen Fleisches, der sich durch keinen Damm einengen lässt. Die Reisenden schauten von den Stegen aus diesem merkwürdigen Schauspiel zu. Aber der am meisten dadurch bedrängte Phileas Fogg blieb an seinem Platz und wartete mit philosophischer Ruhe, bis es den Ochsen gefallen würde, die Bahn freizumachen. Passepartout geriet in Wut über die dadurch veranlasste Verspätung. Gerne hätte er alle seine Revolver gegen sie abgefeuert. Was für ein Land, rief er aus, wo man nur Ochsen braucht, um Bahnzüge aufzualten. Da wandeln sie in Prozessionen in aller Gemächlichkeit, als ob sie gar nicht genierten. Zum Enker, ich möchte doch wissen, ob er Fogg auch diesen Unfall in seinem Programm vorgesehen hat, um dass der Maschinist sich nicht getraut, mit seiner Maschine durchzudringen. Der Maschinist hatte gar keinen Versuch gemacht, das Hindernis wegzuschaffen und tat wohl daran. Ohne Zweifel hätte er einige der Tiere mit seiner Lokomotive zerfleischt, aber trotz ihrer Kraft wäre die Maschine doch bald aufgehalten worden, unausbleiblich wäre eine Entgleisung erfolgt und der Zug wäre dadurch erst recht nicht in Not geraten. Das Beste war also, in aller Geduld abzuwarten und sich dabei zufrieden zu geben, dass man nachher durch beschleunigte Geschwindigkeit die verlorene Zeit wieder einbringen konnte. Drei volle Stunden dauerte dieses Vorüberwandeln der Bisons und erst als die Nacht einbrach ward die Bahn wieder frei. Als die letzten Reihen da über die Schienen schritten, verschwanden die vordersten schon am südlichen Horizont aus dem Gesicht. So gelangte der Zug erst um 8 Uhr in die Engen der Humboldtketten und um halb 10 aufs Gebiet von Utah, der Gegend des großen Salzsees, in das merkwürdige Mormonenland. Ende von Kapitel 26 Kapitel 27 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Bern Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. 27 Kapitel Ein Stück Mormonen Geschichte Während der Nacht vom 5. auf den 6. November legte der Zug erst südöstlich eine Strecke von etwa 50 Meilen zurück. Dann lief er ebenso weit nordöstlich und kam in die Nähe des großen Salzsees. Gegen 9 Uhr morgens schöpfte Passepartout auf dem Steg etwas freie Luft. Es war kaltes Wetter, grauer Himmel, aber es schneite nicht mehr. Die Sonnenscheibe im Nebel vergrößert, glich einem ungeheuren Goldstück und Passepartout befasste sich eben damit, den Wert desselben Empfund Stirling auszurechnen, als ihn die Erscheinung eines seltsamen Menschen bei der nützlichen Arbeit störte. Auf der Station Elko war ein Mann eingestiegen, von hohem Wuchs, sehr braun mit schwarzem Schnurrbart, er trug schwarze Strümpfe und schwarzen Seidenhut, schwarze Weste und Hosen, weiße Halsbinde und Handschuhe von Hunsleder. Man konnte ihn für einen Geistlichen halten. Er ging von einem Ende des Zuges bis zum anderen und klebte an jede Waggon-Türe mit Oblaten eine handschriftliche Notiz. Passepartout trat näher und las, dass der ehrenwerte Älteste William Hitch, Mormonen-Missionär, seine Anwesenheit beim Zug 48 benutzen wolle, um elf Uhr mittags im Wagen Nummer 117 eine Konferenz über den Mormonismus zu halten und lade dazu alle Gentlemen ein, die Lust hätten, sich über die Geheimnisse der Religion der Heiligen der letzten Tage näher zu unterrichten. »Ei, da geh ich in«, sagte Passepartout, dem vom Mormonismus nichts weiter bekannt war, als die Vielweiberei, als Grundlage der Mormonengesellschaft. Die Neuigkeit verbreitete sich rasch unter den etwa 100 Reisenden des Zuges, von welchen höchstens dreißig sich anlocken ließen, um elf Uhr auf den Bänken des Wagens Nummer 117 sich einzufinden. In vorderster Reihe dieser Gläubigen sah man Passepartout. Weder sein Herr noch Fix hatten sich wollen stören lassen. Zu der festgesetzten Stunde erhob sich der Älteste und rief mit aufgeregter Stimme, als hätte man ihm schon zum Voraus widersprochen, »Ich sage euch, dass Joe Smith ein Märtyrer ist, dass sein Bruder Hiram ein Märtyrer ist und dass die Verfolgungen von Seiten der Union gegen die Propheten gleichermaßen Brigham Young zum Märtyrer machen werden. Wer wagt, das Gegenteil zu behaupten? Niemand unterstand sich dem Missionär zu widersprechen, dessen Aufregung mit seiner von Natur ruhigen Physiokonomie in Widerspruch stand. Allerdings war sein Zorn durch den Umstand erklärlich, dass der Mormonismus eben harte Prüfungen zu bestehen hatte. Und wirklich hatte die Regierung der Vereinigten Staaten soeben nicht ohne Schwierigkeiten diese unabhängigen Fanatiker unterworfen. Sie hatte Utah eingenommen und den Gesetzen der Union unterworfen, nachdem sie Brigham Young wegen Rebellion und Polygamie verhaftet und vor Gericht gestellt hatte. Seit diesem Zeitpunkt verdoppelten die Jünger des Propheten ihre Anstrengungen und leisteten in Erwartung der Tat durch Worte den Forderungen des Kongresses Widerstand. Man sieht, der älteste William Hitch suchte bis auf die Eisenbahn Proselyten zu machen. Und darauf erzählte er mit leidenschaftlich gesteigertem Ton und gewaltsamen Gebärden die Geschichte des Mormonismus seit den biblischen Zeiten. Wie in Israel ein mormonischer Prophet aus dem Stamme Josefs die Annalen der neuen Religion veröffentlichte und an seinen Sohn Mormon vermachte. Wie viele Jahrhunderte später eine Übersetzung dieses kostbaren in ägyptischen Schriftzeichen geschriebenen Buches von dem jüngeren Josef Smith gemacht wurde, einem Farmer des Staates Wermond, der sich im Jahre 1825 als mystischen Propheten kundgab, wie ihm endlich ein himmlischer Bote in einem erleuchteten Walde erschien und die Annalen des Herrn zustellte. In diesem Augenblick verließen einige Zuhörer, welche für die zurückblickende Erzählung des Missionärs wenig Interesse hatten, den Wagen. Aber William Hitch fuhr fort und erzählte, wie der jüngere Smith im Verein mit seinem Vater, seinen zwei Brüdern und einigen Schülern die Religion der Heiligen der letzten Tage gründete. Eine Religion, die nicht allein in Amerika, sondern auch in England, Skandinavien, Deutschland ausgebreitet, unter ihren Gläubigen, Handwerker und auch viele Anhänger aus den höheren Ständen zähle, wie in Ohio eine Kolonie gegründet wurde, wie für zweimal hunderttausend Dollars ein Tempel und zu Kirkland eine Stadt erbaut wurde, wie Smith ein kühner Bankier wurde und von einem Manne, der Mumien zeigte, eine Papyrusrolle erhielt, worauf eine von Abraham und berühmten Ägyptieren eigenhändig geschriebene Erzählung stand. Da diese Erzählung etwas langweilig wurde, so lichteten sich die Reihen der Zuhörer noch mehr und sein Publikum bestand nur noch aus zwanzig Personen. Aber der Älteste ließ sich durch dies Ausreisen nicht stören und fuhr fort, mit Details zu erzählen, wie Joe Smith im Jahre 1837 bankrott wurde, wie seine ruinierten Aktionäre ihn mit Teer bestrichen und in Federn wälzten, wie er nach einigen Jahren ehrenwerter und geehrter als jemals zu Independence in Missouri wieder als Haupt einer blühenden Gemeinde auftrat, die nicht weniger als dreitausend Anhänger zählte, dass er aber vom Hass der Ungläubigen verfolgt ins weite Westland flüchten musste. Nun waren nur noch zehn Zuhörer anwesend, worunter der brave Passepartout, der mit gespitzten Ohren hörte. So vernahm er denn, wie nach langen Verfolgungen Smith wieder in Illinois auftrat und im Jahre 1839 an den Ufern des Mississippi Nouveau Labelle gründete, dessen Bevölkerung bis auf 25.000 Seelen stieg, wie Smith ihr Bürgervorstand, oberster Richter und Obergeneral ward, wie er im Jahre 1843 als Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten auftrat und endlich zu Cartago in einen Hinterhalt gelockt, in den Kerker geworfen und von einer maskierten Rotte ermordet wurde. In diesem Augenblick war nur Passepartout allein noch in dem Wagen und der Älteste blickte ihm unverwandt ins Gesicht und suchte ihn mit seinen Worten zu fesseln. So brachte er ihm weiter bei, zwei Jahre nach Smiths Ermordung habe sein Nachfolger der Prophet Brigham Young Nouveau verlassen und an den Ufern des Salzsees sich niedergelassen und hier auf dem wundervollen Landstrich in der so fruchtbaren Gegend auf dem Wege der Auswanderer welche durch Utah nach Kalifornien ziehen habe die neue Kolonie dank den Grundsätzen der Polygamie eine ungeheure Ausdehnung gewonnen und hierin fuhr William Hitchford hierin liegt der Grund der Eifersucht des Kongresses deshalb haben die Soldaten der Union den Boden Utah betreten deshalb ist unser Haupt der Prophet Brigham Young aller Gerechtigkeit zum Trotz eingekerkert worden werden wir der Gewalt uns fügen niemals vertrieben aus Vermont aus Illinois aus Ohio aus Missouri und Utah werden wir immer wieder einen unabhängigen Landstrich finden um unser Zelt aufzustecken und sie mein Getreuer fuhr der Älteste fort den zornigen Blick auf seinen einzigen Zuhörer geheftet werden sie das Irge unterm Schutz unseres Banners aufschlagen nein erwiderte Passepartout tapfer entfloh ebenfalls und ließ den Besessenen in der Wüste predigen aber während dieser Unterhaltung war der Zug reisend schnell weiter gefahren und gelangte um halb ein Uhr an die nordöstliche Spitze des großen Salzsees von hier aus konnte man in weitem Umkreis das innere Meer überblicken welches auch totes Meer genannt wird mit einem hineinfließenden Jordan ein wundervoller See eingefasst von schönen wilden breit geschichteten Felsen die mit weißem Salz überzogen sind mit prächtigem Wasserspiegel der vormals einen größeren Umfang hatte aber mit der Zeit da er allmählich stieg sind seine Ufer zurückgetreten und es wurde seine Oberfläche kleiner seine Tiefe größer Der Salzsee ist etwa 70 Meilen lang 35 breit und liegt 3800 Fuß über dem Meeresspiegel Sehr verschieden von dem Asphaltsee der 1200 Fuß niedriger liegt ist er von bedeutendem Salzgehalt und sein Wasser enthält den vierten Teil seines Gewichts an festem Stoff in Auflösung Das spezifische Gewicht desselben beträgt 1170 gegen 1000 des destillierten Wassers Daher können auch Fische nicht darin leben Die vom Jordan Weaver und anderen Flüsschen hineingeführten kommen bald darin um Aber unbegründet ist die Angabe sein Wasser sei so dicht dass ein Mensch darin nicht untersinke Um den See herum war das Feld zum Staunen wohl bebaut Denn die Mormonen verstehen sich auf den Landbau Meiereien und Stallungen für Haustiere Korn Mais und Hirsenfelder üppiges Wiesenland überall wilde Rosenhecken Akazien und Euphorbien Gebüsch solchen Anblick hätte diese Gegend sechs Monate später gewährt aber in dem Augenblick war sie mit einer leichten Schneedecke verhüllt Um zwei Uhr stiegen die Reisenden bei der Station Ortschden aus Da der Zug erst um sechs Uhr weiter ging so hatten Herr Fogg Mrs. Aouda und ihre beiden Begleiter Zeit auf der kleinen Bahnstrecke welche hier abzweigt sich in die Stadt der Heiligen zu begeben Zwei zwei Stunden genügend um die durch amerikanische Stadt zu besichtigen die nach dem Muster aller Städte der Union gebaut ist ein ungeheures Damenbrett mit kalten Linien in traurigen Rechtwinkeln Der Gründer der Stadt der Heiligen konnte sich dem Bedürfnis der Symmetrie welches die Angelsachsen kennzeichnet nicht entziehen In diesem sonderbaren Lande wo die Menschen nicht ebenso vorzüglich sind wie die Institutionen macht sich alles viereckig die Städte die Häuser und die Dummheiten Um drei Uhr wandelten also die Reisenden durch die Straßen der Stadt welche zwischen dem Jordan Ufer und den ersten Hügeln des Worsach Gebirges liegt Sie bemerkten darin wenig oder keine Kirchen aber als Monumente das Haus des Propheten das Gerichtshaus und das Arsenal so dann Häuser von bläulichem Ziegelstein mit Verandas und Galerien von Gärten und von Reihen Akazien Palm und eine im Jahre 1853 erbaute Mauer von Ton und Kieseln lief um die Stadt in der Hauptstraße wo auch der Markt gehalten wird standen einige mit Fahnen gezierte Gasthöfe unter anderem das Salzsee Haus Herr Fogg und seine Begleiter fanden die Stadt nicht sehr bevölkert die Straßen waren fast menschenleer ausgenommen jedoch die Gegend des Tempels wohin sie erst kamen nachdem sie mehrere mit Palisaden umgebene Quartiere durchwandert hatten die Frauen waren sehr zahlreich was aus der eigentümlichen Einrichtung des Hausstandes der Mormonen erklärlich wird doch muss man nicht meinen alle Mormonen hätten mehrere Frauen man ist frei aber zu merken ist dass besonders die Bürgerinnen von Utah darauf versessen sind verheiratet zu sein weil den Religionsbegriffen des Landes nach die unverheirateten Frauen nicht ins Himmelreich kommen diese armen Geschöpfe schienen weder glücklich noch im Wohlstand zu leben einige ohne Zweifel die reicheren trugen eine schwarzseidene Jacke die oben offen war unter einer Kapuze oder sehr bescheidenem Schorn die anderen hatten nur Indianertracht Passepartout als Junggeselle von Überzeugung sah nur mit einem gewissen Schrecken wie es diesen Mormonen Weibern oblag gemeinsam mit anderen das einzigen Mormonen auszumachen seinem gesunden Verstand nach war der Mann besonders zu beklagen es schien ihm eine schreckliche Aufgabe so viele Frauen miteinander durch die Wechsel Schicksale des Lebens zu geleiten sie also truppweise zum Mormonen Paradies zu führen mit der Aussicht sie dort für ewig in Gesellschaft des glorreichen Smith wieder zu finden welcher die Zierde dieses Ortes der Seligkeit sein mußte dazu fühlte er sicherlich keinen Beruf in sich und erfand vielleicht täuschte er sich hierin dass die Bürgerinnen der Great Lake City etwas beunruhigende Blicke auf ihn warfen glücklicherweise sollte er in der Stadt der Heiligen nicht lange verweilen einige Minuten vor sechs Uhr fanden sich die Reisenden wieder auf dem Bahnhof ein und nahmen Platz im Waggon man hörte das Pfeifen aber im Augenblick wie die über die schienengleitenden Räder der Lokomotive den Zug in Gang brachten ließ sich der Ruf Halt Halt vernehmen ein Zug der einmal in Bewegung ist lässt sich nicht einhalten der Gentleman welcher diesen Ruf hören ließ war offenbar ein Mormone der sich verspätet hatte er lief dass ihm der Atem ausging zu seinem Glück war der Bahnhof ohne Tore und Schlagbaum er stürzte über den Weg sprang auf die Einsteigtreppe des hintersten Wagens und sank atemlos auf eine der Sitzbänke Passepartout der mit Besorgnis dieser Gymnastik zugesehen hatte betrachtete den verspäteten Mann an welchem er lebhaften Anteil nahm als er hörte dieser Bürger von Utah habe nach einer häuslichen Szene die Flucht ergriffen als der Mormone wieder bei Atem war wagte Passepartout ihn höflich zu fragen wie viele Frauen er habe er allein und aus der Art wie er flüchtig geworden vermutete er es müssten wenigstens 20 sein eine mein Herr erwiderte der Mormone und hob die Hände zum Himmel eine und daran über genug Ende von Kapitel 27 Kapitel 28 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Wern Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. 28 Kapitel Passepartout vermochte nicht der Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen Als der Zug die Salzsee Hauptstadt und die Station Orgden hinter sich hatte lief er eine Stunde lang nordwärts bis zum Weber Fluss nachdem er von San Francisco aus etwa 900 Meilen zurückgelegt hatte Von diesem Punkt an nahm er wieder östliche Richtung durch den unregelmäßigen Hauptstock des Worsach Gebirges An dieser Strecke zwischen diesen Bergen und dem eigentlichen Felsengebirge hatten die amerikanischen Ingenieure mit den ernstlichsten Schwierigkeiten zu kämpfen Darum Darum ist auch der Zuschuss welchen die Staatsregierung für Herstellung der Bahn gewährte an der ganzen Strecke auf 48.000 Dollar per Meile angesetzt worden während er auf der Ebene nur 16.000 Dollar beträgt aber die Ingenieure haben wie bereits gesagt nicht der Natur Gewalt antun wollen vielmehr mit ihr wetteifernd die Schwierigkeiten zu umgehen gesucht und um das große Talbecken zu erreichen ist auf der gesamten Bahnstrecke nur ein einziger Tunnel in der Länge von 14.000 Fuß angelegt worden Eben am Salzsee hatte bis dahin die Linie ihren höchsten Punkt erreicht Von diesem aus beschrieb ihr Profil eine sehr lange Kurve abwärts nach dem Tal des Bitter Creek um dann wieder aufzusteigen bis zur Wasserscheide zwischen dem Atlantischen und Stillen Ozean In dieser Gebirgsgegend waren die Bergströme zahlreich man musste den Muddy den Green und andere überbrücken Passepartout wurde im Verhältnis wie man dem Ziel näher kam ungeduldiger aber Fix wäre gern wieder aus dieser schwierigen Gegend heraus gewesen weil er Verspätungen besorgte Unfälle befürchtete und er hatte noch mehr als Phileas Fogg selbst Eile auf englisches Gebiet zu kommen Um 10 Uhr abends hielt der Zug bei der Station Fort Bridger verließ dieselbe wieder als bald und kam 20 Meilen weiter in den Stadt Wyoming das alte Dakota längst dem ganzen Talweg des Bitter Creek von wo aus ein Teil der Gewässer fließt welche das hydrographische System des Colorado bilden Am folgenden Tage dem 7. Dezember wurde bei der Station Green River eine Viertelstunde gehalten Die Nacht über war reichlich Schnee gefallen aber da er mit Regen vermischt schon halb geschmolzen war konnte er die Fahrt nicht hemmen Doch wurde Passepartout unruhig über dies schlimme Wetter weil durch Häufung des Schnees eine Hemmung der Reise eintreten konnte Was dachte denn auch mein Ehre sprach er bei sich dass er die Reise im Winter vornahm hätte er nicht bei guter Jahreszeit weit bessere Aussichten auf Erfolg gehabt aber in diesem Augenblick wo der brave Bursche sich nur über die Beschaffenheit der Witterung und der niedrigen Temperatur Gedanken machte empfand Mrs. Aouda lebhafte Besorgnisse aus einem andern Grunde Es waren einige Reisende ausgestiegen und spazierten auf dem von Green River bis der Zug wieder weiter ging Da sah nun die junge Frau durch das Fenster und erkannte unter den Spazierenden den Oberst Stamp Proctor jenen Amerikaner welcher bei dem Meeting zu San Francisco sich so gröblich gegen Phileas Fogg benommen hatte Mrs. Aouda zog sich um nicht bemerkt zu werden rasch vom Fenster zurück Dieser Umstand beunruhigte die junge Frau in hohem Grade Sie hatte sich an den Mann angeschlossen der so kühl er auch war ihr doch jeden Tag die vollständigste Hingebung zu erkennen gab Ohne Zweifel war ihr die ganze Tiefe des Gefühls welches ihr Retter ihr einflößte noch nicht fasslich Sie nannte es nur noch Dankbarkeit aber ohne dass sie es wusste umfasste es bereits weit mehr als dies Darum wurde ihr früher oder später über sein Verhalten abrechnen wollte offenbar war der Oberst Proctor nur durch Zufall auf diesen Zug gekommen aber er war nun einmal da und man musste um jeden Preis verhindern dass Phileas Fogg seinen Gegner nicht zu Gesicht bekam als der Zug sich wieder in Bewegung gesetzt benutzte Mrs. Aouda einen Augenblick woher Fogg eingeschlafen war um Fix und Passepartout in Kenntnis zu setzen dieser Proctor ist beim Zug rief Fix nun so beruhigen sie sich Madame ehe er mit Herrn Fogg zu tun bekommt wird er es mit mir zu tun haben es scheint mir bei alledem dass ich das schwerste Unrecht erlitten habe und dazu noch fügte Passepartout hinzu mache ich mir mit ihm zu schaffen trotzdem dass er Oberst ist Herr Fix versetzte Mrs. Aouda Herr Fogg wird es niemand zukommen lassen ihn zu rächen er ist wie er gesagt hat fähig wieder nach Amerika zu kommen um den Beleidiger aufzusuchen wenn er also den Oberst Proctor bemerkt können wir nicht hindern dass er mit ihm zu tun bekommt was beklagenswerte folgen haben kann darum darf er ihn nicht sehen sie haben recht madam ein zusammentreffen könnte alles verderben sieger oder besiegt her Fogg würde dadurch aufgehalten und und setzte Passepartout hinzu darum ist es den Gentleman des Reform Clubs zu tun binnen vier Tagen sind wir zu New York wenn nun mein R während der vier Tage nicht aus seinem Waggon kommt lässt sich offen dass der Zufall ihn nicht mit diesem verdammten Amerikaner zusammenbringen wird aber wir werden ihn schon abzualten verstehen die unterhaltung wurde abgebrochen her Fogg war aufgewacht und schaute durch das beschneite fenster auf das Feld hinaus aber später und ohne dass sein her Fogg oder mrs. Aouda es hörte sprach Passepartout zu dem Agenten würden sie wirklich sich für ihn schlagen ich werde alles aufbieten ihn lebend nach Europa zu bringen erwiderte einfach fix mit entschiedenem Ton Passepartout fühlte dass ihn ein Schaudern überlief aber seine Überzeugung in Beziehung auf seinen Herrn wankte nicht und jetzt gab es wohl ein Mittel um Herrn Fogg in seiner Wagenabteilung festzuhalten damit er von jedem Zusammentreffen mit dem Oberst abgehalten würde es konnte nicht schwer fallen da der Gentleman kein unruhiger Kopf und wenig neugierig war jedenfalls glaubte der Polizei Agent das Mittel gefunden zu haben denn nach einer kleinen Weile sprach er zu Phileas Fogg die Stunden hier auf der Eisenbahn sind doch recht lang und langweilig in der Tat erwiderte der Gentleman aber sie gehen doch vorüber an Bord der Paketboote versetzte der Agent pflegten sie ihr Spielchen Whist zu machen ja erwiderte Phileas Fogg aber hier wäre das schwierig ich habe weder Karten noch Mitspieler oh Karten werden wir schon zu kaufen bekommen auf den amerikanischen Waggons gibt es alles zu kaufen und was Mitspieler betrifft wenn vielleicht Madam oh gewiß mein herr erwiderte lebhaft die junge frau ich verstehe wist es gehört ja zur englischen erziehung und ich fuhr fix fort bilde mir sogar ein gut zu spielen nun also wir drei und ein Strohmann nach ihrem belieben mein herr erwiderte Phileas Fogg der froh war sein Lieblings Spiel selbst auf der Eisenbahn zu spielen passepartout wurde abgeschickt den steward aufzusuchen und brachte bald zwei vollständige kartenspiele marken und ein mit tuch beschlagenes Tischchen es fehlte nichts und das Spiel nahm gleich seinen Anfang mrs mrs auda verstand wiss zur genüge so dass ihr der strenge phileas fog sogar darüber komplimente machte der polizei agent war besonders stark darin und konnte dem gentleman die spitze bieten jetzt sprach passepartout zu sich selbst haben wir ihn fest um elf uhr vormittags befand sich der zug auf dem höhepunkt der wasserscheide zwischen den beiden ozeanen zu pass bridger 7524 fuß über dem meeresspiegel noch etwa 200 meilen dann befand man sich auf den weit ausgedehnten bis zum atlantischen meere reichenden ebenen welche der anlage von eisenbahnen so günstig sind bereits kamen die ersten quellflüsse der atlantischen abdachung zum vorschein neben und zuflüsse des oberen platte river am ganzen nördlichen und östlichen horizont ragte der ungeheure halbkreisförmige mittelwall welcher den nördlichen teil des felsengebirges bildet der vom peak laramie beherrscht wird zwischen diesem krummen höhenzug und der eisenbahn breiteten sich ungeheure reichlich von gewässern durchströmte ebenen aus rechts von dem schienenweg stuften sich die ersten abhänge des hauptgebirgs stocks ab welcher im süden bis zu den quellen des arkansas eines der großen nebenflüsse des missouri reicht um halb eins bekamen die reisenden einen augenblick das fort hallack zu sehen welches die gegend beherrscht in einigen stunden konnte man über das felsengebirge hinaus sein und es stand zu hoffen dass kein unfall mehr auf dieser schwierigen stelle vorkommen werde der schneefall hatte aufgehört und es trab trockene kälte ein von der lokomotive aufgescheucht entflohen weithin die vögel kein rotwild bär oder wolf zeigte sich auf der ebene einer kahlen einöde von ungeheurer ausdehnung nach einem erquicklichen im bahnwagen eingenommenen frühstück hatten herr fogg und seine spielgenossen eben ihr whist das kein ende nehmen wollte wieder begonnen als man heftiges pfeifen vernahm der zug hielt an passe partout steckte den kopf zum fenster hinaus und sah nichts was zu diesem anhalt veranlasst haben konnte keine station war zu sehen mrs aouda und fix mochten eine weile befürchten herr fogg werde auf den gedanken kommen auszusteigen aber der gentleman sagte nur zu seinem diener sehen sie doch was es gibt passepartout sprang aus dem waggon bei 40 reisende waren ebenfalls ausgestiegen darunter der oberst stamp proctor der zug hatte vor einem roten signalzeichen angehalten welches den weg sperrte der maschinist und der kondukteur waren ausgestiegen und disputierten lebhaft mit einem bahnwärter welchen der bahnhof direktor der station medicine bow dem zug entgegen geschickt hatte einzelne der reisenden hatten sich dazugestellt und nahmen an dem disput teil unter andern der gedachte oberst proctor mit seinem lauten ton und gebieterischen gebärden passepartout hörte als er zu der gruppe kam wie der bahnwärter sprach nein es ist nicht möglich hinüber zu kommen die brücke von medicine bow ist schadhaft und verträgt nicht mehr das gewicht des zugs die fragliche brücke war eine hängebrücke über einen reißenden bergstrom eine meile von der stelle entfernt wo der zug stehen geblieben war nach aussage des bahnwärters waren einige der hängeketten zersprungen und man durfte ein darüberfahren nicht riskieren es war das gar keine übertreibung und zudem bei der gewöhnlichen fahrlässigkeit der amerikaner kann man annehmen dass wenn sie wirklich einmal vorsichtig sind man wahnsinnig wäre wollte man es nicht sein da paspartout nicht wagte seinem herrn davon kenntnis zu geben so hörte er mit grimmiger miene zu unbeweglich wie eine statue schrie der oberst proktor wir werden doch nicht denke ich hier im schnee einwurzeln oberst versetzte der kondukteur man hat nach der station omaha telegrafiert um einen extra zug von dort aus aber es ist nicht wahrscheinlich dass er vor sechs uhr zu madison bow ankommt sechs uhr rief passepartout allerdings erwiderte der kondukteur übrigens brauchen wir auch so viel zeit um zu fuß bis zur station zu kommen doch sie ist nur eine meile von uns entfernt sagte ein passagier eine meile wohl aber von der anderen seite des flusses aus und kann man denn nicht auf einem fahrzeug über den fluss kommen fragte der oberst unmöglich es ist ein reißender bergstrom dessen wasser vom ortwärts durcheinander von schreien und rufen das sicherlich phileas fog aufmerksam gemacht hätte wäre er nicht ganz in sein spiel versunken gewesen doch war passepartout jetzt genötigt ihm mitteilung zu machen und er ging schon mit gesenktem kopf auf den waggon zu als der maschinist des zugs ein echter yankee forster mit namen seine stimme erhob und sprach meine herren vielleicht gibt es ein mittel hinüber zu kommen über die brücke fragte ein passagier jawohl mit unserem zug fragte der oberst mit unserem zug passepartout war stehen geblieben hörte mit gespitzten ohren dem maschinisten zu aber die brücke droht einzustürzen versetzte der kondukteur einerlei erwiderte forster ich meine wenn man den zug mit höchstmöglich schnelligkeit in bewegung setzte könnte man doch hinüber kommen teufel sagte passepartout aber eine anzahl der reisenden war gleich für den vorschlag gewonnen besonders der oberst proctor war damit zufrieden und schließlich stimmten alle beteiligten demselben bei wir könnten 50 gegen 100 wetten dass wir hinüber kommen sagte der eine 60 sagte der andere 80 90 gegen 100 passepartout war ganz verdutzt obwohl er und kehrte rief der oberst was will denn der mit seinem natürlich rief man von allen seiten der arme junge wusste nicht mehr bei wem er sich gehör verschaffen könnte fürchten sie sich fragte ihn der oberst proctor ich fürchten rief passepartout nun denn meinetwegen ich will diesen leuten zeigen dass ein franzose ebenso amerikanisch sein kann wie sie in die wagen in die wagen rief der kondukteur ja in die wagen wiederholte passepartout in die wagen und augenblicklich aber ich bleibe dabei es wäre doch natürlicher man ließ uns passagieren zuerst zu fuß über die brücke gehen und der wagenzug folgte in der prein aber kein mensch gab der gescheiten bemerkung gehör und kein mensch hätte lust gehabt ihre richtigkeit anzuerkennen die reisenden stiegen wieder ein passepartout setzte sich wieder an seinen platz ohne von dem was vorgegangen war ein wort zu sagen die spieler waren unablässig bei ihrem whist die lokomotive pfiff gewaltig der maschinist ließ seinen wagenzug erst eine meile weit zurückgehen wie einer der einen sprung machen will einen anlauf nimmt dann auf ein zweites pfeifen fuhr man wieder vorwärts mit stets wachsender schnelligkeit die bald erschrecklich wurde man hörte nur noch ein fortwährendes wiehern aus der lokomotive die stempel gingen zwanzig mal in der sekunde die achsen der räder rauchten in den geschmierten radbüchsen man fühlte sozusagen dass der gesamte wagenzug bei einer schnelligkeit von hundert meilen die stunde auf den schienen kein gewicht mehr hatte und man kam hinüber blitzschnell von der brücke sah man nichts die wagen sprangen kann man wohl sagen von einem ufer zum andern hinüber und der maschinist konnte seine vorwärts geschleuderte maschine erst fünf meilen über der station hinaus zum anhalten bringen kaum aber war der wagenzug über den fluss hinaus als die nun völlig ruinierte brücke krachend krachend in den strudel des medicine bow hinabstürzte An demselben Nachmittag fuhr der Zug ohne Hindernis weiter, am Fort Sorders vorbei, durch die Enge von Cheyenne und kam noch bis zum Pass Evans. An dieser Stelle ist der höchste Punkt der Eisenbahn auf ihrer ganzen Länge, nämlich 8.091 Fuß oberhalb des Meeresspiegels. Von nun an ging es nur abwärts bis zum Atlantischen Meer, auf den unbegrenzten, von der Natur nivellierten Ebenen. Hier entsendet die Hauptbahn eine Abzweigung nach Denver City, der Hauptstadt von Colorado. Dieses Gebiet ist reich an Gold- und Silberminen und es haben sich bereits über 50.000 Bewohner dort angesiedelt. Jetzt hatte man von San Francisco aus 1382 Meilen in drei Tagen und drei Nächten zurückgelegt und aller Vorausberechnung nach mussten vier Nächte und vier Tage für die Fahrt bis New York ausreichen. Filius Fogg hielt sich also innerhalb der vorgezeichneten Fristen. Während der Nacht ließ man das Lager Wallbar links. Der Lodgepole Creek floss parallel mit der Bahn, längs der geradlinigen Grenze der Staaten Wyoming und Colorado. Um elf Uhr fuhr man in Nebraska neben Sedgwick vorbei und berührte Julesburg am südlichen Arme des Platteflusses. An dieser Stelle fand am 23. Oktober 1867 die Einweihung der Pacific Bahn statt, deren Oberingenieur der General I. M. Dodge war. Hier hielten die beiden gewaltigen Lokomotiven mit den neun Waggons der Eingeladenen, worunter der Vizepräsident M. Thomas C. Durand. Hier erschallte das Beifallklatschen. Hier gaben die Sue und Pornys das Schauspiel eines kleinen Indianerkriegs. Hier sah man das Spiel der Kunstfeuerwerke. Hier endlich wurde mittels einer transportablen Druckerei die erste Nummer des Blattes Railway Pioneer hergestellt. So wurde die Einweihung dieser Riesenbahn gefeiert, die ein Werkzeug des Fortschritts und der Bildung quer durch die unbewohnten Gegenden zieht, mit der Bestimmung, Städte und Ortschaften, die noch nicht existierten, miteinander zu verbinden. Noch wirksamer als Amphions Leier sollte die Pfeife der Lokomotive sie bald aus dem amerikanischen Boden hervorwachsen lassen. Um acht Uhr vormittags hatte man das Fort Macpherson hinter sich, welches 357 Meilen von Omaha entfernt liegt. Die Eisenbahn folgte den launischen Krümmungen des südlichen Armes des Platteflusses auf seiner linken Seite. Um neun Uhr kam man bei der bedeutenden Stadt North Platte an, die zwischen den beiden Armen des großen Stromes liegt, welche sich hier vereinigen, um von da an nur eine einzige Pulsader zu bilden, ein ansehnlicher Nebenfluss des Missouri, in welchen er ein wenig oberhalb Omaha einmündet. Nun war man über den hundertsten Meridian hinaus. Herr Fogg und seine Spielgenossen hatten ihr Spiel fortgesetzt, und keiner beklagte sich über die Länge der Fahrt, nicht einmal der Strohmann. Fix hatte anfangs einige Genehen gewonnen und war schon im Begriff, sie wieder zu verlieren, aber er zeigte sich doch als ebenso leidenschaftlicher Spieler wie Herr Fogg. Diesem Gentleman lächelte während dieses Vormittags das Glück besonders, es regnete Trümpfe und Honneur in seiner Hand. Eben war er, nachdem er einen kühnen Coup ausgedacht, im Begriff Pieck auszuspielen, als sich hinter der Bank eine Stimme hören ließ. »Ich würde Eckstein spielen.« Herr Fogg, Mrs. Aouda und Fix hoben die Köpfe empor. Der Oberst Proctor stand hinter ihnen. Stamp, Proctor und Phileas Fogg erkannten sich sogleich. »Oh, Sie sind's, Herr Engländer,« rief der Oberst aus, »Sie wollen Pieck ausspielen.« »Und ich spiele es schon,« versetzte Phileas Fogg kaltblütig und warf eine Zähne dieser Farbe hin. »Ich aber will haben, dass Eckstein gespielt werde,« versetzte der Oberst Proctor mit gereizter Stimme. Und er machte eine Handbewegung, als wolle er die ausgespielte Karte wegnehmen und sagte dabei, »Sie verstehen nichts von diesem Spiel.« »Vielleicht verstehe ich ein anderes besser,« sagte Phileas Fogg, indem er aufstand. »Es kommt nur auf Sie an, es zu probieren, Sohn John Bulls,« erwiderte der Grobian. »Mrs. Aouda ward blass, alles Blut drang ihr zum Herzen. Sie fasste Phileas Fogg beim Arm, er schob sie sanft zurück. Passepartout war im Begriff über den Amerikaner herzufallen, der mit höhnendem Blick seinen Gegner ansah. Aber Fix stand auf, trat zum Oberst Proctor und sagte, »Sie vergessen, dass Sie es mit mir zu tun haben, mein Herr, Sie haben mich nicht nur beleidigt, sondern geschlagen.« »Herr Fix«, sagte Herr Fogg, »ich bitte um Entschuldigung, dieses geht mich allein an. Da der Oberst behauptete, ich spielte nicht richtig, so hat er mich von Neuem beleidigt und wird mir dafür Genugtuung geben.« »Wann Sie wollen und wo Sie wollen,« erwiderte der Amerikaner, »und auf welche Waffe Ihnen beliebt.« Mrs. Aouda suchte vergeblich Herrn Fogg zurückzuhalten. Der Polizeiagent bemühte sich fruchtlos, die Sache auf sich zu nehmen. Passepartout wollte den Oberst zur Tür hinauswerfen, aber ein Wink seines Herrn hielt ihn zurück. Phileas Fogg ging aus dem Waggon, und der Amerikaner folgte ihm auf den Steg. »Mein Herr«, sagte Herr Fogg zu seinem Gegner, »ich habe große Eile, nach Europa zurückzukehren, und jeder Verzug würde meine Interessen sehr benachteiligen.« »Ah, was geht das mich an?«, erwiderte der Oberst Proctor. »Mein Herr«, fuhr Herr Fogg höflichst fort, »bereits als wir zu San Francisco aufeinandertrafen, war ich entschlossen, sobald ich meine Geschäfte in Europa beendet hätte, wieder nach Amerika zu kommen und Sie aufzusuchen. »Wollen Sie mir in sechs Monaten ein Rendezvous geben?« »Warum nicht in sechs Jahren?« »Ich sage sechs Monate«, erwiderte Herr Fogg, »und werde pünktlich mich einfinden.« »Alles nur Ausflüchte«, rief Stem Proctor, »jetzt gleich oder nie.« »Meinetwegen«, versetzte Herr Fogg, »Sie gehen nach New York?« »Nein«, »nach Chicago?« »Nein«, »nach Omaha?« »Das kann Ihnen einerlei sein. Ist Ihnen Plum Creek bekannt?« »Nein«, erwiderte Herr Fogg, »es ist die nächste Station, wo wir in einer Stunde eintreffen und zehn Minuten anhalten werden. Das ist Zeit genug, einige Revolverschüsse zu wechseln.« »Gut«, erwiderte Herr Fogg, »halten wir zu Plum Creek.« »Und ich meine sogar, Sie werden nicht mehr von da wegkommen«, setzte der unverschämte Amerikaner hinzu. »Wer weiß, mein Herr«, versetzte Herr Fogg und kehrte so kaltblütig wie immer in seinen Waggon zurück. Hier suchte der Gentleman Mrs. Aouda durch die Versicherung zu beruhigen, dass solche Prahlhänse niemals zu fürchten seien. So dann bat er Fix, ihm bei der Begegnung, welche Stadt haben sollte, Zeuge zu sein. Fix konnte es nicht abschlagen, und Phileas Fogg setzte mit Seelenruhe sein unterbrochenes Spiel fort, indem er ungestört Pieck spielte. Um elf Uhr kündigte das Pfeifen der Lokomotive an, dass man nächst der Station Plum Creek sei. Herr Fogg stand auf und begab sich von Fix begleitet auf den Steg. Passepartout folgte mit einem Paar Revolver. Mrs. Aouda blieb leichenblass im Waggon. In dem Augenblick öffnete sich die Tür des anderen Waggons, und der Oberst Proctor erschien gleichfalls auf dem Steg, begleitet von seinem Zeugen, der ein Yankee seiner Art war. Aber als eben die beiden Gegner im Begriff waren, auszusteigen, kam der Kondukteur in aller Eile und rief, »Es wird nicht ausgestiegen, meine Herren!« »Und weshalb?« fragte der Oberst. »Wir sind um zwanzig Minuten verspätet, und der Zug kann sich nicht aufhalten.« »Aber ich muß mich mit dem Herrn schlagen!« »Ich bedauere,« erwiderte der Beamte, »aber es geht unverzüglich weiter. Da hören Sie schon die Glocke!« Wirklich läutete die Glocke, und der Zug ging weiter. »Es tut mir herzlich leid, meine Herren,« sagte darauf der Kondukteur, »sonst hätte ich Ihnen gefällig sein können. Aber trotzdem, da Sie hier keine Zeit dafür bekamen, wer hindert Sie, sich während der Fahrt zu schlagen?« »Das steht vielleicht dem Herrn nicht an,« sagte Proctor mit spöttischer Miene. »Ich bin vollkommen damit einverstanden,« erwiderte Phileas Fogg. »Nun,« dachte Passepartout, »wir sind ganz gewiss in Amerika, und der Kondukteur ist ein Gentleman bester Sorte.« Mit diesen Worten folgte er seinem Herrn. Die beiden Gegner und ihre Zeugen begaben sich, vom Kondukteur geführt, durch alle Waggons der Reihe nach bis ans Ende des Zuges. In dem hintersten Wagen befanden sich nur etwa zehn Reisende. Der Kondukteur fragte sie, ob sie die Güte haben wollten, ihren Platz auf einige Augenblicke zwei Gentleman zu überlassen, die eine Ehrensache miteinander abzumachen hätten. Die Reisenden machten sich ein großes Vergnügen daraus, den beiden Gentleman gefällig sein zu können, und zogen sich auf die Stege zurück. Dieser fünfzig Fuß lange Waggon war für das Vorhaben ganz geeignet. Die Gegner konnten zwischen den Bänken aufeinander losgehen und nach Herzenslust aufeinander schießen. Das Duell war sehr leicht zu regeln. Herr Fogg und der Oberst Proctor, jeder mit zwei sechsläufigen Revolvern versehen, gingen in den Wagen hinein und wurden von ihren Zeugen, die außen blieben, eingeschlossen. Beim ersten Pfeifen der Lokomotive sollte das Feuern beginnen, darauf nach zwei Minuten wollte man aus dem Wagen holen, was von den beiden Gentleman noch vorhanden wäre. Wahrhaftig höchst einfach, so einfach sogar, dass dem Fix sowohl wie Passepartout das Herz zerspringen wollte. So wartete man auf das verabredete Zeichen, als plötzlich wildes Geschrei erschallte. Es knallten Schüsse, aber sie kamen nicht aus dem Wagen der Duellanten, sie verbreiteten sich sogar über die ganze Zuglinie bis zum vordersten Wagen. Entsetzliches Geschrei vernahm man aus dem Innern der Wagen. Der Oberst Proctor und Herr Fogg stürzten die Revolver in der Hand augenblicklich heraus und eilten nach vorn, wo die Schüsse und das Geschrei am ärgsten waren. Es war klar, dass der Zug von einem Trupp Sue überfallen war. Diese kühnen Indianer machten aber nicht ihren ersten Versuch, sie hatten schon mehr als einmal die Züge angehalten. Nach ihrer Gewohnheit waren sie, ohne das Anhalten des Zugs abzuwarten, wohl hundert Mann stark auf die Einsteigtritte gestürzt und hatten die Waggons so flink erstiegen, wie ein Clown ein galoppierendes Pferd. Die Sue waren mit Flinten bewaffnet und ihre Schüsse wurden von den Reisenden, die fast alle bewaffnet waren, mit Revolvers erwidert. Gleich anfangs hatten die Indianer die Maschine überfallen und den Maschinisten wie den Heizer halbtot geschlagen. Ein Anführer wollte den Zug zum Stehen bringen, da er aber den Handgriff des Regulators nicht zu drehen verstand, so hatte er, anstatt zu schließen, dem Einströmen des Dampfes weiten Raum geöffnet und die Lokomotive stürmte mit erschrecklicher Geschwindigkeit vorwärts. Zu gleicher Zeit fielen die Sue die Waggons an, erkletterten wie wütende Affen die Decken derselben, stießen die Türen ein und kämpften Mann für Mann mit den Reisenden. Aus dem Gepäckwagen, den sie aufschlugen und plünderten, flogen die Collies auf die Bahn. Ununterbrochenes Schreien und Schießen. Indessen verteidigten sich die Reisenden mutig. Einige Waggons waren verbarrikadiert, eine Belagerung auszuhalten, gleich beweglichen Forts, die mit einer Schnelligkeit von hundert Meilen die Stunde fortsausten. Vom Anfang des Kampfes an benahm sich Mrs. Aouda mutig. Den Revolver in der Hand verteidigte sie sich tapfer, indem sie, wenn ein Wilder ihr vorkam, durch die zerbrochenen Scheiben schoss. Wohl zwanzig zum Tod verwundete Sue lagen auf dem Bahnweg und die von den Stegen herab auf die Schienen rutschten, wurden wie Gewürm von den Rädern zermalmt. Einige von Kugeln oder mit Totschlägern schwer verwundete Passagiere lagen auf den Bänken. Doch musste der Kampf ein Ende haben, der bereits zehn Minuten dauerte und zum Vorteil der Sue ausschlagen musste, wenn der Zug nicht zum Stehen kam. Die Station des Forts Kearney, wo sich ein amerikanischer Truppenposten befand, war nur zwei Meilen weit entfernt, aber wenn sie an diesem Posten vorüber fuhren, konnten die Sue die Oberhand bekommen. Der Kondukteur kämpfte an Foggs Seite, als eine Kugel ihn zu Boden streckte. Im Fallen rief er aus, »Wir sind verloren, wenn der Zug nicht vor Ablauf von fünf Minuten zum Stehen kommt!« »Er wird zum Stehen gebracht,« sagte Phileas Fogg, im Begriff, sich aus dem Wagen zu stürzen. »Bleiben Sie,« rief ihm Passepartout zu, »das geht Misch an!« Phileas Fogg hatte nicht Zeit, den mutigen Jungen zurückzuhalten. Er öffnete unbemerkt von den Indianern eine Tür, und es gelang ihm, unter den Wagen zu gleiten, wo er, während über seinem Kopf unablässig gekämpft und Schüsse gewechselt wurden, alle seine Behändigkeit, seine Gewandtheit als Clown zu Hilfe nahm und unter den Waggons geschmiegt, an den Ketten und anderen Maschinenteilen angeklammert, mit wunderbarer Geschicklichkeit von einem Wagen zum anderen klimmend, ohne gesehen zu werden, an den vorderen Teil des Zuges kam. Hier hielt er sich mit der einen Hand zwischen dem Gepäckwagen und dem Tender fest und hakte mit der anderen die Sicherheitsketten aus, die Kuppelstange loszuschrauben, hätte er wohl auch nicht fertig gebracht, aber eine Erschütterung der Maschine zersprengte dieselbe, sodass nun die Wagen allmählich zurückblieben, während die Lokomotive mit erneuerter Schnelligkeit davon eilte. Der Wagenzug rollte noch einige Minuten lang weiter, dann aber wirkten aus dem Innern derselben die Bremser und endlich hielt der Zug hundert Schritt weit von der Station Kearney. Hier kamen die Soldaten des Fours, welche durch die Schüsse bereits aufgeregt waren, in Eile herbei. Die Sue warteten sie nicht ab und ehe noch der Zug völlig zum Stehen kam, hatte sich die ganze Truppe entfernt. Als aber die Reisenden auf dem Quai der Station sich überzählten, nahmen sie wahr, dass einige fehlten, unter anderem der mutige Franzose, dessen Opferwilligkeit sie soeben gerettet hatte. Ende von Kapitel 29 Kapitel 30 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Dreißigstes Kapitel Phileas Fogg tut nur seine Schuldigkeit. Drei Reisende, Passepartout darunter, waren verschwunden. Waren sie im Kampf gefallen? Waren sie Gefangene? Man konnte es noch nicht wissen. Viele waren verwundet, aber keiner tödlich. Zu den Schwerverwundeten gehörte der Oberst Proctor, der sich tapfer geschlagen hatte und durch eine Kugel zu Boden gestreckt worden war. Sie wurden auf dem Bahnhof sogleich in Pflege genommen. Mrs. Aouda war wohlbehalten, Phileas Fogg, obwohl er sich nicht geschont hatte, keinen Ritz. Fix war unbedeutend am Arm verwundet, aber Passepartout fehlte und die junge Frau vergoss Tränen um ihn. Inzwischen hatten alle Reisenden den Zug verlassen. Die Räder der Waggons waren mit Blut befleckt und Fleischklumpen hingen an den Narben und Speichen. Weithin auf der weißen Fläche sah man rote Streifen. Die hintersten der Indianer verschwanden im Süden am Republican River. Herr Fogg stand mit gekreuzten Armen unbeweglich. Es war eine wichtige Entschließung zu fassen. Mrs. Aouda, die neben ihm stand, blickte ihn an, ohne ein Wort zu sprechen. Er verstand diesen Blick. War sein Diener gefangen, musste man nicht alles daran setzen, ihn den Indianern zu entreißen? »Ich werde ihn wiederbekommen, tot oder lebendig,« sagte er einfach zu Mrs. Aouda. »Ah, mein Herr,« rief die junge Frau aus, fasste die Hände ihres Begleiters und bedeckte sie mit Tränen. »Lebendig«, fuhr Herr Fogg fort, »wenn wir keine Minute verlieren.« Mit diesem Entschluss setzte Phileas Fogg alles daran. Er konnte seinen Ruin herbeiführen. Verspätete er sich um einen einzigen Tag, so verfehlte er das Paketboot zu New York und seine Wette war unrettbar verloren. Aber der Gedanke, es ist meine Pflicht, ließ ihn nicht schwanken. Der kommandierende Hauptmann des Fours Kearney war zugegen. Seine Soldaten, etwa hundert Mann, waren im Verteidigungszustand für den Fall, dass die Sue den Bahnhof direkt angegriffen hätten. »Mein Herr«, sagte Herr Fogg zu dem Kapitän, »drei Reisende sind verschwunden.« »Tod?«, fragte der Kapitän. »Tod oder gefangen?«, erwiderte Phileas Fogg. »Die Ungewissheit darüber muss beseitigt werden. Wollen Sie die Sue verfolgen?« »Das ist bedenklich, mein Herr«, sagte der Kapitän. »Diese Indianer können bis über den Arkansas hinaus fliehen. Ich darf die anvertraute Feste nicht verlassen.« »Mein Herr«, versetzte Phileas Fogg, »es handelt sich um drei Menschenleben.« »Allerdings aber kann ich fünfzig Leben einsetzen, um drei zu retten?« »Ich weiß nicht, ob Sie's können, mein Herr, aber Ihre Pflicht ist's.« »Mein Herr«, erwiderte der Kapitän, »Niemand hier hat mich meine Pflicht zu lehren.« »Nun gut«, sagte Phileas Fogg kalt, »so werd ich allein gehen.« »Sie, mein Herr«, schrie Fix, der herbeigekommen war, »Sie wollen allein die Indianer verfolgen?« »Meinen Sie denn, dass ich diesen Unglücklichen, welchen wir alle das Leben verdanken, zugrunde gehen lasse? Ich gehe.« »Nun denn, allein sollen Sie nicht gehen«, rief der Kapitän, der sich der Rührung nicht erwehren konnte. »Nein, Sie sind ein wackeres Herz. Dreißig Mann, die guten Willen haben,« fuhr er fort zu seinen Soldaten. Die ganze Kompanie trat in Masse vor. Der Kapitän hatte nur auszuwählen. Es wurden dreißig dazu bestimmt, und ein alter Sergent trat an ihre Spitze. »Danke, Kapitän«, sprach Herr Fogg. »Gestatten Sie mir, Sie zu begleiten?«, fragte Fix den Gentleman. »Tun Sie nach Belieben, mein Herr«, erwiderte Phileas Fogg, »aber wollen Sie mir einen Gefallen erweisen. So bleiben Sie bei Mrs. Aouda. Sollte mir ein Unglück widerfahren.« Das Gesicht des Polizeiagenten erblasste. Sich von dem Manne trennen, welchen er mit so viel Ausdauer auf Schritt und Tritt verfolgt hatte? Ihn so sich in Gefahr begeben lassen? Fix sah dem Gentleman achtsam ins Angesicht, und trotz seiner vorgefassten Meinung, trotz seines inneren Kampfes, schlug er die Augen nieder vor diesem ruhigen und offenen Blick. »Ich bleibe zurück«, sprach er. Nach einigen Augenblicken drückte Herr Fogg der jungen Frau die Hand, übergab ihr so dann seinen kostbaren Reisesack und machte sich mit dem Sergenten und seiner kleinen Truppe auf den Weg. Doch ehe sie gingen, sprach er zu den Soldaten, »Meine Freunde, Sie bekommen tausend Pfund, wenn wir die Gefangenen retten.« Es war damals einige Minuten über zwölf Uhr. Mrs. Aouda hatte sich in ein Gemach des Bahnhofes zurückgezogen und wartete da einsam in Gedanken an Phileas Fogg, seinen einfachen, großen Edelmut, seinen ruhigen Mut. Herr Fogg hatte sein Vermögen daran gesetzt, und jetzt wagte er sein Leben und das alles ohne Schwanken, aus Pflichtgefühl, ohne viel Worte. Phileas Fogg war ein Heros in ihren Augen. Der Agent Fix hatte andere Gedanken und konnte seiner lebhaften Bewegung nicht Meister werden. In fieberhafter Bewegung ging er auf dem Kais des Bahnhofes auf und ab. Bald war er wieder er selbst. Nun begriff er, wie töricht es gewesen, ihn fortzulassen. Wie, nachdem er diesem Manne um die Erde herum nachgefolgt, jetzt sich von ihm trennen? Er machte sich Vorwürfe als wie der Polizeidirektor der Hauptstadt einem Agenten. Wie war ich dumm, dachte er. Der andere wird ihm gesagt haben, wer ich bin. Jetzt ist er fort und wird nicht mehr wiederkommen. Aber wie hab ich mich nur so können betören lassen mit dem Verhaftsbefehl in der Tasche. Ich bin doch wahrhaftig ein Rindvieh. Indessen flossen ihm die Stunden langsam. Er wusste nicht, was er tun sollte. Manchmal hatte er Lust, der Mrs. Aouda alles zu sagen, doch fiel ihm ein, die junge Frau würde dies übel aufnehmen. Er fing an, mutlos zu werden und empfand große Lust, die ganze Partie aufzugeben. Die Gelegenheit dazu bot sich ihm bald dar. Gegen zwei Uhr nachmittags, während der Schnee in großen Flocken fiel, hörte man von Osten her langes Pfeifen. Ein enormer Schatten hinter einem gelben Schein kam langsam heran und gewann im Nebel bedeutend vergrößert ein fantastisches Aussehen. Doch erwartete man von Osten her noch keinen Zug. Der durch den Telegrafen begehrte Beistand konnte sobald noch nicht anlangen und der Zug von Omaha nach San Francisco sollte erst am folgenden Tag vorüberkommen. Bald stellte sich heraus, wie es sich verhielt. Die langsam herankommende Lokomotive war dieselbe, welche vom Zug abgetrennt mit erstaunlicher Schnelligkeit samt dem Maschinisten und Heizer weitergefahren war. Sie war noch einige Meilen auf den Schienen gelaufen, dann ließ das Feuer aus Mangel an Heizung nach, der Dampf verlor seine Kraft und eine Stunde nachher blieb die Maschine zwanzig Meilen über der Station Kearney stehen. Der Maschinist und der Heizer waren nicht tot geblieben und kamen nach langer Ohnmacht wieder zu sich. Damals stand die Maschine bereits still und der Maschinist, als er die Lokomotive allein ohne Wagen hinter sich sah, dachte sich, was vorgefallen war, und er war überzeugt, dass der zurückgebliebene Zug in Bedrängnis sei. Er besann sich keinen Augenblick darüber, was seine Pflicht sei. Nach Omaha weiterzufahren war klug, umzukehren zu dem vielleicht noch von den Indianern geplünderten Zug war gefährlich. Gleich viel, einige Schaufeln Kohlen und Holz belebten wieder das Feuer, der Dampf wirkte von Neuem und gegen zwei Uhr nachmittags war die Maschine wieder auf dem Rückweg zur Station Kearney. Die Reisenden waren höchlich erfreut, als sie die Maschine wieder an der Spitze des Zuges sahen, um die so jämmerlich unterbrochene Reise fortzusetzen. Als die Maschine anlangte, wendete sich Mrs. Aouda an den Kondukteur. Sie wollen abfahren? fragte sie. Im Augenblick, Madam. Aber die Gefangenen, unsere unglücklichen Begleiter. Ich kann den Dienst nicht unterbrechen, versetzte der Kondukteur. Wir sind schon um drei Stunden verspätet. Und wann wird der nächste Zug von San Francisco vorbeikommen? Morgen Abend, Madam. Morgen Abend? Aber das ist zu spät. Sie müssen warten. Unmöglich, erwiderte der Kondukteur. Wollen Sie mitfahren, so steigen Sie ein. Ich fahre nicht mit, war die Antwort. Fix hatte der Unterredung zugehört. Einige Augenblicke zuvor, als jedes Mittel der Weiterbeförderung ihm abging, wäre er imstande gewesen, Kearney zu verlassen. Und jetzt, da der Zug zum Abfahren bereit stand, und er nur einzusteigen brauchte, fühlte er sich mit unwiderstehlicher Gewalt festgehalten. Bei erneuertem Schwanken behielt der Zorn über seinen Misserfolg die Oberhand. Inzwischen hatten die Passagiere und einige Verwundete, unter anderem der Oberst Proctor, ihre Plätze im Waggon eingenommen. Die siedenden Kessel summten, der Dampf entwich aus den Klappen, der Maschinist pfiff, der Zug setzte sich in Bewegung und enteilte rasch, seine Dampfwirbel verschwanden im Schneegestöber. Der Agent Fix war nicht mitgefahren. Es verlief Stunde auf Stunde bei sehr schlimmem Wetter, strenger Kälte. Fix saß auf einer Bank im Bahnhof, unbeweglich, man konnte meinen, er schlafe. Mrs. Aouda verließ trotz des Unwetters jeden Augenblick das ihr eingeräumte Zimmer. Sie lief bis ans Ende des K, trachtete durch das Schneewetter hindurch zu sehen, den dichten Nebel zu durchdringen, horchte auf jedes Geräusch. Vergebens. Dann kehrte sie ganz starr zurück, um bald nachher wiederzukommen, doch immer vergebens. Es ward Abend und die Truppe war noch nicht zurück. Wo mochte sie eben sein? War es möglich, die Indianer einzuholen? Kämpften die Soldaten oder schweiften sie im Nebel umher? Der Kapitän war in großer Unruhe, obwohl er es nicht merken lassen wollte. Es ward Nacht, der Schnee fiel nicht mehr so arg, aber die Kälte nahm zu. Unermessliches Dunkel, tiefe Stille lag über der Ebene. Kein Vogelflug, keine Spur eines Wildes. Mrs. Aouda, den Geist voll schlimmer Ahnungen, das Herz voll Angst, lief die ganze Nacht hindurch, unsteht am Rande des Wiesengrundes hin und her. Ihre Fantasie malte ihr tausend Gefahren vor, sie litt unaussprechlich in diesen langen, langen Stunden. Fix, stets unbeweglich, an derselben Stelle, war ebenfalls schlaflos. So verlief die Nacht. Bei Tagesanbruch stieg die halberloschene Sonnenscheibe am nebligen Horizont auf. Doch konnte der Blick bis auf zwei Meilen weit dringen. Im Süden, wohin Phileas Fogg mit seiner Truppe gezogen, war alles öde und leer. Es war sieben Uhr vormittags. Der Kapitän in äußerster Besorgnis wusste nicht, was er anfangen sollte. Der ersten Truppe eine zweite zum Beistand nachschicken? Durfte er bei so wenig Aussicht auf Rettung noch mehr Truppen opfern? Er winkte einem Lieutenant und befahl, eine Rekognoszierung vorzunehmen. Da ließen sich Schüsse vernehmen. Die Soldaten stürzten aus dem Fohr heraus und in der Entfernung einer halben Meile sah man die kleine Truppe in bester Ordnung auf der Rückkehr. Herrn Fogg an der Spitze und neben ihm Passepartout mit den beiden anderen Reisenden den Händen der Sue entronnen. Zehn Meilen südwärts von Kearney hatte ein Kampf stattgefunden. Kurz vor der Ankunft der Truppen waren Passepartout und seine Gefährten bereits handgemein mit ihren Hütern und der Franzose hatte schon drei derselben mit der Faust niedergeschlagen, als sein Herr mit den Soldaten zu ihrem Beistand erschien. Die Retter und Geretteten wurden mit Freudengeschrei empfangen und Phileas Fogg händigte den Soldaten die zugesagte Prämie ein, während Passepartout nicht ganz ohne Grund sich sagte, »Wahrhaftig, ich mache meinem Herrn große Kosten!« Fix sprach kein Wort, sah Herrn Fogg ins Angesicht, was für Gefühle sich in seinem Innern stritten, wäre nicht leicht zu bestimmen. Mrs. Aouda ergriff die Hand des Gentleman, drückte sie warm in den ihrigen, ohne ein Wort vorbringen zu können. Passepartout hatte sich so gleich, wie er ankam, nach dem Wagenzug umgesehen. Er meinte ihn zur Abfahrt nach Omaha bereit zu finden und hoffte, man könne die verlorene Zeit wieder einbringen. »Der Zug, der Zug!« rief er. »Der ist fort!« erwiderte Fix. »Und wann kommt der Nächste?« fragte Phileas Fogg. »Erst diesen Abend!« »Ah!« war die gelassene Antwort. Ende von Kapitel 30 Kapitel 31 Von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 31. Kapitel Der Polizeiagent Fix nimmt sich sehr ernstlich der Interessen Foggs an. Phileas Fogg war um 20 Stunden verspätet. Passepartout, der unverschuldete Veranlasser, war in Verzweiflung. Ganz gewiss war sein Herr ruiniert. Da trat der Polizeiagent zu Herrn Fogg, sah ihm scharf ins Angesicht und fragte ihn, »In allem Ernst, mein Herr, Sie haben Eile?« »In allem Ernst«, erwiderte Phileas Fogg. »Ich frage weiter«, fuhr Fix fort. »Es ist Ihnen wohl darum zu tun, am 11. vor 9 Uhr abends zu New York zu sein, um das Paketboot nach Liverpool zu benutzen. Es ist mir dringend darum zu tun.« »Und wäre Ihre Reise nicht durch diesen Indianerkampf gehemmt worden, so wären Sie schon am Morgen des 11. zu New York angekommen?« »Ja, mit zwölf Stunden Vorsprung.« »Gut, nun, 20 Stunden später, macht einen Mangel von acht. Wollen Sie diese einzubringen suchen?« »Zu Fuß?«, fragte Herr Fogg. »Nein, im Schlitten«, erwiderte Fix, »im Segelschlitten. Es hat mir jemand dieses Transportmittel vorgeschlagen.« Phileas Fogg gab keine Antwort. Als aber Fix ihm den Mann zeigte, welcher ihm den Vorschlag gemacht hatte und der auf dem Bahnhof auf- und abging, so trat der Gentleman zu diesem. Alsbald begab er sich mit diesem Amerikaner namens Mudge in eine Hütte neben dem Fort Kearney. Hier besichtigte er ein etwas sonderbares Gefährt. Auf zwei langen Balken, die vorne gleich der Unterlage eines Schlittens ein wenig aufwärts gebogen waren, befand sich eine Art Gestell, worauf für fünf bis sechs Personen Platz war. An diesem Gestell war ein Drittteil von vorn ein hoher Mast mit einem ungeheuern Brigantinsegel aufgerichtet. An diesem durch Metallbänder wohl befestigten Mast ragte eine eiserne Stange, woran man ein großes Foggsegel aufhissen konnte. Am Hinterteile war eine Art Steuerruder, womit das Fahrzeug geleitet werden konnte. Es war, wie man sieht, ein gleich einer Yacht aufgetakelter Schlitten. Zur Winterszeit, wenn Schneehäufungen die Eisenbahnzüge hemmen, machen auf der gefrorenen Ebene diese Transportgelegenheiten außerordentlich rasche Fahrt von einer Station zur anderen. Sie sind übrigens merkwürdig gut besegelt, besser sogar, als es bei einem dem Umschlagen ausgesetzten Rennkutter möglich ist, und gleiten, wenn sie den Wind im Rücken haben, über die Prärien, mit einer Schnelligkeit, welche die der Eilzüge erreicht, wo nicht übertrifft. Der Handel mit dem Besitzer dieses Landfahrzeuges war bald richtig, der Wind ein starker West, war günstig, die Schneedecke gefroren, und so machte sich Matsch anheischig, in einigen Stunden auf die Station Omaha zu fahren. Dort gibt's häufige Bahnzüge und mehrfache Wege nach Chicago und New York. Es war nicht unmöglich, die Verspätung nachzuholen, also galt's ohne Besinnen, das Abenteuer zu versuchen. Herr Fogg wünschte der jungen Frau, die Pein einer Fahrt in freier Luft bei dieser Kälte, welche durch die Schnelligkeit noch unerträglicher wurde, zu ersparen, und schlug ihr vor, unter der Obhut Passepartous auf der Station Kearney zurückzubleiben. Der brave Bursche sollte es übernehmen, sie auf besseren Wegen und unter annehmlicheren Verhältnissen nach Europa zu bringen. Mrs. Aouda wollte sich nicht von Herrn Fogg trennen, und Passepartout war über diese Entschließung sehr froh. Er hätte um keinen Preis seinen Herrn verlassen mögen, weil Fix ihn begleiten sollte. Was damals der Polizeiagent im Sinne hatte, könnte man nicht leicht sagen. War durch die Rückkehr Phileas Fogg's seine Überzeugung von ihm erschüttert oder hielt er ihn für einen so äußerst starken Schurken, dass er nach Vollendung seiner Reise um die Erde sich in England für durchaus sicher halten mochte? Vielleicht hatte Fix wirklich seine Meinung über Phileas Fogg geändert, aber er war deshalb nicht minder entschlossen, seine Pflicht zu tun und ungeduldiger als alle seine Rückkehr nach England zu beschleunigen. Um acht Uhr war der Schlitten bereit, abzufahren. Die Reisenden nahmen darin Platz und drängten sich in ihren Reisedecken enge zusammen. Die beiden ungeheuern Segel wurden aufgehisst, und vom Winde getrieben glitt das Gefährt über die gefrorene Schneedecke mit einer Schnelligkeit von vierzig Meilen die Stunde. Omaha ist vom Fort Kearney in gerader Linie höchstens zweihundert Meilen entfernt, welche, wenn der Wind anhielt, in fünf Stunden zurückgelegt werden konnten. Kam kein hindernder Zwischenfall vor, so musste der Schlitten um ein Uhr nachmittags zu Omaha anlangen. Welche Fahrt! Dicht wiedereinander gepresst konnten die Reisenden nicht miteinander reden. Die durch die Schnelligkeit gesteigerte Kälte hätte ihnen das Wort abgeschnitten. Der Schlitten glitt über die Oberfläche der Ebene so leicht, wie ein Boot über das Wasser, wenigstens bei hohler See. Strich der Wind über die Erde hin, so schien es, als werde der Schlitten, durch seine Segel die weit ausgebreiteten Flügeln glichen, vom Boden gehoben. Matsch beim Steuer hielt sich in gerader Linie und hinderte mit einer Bewegung die Abschweifungen, wozu das Fahrzeug neigte. Die Segel waren voll vom Winde gebläht. Die Schnelligkeit des Schlittens ließ sich nicht mathematisch berechnen, aber gewiss betrug sie nicht weniger als vierzig Meilen in der Stunde. »Wenn nichts zerbricht,« sagte Matsch, »so werden wir anlangen.« Und es war Matsch darum zu tun, in der bestimmten Zeit anzulangen, denn Herr Fogg hatte ihn durch eine tüchtige Prämie gespornt. Der Wiesengrund, welchen der Schlitten in gerader Linie durchschnitt, war eben wie eine Meeresfläche. Er glich einem ungeheuern zugefrorenen See. Die Eisenbahn auf diesem Teil des Gebietes zog von Südwest gegen Nordwest über Grand Island, Columbus, die bedeutendste Stadt in Nebraska, Skylar, Tremond, dann Omaha. Sie führte längs dem rechten Ufer des Platte River. Der Schlitten, welcher die Sehne zu dem von der Eisenbahn beschriebenen Bogen fuhr, schnitt also bedeutend ab. Matsch brauchte nicht zu fürchten, vom Platte River an seiner kleinen Biegung bei Wermond aufgehalten zu werden, weil er zugefroren war. Also war der Weg frei von allen Hindernissen, und Phileas Fogg hatte also nur zwei Unfälle zu befürchten, Beschädigung des Gefährts, Umschlagen des Windes oder Windstille. Aber der Wind wehte nicht gelinder, im Gegenteil so kräftig, dass er den Mast bog, der durch seine eisernen Bänder hinlänglich befestigt war. Mrs. Aouda, sorgfältig in Pelzwerk und ihre Reisedecke eingewickelt, war möglichst gegen die strenge Kälte geschützt. Passepartout, dessen Gesicht so rot war wie die Sonnenscheibe, wenn sie von Nebel verdeckt ist, schlürfte die scharfe Luft mit Behagen. Aufgrund seiner unverwüstlichen Zuversicht hatte er wieder Hoffnung gefasst. Anstatt vormittags zu New York einzutreffen, sollte man abends anlangen. Aber es war noch einigermaßen zu besorgen, es möge nicht vor Abfahrt des Paketbootes nach Liverpool sein. Passepartout bekam sogar einmal Lust, seinem Verbündeten fix die Hand zu drücken. Er vergaß nicht, dass der Polizeiagent selbst den Segelschlitten verschafft hatte und damit das einzige Mittel, zu Omaha zeitig anzukommen. Aber aus einem unbestimmten Vorgefühl blieb er bei seiner gewöhnlichen Rückhaltung. Jedenfalls aber gab's eine Tatsache, die Passepartout nie zu vergessen fähig war. Das Opfer, welches Herr Fogg ohne sich zu besinnen gebracht hatte, ihn aus den Händen der Sue zu befreien. Daran hatte derselbe Vermögen und Leben gesetzt. Nein, solch ein Opfer ist unvergesslich. Während so jeder der Reisenden sich anderen Betrachtungen hingab, flog der Schlitten über die unermessliche Schneedecke. Wenn es mitunter über Bäche, Flüsse und Nebenflüsse des Little Blue River ging, merkte man's nicht. Die Felder und Gewässer lagen unter einer gleichförmigen Schnee- und Eisdecke. Die Ebene war durchaus menschenleer. Sie lag wie eine unbewohnte Insel zwischen der Union-Pacific-Bahn und der Abzweigung, welche Kearney mit St. Joseph verbinden soll. Kein Dorf, keine Station, nicht einmal ein Fort. Von Zeit zu Zeit sah man blitzschnell einen Baum vorüberfliegen, dessen weißes Gezweig unter des Windes Gewalt sich bog. Mitunter flogen Trupp wilder Vögel in gleicher Richtung. Bisweilen auch sah man Wölfe der Prärien in zahlreichen Truppen, abgemagert und ausgehungert, dem Trieb ihrer Reisenden naturgemäß an Schnelligkeit mit dem Schlitten wetteifern. Dann griff Passepartout zum Revolver, um auf die Nächsten zu feuern. Hätte da ein Zufall den Schlitten gehemmt, so wären die Reisenden von dem grimmigen Wild angefallen in der allergrößten Gefahr gewesen. Aber der Schlitten hielt sich gut, bekam bald einen Vorsprung und die ganze Truppe blieb heulend dahinten. Um Mittag erkannte Mudge an einigen Zeichen, dass man über den zugefrorenen Platt River setzte. Er sagte nichts, war aber doch sicher, dass er nur noch zwanzig Meilen von Omaha entfernt war. Und es dauerte wirklich keine Stunde mehr, bis der geschickte Führer das Steuer verließ, eiligst die Ziehtauer der Segel ergriff und diese beizog, während der Schlitten unwiderstehlich getrieben, noch eine halbe Meile weit ohne die Segelkraft fortglitt. Endlich hielt er an und Matsch wies auf einen Haufen schneebedeckter Häuser mit den Worten »Wir sind an Ort und Stelle!« Allerdings an Ort und Stelle an der Station, welche durch zahllose Bahnzüge täglich mit den östlichen Staaten in fortgesetzter Verbindung steht. Passepartout und Fix sprangen heraus und schüttelten ihre erstarrten Glieder. Dann waren sie Herrn Fogg und der jungen Frau beim Aussteigen behilflich. Phileas Fogg rechnete freigiebig mit Matsch ab, Passepartout drückte ihm freundlich die Hand und alle eilten hastig auf den Bahnhof von Omaha. Bei dieser bedeutenden Stadt Nebraskas hört die eigentliche Pacific-Bahn auf, welche das Mississippi-Becken mit dem Ozean verbindet. Von Omaha nach Chicago führt die Chicago-Rock-Island-Road, welche Bahn mit 50 Stationen gerade ostwärts läuft. Ein direkter Zug stand zum Abfahren bereit. Phileas Fogg hatte mit seinen Begleitern kaum noch Zeit, in einen Waggon zu stürzen. Mit äußerster Schnelligkeit fuhr dieser Zug in den Staat Iowa über Council Bluffs, Iowa City. Während der Nacht setzte er zu Davenport über den Mississippi und gelangte über Rock Island nach Illinois. Am folgenden Tage, dem 10. um 4 Uhr abends, kam er zu Chicago an, das aus seinen Ruinen schon wieder auferstanden, stolzer wie jemals am Ufer seines schönen Sees Michigan liegt. Chicago ist noch 900 Meilen von New York entfernt, und es fehlte nicht an Zügen, die dahin abgingen. Herr Fogg konnte unmittelbar aus einem in den anderen steigen. Die flinke Lokomotive der Pittsburgh-Fort Wayne-Chicago-Bahn fuhr mit größter Geschwindigkeit, als hätte sie gewusst, dass der ehrenwerte Gentleman keine Zeit zu verlieren hatte. Wie ein Blitz drang sie durch Indiana, Ohio, Pennsylvanien, New Jersey an Städten mit antiken Namen vorüber, die zwar Straßen- und Rinnenschienenwege hatten, aber noch keine Häuser. Endlich zeigte sich der Hudson, und am 11. Dezember um 11 Uhr und ein Viertel abends lief der Zug in den Bahnhof ein und hielt am rechten Ufer des Flusses, dicht vor dem Hafendamm der Dampfer der Linie Cunard, ehemals genannt British and North American Royal Mail Steam Packet Co. Der China war 45 Minuten zuvor nach Liverpool abgefahren. Ende von Kapitel 31 Kapitel 32 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 32. Kapitel Phileas Fogg in unmittelbarem Kampf mit dem Missgeschick Der China schien durch seine Abfahrt Phileas Fogg's letzte Hoffnung mitgenommen zu haben. In der Tat, keins der direkt zwischen Amerika und Europa fahrenden Paketboote konnte den Absichten des Gentleman dienen. Der Pereira, der französischen transatlantischen Company gehörig, ging erst übermorgen, den 14. Dezember ab, Und zudem fuhr er nicht nach Liverpool oder London, sondern nach Avre, und die Überfahrt von da nach Southampton hätte seine letzte Anstrengung vergeblich gemacht. Ein Boot der Compagnie Iman, City of Paris, stach zwar übermorgen in See, aber an dieses durfte man nicht denken, diese Schiffe sind insbesondere für Auswanderer bestimmt, haben schwache Maschinen und fahren langsam. Über dies alles setzte sich der Gentleman durch seinen Bradshaw in Kenntnis. Passepartout war vernichtet. Um 45 Minuten zu spät, das war zu arg. Und er trug die Schuld, da er, anstatt seinen Herrn zu fördern, ihm unaufhörlich Hindernisse in den Weg gelegt hatte. Und wenn er in seinem Geiste alle Begebenheiten der Reise überschaute, wenn er die rein verlorenen und lediglich in seinem Interesse verausgabten Summen zusammenrechnete, wenn er daran dachte, dass diese enorme Wette, zugerechnet die beträchtlichen, nun unnütz gewordenen Reisekosten, Herrn Fogg vollständig ruinieren würden, so konnte er sich der ärgsten Vorwürfe nicht erwehren. Doch machte ihm Herr Fogg nicht den mindesten Vorwurf, und als er den Pier der transatlantischen Paketboote verließ, sprach er nur, »Morgen wollen wir weiterfahren, kommen Sie!« Herr Fogg, Mrs. Aouda, Fix, Passepartout, setzten über den Hudson und fuhren in einem Fiaker zum Hotel St. Nicholas in Broadway. Phileas Fogg verbrachte die Nacht in völlig ruhigem Schlaf, aber Mrs. Aouda und seine Begleiter konnten vor Aufregung nicht schlafen. Der folgende Tag war der 12. Dezember. Von da an, 7 Uhr vormittags bis zum 21. 8.45 Uhr abends, blieben noch neun Tage, 13 Stunden und 45 Minuten. Wäre also Phileas Fogg am Abend zuvor mit dem China, einem der besten Segler der Linie Cunard, abgefahren, so wäre er zu der bestimmten Zeit in Liverpool, dann in London, eingetroffen. Herr Fogg verließ allein das Hotel, nachdem er seinem Diener anbefohlen, auf ihn zu warten und der Mrs. Aouda anzusagen, sie möge sich jeden Augenblick bereithalten. Hierauf begab er sich an das Ufer des Hudson und suchte unter den am Cay oder im Fluss vor Anker liegenden Schiffen achtsam solche, die zur Abfahrt bereit waren. Es hatten wohl mehrere Fahrzeuge die Abfahrtsflagge aufgesteckt und rüsteten sich, morgen mit der Flut in See zu stechen, denn in dem unermesslichen und bewundernswerten Hafen von New York verfließt kein Tag, wo nicht hunderte von Fahrzeugen nach allen Weltgegenden abfahren, aber es waren meist Segelbarken, die Phileas Fogg nicht dienlich sein konnten. Bereits schien sein letzter Versuch zu scheitern, als er, höchstens eine Kabellänge vor der Batterie ankernd, ein fein geformtes Handelsfahrzeug gewahrte, einen Schraubendampfer, dessen Rauchwolken zeigten, dass es sich zur Abfahrt rüstete. Phileas Fogg fuhr in einem Nachen hinüber zu Henrietta, deren Rumpf von Eisen die oberen Teile sämtlich von Holz waren. Der Kapitän befand sich an Bord. Phileas Fogg stieg auf das Verdeck und fragte nach demselben, er erschien sogleich. Es war ein Fünfziger, eine Art Seewolf, der nicht aussah, als sei er gefällig. Starke Augen, kupferfarbige Haut, rote Haare, dicker Hals. Keine Spur von einem Weltmann. Der Kapitän? fragte Herr Fogg. Der bin ich! Ich bin Phileas Fogg aus London. Und ich Andrew Speedy aus Cardiff. Sie sind im Begriff abzufahren? In einer Stunde. Sie haben Ladung nach? Bordeaux. Und sie besteht? Aus Steinen im Bauch, kein Frachtgut, nur Ballast. Haben Sie Passagiere? Die nehme ich nicht, niemals. Ware, die den Raum füllt und resoniert. Ihr Schiff fährt gut? Elf bis zwölf Knoten. Die Henrietta kennt man. Wollen Sie mich nebst drei Personen nach Liverpool überfahren? Nach Liverpool? Warum nicht nach China? Mein Reiseziel ist Liverpool. Nein! 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 Mein Reiseziel ist Bordeaux. Und dahin fahre ich. Macht der Preis nichts aus? Nichts! Der Ton des Kapitäns gestattete keine Erwiderung. Aber wer ist Reda, der Henrietta? Versetzte Phileas Fogg. Reda bin ich selbst, erwiderte der Kapitän. Das Schiff ist mein eigen. Ich miete es Ihnen ab. Nein! Ich kaufe es Ihnen ab. Nein! Phileas Fogg verzog keine Miene. Indessen die Lage war bedenklich. Zu New York war es anders als in Hongkong und der Kapitän der Henrietta ein anderer Mann als der Patron der Tankadere. Bisher überwand der Gentleman alle Hindernisse mit Gold. Diesmal wollte es nicht gelingen. Und doch galt es ein Mittel, zu Schiffe über den Ozean zu kommen, sofern nicht im Ballon, was sehr abenteuerlich und eben nicht ausführbar war. Es schien jedoch, Phileas Fogg hatte eine Idee. Er sagte zum Kapitän, Nun, wollen Sie mich nach Bordeaux mitnehmen? Nein! Und wollten Sie mir zweihundert Dollars zahlen? Ich zahle Ihnen zweitausend. Für die Person? Für die Person. Und es sind Ihre vier? Vier. Nun rieb sich der Kapitän Speedy die Stirne. Achttausend Dollars verdienen, ohne seine Fahrt zu ändern, das verlohnte Wohl, seinen Widerwillen gegen alle Art von Passagieren beiseite zu setzen. Übrigens sind Passagiere zu zweitausend Dollars keine Passagiere mehr, die können als kostbares Frachtgut gelten. Ich fahr um neun Uhr ab, sagte einfach der Kapitän Speedy. Und wenn Sie mit Ihren Leuten dann hier sind? Um neun Uhr werden wir an Bord sein, erwiderte ebenso einfach Herr Fogg. Es war halb neun Uhr. Ans Land setzen, in einen Wagen steigen, ins Hotel St. Nicholas fahren und Mrs. Aouda, Passpartout und selbst den unvermeidlichen Fix, welchem er gefällig einen Platz anbot, abholen, das geschah mit derselben Seelenruhe, welche den Gentleman niemals verließ. Im Moment, als die Henrietta abfahren wollte, befanden sich alle vier an Bord. Als Passpartout hörte, was diese letzte Fahrt kosten sollte, ließ er ein langes »Ooooh« vernehmen, dass alle Intervalle der chromatischen Tonleiter hinablief. Der Polizeiagent Fix sagte sich, die Bank von England werde sicherlich nicht ohne schweren Verlust davon kommen. Wirklich nahm man an, dass Herr Fogg nicht noch einige Handvoll Banknoten ins Meer warf, so fehlten bereits über 7.000 Pfund im Banknotensack. Ende von Kapitel 32 Kapitel 33 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 33. Kapitel »Phileas Fogg auf der Höhe der Lage« Eine Stunde nachher fuhr der Dampfer Henrietta am Leuchtboot vorüber, welches die Einfahrt des Hudson bezeichnet, um die Spitze Sandy Hook herum und stach ins Meer. Während dieses Tages hielt er sich längs Long Island auf der Höhe des Leuchtfeuers von Fire Island in rascher Fahrt ostwärts. Am folgenden Tage, den 13. Dezember zu Mittag, stieg ein Mann auf den Steg, um das Besteck zu machen. Das muss wohl der Kapitän Speedy sein. Mitnichten, es war Phileas Fogg Esquire. Der Kapitän Speedy war ohne weiteres in seiner Kabine eingeschlossen, wo er heulte und schrie aus sehr berechtigtem Zorne. Es war sehr einfach hergegangen. Phileas Fogg wollte nach Liverpool fahren, der Kapitän wollte nicht. Da hatte sich jener in die Fahrt nach Bordeaux gefügt, aber seit den 30 Stunden, da er an Bord war, hatten seine Banknoten so gut gewirkt, dass die etwas gemischte Mannschaft, Matrosen und Heizer, die mit dem Kapitän auf schlechtem Fuß stand, ihm angehörte. Darum war Phileas Fogg Kommandant des Schiffes, anstatt des Kapitäns Speedy, deshalb dieser eingeschlossen, und die Henrietta steuerte auf Liverpool. Offenbar, wenn man Herrn Fogg manövrierend sah, zeigte sich's, dass derselbe ein Seemann war. Wie das Abenteuer ablaufen werde, sollte man später sehen. Doch war Mrs. Aouda fortwährend unruhig, ohne es zu äußern. Fix war anfangs verblüfft. Passepartout fand die Sache ganz einfach wunderhübsch. Elf bis zwölf Knoten, hatte der Kapitän Speedy gesagt, und in der Tat hielt sich die Henrietta durchschnittlich so schnell. Wenn also das Meer nicht zu schlimm wurde, wenn der Wind nicht umschlug, wenn das Fahrzeug nicht Schaden litt, kein Unfall die Maschine traf, so war es möglich, dass die Henrietta in den neun Tagen vom zwölften bis einundzwanzigsten Dezember die dreitausend Meilen bis Liverpool zurücklegte. Zwar nach der Ankunft konnte diese Sache, die noch zu der Sache der Bank hinzukam, den Gentleman etwas weiterführen, als er beabsichtigte. Während der ersten Tage ging die Fahrt vortrefflich vonstatten. Das Meer war nicht sehr schwierig. Der Wind schien fast nordöstlich zu wehen, die Segel wurden aufgehisst, und die Henrietta segelte wie ein echter Ozeanfahrer. Passepartout war über den letzten Streich seines Herrn wie begeistert. Wie war er munter, behennend, die Matrosen staunten über seine Sprünge. Sein guter Humor teilte sich allen mit. Er hatte alle Gefahren und Mühseligkeiten vergessen, dachte nur an das so nahe Ziel, brennend vor Ungeduld. Mit Fix nur sprach er kein Wort. Dieser wußte die Sache nicht mehr zu fassen. Die Henrietta erobert, ihre Mannschaft erkauft, Fork ein vollendeter Seemann, das alles ging über seine Begriffe. Aber dem ungeachtet konnte nicht ein Gentleman, der 55.000 Pfund raubte, am Ende auch ein Schiff rauben. Und ganz natürlich knüpfte sich daran der Gedanke, dass die Henrietta, von Fork gesteuert, gar nicht nach Liverpool segle, sondern irgend sonst an einen Punkt, wo der Dieb und Seeräuber sich ruhig in Sicherheit bringen würde. Der Detektiv fing nun an, ernstlich zu bedauern, dass er sich in die Sache eingelassen. Der Kapitän Speedy tobte unausgesetzt in seiner Kabine und Passepartout, der beauftragt war, ihm seine Kost zu bringen, tat's trotz seiner Stärke nur mit größter Vorsicht. Am 13. kam man an der Spitze der Bank von Newfoundland vorüber. Das ist eine schlimme Gegend, wo im Winter zumal häufige Nebel, fürchterliche Windstöße vorkommen. Seit dem Abend zuvor war das Barometer rasch gesunken, ließ eine bevorstehende Änderung der Luftbeschaffenheit vermuten. In der Tat änderte sich während der Nacht die Temperatur, es wurde lebhaft kalt, und zugleich schlug der Wind um zu Südost. Es war ein widriges Ereignis. Um nicht aus seiner Richtung zu kommen, musste Herr Fork seine Segel einziehen und den Dampf verstärken. Dennoch nahm die Schnelligkeit des Schiffes ab, da bei diesem Zustand des Meeres die starken Wellen wieder seinen Vordersteven schlugen. Der Wind wurde allmählich zum Orkan, und man sah den Fall voraus, dass die Henrietta sich nicht mehr gegen die Wogenwürde halten können. Zugleich mit dem Himmel wurde auch Passepartous' Angesicht wieder düster, und während zwei Tagen schwebte der brave Junge in Todesängsten. Aber Phileas Fork war ein kühner Seemann, der dem Meere trotz zu bieten verstand und hielt sich fortwährend in der Richtung. Wenn die Henrietta nicht über die Wellen gleiten konnte, drang sie hindurch, dass ihr Verdeck ganz überspült wurde. Bisweilen, wenn ein Wasserberg den hinteren Teil aus den Wellen emporhob, tauchte auch die Schraube aus dem Wasser auf, aber das Schiff kam dabei immer vorwärts. Doch wurde der Wind nicht so stark, als man befürchten konnte, aber leider wehte er hartnäckig aus Südost und gestattete nicht, die Segel aufzuspannen. Und doch wäre es sehr dienlich gewesen, dem Dampf fördernd beizustehen. Am 16. Dezember war der 75. Tag seit der Abfahrt von London. Die Henrietta war noch nicht in beunruhigender Weise verspätet. Fast die Hälfte der Fahrt über den Ozean war gemacht, und die schlimmsten Seestriche waren vorüber. Im Sommer konnte man schon für den Erfolg bürgen, im Winter war man der üblen Witterung preisgegeben. Passepartout äußerte sich nicht. Im Grund hegte er Hoffnung, und wenn der Wind auch mangelte, rechnete er wenigstens auf den Dampf. An diesem Tage nun kam der Maschinist auf das Verdeck, begegnete Herrn Fogg und unterhielt sich sehr lebhaft mit ihm. Ohne zu wissen warum, wohl aus schlimmer Ahnung, ward Passepartout unruhig. Er hätte ein Ohr hingegeben, um mit dem anderen zu hören, was gesprochen wurde. Doch konnte er einige Worte erlauschen, unter anderem, wie sein Herr sprach. Sind Sie dessen gewiss, was Sie melden? Ja, mein Herr, erwiderte der Maschinist. Vergessen Sie nicht, dass wir seit unserer Abfahrt alle unsere Öfen heizen, und hatten wir auch Kohlen genug, um mit schwachem Dampf nach Bordeaux zu fahren, so reicht das nicht aus für die Fahrt nach Liverpool mit stärkstem Dampf. »Ich will Vorsorge treffen«, erwiderte Herr Fogg. Passepartout hatte es verstanden, es ward ihm Todangst. »Die Kohlen gingen aus.« »Ah, wenn mein Erd dies bariert«, sprach er bei sich, »ist er gewiss ein famoser Mann.« Und als er mit Fix zusammentraf, konnte er nicht umhin, ihn von der Lage in Kenntnis zu setzen. »Dann glauben Sie also«, erwiderte der Agent, »dass wir nach Liverpool fahren?« »Wach auf dich?« »Schwachkopf«, versetzte der Agent und zuckte die Achseln. Passepartout war im Begriff diese Bezeichnung, deren eigentlichen Sinn er übrigens nicht verstehen konnte, derb zurückzuweisen, aber er sagte sich, dass dem unglückseligen Fix ein gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht worden, dass er sich in seiner Eigenliebe sehr gedemütigt fühlen musste, nachdem er so ungeschickt eine falsche Fährte um die ganze Erde herum verfolgt und ließ es dabei bewenden. Und was war jetzt Phileas Fogg im Begriff für einen Entschluss zu fassen? Das war schwer zu denken. Indessen schien es, als habe der phlegmatische Gentleman ein Auskunftsmittel gefunden, denn an demselben Abend ließ er den Maschinisten kommen und sagte zu ihm, »Lassen Sie stärker feuern und fahren Sie weiter, bis das Brennmaterial völlig zu Ende ist.« Das Schiff fuhr also mit voller Dampfkraft weiter, aber nach zwei Tagen, am 18., meldete der Maschinist, dass an diesem Tage die Kohlen mangeln würden. »Man vermindere das Feuer nicht«, erwiderte Herr Fogg. An diesem Tage ließ Fogg um Mittag, nachdem er die Lage des Schiffes aufgenommen, Passepartout kommen und trug ihm auf, den Kapitän Speedy zu holen. Dem braven Burschen kam es vor, als solle er einen Tiger loslassen, und er sagte beim Hinabgehen ins Hinterverdeck, »Ganz gewiss wird er wütend sein.« Wirklich, nach einigen Minuten kam der Kapitän Speedy unter Schreien und Fluchen aufs Verdeck, gleich einer Bombe, die zerplatzen will. »Wo sind wir?«, waren seine ersten Worte im Begriff vor Zorn zu ersticken. »Wo sind wir?«, rief er wiederholt, das Gesicht von Zuckungen verzerrt. »Siebenhundert und siebentzig Meilen von Liverpool«, erwiderte Herr Fogg mit unverwüstlichem Gleichmut. »Berat«, schrie Andrew Speedy. »Ich habe Sie rufen lassen, mein Herr.« »Seeräuber!« »Mein Herr«, fuhr Phileas Fogg fort, um Sie zu bitten, mir Ihr Schiff zu verkaufen.« »Nein! Bei allen Teufeln nein!« »Ich bin genötigt, es zu verbrennen.« »Mein Schiff verbrennen?« »Ja, die oberen Teile wenigstens, denn das Brennmaterial ist ausgegangen.« »Mein Schiff verbrennen!«, schrie der Kapitän Speedy, der kaum noch Silben vorbringen konnte. »Mein Schiff ist fünfzigtausend Dollars wert!« »Hier haben Sie sechzigtausend!«, erwiderte Phileas Fogg und bot ihm einen Pack mit Bankknoten an. Dies machte auf Andrew Speedy einen wunderbaren Eindruck. Ein Amerikaner gerät beim Anblick von sechzigtausend Dollars in einige Gemütsbewegungen. Der Kapitän vergaß augenblicklich seinen Zorn, seine Einsperrung, alle seine Beschwerden über seinen Passagier. Sein Schiff war zwanzig Jahre alt und konnte nun noch eine Goldgrube werden. »Und der Rumpf soll mehr bleiben!«, sagte er mit auffallend gemildertem Ton. »Der eiserne Rumpf und die Maschine, mein Herr!« »Sind Sie es zufrieden?« »Abgemacht!« Und Andrew Speedy nahm die Banknoten, zählte sie und ließ sie in seiner Tasche verschwinden. Während dieser Szene ward Passepartout leichenblass. Fix wurde fast vom Schlag gerührt. Bei zwanzigtausend Pfund waren ausgegeben, und dazu gab dieser Fogg noch Rumpf und Maschine, das heißt den Hauptwert des Schiffes, dem Verkäuferpreis. Zwar, die der Bank entwendete Summe belieb sich auf fünfundfünfzigtausend Pfund. Als Andrew Speedy das Geld eingesteckt hatte, sprach Herr Fogg zu ihm. »Mein Herr, dass Sie nicht allzu sehr staunen, will ich Ihnen sagen, dass ich zwanzigtausend Pfund verliere, wenn ich nicht am einundzwanzigsten Dezember um acht Uhr fünfundvierzig Minuten zu London bin.« »Und ich habe einen guten Handel gemacht, bei allen fünfzigtausend Teufeln der Hölle«, rief Andrew Speedy. »Ich gewinne dabei wenigstens vierzigtausend Dollars.« Dann fuhr er ruhiger fort. »Wissen Sie was, Kapitän...« »Fogg.« »Kapitän Fogg, wahrhaftig, es steckt etwas von einem Yankee in Ihnen.« Nach diesem vermeintlichen Kompliment entfernte er sich, und Phileas Fogg sprach. »Jetzt gehört das Schiff mir?« »Allerdings. Vom Kiel bis zu den Mastspitzen. Alles Holzwerk, versteht sich.« »Gut. Schlagt jetzt die innere Einrichtung zusammen und feuert damit.« Man denke, was von diesem trockenen Holz verbraucht werden musste, um die Dampfkraft in hinreichender Stärke zu erhalten. An diesem Tage gingen das Hinterverdeck, die Kabinen, die Wohnungen, das falsche Verdeck drauf. Am folgenden Tage, den 19. Dezember, verbrannte man das Mastwerk, die Sparren und Stängen. Die Mannschaft zeigte sich erstaunlich eifrig im Zerstören. Passepartout mit Hauen, Schneiden, Sägen arbeitete für zehn Mann. Am folgenden Tage, den 20. wurden die Geländer, Schanzverkleidung, die Holzteile unterm Wasser, der größte Teil des Verdecks verzehrt. Aber an diesem Tage bekam man die irländische Küste und die Leuchtfeuer von Fastenet in Sicht. Doch war das Schiff um 10 Uhr abends erst Queenstown gegenüber. Phileas Fogg hatte nur noch vierundzwanzig Stunden, um in London einzutreffen. Diese Zeit aber brauchte die Henrietta, um nach Liverpool zu gelangen, selbst wenn man mit vollem Dampf segelte. Und endlich musste dem kühnen Gentleman der Dampf ausgehen. »Mein Herr«, sagte darauf der Kapitän Speedy, der sich nicht mehr um sein Vorhaben kümmerte, »Sie dauern mich wirklich. Es ist Ihnen alles entgegen. Wir sind erst vor Queenstown.« »Ah«, sagte Herr Fogg, »die Stadt, deren Leuchtfeuer wir erkennen, ist Queenstown?« »Ja.« »Können wir in den Hafen einlaufen?« »Nicht vor Ablauf von drei Stunden. Nur bei hohem Wasser.« »Warten wir«, erwiderte ruhig Phileas Fogg, ohne in seinen Zügen zu verraten, dass er durch höhere Eingebung nochmals das Missgeschick zu überwinden versuchte. Queenstown ist ein Hafen an der irländischen Küste, wo die aus den Vereinigten Staaten kommenden Ozeanfahrer ihre Briefbeutel im Vorbeifahren abgeben. Diese Briefe wurden durch stets zum Abfahren bereite Eilzüge nach Dublin befördert. Von Dublin aus gelangen sie nach Liverpool durch Dampfer größter Schnelligkeit und kommen so um zwölf Stunden den schnellsten Seglern der überseeschen Gesellschaften zuvor. Diese zwölf Stunden, welche so der amerikanische Kurier gewann, dachte Phileas Fogg auch zu gewinnen. Anstatt auf der Henrietta am folgenden Abend zu Liverpool anzukommen, würde er schon zu Mittag dort sein und hätte demnach Zeit, vor 8.45 Uhr abends zu London einzutreffen. Gegen ein Uhr früh lief die Henrietta bei hohem Meer in den Hafen Queenstown ein, und Phileas Fogg ließ da selbst den Kapitän Speedy, der sich mit einem kräftigen Handschlag verabschiedete, auf dem Gerippe seines Schiffes, welches noch die Hälfte des Verkaufspreises wert war. Die Passagiere stiegen sogleich aus. Fix spürte im Augenblick eine grimmige Lust, den Herrn Fogg zu verhaften. Doch tat er es nicht. Weshalb? Hatte er von demselben eine bessere Meinung bekommen? Sah er endlich seinen Irrtum ein? Immerhin wich fix dem Herrn Fogg nicht von der Seite. Er stieg mit ihm, Mrs. Aouda und Passepartout, der sich nicht die Zeit nahm auszuschnaufen, um halb zwei Uhr früh zu Queenstown in den Waggon, der mit Tagesanbruch nach Dublin kam, und nahm unverzüglich auf einem der Dampferplatz, welche unabänderlich den Wellen trotzend überfahren. Zwanzig Minuten vor zwölf, am einundzwanzigsten Dezember, landete Phileas Fogg endlich auf dem Cay von Liverpool. Es waren nur noch sechs Stunden bis London, aber in diesem Augenblick trat Fix zu ihm, legte die Hand auf seine Schulter, zeigte seinen Verhaftsbefehl und sprach, Sie sind der Seer Phileas Fogg? Ja, mein Herr, im Namen der Königin verhafte ich Sie. Ende von Kapitel 33 Kapitel 34 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Eva K. 34. Kapitel Fix wird gebührend bezahlt Phileas Fogg war im Gefängnis. Man hatte ihn auf dem Posten des Zollhauses zu Liverpool eingeschlossen, wo er die Nacht über bis zu seiner Transportierung nach London bleiben sollte. Im Moment der Verhaftung hatte Passepartout über den Detektiv herfallen wollen, wurde jedoch durch Polizeileute zurückgehalten. Mrs. Aouda, voll Bestürzung über die brutale Tat, konnte alles nicht begreifen. Passepartout erklärte ihr die Lage. Herr Fogg, der ehrenwerte, mutige Gentleman, welchem sie ihr Leben verdankte, war als Dieb verhaftet. Die junge Frau protestierte gegen solch ein Vorgehen, ihr Herz war entrüstet, Tränen rannen aus ihren Augen, als sie sah, dass sie nichts vermochte, um ihren Retter zu retten. Fix hatte den Gentleman verhaftet, weil seine Amtspflicht ihm auferlegte, ihn, schuldig oder nicht, zu verhaften. Das Gericht sollte darüber entscheiden. Da peinigte Passepartout der schreckliche Gedanke, dass sicherlich er an allem Unglück schuld sei. Warum hatte er Herrn Fogg die Wahrheit vorenthalten? Als Fix ihm seine Eigenschaft als Polizeiagent und seinen Auftrag enthüllte, warum hatte er seinen Herrn nicht davon in Kenntnis gesetzt? Dieser hätte dann ohne Zweifel dem Fix Beweise seiner Unschuld vorgelegt, ihm seinen Irrtum nachgewiesen. Jedenfalls hätte er nicht diesen verdammten Agenten auf eigene Kosten im eigenen Fahrzeug mitgenommen, dessen erste Sorge gewesen war, ihn im Augenblick, wo er den Fuß auf englischen Boden setzte, zu verhaften. Beim Gedanken an diese Fehler und Unvorsichtigkeiten empfand der arme Junge die peinlichsten Gewissensvorwürfe. Er weinte, wollte sich den Kopf zerschmettern. Mrs. Aouda und er waren trotz der Kälte unter dem Säulengang des Zollhauses stehen geblieben. Sie wollten nicht von der Stelle weichen, wollten Herrn Fogg noch einmal sehen. Dieser Gentleman war vollständig ruiniert, und zwar im Moment, wo er im Begriff war, sein Ziel zu erreichen. Durch diese Verhaftung war er unrettbar verloren. Da er am 21. Dezember 20 Minuten vor 12 Uhr zu Liverpool ankam, so hatte er noch Zeit genug, sich bis 8.45 Uhr in dem Reform Club einzufinden, also 9 Stunden und 15 Minuten, und er brauchte nur 6 zur Fahrt nach London. Wer in diesem Augenblick in den Posten der Duan hätte dringen können, hätte Herrn Fogg unbeweglich auf einer Bank sitzen gesehen, ohne Zorn, in unverwüstlicher Ruhe. Ergeben in sein Schicksal konnte man ihn nicht nennen, aber dieser letzte Schlag konnte ihn doch nicht in Aufregung versetzen, so schien es wenigstens. Hatte sich in ihm eine stille Wut gebildet, die furchtbar ist, weil verhalten, und die erst im letzten Moment mit unwiderstehlicher Gewalt losbricht? Man weiß es nicht. Aber Phileas Fogg war da, ruhig wartend. Auf was? Hegte er noch Hoffnung? Glaubte er noch an ein Gelingen, als sich die Kerkertür vor ihm schloss? Wie dem auch sein mag, Herr Fogg hatte sorgfältig seine Uhr auf einen Tisch gelegt und sah der Bewegung ihrer Zeiger zu. Kein Wort entschlüpfte seinen Lippen, aber sein Blick war ganz besonders starr. Jedenfalls war seine Lage fürchterlich. Wer nicht in seinem Gewissen lesen konnte, fasste sie so auf. Ist Phileas Fogg ein ehrlicher Mann, so ist er ruiniert. Ist er nicht ehrlich, so ist er gefangen. Fasste er damals den Gedanken, sich zu retten? Dachte er daran zu suchen, ob ein passender Ausgang vorhanden? Sann er auf Flucht? Man konnte das wohl glauben, denn er untersuchte einmal ringsum sein Zimmer. Aber die Türe war fest verschlossen und das Fenster mit einem eisernen Gitter verwahrt. Er setzte sich also wieder hin und zog sein Reisebüchlein aus der Tasche. Auf der Zeile, wo die Worte standen »21. Dezember, Samstag, Liverpool« fügte er bei »80. Tag, 11.40 Uhr vormittags« und er wartete ab. Es schlug eins auf der Uhr des Zollhauses. Herr Fogg merkte sich, dass seine Uhr um zwei Minuten vor dieser vorausging. »Zwei Uhr«. Angenommen, er steige eben in einen Eilzug, so konnte er noch vor 8.45 Uhr abends in dem Reform Club zu London erscheinen. Seine Stirn zeigte leichte Falten. Um 2.33 Uhr hörte man außen ein Geräusch, einen Lärm geöffneter Türen. Man vernahm die Stimme Passepartous, die Stimme Fix. Einen Augenblick glänzten Phileas Fogg's Augen. Die Türe öffnete sich, und Mrs. Aouda, Passepartout, Fix stürzten auf ihn zu. Fix war außer Atem, seine Haare verwirrt, er konnte nicht reden. »Mein Herr«, stammelte er, »mein Herr, Verzeihung, eine beklagenswerte Ähnlichkeit, Dieb verhaftet seit drei Tagen, sie frei.« Phileas Fogg war frei. Er ging auf den Detektiv zu, blickte ihm scharf ins Angesicht und machte dann die einzige rasche Bewegung, die er je gemacht und je in seinem Leben machen sollte. Er bog beide Arme rückwärts und schlug so genau wie ein Automat mit beiden Fäusten auf den unglückseligen Polizeiagenten. »Wohlgetroffen«, rief Passepartout. »Wahrhaftisch, das heißt englische Fäuste, gut appliziert.« Fix stürzte zu Boden, sprach kein Wort. Es war ihm geschehen, was er verdiente. Aber Herr Fogg, Mrs. Aouda und Passepartout eilten aus dem Zollhaus, stürzten in einen Wagen und befanden sich in einigen Minuten auf dem Bahnhof. Phileas Fogg fragte, ob ein Eilzug nach London abgehe. Es war zwei Uhr vierzig. Vor fünfunddreißig Minuten war ein Expresszug abgefahren. Darauf bestellte Phileas Fogg einen Extrazug. Es befanden sich einige Lokomotiven da, welche für einen Schnellzug geheizt waren, aber aus Rücksicht auf Erfordernisse des Dienstes konnte der Extrazug vor drei Uhr nicht ablaufen. Um drei Uhr also fuhr Phileas Fogg, nachdem er dem Maschinisten einige Worte von einer Prämie gesagt, in Begleitung der jungen Frau und seines treuen Dieners nach London ab. In fünf und einer halben Stunde musste der Weg von Liverpool nach London zurückgelegt werden, was sehr leicht, wenn der Weg auf der ganzen Bahn frei ist, aber es waren doch unvermeidliche Verzögerungen, und als der Gentleman auf dem Bahnhof ankam, schlug es acht Uhr fünfzig Minuten auf allen Uhren Londons. Phileas Fogg hatte die Reise um die Erde zustande gebracht, kam aber um fünf Minuten zu spät. Die Wette war verloren. Ende von Kapitel 34 Kapitel 35 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Fünfunddreißigstes Kapitel Passepartout lässt sich einen Auftrag nicht zweimal sagen. Am folgenden Tag würden die Bewohner der Seville Rose sehr erstaunt gewesen sein, hätte man ihnen gesagt, Herr Fogg sei wieder heimgekehrt. Türen und Fenster waren sämtlich geschlossen, Außen war nicht das Geringste verändert. In der Tat war Phileas Fogg vom Bahnhof weg, nachdem er Passepartout beauftragt hatte, einige Lebensmittel zu kaufen, in sein Haus zurückgekehrt. Dieser Gentleman nahm den Schlag, welcher ihn traf, mit gewohntem Gleichmut auf. Ruiniert. Und durch Schuld des unglückseligen Polizeiagenten. Mit sicherem Schritt hatte er die ganze Reise gemacht, tausend Hindernisse beseitigt, tausend Gefahren getrotzt, hatte noch Zeit gefunden, unterwegs Wohltaten zu üben, und nun musste er im Hafen noch scheitern durch eine brutale Tat, welche er nicht voraussehen konnte und gegen welche er entwaffnet war. Schreckliches Los. Von der ansehnlichen Summe, welche er bei der Abreise mitgenommen hatte, war ihm nur ein unbedeutender Rest geblieben. Sein Vermögen bestand nur noch aus den 20.000 Pfund, welche bei den Gebrüdern Baring deponiert waren, und diese schuldete er seinen Kollegen vom Reform Club. Nach den ungeheuern Ausgaben, welche er gemacht, hätte ihn diese Wette, wenn er sie gewonnen, allerdings nicht reicher gemacht, und vermutlich hatte er auch dabei nicht nach Bereicherung getrachtet, aber der Verlust dieser Wette ruinierte ihn gänzlich. Übrigens hatte der Gentleman seinen Entschluss gefasst, er wusste, was ihm zu tun übrig blieb. Ein Zimmer im Hause der Savile Row war für Mrs. Aouda vorbehalten. Die junge Frau war in Verzweiflung. Sie hatte aus einigen Äußerungen des Herrn Fogg abgenommen, dass er etwas Unheilvolles im Sinne hatte. Es ist bekannt, zu welchen beklagenswerten äußersten Schritten mitunter die Engländer, welche an einer fixen Idee leiden, fortgerissen werden. Daher überwachte auch Passepartout seinen Herrn, ohne dass man's merkte. Aber vor allen Dingen war der brave Bursche in sein Zimmer gegangen und hatte die Gasflamme gelöscht, welche seit 80 Tagen brannte. Es fand sich im Briefkasten eine Rechnung der Gasgesellschaft und er musste diesen Kosten, welche er verschuldete, Einhalt tun. Die Nacht verfloss, Herr Fogg war zu Bette gegangen, aber schlief er auch. Mrs. Aouda konnte nicht einen Augenblick Ruhe finden. Passepartout wachte wie ein treuer Hund an der Türe seines Herrn. Am folgenden Morgen ließ ihn Herr Fogg kommen und empfahl ihm in sehr knappen Worten ein Frühstück für Mrs. Aouda zu bereiten. Er werde sich mit einer Tasse Tee und einem Stück Braten begnügen. Mrs. Aouda möge ihn für seine Teilnahme am Frühstück und Diner entschuldigen, denn er sei vollauf mit Ordnung seiner Angelegenheiten beschäftigt. Er werde nicht hinunterkommen, nur am Abend werde er sich die Erlaubnis ausbitten, Mrs. Aouda einige Augenblicke zu sprechen. Passepartout hatte sich diesem Tagesprogramm nur zu fügen. Er sah seinen Herrn an, der fortwährend keine Gemütsbewegung erkennen ließ und konnte sich nicht entschließen, sein Zimmer zu verlassen. Es schwoll ihm sein Herz, sein Gewissen war von Vorwürfen gepeinigt, denn mehr wie je maß er sich die Schuld des unverbesserlichen Unheils zu. Ja, hätte er Herrn Fogg gewarnt, hätte ihm des Agenten Fix Pläne enthüllt, so hätte derselbe sicherlich nicht den Letzteren mit sich herumgeschleppt und dann... Passepartout konnte sich nicht mehr zurückhalten. Mein Herr, Herr Fogg, rief er, fluchen Sie mir, ich bin schuld, dass... Ich klage niemand an, erwiderte Phileas Fogg im ruhigsten Ton. Gehen Sie. Passepartout verließ das Zimmer und suchte die junge Frau auf, teilte ihr die Absicht seines Herrn mit. Madame, fügte er bei, ich vermag nichts durch mich selber, nichts, ich habe auf den Geist meines Ehren gar keinen Einfluss, Sie vielleicht. Was sollte ich für Einfluss üben? erwiderte Mrs. Aouda. Herr Fogg gestattet gar keinen. Hat er jemals begriffen, dass meine Dankbarkeit gegen ihn grenzenlos ist? Hat er jemals in meinem Herzen gelesen? Mein Freund, Sie dürfen ihn nicht einen Augenblick verlassen. Sie sagten, er habe die Absicht zu erkennen gegeben, mich diesen Abend zu sprechen, Ja, Madame, es handelt sich ohne Zweifel darum, ihre Lage in England zu sichern. Warten wir, erwiderte die junge Frau, die ganz nachdenklich wurde. Also war während dieses Sonntags das Haus der Savile Row wie unbewohnt und zum ersten Mal, seit Phileas Fogg dasselbe bewohnte, ging er nicht in seinen Club, als es auf der Turmuhr des Parlaments halb zwölf schlug. Und weshalb hätte der Gentleman in den Reform Club gehen sollen? Seine Kollegen erwarteten ihn da nicht mehr, weil abends zuvor an dem verhängnisvollen Samstag 21. Dezember Phileas Fogg nicht um 8.45 Uhr im Salon des Reform Clubs erschienen war, hatte er seine Wette verloren. Es war nicht einmal nötig, dass er zu seinem Bankier ging, um die 20.000 Pfund zu holen. Seine Gegner hatten eine von ihm unterzeichnete Anweisung in Händen und es war bei den Gebrüdern Baring nur ein Schriftzug nötig, um die 20.000 Pfund auf ihr Konto zu übertragen. Herr Fogg brauchte also nicht auszugehen und er ging auch nicht aus. Er blieb auf seinem Zimmer und ordnete seine Angelegenheiten. Passepartout nur ging unaufhörlich die Treppen des Hauses auf und ab. Es gab für den armen Jungen weder Zeit noch Stunde mehr. Er horchte an der Türe seines Herrn und dachte dabei nicht im mindesten Unrecht zu tun, er sah durch das Schlüsselloch und meinte ein Recht dazu zu haben. Er fürchtete jeden Augenblick eine Katastrophe. Manchmal dachte er an Fix, aber seine Gedanken hatten schon umgeschlagen, er grollte dem Polizeiagenten nicht mehr. Fix hatte sich wie jeder Mann in Hinsicht Phileas Fox geirrt und indem er ihm nachschlich, ihn verhaftete, tat er nur seine Schuldigkeit, während er dieser Gedanke drückte ihn zu Boden und er hielt sich für den allerelendsten Menschen. Wenn sich endlich Passepartout in seinem Alleinsein zu unglücklich fühlte, klopfte er an Mrs. Aoudas Türe, trat in ihr Zimmer, setzte sich ohne ein Wort zu sagen in eine Ecke und sah die junge Frau an, die stets gedankenvoll war. Gegen halb acht Uhr abends ließ Herr Fogg bei Mrs. Aouda anfragen, ob sie ihn empfangen könne und nach einer kleinen Weile befand er sich mit derselben allein in ihrem Gemach. Phileas Fogg nahm einen Stuhl und setzte sich neben dem Kamin der Mrs. Aouda gegenüber. Seine Gesichtszüge zeigten gar keine Gemütsbewegung. Fogg war bei seiner Rückkehr gerade wie bei seiner Abfahrt ebenso ruhig, ebenso rührungslos. Fünf Minuten sprach er kein Wort. Nachher blickte er Mrs. Aouda ins Angesicht und sprach »Madam, werden Sie mir verzeihen, dass ich Sie nach England mitgenommen habe?« »Ich, Herr Fogg?« erwiderte Mrs. Aouda, ihr Herzklopfen unterdrückend. »Haben Sie die Güte, mich ausreden zu lassen?« fuhr Herr Fogg fort. »Als ich den Gedanken hatte, sie von dem Lande, das für sie so gefahrvoll war, weit weg zu führen, war ich reich, und ich konnte darauf rechnen, einen Teil meines Vermögens zu ihrer Verfügung zu stellen. Sie hätten hier ein glückliches und freies Leben führen können. Jetzt bin ich ruiniert. »Ich weiß es, Herr Fogg,« erwiderte die junge Frau, »und ich frage sie meinerseits, werden sie mir verzeihen, dass ich sie begleitet und, wer weiß, vielleicht durch Verzögerung zu ihrem Ruin beigetragen habe?« »Madam, in Indien konnten sie nicht bleiben, und ihre Rettung war nur dann sie weit genug entfernt waren, dass jene Fanatiker sie nicht wieder in ihre Hand bekamen. »Also, Herr Fogg,« fuhr Mrs. Aouda fort, »nicht zufrieden, mich von einem schrecklichen Tode zu retten, hielten sie sich auch für verpflichtet, meine Lage im Ausland zu sichern? »Ja, Madame,« erwiderte Fogg, »aber die Ereignisse sind gegen mich gewesen. Doch bitte ich mir zu gestatten, dass ich mit dem Wenigen, was mir bleibt, zu ihren Gunsten verfüge.« »Aber, Herr Fogg, was soll aus Ihnen werden?« fragte Mrs. Aouda. »Ich, Madame,« erwiderte kaltblütig der Gentleman, bedarf nichts mehr. »Aber, Herr, wie sehen Sie denn das Ihnen bevorstehende Los an?« »So, wie es sein muss,« erwiderte Herr Fogg. »Jedenfalls,« erwiderte Mrs. Aouda, »dürfte ein Mann wie Sie nicht Mangel leiden. Ihre Freunde...« »Ich habe keine Freunde.« »Ihre Verwandten?« »Ich habe keine Verwandten mehr.« »Dann sind Sie zu beklagen, Herr Fogg, denn Vereinsamung ist ein trauriges Los. Wie, kein Herz, um ihren Kummer in dasselbe auszuschütten? Doch, sagt man, für zwei Seelen sei selbst das Unglück noch erträglich. Man sagt es, Madam. Herr Fogg, sagte darauf Mrs. Aouda, indem sie aufstand und dem Gentleman ihre Hand reichte, wollen Sie eine Verwandte und Freundin zugleich? Wollen Sie mich zur Frau? Bei diesen Worten stand auch Herr Fogg auf. Seine Augen erglänzten in ungewohntem Widerschein, seine Lippen schienen zu zittern. Er sah Mrs. Aouda ins Angesicht. Die Offenheit, Geradheit, Festigkeit und Sanftmut dieses schönen Blickes einer edlen Frau, die alles wagt, um den zu retten, welchem sie alles verdankt, machten ihn bestürzt, durchdrangen ihn. Er schloss einen Augenblick die Augen, als wolle er vermeiden, dass dieser Blick tiefer eindringe. Als er sie wieder öffnete, sprach er einfach, Ich liebe sie, ja, wahrhaftig, bei Welt, ich liebe sie, gehöre ganz ihnen an. Ah, rief Mrs. Aouda aus, die Hand auf dem Herzen. Auf den Ton der Glocke erschien Passepartout, während Herr Fogg noch die Hand der Mrs. Aouda in der Seinigen hielt. Passepartout begriff, wie es stand, und sein Angesicht strahlte gleich der Sonne im Zenit der Tropengegenden. Herr Fogg fragte ihn, ob es nicht zu spät wäre, seine Ehrwürden Samuel Wilson den Pastor von Mary LeBone zu rufen. Passepartout sprach mit herzlichem Lachen Niemals zu spät. Es war erst 8. Uhr fünf Minuten. Für morgen Montag, sagte er. Für morgen Montag, fragte Herr Fogg und blickte die junge Frau an. Für morgen Montag, erwiderte Mrs. Aouda. Passepartout lief Sporn streichs fort. Ende von Kapitel 35 Kapitel 36 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Wern Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. 36. Kapitel Phileas Fogg steigt abermals auf dem Geldmarkt Nun ist's Zeit des Umschlags der öffentlichen Meinung zu gedenken, welche im Vereinigten Königreich stattfand, als die Verhaftung des wirklichen Bankdiebs eines gewissen James Strand, die am 17. Dezember vorfiel, bekannt wurde. Drei Tage zuvor war Phileas Fogg ein Verbrecher, dem die Polizei aufs Äußerste nachspürte und jetzt der ehrenhafteste Gentleman, der seine exzentrische Reise um die Erde mit mathematischer Genauigkeit ausführte. Was für ein Lärm, welche Wirkung in den Journalen! Alle Wetten für und wieder, die bereits vergessen waren, wachten wie auf einen Zauberschlag wieder auf. Alle Verträge gewannen wieder Geltung, alle Verbindlichkeiten lebten wieder auf und, es ist nicht zu verhehlen, das Wetten begann wieder mit neuer Energie. Der Name Phileas Fogg gewann auf dem Platz abermals Prämien. Die fünf Kollegen des Gentleman im Reform Club brachten diese drei Tage in einiger Unruhe hin. Dieser Phileas Fogg, welchen sie bereits vergessen hatten, erschien wieder vor ihren Augen. Wo befand er sich wohl in diesem Augenblick? Am 17. Dezember, dem Tag der Verhaftung James Trance, waren es sechs und siebenzig Tage, dass Phileas Fogg abgereist war, und noch keine Nachricht von ihm. War er unterlegen? Hatte er den Wettkampf aufgegeben, oder setzte er seinen Weg dem Reiseprogramm gemäß fort? Und am Samstag, den 21. Dezember um 8.45 Minuten abends, sollte er, wie ein Gott der Genauigkeit, auf der Schwelle des Reform Club Salons erscheinen? Die Spannung, worin drei Tage lang dieser ganze Teil der englischen Gesellschaft schwebte, lässt sich nicht schildern. Man entsendete Depechen nach Amerika, nach Asien, um über Phileas Fogg Nachricht zu erhalten. Man schickte morgens und abends in Savile Row, das Haus des Gentlemen zu beobachten. Nichts. Selbst die Polizei wußte nicht, was aus ihrem Detektiv fix geworden war, welchen sie so unglückseliger Weise auf falsche Spur geschickt hatte. Dem ungeachtet erneuten sich die Wetten in höherem Maßstab. Phileas Fogg glich einem Man notierte ihn nicht mehr zu hundert, sondern zu zwanzig, zu zehn, zu fünf, und der alte gelähmte Lord Albermeil nahm es selbst Alpari. Daher war auch am Samstagabend in Pellmel und den nächsten Straßen großes Gedränge. An den Eingängen zum Reform Club standen die Mäkler wie in Permanenz und man rief die Kurse des Phileas Fogg aus als wie die der englischen Fonds. Die Polizei vermochte kaum die Menge in Ruhe zu halten und je näher die Stunde kam, Phileas Fogg ankommen musste, umso höher stieg die Aufregung. An diesem Abend waren die fünf Kollegen des Gentlemen seit acht Uhr im großen Salon des Reform Club versammelt. Die beiden Bankiers John Sullivan und Samuel Fallentin der Ingenieur Andrew Stuart Walter Ralph Administrator der Englischen Bank der Brauer Thomas Flanagan alle waren in gespannter Erwartung. Als die Uhr des großen Saales acht Uhr fünfundzwanzig Minuten zeigte, stand Andrew Stuart auf und sprach »Meine Herren, in zwanzig Minuten wird die Frist, welche wir mit Herrn Phileas Fogg ausgemacht haben, abgelaufen sein. »Um wie viel Uhr ist der letzte Zug von Liverpool angekommen? «, fragte »Um sieben Uhr dreihundzwanzig Minuten«, erwiderte Walter Ralph, »und der folgende Zug wird erst zehn Minuten nach zwölf eintreffen. Nun, meine Herren«, fuhr Andrew Stuart fort, »wenn Phileas Fogg um sieben Uhr dreihundzwanzig Minuten angekommen wäre, so wäre er bereits hier. Wir können also die Wette schon als gewonnen ansehen. »Warten wir noch und sprechen uns nicht aus«, erwiderte Samuel Fallentin, »Sie wissen, dass unser Kollege im höchsten Grad exzentrisch ist. Seine Pünktlichkeit in allem ist uns bekannt. Niemals kommt er zu spät, aber auch nicht zu früh, und es wäre möglich, dass er in der letzten Minute sich hier einfände, was mich gar nicht wundern würde. »Und ich«, sagte Andrew Stuart, der wie stets sehr nervös war, »Ich würde, wenn ich ihn sehe, doch nicht daran glauben.« »Wirklich«, versetzte Thomas Flanagan, »Fileas Fawkes Unternehmen war unsinnig, so pünktlich er auch sein mochte, er konnte unvermeidliche Verspätungen nicht hindern, und eine Verspätung von nur zwei oder drei Tagen reichte hin, seine Reise zu vereiteln.« »Bemerken Sie übrigens«, fügte John Sullivan bei, »dass wir gar keine Nachricht von unserem Kollegen erhalten haben, und doch fehlte es auf seinem Wege nicht an Telegrafen.« »Er hat verloren, meine Herren«, fuhr Andrew Stuart fort. »Hundertmal verloren! Sie wissen übrigens, dass das Paketboot China aus New York, das einzige, mit welchem er zeitig genug in Liverpool eintreffen konnte, gestern hier angekommen ist. Nun sehen Sie die Passagierliste an, welche die Shipping Gazette veröffentlicht, und der Name Phileas Fogg kommt auf derselben nicht vor. Nehmen wir die allergünstigsten Umstände an, so ist unser Kollege kaum in Amerika, ich schätze, dass er wenigstens um zwanzig Tage zu spät kommen wird, und der alte Lord Albumel wird ebenfalls seine 5000 verlieren. »Das liegt auf der Hand«, erwiderte Walter Ralph, »und wir brauchen morgen nur die Anweisung des Herrn Fogg, den Gebrüdern Baring vorzulegen.« In dem Augenblick schlug Gisal-Uhr acht Uhr vierzig Minuten. »Noch fünf Minuten«, sagte Andrew Stuart. Die fünf Kollegen sahen sich einander an. Es ist wohl glaublich, dass ihre Pulse ein wenig schneller schlugen, denn schließlich war die Partie selbst für gute Spieler stark. Aber sie wollten's nicht merken lassen, denn auf Samuel Fallantins Vorschlag nahmen sie an einem Spieltisch Platz. »Ich gebe mein Anteil von viertausend Pfund nicht Alpari«, sagte Andrew Stuart, indem er sich setzte, wenn man mir auch dreihundert neunundneunzig böte. Der Zeiger wies in diesem Augenblick acht Uhr zwei und vierzig Minuten. Die Spieler hatten die Karten in die Hand genommen, aber ihre Blicke waren jeden Augenblick auf die Uhr gerichtet. So sicher sie der Sache waren, so schienen doch die Minuten ihnen sehr lang. »Acht Uhr drei und vierzig«, sagte Thomas Flanagan, indem er die Karten abhob, die Walter Ralph ihm darreichte. Darauf herrschte einen Augenblick Stille im weiten Klappsaal, aber draußen hörte man Lärm und Getös der Menge und zwischendurch helles Schreien. Der Uhrenschwengel schlug mathematisch regelmäßig die Sekunden. Jeder Spieler konnte die sechzig Teile zählen, welche zu seinem Ohr gelangten. »Acht Uhr vierundvierzig Minuten«, sagte John Sullivan mit einem Ton, der unwillkürliche Gemütserregung verriet. Nur noch eine Minute und die Wette war gewonnen. Andrew Stewart und seine Kollegen ließen ihr Spiel. Sie hatten die Karten beiseite gelegt und zählten die Sekunden. In der zweiundvierzigsten Sekunde nichts, in der fünfzigsten noch nichts. In der fünfundfünfzigsten Sekunde hörte man draußen ein donnerähnliches Getöse, Beifallklatschen, Hurras, selbst Flüche, die sich rollend weiter verbreiteten. Die Spieler standen auf. In der siebenundfünfzigsten Sekunde öffneten sich die Salontüren und der Schwengel hatte noch nicht die sechzigste Sekunde hören lassen, als Phileas Fogg erschien, gefolgt von einer wahnsinnigen Menge, welche den Eingang in den Club erstürmt hatte und mit seiner gelassenen Stimme sprach, hier bin ich, meine Herren. Ende von Kapitel 36 Kapitel 37 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Wern Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Eva K. 37 Kapitel Beweis, dass Phileas Fogg durch seine Reise um die Erde nichts gewann, außer sein häusliches Glück. Ja, Phileas Fogg persönlich. Wir erinnern uns, Passepartout um 8 Uhr 5 Minuten abends, 25 Stunden etwa nach Ankunft der Reisenden zu London, von seinem Herrn den Auftrag erhalten hatte, seine Ehrwürden den Herrn Samuel Wilson in Betreff einer gewissen Heirat, welche den folgenden Tag geschlossen werden sollte, zu ersuchen. Passepartout war voll Freude raschen Schrittes in die Wohnung seiner Ehrwürden gegangen, der noch nicht nach Hause gekommen war. Natürlich wartete Passepartout und zwar 20 Minuten wenigstens. Kurz als er aus der Wohnung des geistlichen Herrn herauskam, war es 8 Uhr 35 Minuten und er lief über Hals und Kopf wie man noch nie einen Mann laufen sah, warf wie eine Trombe auf den Trottoirs die Begegnenden zu Boden und war in drei Minuten wieder im Hause der Savile Row, wo er atemlos in Foggs Zimmer stürzte. Reden konnte er nicht. Was gibt's? fragte Herr Fogg. Mein Herr, stotterte Passepartout, Eirat, Unmöglich für Morgen. Weshalb? Weil morgen Sonntag ist. Montag, erwiderte Herr Fogg. Nein, heute Samstag. Samstag? Unmöglich! Ja, 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 rief Passepartout, Sie haben sich um einen Tag geirrt, wir sind 24 Stunden früher angekommen, aber es ist nur noch zehn Minuten Zeit. Passepartout fasste seinen Herrn beim Kragen und riß ihn mit unwiderstehlicher Kraft fort. Also verließ Herr Fogg, ohne Zeit zum Besinnen zu haben, sein Zimmer, sein Haus, sprang in einen Cab, versprach dem Kutscher hundert Pfund und langte, nachdem er zwei Hunde totgefahren und fünf Wagen aufgehalten im Reform Club an. Die Uhr stand auf acht Uhr fünf und vierzig Minuten, als er im großen Saal eintrat. Phileas Fogg hatte die Reise um die Erde in achtzig Tagen vollendet und damit seine Wette von zwanzig tausend Pfund gewonnen. Und jetzt, wie konnte es einem so pünktlichen, so methodischen Manne begegnen, dass er sich um einen Tag irrte? Wie war es möglich, dass er meinte, es sei Samstag der einundzwanzigste Dezember, als er zu London ausstieg, da es doch erst Freitag der zwanzigste Dezember war, der neunundsiebzigste Tag seit seiner Abfahrt? Die Ursache ist sehr einfach. Phileas Fogg hatte, ohne es zu ahnen, einen Tag über sein Reisebüchlein hinaus gewonnen, und zwar aus dem einzigen Grund, weil er die Reise um die Westwärts gereist einen eingebüßt haben. Die Tatsache ist, Phileas Fogg Ostwärts der Sonne entgegenreiste und folglich die Tage für ihn bei jedem Grad, welchen er in dieser Richtung vorwärts kam, um vier Minuten kürzer waren. Nun zählt man rings um die Erde 360 Grade, welche Zahl mit vier Minuten multipliziert, gerade vierundzwanzig Stunden gibt, sodass also unbewusst dieser Tag gewonnen war. Mit anderen Worten, während Phileas Fogg bei seiner östlichen Richtung die Sonne achtzig Mal über den Meridian gehen sah, war dies bei seinen Kollegen, die zu London geblieben waren, nur neunundsiebzig Mal der Fall. Daher kam es, dass dieselben an diesem Tage, welcher Samstag und nicht wie Herr Fogg meinte Sonntag war, im Reform Club Saal auf ihn warteten. Und dieses würde die famose Uhr Passepartous, welcher sie immer bei der Londoner Zeit gelassen hatte, nachgewiesen haben, wenn sie, wie die Stunden und Minuten zugleich auch die Tage angegeben hätte. Phileas Fogg hatte also die zwanzig tausend Pfund gewonnen, aber da er unterwegs etwa neunzehntausend davon ausgegeben hatte, so war das Ergebnis an Geld unbeträchtlich. Doch hatte, sagte man, der exzentrische Gentleman bei dieser Wette nur den Streit im Sinne, nicht das Vermögen, und sogar die übrig gebliebenen tausend Pfund teilte er zwischen dem wackeren Passepartout und dem unglückseligen fix, dem er nicht zu grollen fähig war. Nur und zwar der Regelmäßigkeit wegen zog er seinem Diener den Preis, des durch seine Schuld während der neunzehnhundert und zwanzig Stunden verbrauchten Gases ab. Diesen nämlichen Abend sagte Herr Fogg ebenso leidenschaftslos, ebenso phlegmatisch zu Mrs. Aouda, sind Sie, Madame, mit der Heirat immer noch zufrieden? Herr Fogg, erwiderte Mrs. Aouda, diese Frage habe ich an Sie zu richten. Sie waren ruiniert, jetzt sind Sie reich. Entschuldigen Sie, Madame, dieses Vermögen gehört Ihnen. Hätten Sie nicht den Gedanken dieser Heirat vorgebracht, so wäre mein Diener nicht zu dem geistlichen Herrn gelaufen und ich wäre meinen Irrtum nicht gewahr worden und ... Lieber Herr Fogg, sagte die junge Frau. Liebe Aouda, erwiderte Phileas Fogg. Es versteht sich, dass die Heirat nun 48 Stunden später stattfand, wobei Passepartout stolz, glänzend, blendend der jungen Frau Zeuge war. Gebührte nicht ihm, der sie auf seinen Schultern gerettet hatte, diese Ehre? Nur klopfte am folgenden Morgen bei Tagesanbruch Passepartout laut an die Türe seines Herrn. Die Türe öffnete sich und der leidenschaftslose Gentleman Was gibt's Passepartout? Was es gibt, mein Herr, soeben habe ich gemerkt. Was denn? Dass wir die Reise um die Erde in nur 78 Tagen hätten fertig bringen können? Allerdings, erwiderte Herr Fogg, wenn wir nicht durch Indien gefahren wären. Aber hätten wir nicht diesen Weg genommen, so hätte ich nicht Mrs. Aouda retten können, und dann wäre sie nicht meine Frau und und Herr Fogg schloss in aller Seelenruhe die Türe. So hatte also Phileas Fogg seine Wette gewonnen, denn er hatte die Reise um die Erde in 80 Tagen gemacht. Zu diesem Zweck hatte er alle alle Arten von Transport gebraucht Paket Boote Eisenbahnen Wagen Yacht Handelsfahrzeuge Schlitten 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 Elefanten Der exzentrische Gentleman hatte dabei seine Kaltblütigkeit und Pünktlichkeit in erstaunlichem Grade aufgeboten. Dann aber, was hatte er dabei gewonnen, was hatte ihm die Reise eingetragen? Nichts, sagt man wohl? Nichts, ich gebe es zu, außer eine liebenswürdige, reizvolle Frau, die so unwahrscheinlich dies vorkommen mag, ihn zum glücklichsten Menschen machte. Wahrlich, würde man nicht die Reise um die Erde auch um ein geringeres Ziel vornehmen? Ende von Kapitel 37 Ende von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Wern 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 Vielen Dank.